Terry Pratchett, Steife Prise, aus dem Englischen von Gerald Jung. Das, was die Welt von Goblins weiß, beschränkt sich im Großen und Ganzen auf den Kult oder vielleicht auch die Religion des Angu. Dabei handelt es sich, kurz gesagt, um eine bemerkenswert komplexe, auf dem Konzept der Wiederauferstehung basierende Religion, die sich auf die Heiligkeit von Körperflüssigkeiten gründet. Ihre zentrale Lehre besagt Folgendes. Alles, was der Körper eines Goblins ausscheidet, war zweifellos einmal ein Teil davon und sollte deshalb mit Ehrfurcht behandelt und sorgfältig aufbewahrt werden, damit es, wenn die Zeit gekommen ist, zusammen mit seinem Eigentümer beigesetzt werden kann. Bis dahin wird das Material in Angu-Töpfen gelagert. Erstaunlichen Gebilden, von denen später noch zu berichten sein wird. Wer auch nur einen Moment mit diesem leicht widerwärtigen Gedanken spielt, kommt rasch darauf, dass dergleichen von keinem Lebewesen geleistet werden kann. Es sei denn, es verfügt über großen Reichtum, beträchtliche Lagerkapazitäten und überaus tolerante Nachbarn. Aus diesem Grunde befolgen die meisten Goblins das Angu-Hat, das man als die gewöhnliche und etwas laxere Form des Angu bezeichnen könnte und das lediglich Ohrenschmalz, abgeschnittene Finger- und Zehennägel sowie Nasenschnodder umfasst. Wasser wird im Allgemeinen nicht als Angu angesehen, sondern als etwas, das den Körper zwar durchläuft, jedoch zu keinem Zeitpunkt ein Teil davon wird. Die Goblins argumentieren, dass es gewissermaßen keinen erkennbaren Unterschied zwischen dem Wasser davor und dem Wasser danach gebe, was ein trauriges Licht auf den frische Gehalt des Wassers wirft, mit dem die Goblins in ihren unterirdischen Höhlen in Berührung kommen. Auf ähnliche Weise sehen sie Fäkalien als Nahrung an, die lediglich einen Zustandswechsel durchlaufen hat. Erstaunlicherweise sind auch die Zähne für Goblins nicht von Interesse, weil sie in ihren Augen eher eine Art Pilz sind. Haaren scheinen sie ebenfalls keine große Wichtigkeit beizumessen, zumal sie davon, was an dieser Stelle zu erwähnen wäre, nur in seltenen Fällen nennenswert viel ereignen. Nach diesem Absatz unterbrach Lord Vetinari, der Patrizier von Ankh-Morpork, seine Lektüre und starrte ins Nichts. Kurz darauf wurde das Nichts von der Gestalt Drumknots, seines Sekretärs, verdunkelt, der bemerkenswerterweise seine gesamte Karriere darauf ausgerichtet hatte, sich in etwas zu verwandeln, das so sehr wie nichts anderes, dem Nichts ähnelte. »Ihr seht nachdenklich aus, euer Lordschaft«, sagte Drumnott und versah diese Feststellung mit einem sehr zarten Fragezeichen, das sich sofort in Luft auflöste. »In Tränen aufgelöst, Drumnott, in Tränen aufgelöst.« Drumnott hörte auf, den makellos glänzenden, schwarz lackierten Schreibtisch abzustauben. »Pastor Himmelwärts ist ein sehr bewegender Autor, Milord.« »Wohl wahr, Drumnott. Aber das eigentliche Problem ist und bleibt, dass die Menschheit sich mit Zwergen, Trollen und sogar den Orks arrangieren kann, so grässlich sie sich gelegentlich auch aufgeführt haben. »Und weißt du auch warum, Drumnott?« Der Sekretär legte das Staubtuch sorgfältig zusammen und richtete den Blick zur Decke. »Ich würde der Vermutung Ausdruck verleihen, Milord, dass wir uns in deren Gewalttätigkeit selbst erkennen.« »Sehr schön, Drumnott. Ich mache doch noch einen Zyniker aus dir. Raubtiere respektieren andere Raubtiere. Genauso ist es. Vielleicht respektieren sie sogar ihre Beute. Der Löwe legt sich womöglich zum Lamm, auch wenn sich höchstwahrscheinlich nur der Löwe wieder von diesem Lager erhebt. Aber der Löwe würde sich nie zur Ratte legen. Ungeziefer, Drumnott. Eine ganze Spezies wird als Ungeziefer angesehen. Lord Vetinari schüttelte traurig den Kopf. Und dem stets aufmerksamen Drumnott fiel auf, dass die Finger seiner Lordschaft nun schon zum dritten Mal an diesem Tage zu der Seite mit der Überschrift »Angutöpfe« zurückgekehrt waren. Dabei schien er, was eher ungewöhnlich war, sich selbst leise vorzulesen. Diese werden traditionellerweise von den Goblins selbst hergestellt. Und zwar aus allen möglichen Materialien. Von kostbaren Mineralien bis hin zu Leder, Holz oder Knochen. Einige der aus Mineralien gefertigten Eierschalen dünnen Töpfe gehören zu den künstlerisch hochwertigsten Gefäßen auf der ganzen Welt. Die Plünderung von Goblinsiedlungen durch Schatzsucher, die es auf solche Gefäße abgesehen haben, und die Vergeltungsschläge von Seiten der Goblins haben die Beziehungen zwischen Menschen und Goblins seit jeher getrübt. Lord Vetinari räusperte sich und fuhr fort »Ich zitiere wieder Pastor Himmelwärts, Drumnot.« »Ich muss sagen, dass die Goblins am Rande des Abgrunds leben, und das oft genug deshalb, weil sie dorthin getrieben worden sind. Wo sonst nichts bestehen kann, dort überleben sie. Ihre allgemeine Begrüßung lautet »Durchhalten«, was so viel heißt wie »Überlebe«. »Ich weiß, dass ihnen entsetzliche Verbrechen zur Last gelegt wurden, aber schließlich ist ihnen die Welt selbst nie sehr freundlich begegnet. Ich möchte es an dieser Stelle so ausdrücken. Diejenigen, die dort um ihre Existenz kämpfen, wo das Leben an weniger als einem Seidenfaden hängt, haben die entsetzliche Algebra der Not, die keine Gnade kennt, begriffen. Und wenn die Not sich in Extremis bemerkbar macht, ja, dann ist die Zeit gekommen, in der die Frauen den Angotopf namens »Seele der Tränen« anfertigen müssen, den allerschönsten aller Töpfe, der mit kleinen, eingeritzten Blumen verziert und mit Tränen übergossen wird.« Drumnot stellte mit miniziösem Timing eine Tasse Kaffee genau in jenem Augenblick vor seinen Herrn, in dem Lord Vetinari den Satz beendete und aufblickte. »Die entsetzliche Algebra der Notwendigkeit, Drumnot.« »Die kennen wir nun selber auch zur Genüge, was?« »Allerdings, Milord.« »Übrigens ist ein Sendschreiben des diamantenen Königs der Trolle eingetroffen, der sich bei uns für unsere unnachgiebige Haltung beim Thema Drogen bedankt.« »Bravo, Milord.« »Das war doch nur ein kleines Entgegenkommen,« bemerkte Vetinari und wedelte das Schreiben mit der Hand weg. »Du kennst meine Position, Drumnot. Ich habe prinzipiell nichts gegen Leute, die Substanzen zu sich nehmen, damit es ihnen besser geht oder sie zufriedener sind, oder auch, damit sie kleine, violette Elfen tanzen sehen, oder von mir aus auch ihren Gott. Schließlich spielen sie mit ihrem eigenen Verstand, und auf den hat die Gesellschaft keinen Anspruch. Vorausgesetzt, sie bedienen nicht gleichzeitig schwere Maschinen. Aber Drogen an Trolle zu verkaufen, bei denen ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe explodieren, ist schlicht und einfach ein Kapitalverbrechen. Ich bin froh, dass Kommandeur Mumm in dieser Hinsicht voll und ganz meiner Meinung ist. »Allerdings, Milord, wenn ich euch bei dieser Gelegenheit daran erinnern dürfte, dass er uns schon in Kürze verlassen wird, möchtet ihr euch in irgendeiner Weise von ihm verabschieden?« Der Patrizia schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht. Der gute Mann hat bestimmt alle Hände voll zu tun. Meine Anwesenheit würde ihn nur noch konfuser machen.« Lag da ein Hauch von Mitleid in Drumnauts Stimme, als er erwiderte, »Macht euch keine Vorwürfe, Milord. Schließlich befindet ihr euch ebenso in den Händen einer höheren Macht wie der Kommandeur.« Seine Gnaden, der Herzog von Ankh, Kommandeur Sir Samuel Mumm von der Stadtwache Ankh-Morpork, stieß hektisch einem Bleistift tief in seinen Stiefelschaft, um dem Jucken endlich Einhalt zu gebieten. Es gelang ihm nicht, es gelang ihm nie. Alle seine Socken waren so kratzig, dass die Füße juckten. Zum wohl hundertsten Male überlegte er, ob er seiner Frau sagen sollte, dass Stricken nicht unbedingt zu ihren herausragendsten Fähigkeiten gehörte, von denen sie zweifellos sehr viele besaß. Und zum wohl hundertsten Mal entschied er, sich eher den Fuß abzuhacken. Denn mit solch einer Bemerkung würde er ihr das Herz brechen. Trotzdem waren es grässliche Socken, so dick, knotig und unförmig, dass er seine Stiefel anderthalb Größen größer kaufen musste. Aber er ließ es über sich ergehen, weil Samuel Mumm, der noch keinen Ort der Andacht mit irgendwelchen andächtigen Absichten betreten hatte, Lady Sibyl anbetete. Und es verging kein Tag, an dem er sich nicht darüber wunderte, dass es ihr mit ihm offensichtlich ebenso erging. Er hatte sie zu seiner Frau und sie ihn zum Millionär gemacht. Mit ihrer Unterstützung war aus dem traurigen, verzweifelten, mittellosen und zynischen Polizisten ein reicher und mächtiger Fürst geworden. Seinen Zynismus hatte er sich bewahrt. Und nicht einmal ein Ochsengespann auf Steroiden hätte es geschafft, den Polizisten aus Sam Mumm herauszuziehen. Zu sehr war das Gift schon ein Teil von ihm geworden, als dass er es wieder aus seinem Blutkreislauf herausbekommen hätte. So kam es, dass Sam Mumm sich mal wieder heftig kratzte und dabei die ihm widerfahrenen Segnungen aufzählte, bis ihm die Zahlen ausgingen. Zu seinen Geißeln hingegen gehörte der unselige Papierkram. Ständig gab es Papierkram, der erledigt werden musste. Und jedermann weiß, dass auch nur der Versuch, den Papierkram einzuschränken, unweigerlich zu noch mehr Papierkram führt. Natürlich hatte er Leute für seinen Papierkram, aber früher oder später musste er den Kram zumindest unterschreiben und, falls sich nirgendwo ein Fluchtweg bot, sogar durchlesen. Es gab kein Entrinnen. Am Ende jeder polizeilichen Tätigkeit drohte die sehr wahrscheinliche Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein paar gewaltige Pferdeäpfel mächtig am Dampfen waren. Dann mussten die Initialen von Sam Mumm auf dem Papier stehen, um die Welt darüber zu informieren, dass es seine Pferdeäpfel und somit sein Dampf waren. In diesem Moment jedoch hielt er inne und rief Feldwebel Kleinpo, die ihm als Ordunanz diente, hoffnungsfroh durch die offene Tür zu, »Schon was Neues, Grenzi?« »Nicht unbedingt so, wie Sie meinen, Chef, aber es dürfte Sie freuen, dass ich soeben eine Klackernachricht vom stellvertretenden Hauptmann Schellfisch unten aus Quirm erhalten habe. Er sagt, es geht ihm gut, Chef, und dass er das Erweck wirklich genießt.« Das Austauschprogramm mit der Gendarmerie in Quirm funktionierte sehr gut. Die Kollegen in Quirm wurden in die Polizeiarbeit à la Mumm eingewiesen und im Gegenzug wurde das Kantinenessen am Pseudopolisplatz von Hauptmann Emil bis zur Unkenntlichkeit verbessert, obwohl der Hauptmann immer deutlich zu viel Erweck benutzte. Mumm seufzte. »Sonst noch was?« »Alles friedlich und ruhig, Chef, mucksmäuschenstill,« antwortete die Zwergin und streckte den Kopf durch die Tür. »Liegt wohl an der Hitze, Chef. Es ist viel zu heiß, um sich zu streiten, und zu klebrig, um was zu klauen. Ist doch herrlich, oder?« Mumm grunzte. »Wo es Polizisten gibt, gibt es auch Verbrechen. Das darfst du niemals vergessen.« »Niemals, Chef, aber ich glaube, es klingt besser, wenn man die Wörter ein wenig umstellt.« »Hm. Vermutlich kann ich mich nicht davor drücken, oder?« Feldwebel Kleinpo sah ihn mitleidig an. »Tut mir leid, Chef, aber ich glaube, da lässt sich nichts machen. Hauptmann Karotte löst sie zur Mittagszeit offiziell ab und nimmt ihren Dienstausweis entgegen.« Mumm schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch. »Habe ich das verdient?« brüllte er. »Wo ich der Stadt mein Leben lang gedient habe?« »Sie haben sehr viel mehr verdient, Herr Kommandeur, wenn ich das so sagen darf.« Mumm lehnte sich zurück und stöhnte. »Auch du, Grinzi.« »Es tut mir wirklich sehr leid, Chef. Ich weiß, wie schwer es Ihnen fällt, nach all den Jahren einfach so rausgedrängt zu werden. Ich habe Sie angefleht. Und du weißt genau, wie schwer einem Mann wie mir so etwas fällt. Angefleht!« Auf der Treppe wurden Schritte laut. Grinzi sah, wie Mumm einen braunen Umschlag aus einer Schreibtischschublade zog, etwas hineinschob und grimmig daran leckte, ihn mit Spucke versiegelte und ihn auf den Schreibtisch fallen ließ. In dem Umschlag schepperte etwas. Da, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen, meine Dienstmarke, so wie es Vetinari verlangt hat. Ich gebe sie freiwillig ab. Niemand soll sagen, dass sie mir genommen wurde. Hauptmann Karotte duckte sich unter dem Türsturz und betrat das Büro. Er hielt ein Päckchen in der Hand. Hinter ihm drängten sich mehrere andere Polizisten. Tut mir leid, Chef, Anweisung von ganz oben und so weiter. Meiner Meinung nach haben Sie noch Glück, dass Sie mit zwei Wochen davon kommen, falls Sie das tröstet. Ursprünglich hat sie von einem ganzen Monat geredet. Er reichte Mumm das Päckchen und hüstelte verlegen. »Die Jungs und ich haben ein bisschen was gesammelt, Herr Kommandeur«, sagte er mit gequältem Grinsen. »Mir wäre etwas Vernünftiges wie Hauptwachtmeister lieber«, erwiderte Mumm und nahm das Päckchen entgegen. »Ich habe mir überlegt, dass bei den vielen Titeln, die Sie mir verpassen, irgendwann doch auch mal einer dabei sein müsste, mit dem ich leben kann.« Er riss das Päckchen auf und zog zur Belustigung der verstohlen grinsenden Zuschauer ein sehr kleines und buntes Eimerchen- und Schaufelset heraus. »Wir wissen ja, dass Sie nicht ans Meer fahren, Chef«, fing Karotte an, »aber, wenn's wenigstens das Meer wäre«, jammerte Mumm, »am Meer gibt es Schiffswracks, am Meer gibt es Schmuggler, und es gibt Ertrunkene und Straftaten am verflixten Meer. Jedenfalls irgendwas Interessantes.« »Lady Sibyl war der Meinung, dass Sie bestimmt jede Menge Sachen finden, bei denen Sie sich prächtig amüsieren, Chef«, sagte Karotte. »Auf dem Land«, grunzte Mumm, »wobei will man sich denn auf dem Land amüsieren?« »Weißt du, warum man es das Land nennt, Karotte?« »Weil es dort verdammt noch mal nichts anderes gibt als blöde Bäume, um die man dann ein großes Trara machen soll. Dabei sind sie nichts anderes als steifes Unkraut, absolut langweilig. Das Ganze ist wie ein ewig langer Sonntag. »Und ich muss auch noch lauter feine Pinkel kennenlernen.« »Ach, das wird schon, Chef, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sie mal einen Tag freigenommen hätten, wenn Sie nicht gerade verletzt waren«, erwiderte Karotte. »Und sogar dann wollte er sich ständig um alles kümmern und hat ewig herumgenörgelt«, sagte eine Stimme von der Tür her. »Sie gehört Lady Sibyl Mumm.« Und Mumm stellte fest, dass es ihm überhaupt nicht passte, wie seine Männer mit fliegenden Fahnen zu ihr überliefen. Er liebte Lady Sibyl. Daran bestand überhaupt kein Zweifel. Aber in letzter Zeit war ihm doch aufgefallen, dass sein traditionelles Schinken-Tomate- und Salatsandwich sich unter der Hand in ein Tomate- und Salatsandwich verwandelt hatte. Dabei ging es natürlich nur um seine Gesundheit. Es war die reinste Verschwörung. Warum entdeckte nicht mal jemand ein ungesundes Gemüse? Und was war an Zwiebelsauce so falsch? Da waren doch Zwiebeln drin, oder etwa nicht? Man musste davon furzen, oder etwa nicht? Er wusste genau, dass er das irgendwo gelesen hatte. Zwei Wochen Urlaub. Und jede Mahlzeit unter der Aufsicht seiner Gattin. Allein der Gedanke war unerträglich. Dennoch musste er natürlich trotzdem ständig daran denken. Und dann war da noch klein Sam, der wie Unkraut aufwuchs. Ferien an der frischen Luft würden ihm guttun, meinte seine Mutter. Mumm hatte ihr nicht widersprochen. Es hatte keinen Sinn, sich mit Zwiebeln zu streiten. Denn selbst wenn man glaubte, gewonnen zu haben, stellte sich aufgrund irgendeiner Ehemännern nicht zur Verfügung stehenden Magie heraus, dass man eigentlich von Anfang an total falsch informiert gewesen war. Wenigstens durfte er die Stadt in seiner Rüstung verlassen. Sie war ein Teil von ihm. Und ebenso ramponiert wie er selbst. Mit dem kleinen Unterschied, dass man die Dellen in der Rüstung mit einem Hammer wieder ausbeulen konnte. Mumm saß mit seinem Sohn auf den Knien in der Kutsche, die ihn hurtig einem zweiwöchigen, bukolischen Schlummer zutrug, und blickte aus dem Fenster auf die davon eilende Stadt. Er kam sich wie ein Verband davor. Seine einzige Hoffnung bestand darin, dass sich in der Stadt bestimmt bald irgendein grässlicher Mord oder ein haarsträubender Diebstahl ereignen würde, für deren Aufklärung, und sei es nur zur nicht zu unterschätzenden Aufrechterhaltung der Moral, die Anwesenheit des Chefs der Stadtwache erforderlich sein würde. Zumindest blieb ihm diese Hoffnung. Seit seiner Hochzeit wusste Semmum, dass seine Frau ein Anwesen auf dem Lande besaß. Einer der Gründe, weshalb er es wusste, war der, dass sie es ihm geschenkt hatte. Genauer gesagt hatte sie den gesamten Besitz ihrer Familie auf ihn übertragen. Da besagte Familie zu jenem Zeitpunkt nur noch aus ihr bestanden hatte. Und das alles aus der altmodischen, aber liebenswerten Überzeugung heraus, dass immer der Ehemann für das Besitzen des Besitzes zuständig sei. Sie hatte darauf bestanden. Hingegen konnte er sich von da an überglücklich schätzen, in so gut wie jeder häuslichen Entscheidung immerhin noch die zweite Geige spielen zu dürfen. Lady Sibyl war der Ansicht, das Wort ihres Gatten sei ein ungeschriebenes Gesetz für die Stadtwache. Was sie selbst betraf, kam es jedoch eher einem bescheidenen Vorschlag gleich, der gnädig in Betracht gezogen wurde. Und so hatte mit schöner Regelmäßigkeit ein Karren den ganzen Weg vom Landhaus bis zu ihrem Wohnsitz in der Teekuchenstraße in Ank-Morpork zurückgelegt. Je nach Jahreszeit bis oben hin beladen mit Obst und Gemüse, Käse und allerlei Fleischsorten. Mithin der gesamten Produktpalette eines hochherrschaftlichen Landguts, das er selbst noch nie gesehen hatte. Er war auch jetzt nicht scharf darauf, es zu sehen. Vom Leben auf dem Lande wusste er nur, dass es unter den Schuhsohlen schmatzte. Zugegebenermaßen schmatzte es auch in den meisten Straßen Ank-Morporks unter den Schuhsohlen. Aber das war immerhin die richtige Sorte Schmatzen. Ein Schmatzen, das ihn schon begleitete seit erlaufen und unweigerlich darauf ausrutschen konnte. Der Landsitz trug offiziell den Namen Crandles, wurde aber immer nur gut Käse dick genannt. Allem Anschein nach gehörten nicht nur eine ganze Meile Forellenbach, sondern auch, wie sich Mumm aus den Übertragungsurkunden zu erinnern glaubte, eine Kneipe dazu. Mumm wusste, dass man eine Kneipe besitzen konnte, fragte sich aber, wie das bei einem Forellenbach gehen sollte. Wenn dieser Abschnitt hier dein Abschnitt war, so war er doch im nächsten Augenblick schon bachabwärts geplätschert, oder nicht? Das bedeutete, dass jetzt irgendein anderer in deinem Wasser angelte, der elende Halunke. Und der Abschnitt vor dir hatte kürzlich noch dem Kerl bachaufwärts gehört. Und dieser aufgeblasene Plutokrat von einem fetten Nachbarn hielt dich jetzt womöglich für einen Wilddieb, diese andere elende Halunke. Dabei schwammen die Fische doch hin, wo sie wollten, oder? Woher sollte man wissen, welche nun die eigenen waren? Vielleicht hatten sie ja Brandzeichen. Das ganze Konzept kam Mumm ausgesprochen ländlich vor. Auf dem Land musste man ständig in der Defensive sein. Ganz anders als in der Stadt. Lord Vetinari lachte laut auf, was ziemlich untypisch für ihn war. Er freute sich diebisch über den Niedergang seiner Erzfeinden und knallte seine Ausgabe der Ankh-Morpork-Times auf den Schreibtisch. Die Seite mit den Kreuzworträtseln war aufgeschlagen. »Kuckumi-Form.« »Gurken- oder kürbisförmig?« »Das glauben Sie ja wohl selbst nicht, Madame.« Drumnot, der sorgfältig Dokumente ordnete, sagte lächelnd, »Ein weiterer Triumph, Milord?« Vetinaris Scharmützel mit der Oberkreuzworträtsel-Erfinderin der Ankh-Morpork-Times waren stattbekannt. »Jetzt hat sie völlig den Bezug zur Realität verloren,« erwiderte Vetinari und lehnte sich zurück. »Was hast du denn da, Drumnot?« Er zeigte auf einen dicken, braunen Umschlag. »Kommandeur, Mumms Dienstmarke, euer Lordschaft. Hauptmann Karotte hat ihn vorbeigebracht.« »Versiegelt?« »Jawohl, Milord.« »Dann befindet sich nicht Mumms Dienstmarke darin.« »Ganz recht. Eine sorgfältige Untersuchung des Umschlags ergab, dass er eine leere Dose Doppeldonner-Schnupftabak enthält. Eine Schlussfolgerung, die sich nach einer kurzen Geruchsprobe bestätigt hat, Milord.« Ein immer noch überschwänglicher Vetinari sagte, »Aber das muss der Hauptmann doch auch bemerkt haben, Drumnot.« »Allerdings.« »Andererseits entspricht so etwas nun mal dem Wesen des Kommandeurs,« sagte Vetinari. »Und letztendlich möchten wir ihn ja auch nicht anders haben. Er hat damit eine kleine Schlacht gewonnen, und ein Mann, der kleine Schlachten gewinnen kann, ist gut gerüstet, auch große siegreich zu schlagen.« Ungewöhnlicherweise zögerte Drumnot ein bisschen, ehe er sagte, »Jawohl, Milord. Apropos, es war doch Lady Sibyl, die den Ausflug aufs Land vorgeschlagen hat.« Vetinari hob eine Augenbraue. »Aber ja doch.« »Selbstverständlich, Drumnot. Wer sollte so etwas sonst vorgeschlagen haben?« »Der wackere Kommandeur ist dafür bekannt, dass er ganz in seiner Arbeit aufgeht. Wer anders könnte ihn davon überzeugen, dass ihm ein paar unbeschwerte Urlaubswochen auf dem Land gut tun, wenn nicht seine liebevolle Ehefrau?« »Ganz recht. Wer schon?«, sagte Drumnot und ließ es dabei bewenden, weil alles andere ohnehin keinen Sinn hatte. Sein Herr schien über Informationsquellen zu verfügen, die nicht einmal Drumnot zugänglich waren, wie sehr er sich auch darum bemühte. Und der Himmel allein wusste, wer all diejenigen waren, die in der Finsternis der langen Korridore und Treppenfluchten umherschlichen. Folglich war das Leben im rechteckigen Büro eine Welt der Geheimnisse, Vermutungen und Irreführungen, in der das Wesen der Wahrheit seine Farben wechselte wie ein Regenbogen. Dessen war er sich bewusst, weil er eine nicht unbedeutende Farbe in diesem Spektrum darstellte. Aber zu wissen, was Lord Vetinari wusste und was Lord Vetinari nun genau dachte, war eine psychologische Unmöglichkeit, die ein kluger Mann akzeptierte und sich weiter um seine Ablage kümmerte. Vetinari erhob sich und ließ den Blick aus dem Fenster schweifen. Unsere Stadt ist eine Stadt der Bettler und Diebe. Habe ich recht, Drumnot? Ich bin stolz darauf, dass wir in dieser Hinsicht einige der hervorragendsten Talente unter uns haben. Gäbe es zwischen Städten so etwas wie einen Wettbewerb der Diebe und Beutelschneider, Ankh-Morpork würde mit Sicherheit die Trophäe nach Hause bringen und die Brieftaschen aller anderen Teilnehmer gleich mit. Diebstahl erfüllt einen bestimmten Zweck. Aber während man sofort ganz intuitiv spürt, dass es Dinge gibt, die von Natur aus nicht für die einfachen Leute bestimmt sind, gibt es durchaus auch solche, die den Reichen und Mächtigen nicht erlaubt sind. Drumnots Fähigkeit, die Gedankengänge seines Herrn zu verstehen, mochte jedem Außenseiter wie reine Magie erscheinen. Es war jedoch erstaunlich, was man sich so alles zusammenreimen konnte, wenn man darauf achtete, was Lord Vetinari gerade las, wenn man dem einen oder anderen anscheinend sinnlosen Kommentar lauschte und das alles mit den aktuellen Problemen und Anliegen kombinierte, so wie nur Drumnots kombinieren konnte. »Spielt ihr damit auf das Schmuggelunwesen an, Milord?«, fragte er. »Ganz recht, ganz recht. Es ist mir herzlich egal, dass geschmuggelt wird. Zum erfolgreichen Schmuggeln gehören Eigenschaften wie Unternehmungsgeist, Verschwiegenheit und ein originelles Köpfchen. Alles Attribute, die man beim Normalbürger durchaus fördern sollte. Außerdem entsteht dadurch, ehrlich gesagt, nicht allzu viel Schaden, und der Mann auf der Straße genießt dabei den wohligen Schauder der Erregung samt klammheimlicher Freude. Jeder sollte auf maßvolle und genüssliche Art und Weise ab und zu das Gesetz brechen, Drumnots. Das ist gut für die geistige Hygiene. Drumnots, dessen intellektuelle Sauberkeit zu keiner Zeit in Frage stand, erwiderte, »Trotzdem müssen Steuern erhoben und bezahlt werden, Milord. Die Stadt wächst. Das alles kostet Geld.« »Allerdings«, sagte Vetinari, »ich hätte alles Mögliche besteuern können. Aber stattdessen habe ich etwas besteuert, auf das man ohne weiteres verzichten kann.« Manche Leute sehen das anders. In der Stadt wird erstaunlich viel gegrummelt und gemault. Vetinari blickte nicht von seiner Schreibtischarbeit auf. »Drumnot«, sagte er, »das Leben kann zur Sucht werden. Wenn die Leute sich allzu sehr beschweren, muss ich ihnen diese Tatsache wohl wieder einmal ins Gedächtnis rufen.« Der Patrizier lächelte und legte die Fingerkuppen nachdenklich aneinander. »Kurz gesagt, Rumnott, sollte man, um der Gesundheit der Stadt willen, bei den unteren Klassen über ein gewisses Maß an Gaunerei hinwegsehen, ja, sie vielleicht sogar dazu ermutigen. Was aber sollen wir unternehmen, wenn die Hochwohlgeborenen und Wohlhabenden Gefallen am Verbrechen finden? Wenn ein Mittelloser ein Jahr ins Gefängnis muss, weil er aus Hunger gestohlen hat, wie hoch müsste dann der Galgen für einen Reichen errichtet werden, der das Gesetz aus purer Raffgier bricht? »Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ich alle meine Büroklammern aus der eigenen Tasche zahle.« »Selbstverständlich. Aber in deinem Fall sage ich mit Freude, dass du einen so reinen Verstand besitzt, dass er Funken sprüht.« »Ich hebe jede einzelne Rechnung auf, euer Lordschaft.« Drumnott ließ nicht locker. »Für den Fall, dass ihr sie sehen wollt.« Nach kurzem Schweigen fuhr er fort. »Kommandeur Mumm müsste inzwischen schon zu seinem Landsitz unterwegs sein. Das könnte sich als glücklicher Umstand herausstellen.« Vetinaris Gesicht blieb völlig ausdruckslos. »Wohl wahr, Drumnott. Wohl wahr.« Gut Käse dick war eine ganze Tagesreise entfernt. Oder, wenn man mit der Kutsche reiste, eigentlich zwei Tage. Mit einer Übernachtung im Gasthaus. Mumm verbrachte die Zeit damit, auf sie überholende Reiter zu lauschen, die die dringend erwarteten Nachrichten von furchtbaren Katastrophen aus der Stadt ins Land hinaustrugen. Normalerweise konnte Ank Morpog derlei stündlich liefern, aber ausgerechnet heute versagte die Stadt auf ganzer Linie und tat ihrem verzweifelten Sohn nicht den Gefallen, ihn in der Stunde seines Dahinschmachtens zu erlösen. Als die Kutsche vor einem großen Tor zum Stehen kam, ging auch die andere Sonne für eben jenen Sohn langsam unter. Kurz darauf tauchte wie aus dem Nichts ein älterer, ein extrem älterer Mann auf und öffnete das Tor mit großem Brimborium. Kaum hatte er das vollbracht, stellte er sich in Habachtstellung neben der Durchfahrt auf, ließ das Gefährt an sich vorbeirattern und strahlte dabei in dem Bewusstsein, seine Aufgabe vorzüglich gemeistert zu haben, dümmlich vor sich hin. Die Kutsche war kaum drin, da blieb sie auch schon wieder stehen. Sibyl, die die ganze Zeit gelesen hatte, stieß ihren Gatten an, ohne von ihrem Buch aufzublicken, und sagte, es ist Sitte, Herrn Sarg einen Penny zu geben. Früher hatte mein Großvater immer ein kleines Kohlebecken in der Kutsche, angeblich, um sich daran zu wärmen, aber eigentlich diente es dazu, die Pennys so zu erhitzen, dass sie glühten, ehe er sie mit einer Zange packte und dem draußen wartenden Torwächter zuwarf. »Angeblich für alle eine Mordsgaudi«, erzählte mein Großvater immer, »aber so machen wir es heute nicht mehr.« Mumm kramte in seiner Geldbörse nach Kleingeld, öffnete den Kutschenschlag und stieg zum Entsetzen besagten Herrn Sargs aus. Der arme Mann wich bis ins dichte Unterholz zurück und beäugte Mumm von dort aus wie ein in die Enge getriebenes Tier. »Gut gemacht, Herr Sarg. Den Riegel haben Sie richtig prima angehoben. Mein Kompliment!« Mumm streckte die Hand mit dem Geldstück aus, und Herr Sarg wich noch weiter zurück. Seine Haltung verriet, dass er jeden Moment Reißaus nehmen würde. Also schnippte Mumm die Münze in die Luft, und der ängstliche Mann fing sie auf, spuckte kräftig darauf und verschmolz dann mit der Kulisse. Mumm hatte den Eindruck, dass ihm das Zischen schmerzlich fehlte. »Wann hat eure Familie denn damit aufgehört, die Dienerschaft mit heißen Münzen zu bewerfen?«, erkundigte er sich, als er wieder in der davonratternden Kutsche saß. Sibyl legte das Buch beiseite. »Mein Vater war es, der dem Ganzen ein Ende bereitet hat. Meine Mutter hatte sich darüber beschwert. Und danach die Torwächter.« »Das kann ich mir denken.« »Nein, Sam. Sie haben sich darüber beschwert, dass die Sitte nicht mehr fortgeführt wurde.« »Aber das ist doch erniedrigend.« »Ja, ich weiß, Sam«, seufzte Sibyl. »Andererseits war es ein üppiges Zubrot. Zu Zeiten meines Urgroßvaters konnte man auf diese Weise, wenn viel los war, sechs Pennys am Tag verdienen. Und da der alte Knabe fast immer ordentlich Rum und Brandy intus hatte, warf er oft genug einen ganzen Dollar raus, und zwar einen der guten alten echten Gold-Dollars. Davon konnte man gut und gerne ein ganzes Jahr leben, besonders hier draußen.« »Na schon, aber«, fing Mumm noch einmal an, doch seine Frau brachte ihn mit einem Lächeln zum Schweigen. Für derlei Anlässe hatte sie ein bestimmtes Lächeln reserviert. Es war herzlich und freundlich und wie aus Stein gemeißelt. Dann musste man sofort aufhören, über Politik zu reden, sonst würde man gegen dieses Lächeln prallen, wobei man sich, und nur sich, gehörigen Schaden zufügte. Klugerweise beschränkte sich Sam Mumm darauf, aus dem Kutschenfenster zu starren. Er hatte sich diese Klugheit mühsam antrainiert. Das Tor lag weit hinter ihnen, und nun suchte Mumm in der einsetzenden Dämmerung nach dem Gutshaus, das sich inmitten all dieser Landschaft befinden musste. Er fand jedoch nichts, bis sie durch eine Allee gerattert waren, vorbei an etwas, das ein erbärmlicher Dichter mit Sicherheit grüne Auen genannt hätte, durchsetzt mit, wie Mumm vermutete, höchstwahrscheinlich Schafen, und anschließend durch eine manikürte Waldlandschaft, bis sie an einer Brücke ankam, die auch in der Stadt nicht fehl am Platz gewirkt hätte. Bis auf die Reihe künstlerisch gestalteter nackter Frauen auf dem Geländer, die Urnen in den Armen hielten. Urnen waren Kunst. Die Brücke überspannte etwas, das Mumm zuerst für einen künstlichen See gehalten hatte, das sich jedoch als sehr breiter Fluss herausstellte. Als sie in Pracht und Würde darüber hinwegrollten, erblickte Mumm ein ziemlich großes Schiff, das sich mit einer ihm nicht erkennbaren Art von Antrieb fortbewegte, der dem Geruch nach zu urteilen, irgendetwas mit Rindvieh zu tun hatte. In diesem Moment sagte Klein Sam, »Die Frauen da haben keine Kleider an. Wollen Sie baden gehen?« Mumm nickte geistesabwesend, weil das weite Feld, das auch nackte Frauen mit einschloss, nicht zu den Themen gehörte, die man mit einem Sechsjährigen diskutieren wollte. Seine Aufmerksamkeit widmete sich vielmehr dem Schiff. Rings um das Boot schäumte weißes Wasser auf, und die Seeleute an Deck entboten Lady Sibyl, oder womöglich auch einer der nackten Frauen, einen womöglich seemännischen Gruß. »Das ist doch ein Fluss, oder?« fragte Mumm. »Das ist der Quayer,« antwortete Lady Sibyl. »In ihn ergießen sich die meisten Gewässer des Oktariner Graslandes, und er fließt bis hinunter nach Quirm. Wenn ich mich recht entsinne, nennen ihn die meisten Leute hier den »trügerischen Alten«. »Er ist sehr launisch, aber als Kind haben mir diese kleinen Flussschiffe immer viel Freude bereitet.« Die Kutsche ratterte auf der anderen Seite der Brücke hinab und die lange Auffahrt zu einem, doch einem mehr als stattlichen Haus hinauf, das stattlich hieß, wie Mumm sich dachte, weil es ungefähr so groß wie eine mittelgroße Stadt war. Auf dem Rasen stand eine ausgewachsene Herde Rehe, und eine ausgewachsene Herde Menschen drängte sich um das, was allem Anschein nach die Haustür war. Sie bildeten zwei lange Reihen, wie bei einem Hochzeitsfest, wobei sie eigentlich eher wie eine Ehrenwache wirkten, die aus insgesamt mehr als dreihundert Menschen bestand, angefangen von den Gärtnern bis hin zu den livrierten Lakaien, die einer wie der andere ohne großen Erfolg zu lächeln versuchten. Der Anblick erinnerte Mumm an eine Parade seiner Stadtwache. Zwei Lakaien prallten bei dem Versuch, eine kleine Trittleiter an die Kutsche zu stellen, gegeneinander, und Mumm vermasselte den ganzen Auftritt, indem er auf der anderen Seite ausstieg, und Lady Sibyl anschließend eben dort aus der Kutsche hob. Inmitten der aufgeregten Menschenmenge war ein freundliches Gesicht zu sehen, das Willikens gehörte, Mums Butler und Leibdiener aus der Stadt. Mumm hatte darauf bestanden, zumindest ihn mitnehmen zu dürfen. Wenn er schon aufs Land fahren musste, so wollte er wenigstens Willikens dabei haben. Er hatte seine Frau darauf hingewiesen, dass Willikens eindeutig kein Polizist war, weshalb es nicht das Gleiche war, als wenn er sich Arbeit mit nach Hause brächte, was sogar der Wahrheit entsprach. Willikens war eindeutig kein Polizist, denn welcher Polizist wusste schon, wie man jemanden mit einer abgebrochenen Flasche vermöbelte, ohne sich selbst dabei die Hände blutig zu reißen, oder wie man aus Haushaltsgeräten Waffen von begrenzter, aber durchaus überzeugender Zerstörungskraft herstellte. Willikens ungewöhnliche Biografie blitzte immer dann auf, wenn er den Truthahn tranchieren musste. Jetzt rannte Klein Sam, kaum dass er das vernarbte, aber vertraute Gesicht erblickt hatte, zwischen den verdrucksten Hausangestellten hindurch und schlang die Arme um die Knie des Butlers. Willikens hob Sam in die Höhe, drehte ihn auf den Kopf und wirbelte ihn einmal im Kreis herum, ehe er ihn vorsichtig wieder auf dem Kies abstellte, was für einen sechsjährigen Jungen eine Aktion von großem Unterhaltungswert war. Mumm vertraute Willikens. Er vertraute nicht vielen Leuten. Viele Jahre als Gesetzeshüter ließen einen in dieser Hinsicht ziemlich wählerisch werden. Verunsichert von den zwei langen Reihen gequälten Lächelns beugte er sich zu seiner Frau hinüber und flüsterte »Was machen wir jetzt?« »Alles, was du willst, mein Liebster«, antwortete sie. »Du bist der Boss. Du nimmst doch auch die Wachparade ab, oder nicht?« »Doch. Aber dort kenne ich jeden Einzelnen und seinen Rang und... na ja, einfach alles. So wie hier ist es in der Stadt nie gewesen.« »Ganz recht, mein Lieber. Und zwar deshalb, weil in Ankh-Morpork jeder den Kommandeur Mumm kennt.« Wie schlimm konnte es noch kommen. Mumm ging zu einem Mann hinüber, der einen verbeulten Strohhut, einen Spaten und, als Mumm auf ihn zukam, einen sogar noch verschreckteren Ausdruck im Gesicht trug als Samuel Mumm selbst. Mumm streckte ihm die Hand entgegen. Der Mann sah sie an, als hätte er noch nie eine Hand gesehen. Mit Mühe brachte Mumm ein, »Guten Tag, ich bin Samuel Mumm. Wer sind Sie?« »Heraus.« Der Angesprochene sah sich nach Rettung, Unterstützung und möglichen Fluchthelfern um. Aber niemand bot sich an. Die Menge war totenstill. »Willibald, Butler, euer Gnaden«, sagte der Mann schließlich, »wenn's recht ist.« »Freut mich, Sie kennenzulernen, Willibald«, erwiderte Mumm und streckte abermals die Hand aus, vor der Willibald beinahe zurückscheute, ehe er Mumm dann doch eine Handfläche von der Beschaffenheit eines uralten Lederhandschuhs entbot. »Na bitte«, dachte Mumm, »geht doch« und wagte sich mit »Und welcher Aufgabe gehen Sie hier nach, Willibald?« gleich weiter in das unbekannte Terrain vor. »Gärtner«, stieß Willibald hervor und hielt seinen Spaten zwischen sich und Mumm, sowohl zum Schutz als auch als Beweisstück A für seine Aufrichtigkeit. Da Mumm selbst völlig ratlos war, begnügte er sich damit, die Spatenklinge mit dem Finger zu überprüfen und zu murmeln, »Vorbildlichen Schuss. Ich sehe schon. Sehr gut, Herr Butler.« Als ihm jemand auf die Schulter tippte, zuckte er erschrocken zusammen. Es war seine Frau. »Du hast das auch gut gemacht, Liebster. Aber es hätte völlig gereicht, wenn du einfach die Treppe hochgegangen wärst und dem Butler und der Hauswirtschafterin zum gelungenen Antreten der Dienerschaft gratuliert hättest. Wenn du mit jedem erst ein Schwätzchen hältst, stehen wir morgen noch hier.« Damit nahm Lady Sibyl ihren Gatten fest an der Hand und führte ihn die Stufen zwischen den beiden Reihen eulenhaft geradeaus starrenden Personals hinauf. »Na schön«, flüsterte er, »ich erkenne die Lakaien und die Köche und die Gärtner. Aber wer sind diese Kerle in den dicken Jacken und mit den runden Filzhüten auf dem Kopf? Haben wir den Gerichtsvollzieher im Haus? »Das ist ziemlich unwahrscheinlich, mein Schatz. Bei den Herren handelt es sich um einige unserer Wildhüter.« »Die Hüte kommen mir irgendwie unpassend vor.« »Meinst du? Dabei wurden sie eigens von Lord Bowler entworfen, um seine Wildhüter vor den rüden Angriffen der Wilddiebe zu schützen. Sie sind erstaunlich stabil, habe ich mir sagen lassen, und viel besser als Stahlhelme, weil es einem nicht so hässlich in den Ohren klingelt.« Der Butler und die Haushälterin, die beide den traditionellen Leibesumfang und den rosigen Tarn zur Schau trugen, den Mumm bei derlei Gelegenheiten inzwischen schon erwartete, konnten ihr Missvergnügen darüber, dass ihr neuer Herr zuerst die Hand eines Gärtners geschüttelt, ehe er einen von ihnen begrüßt hatte, kaum verbergen. Da ihr Herr nicht zu ihnen heraufgekommen war, eilten sie nun, so schnell sie ihre kleinen Beine trugen, zu ihm herab. Mumm wusste ziemlich gut, wie es beim Hauspersonal so zuging. Es war noch nicht allzu lange her, dass man Polizisten, die in ein vornehmes Haus gerufen wurden, zur Hintertür schickte, wo sie irgendein schluchzendes Zimmermädchen oder einen nicht allzu hellen Stiefelputzer mitnehmen sollten, die angeblich einen Ring oder eine Bürste mit Silbergriff gestohlen hatten, welche die Dame des Hauses wenig später, sobald sie ihren Gin ausgetrunken hatte, höchstwahrscheinlich wiederfinden würde. Dafür waren Polizisten eigentlich nicht da, obwohl Polizisten in Wirklichkeit natürlich genau dafür da waren. Alles drehte sich um Privilegien. Und noch ehe der junge Mumm sein erstes Paar Polizeistiefel abgetragen hatte, hatte ihm sein Feldwebel erklärt, was das bedeutete. Es bedeutete so viel wie Privatrecht. Damals konnte sich ein einflussreicher Mann so gut wie alles erlauben. Vorausgesetzt, er verfügte über die richtige Ausdrucksweise, das richtige Wappen auf der Krawatte oder die richtigen Freunde. Und ein junger Polizist, der sich womöglich dagegen auflehnte, stand im Handumdrehen ohne Arbeit und ohne Empfehlung da. Zum Glück war das heute nicht mehr so, nicht einmal annähernd. Doch aus jenen Tagen waren Mumm Butler, noch als durchtriebene Doppelverräter bekannt. Und genau deshalb bedachte er den großen Mann im schwarzen Frack vorsichtshalber mit einem Blick, der ihn glatt durchbohrte. Dass er Mumm daraufhin kurz zunickte, machte die Sache nicht besser. Mumm lebte in einer Welt, in der salutiert wurde. »Ich bin Silber, der Butler, euer Gnaden«, intonierte der Mann mit leicht tadelndem Unterton. Mumm ergriff sofort seine Hand, und schüttelte sie herzlich. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Silber«. Der Butler zuckte zusammen. »Silber, euer Gnaden, nicht Herr Silber.« »Tut mir leid, Herr Silber, wie heißen Sie denn mit Vornamen?« »Das Gesicht des Butler war das reinste Unterhaltungsprogramm.« »Silber, euer Gnaden, immer nur Silber.« »Tja, Herr Silber«, erwiderte Mumm, »es gehört nun mal zu meinen festen Überzeugungen, dass alle Männer, wenn sie erst mal die Hosen heruntergelassen haben, völlig gleich sind.« »Das mag wohl sein«, sagte der Butler mit steifer Miene, »aber ich bin und werde immer Silber sein, Herr Kommandeur.« »Guten Abend, euer Gnaden.« Damit wandte er sich um. »Und guten Abend, Lady Sibyl. Es muss schon sieben oder acht Jahre her sein, seit sich zuletzt jemand von der Familie hier aufgehalten hat. Dürfen wir uns schon auf weitere Besuche freuen? Und dürfte ich euch bitte meine Frau vorstellen, Frau Silber, die Haushälterin, die ihr, wie ich glaube, noch nicht kennengelernt habt?« Mumm konnte seinen Verstand nicht daran hindern, das Gesagte zu übersetzen. »Ich bin sauer, dass du mich ignoriert hast, bloß um dem Gärtner die Hand zu schütteln.« Was nun wirklich nicht absichtlich geschehen war. Mumm hatte dem Gärtner aufgrund nackter, alles überwältigender Angst die Hand geschüttelt. Die Übersetzung ging noch weiter. »Und jetzt mache ich mir Sorgen, dass unser schönes, ruhiges Leben hier in nächster Zukunft ein Ende haben dürfte.« »Momentchen mal«, sagte Mumm, »meine Frau ist auch eine, euer Gnaden. Wissen Sie, das ist ein bisschen mehr als eine Lady. Sibyl, äh, Iro Gnaden hat mir die Tabelle gezeigt.« Lady Sibyl kannte ihren Garten ebenso gut wie Menschen, die direkt neben einem Vulkan wohnen, die Stimmungsschwankungen ihres Nachbarn kennen. Es kam immer darauf an, den großen Knall zu vermeiden. »Sam, seit ich ein kleines Mädchen war, bin ich für alle Bediensteten in unseren beiden Häusern stets Lady Sibyl gewesen. Deshalb ist Lady Sibyl für mich mein Name, zumindest unter Menschen, die ich als meine Freunde ansehe. Das weißt du doch. »Außerdem«, fügte sie im Stillen hinzu, »haben wir alle unsere kleinen Marotten, Sam, sogar du.« Die duftige Belehrung hing noch in der Luft, da schüttelte Lady Sibyl bereits der Haushälterin die Hand und warnte sich dann an ihren Sohn. »Jetzt musst du aber ins Bett, klein Sam, sofort nach dem Abendessen, und keine Widerrede.« Die kleine Gruppe betrat die Empfangshalle, in der sich Sam aufmerksam umsah. Es handelte sich in jeder Hinsicht um eine Waffenkammer und würde in den Augen eines Polizisten immer eine Waffenkammer bleiben, auch wenn die Sammlung für die Käsedicks, die all diese Schwerter, helle Baden, Säbel, Keulen, Piken und Schilder ringsum an die Wände gehängt hatten, zweifellos nicht mehr als eine historische Möblierung darstellte. In der Mitte prangte ein riesiges Wappen. Mumm wusste bereits, was das Motto bedeutete. »Was wir haben, geben wir nicht mehr her.« So etwas nannte man wohl einen dezenten Hinweis. Kurz darauf war Lady Sibyl schon eifrig in dem gräumigen Wäsche- und Bügelraum beschäftigt. Ihr ging Fräulein Reinlich zur Hand, das Kindermädchen, auf dessen Einstellung Mumm nach der Geburt von klein Sam bestanden hatte. Sowohl Sam als auch seine Frau glaubten, dass sie ein Verhältnis mit Willikens unterhielt, obwohl das, was dieses Verhältnis alles beinhaltete, reine Spekulation blieb. Die beiden Frauen gingen völlig in der weiblichen Freizeitbeschäftigung auf, Kleider irgendwo herauszunehmen und woanders hineinzutun. Diese Prozedur, zu der auch gehörte, manche Sachen gegen das Licht zu halten und dabei kleine Seufzer auszustoßen, würde sich wohl noch ziemlich lange hinziehen. Da er sonst nichts zu tun hatte, ging Mumm wieder auf die gewaltige Außentreppe hinaus und zündete sich dort eine Zigarre an. Was das Rauchen im Haus anging, war Sibyl unerbittlich. »Sie müssen nicht hier auf der Treppe rauchen, Kommandeur«, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihm. »Auf Gut Käsedick gibt es einen recht gut ausgestatteten Rauchsalon, zu dem sogar ein mechanischer Rauchabzug gehört. »Wirklich sehr schick, euer Gnaden. Glauben Sie mir, so etwas sieht man nicht alle Tage.« Mumm ließ sich von Willikens den Weg zeigen. »Wirklich ein erstklassiger Rauchsalon«, dachte er wenig später, obwohl er zugegebenermaßen nicht gerade über sehr viel Erfahrung aus erster Hand verfügte, was Rauchsalons anging. Zu diesem Salon hier gehörten ein großer Snookertisch und ein eigener Keller, der mehr Alkohol enthielt, als ein geläuterter Alkoholiker je zu Gesicht bekommen sollte. »Wir haben hier doch Bescheid gesagt, dass ich nicht trinke, oder, Willikens?« Aber ja, Silber meinte, dass man es auf Gut Käsedick im Allgemeinen nur für angemessen halte, so lauteten, glaube ich, seine Worte, stets einen vollen Keller zu haben, falls überraschend Besucher eintreffen sollten. »Dann ist es ja wirklich schade, dass ich die Gelegenheit verstreichen lassen muss. Aber nur zu, Willikens. Tu dir keinen Zwang an und schenk dir ein gutes Tröpfchen ein.« Willikens zuckte sichtlich zusammen. »Oh nein, Herr Kommandeur, das geht auf gar keinen Fall.« »Warum denn nicht, Mann?« »Weil man so etwas einfach nicht tut. Ich würde mich zum Gespött der Liga der Diener feiner Herren machen, würde ich mir die Dreistigkeit erlauben, mit meinem Brotherrn einen zu trinken. Es wäre einfach nicht standesgemäß.« Das verletzte Mumm in seinem nicht ganz gefestigten, egalitären Kern. Es war ein wenig vertrackt, denn nach Mums Ansicht waren alle Menschen gleich, wobei ein Feldwebel offensichtlich nicht so gleich war wie ein Hauptmann und ein Hauptmann nicht so gleich wie ein Kommandeur. Und was Korporal Nobby-Nops anging, tja, also Korporal Nobby-Nops kam eigentlich niemand gleich. »Ich kenne deinen Stand, Willikens«, sagte er. »Wenn alle Stricke reißen und alle Wunden verheilt sind, ist es ungefähr der gleiche Stand wie meiner.« »Entschuldigt, Herr Kommandeur«, erwiderte Willikens fast flehentlich, »aber ab und zu müssen wir ein paar Regeln einhalten. Deshalb möchte ich dieses Mal nicht mit euch trinken, da es weder Swin-Vater ist noch ein Erbe geboren wurde, welches gültige Ausnahmen der Regeln sind. Vielmehr möchte ich die akzeptable Alternative wählen, die da lautet, so lange zu warten, bis ihr zu Bett gegangen seid, und sie dann die halbe Flasche auszutrinken.« »Tja«, dachte Mum, »wir haben alle unsere komischen kleinen Marotten, wenn auch einige von Willikens Marotten bestimmt nicht so komisch wären, wenn er es in einer dunklen Gasse auf einen abgesehen hätte.« Aber dann hälte sich seine Mine auf, als er sah, wie Willikens in einem gut bestückten Getränkeschrank herumsuchte und akribisch Zutaten in einen gläsernen Mixbecher fallen ließ. Metall wäre unter diesen Umständen einfach nicht angebracht, gewesen, und auch nicht sicher. Eigentlich dürfte man mit einem Getränk, das keinen Alkohol enthielt, nicht die Wirkung von Alkohol hervorrufen können, aber zu den Fertigkeiten, die sich Willikens über die Jahre angeeignet oder auch sonst irgendwie beschafft hatte, gehörte die, aus ganz gewöhnlichen und harmlosen Zutaten, wie man sie in jedem Haushalt vorfindet, einen absolut alkoholfreien Drink zu mischen, der fast all das für sich in Anspruch nehmen konnte, was man an Alkohol so schätzte. Tabasco, grüne Gurke, Ingwer und Cayenne-Pfeffer gehörten dazu. Darüber hinaus stellte man am besten nicht allzu viele Fragen. Mum lehnte sich mit seinem Drink entspannt zurück und sagte, »Mit dem Personal alles in Ordnung, Willikens?« Willikens Stimme wurde leiser. »Ach, sie schöpfen hier und da was vom Rahmen ab, aber nichts, was meiner Meinung nach den Rahmen sprengen würde. Jeder stibitzt mal etwas, das sind eben die Vergünstigungen, die der Job mit sich bringt. So ist nun mal der Lauf der Welt.« Mum musste über Willikens beinahe theatralisch-hölzernen Gesichtsausdruck lächeln und sagte laut für den versteckten Lauscher, »Dann ist er also ein zuverlässiger Mann, dieser Silber.« »Das höre ich gern.« »Er kommt mir recht solide vor«, erwiderte der Diener, drehte die Augen nach oben und zeigte auf ein kleines Gitterrost in der Wand. Es handelte sich um den Einlass des berühmten Rauchabzugs, des Mechanismus hinter den Kulissen zweifellos ab und zu jemand aufziehen musste und würde sich ein Butler, der seinen dicken Bauch wert war, sich die Gelegenheit entgehen lassen, herauszufinden, was der neue Herr so dachte? Auf gar keinen Fall. Hier dreht sich nun mal alles um diese speziellen Vergünstigungen. Natürlich hielten die Leute hier die Hand auf. Dafür brauchte es keine Beweise. Es lag nun mal in der menschlichen Natur. Er hatte Sibyl immer wieder vorgeschlagen, darauf zu bestehen hätte er nie gewagt, die Bude einfach dicht zu machen und an jemanden zu verkaufen, der ernsthaft in so einem, nach allem, was er gehört hatte, knarrenden, hundskalten Gemäuer leben wollte, in dem man ein ganzes Regiment unterbringen könnte. Sie hatte nichts davon wissen wollen, denn das Gut war für sie, wie sie sagte, von wonnigen Kindheitserinnerungen erfüllt. Hier war sie auf Bäume geklettert, hatte im Fluss gebadet und geangelt, hatte Blumen gepflückt und den Gärtnern geholfen, sowie andere ländliche Abenteuer erlebt, die für Mumm so fremd wie der Mond waren. Schließlich hatten seine Kindheitserlebnisse in erster Linie darin bestanden, einfach nur am Leben zu bleiben. Klar konnte man auch im Ank angeln, vorausgesetzt man erwartete nicht, etwas zu fangen. Im Gegensatz dazu war es überaus erstaunlich, was man sich alles einfangen konnte, wenn man auch nur einen tropfendes Ank in den Mund gelangen ließ. Und was das klassische ländliche Picknicken anging, konnte man als Kind in Ankh-Morpork nicken, so viel man wollte, ohne dass einen irgendjemand auch nur die geringste Beachtung schenkte. Und wenn man pickte, dann meistens am eigenen Schorf. Ein langer Tag ging zu Ende. Der Gasthaus-Schlaf in der Nacht zuvor war weder sehr gesund noch erholsam gewesen. Aber ehe er in das geräumige Bett stieg, machte Mumm ein Fenster auf und blickte in die Nacht hinaus. Der Wind flüsterte in den Bäumen. Mumm hielt nicht viel von Bäumen, aber Sibyl mochte sie, und damit hatte sich die Sache. Draußen raschelte, kreischte und schnatterte es. Irgendetwas spielte dort in der Dunkelheit regelrecht verrückt, aber er wollte gar nicht genauer wissen, worum es sich handelte. Er hatte keine Ahnung, was das für Viecher waren und hoffte, dass er es niemals erfahren würde. Wie konnte man bei so einem Radau schlafen? Er legte sich zu seiner Frau ins Bett, schlug und zappelte eine Weile um sich, bis er sie gefunden hatte, und kam dann allmählich zur Ruhe. Sie hatte ihn angewiesen, das Fenster offen zu lassen, um die angeblich so herrlich erfrischende Luft hereinzulassen. Und jetzt lag Mumm jämmerlich unter seiner Decke, verzweifelt auf der Suche nach den beruhigenden Geräuschen eines heimkehrenden Zechers oder Streitereien mit dem Eigentümer einer Sänfte wegen des Erbrochenen auf den Kissen. Vielleicht war auch irgendwo eine kleine Straßenschlägerei zu vernehmen, häuslicher Zank oder vielleicht ein durchdringender Schrei, all das unterbrochen vom Schlagen der Stadtuhren, von denen bekanntermaßen niemals auch nur zwei übereinstimmten. Dazu kamen die subtileren Geräusche, etwa das Rumpeln der Mistwagen, wenn Paul Königs Fäkaliensammler ihrem Geschäft der Geschäfte nachgingen. Die Krönung des Ganzen war jedoch der Ruf des Nachtwächters am Ende der Straße. Hört, die Uhr hat zwölf geschlagen. Dabei war es noch nicht einmal so lange her, dass ein jeder, der so etwas auch nur versucht hätte, im Handumdrehen seine Glocke, seinen Helm und wahrscheinlich auch seine Stiefel losgeworden wäre, noch ehe das Echo seines Rufs verhallt wäre. Aber diese Zeiten waren vorbei, ein für allemal. Jetzt gab es die moderne Wache, Mumswache. Und jeder, der einem Wächter auf seinen Runden mit bösen Absichten entgegentrat, würde den schrillen Ruf der Trillerpfeife vernehmen und sehr schnell die Erfahrung machen, dass, falls dort jemand auf der Straße herumgeschubst wurde, es mit Sicherheit niemand von der Wache war. Schon allein aus Prinzip rief der diensthabende Wächter die Stunde nun mit theatralischer Deutlichkeit und Präzision vor dem Haus mit der Nummer Eins in der Teekuchenstraße aus, damit der Kommandeur es auch ja hörte. Jetzt aber steckte Mumm den Kopf unter ein gewaltiges Kopfkissen und versuchte, die Abwesenheit jener Geräusche zu überhören, deren Fehlen einen Menschen aus tiefstem Schlaf wecken konnte, wenn er einmal gelernt hatte, einen sorgfältig choreografierten Lärm Nacht für Nacht zu ignorieren. Und dann, um fünf Uhr in der Frühe, drückte Mutter Natur auf einen Knopf und die Welt drehte schier durch. Jeder vermaledeite Vogel und jedes vermaledeite Säugetier und nach den Geräuschen zu schließen, auch jeder vermaledeite Alligator versuchte aus Leibeskräften alle anderen zu übertönen. Es dauerte eine Weile, bis die Kakophonie bis zu Mumm durchgedrungen war. Wenigstens verfügte das riesige Bett über einen fast unerschöpflichen Vorrat an Kissen. Wenn er nicht in seinem eigenen Bett schlief, war Mumm ein großer Freund von Kissen. Ein oder zwei kleine Federsäckchen als spärliche Bettzutat, nein, nicht sein Fall. Er mochte Kissen, in die er sich vergraben und die er in eine kuschelige Festung verwandeln konnte, mit nur einem kleinen Loch für den Sauerstoffnachschub. Als er langsam an die linnene Oberfläche zurückkehrte, ließ das grässliche Getöse bereits nach. Stimmt ja, dachte er. Auch das geht einem auf dem Land immer so tierisch auf die Nerven. Es fängt viel zu früh an. Der Kommandeur war aus Gründen der Gewohnheit, der Notwendigkeit und der persönlichen Neigung ein Nachtmensch. Manchmal sogar ein die ganze Nacht durchmensch. Das Konzept von zweimal am Tag sieben Uhr war ihm völlig fremd. Andererseits drang jetzt der Duft gebratenen Schinkens in seine Nase. Und im nächsten Augenblick betraten zwei nervöse junge Frauen das Zimmer. Sie brachten komplizierte, metallene Gerätschaften mit, die es im aufgeklappten Zustand beinahe, aber nicht völlig unmöglich machten, sich aufzusetzen und das Frühstück, das sie enthielten, zu sich zu nehmen. Mumm blinzelte. Das sah doch schon wesentlich besser aus. Normalerweise betrachtete es Sibyl als ihre eheweibliche Pflicht, dafür zu sorgen, dass ihr Gatte ewig lebte. Sie war davon überzeugt, diesen glücklichen Umstand dadurch herbeiführen zu können, dass sie ihn mit darmreinigenden Nüssen und Körnern und Joghurt fütterte. Wobei letzteres in Mumms Augen eine Art Käse war, der sich einfach nicht genug anstrengte. Ganz zu schweigen von der traurigen Verhunzung seines Schinken-Tomaten-Salat-Imbisses, den er zum zweiten Frühstück zu sich zu nehmen pflegte. Es war erstaunlich, aber wahr, dass sich die Wache in dieser Angelegenheit dazu bereit erklärte, der Frau des Chefs aufs Wort zu folgen und, falls der Chef schrie und trampelte, was nicht zu verzeihen, wenn auch völlig verständlich war, wenn man einem Mann sein vormittägliches Stück verkohltes Schwein vorenthielt, ihn an die Anweisungen erinnerte, die sie von eben jener Frau erhalten hatten und das in der absoluten Gewissheit, dass alle Rauswurfdrohungen hohl und leer waren und, sollten sie doch ausgeführt werden, sofort wieder rückgängig gemacht würden. Nun tauchte Sibyl zwischen dem Kopfkissen auf und sagte, »Du bist im Urlaub, Liebster?« Zu dem, was man im Urlaub essen durfte, gehörten auch zwei Spiegeleier, genauso, wie er sie mochte, und ein Würstchen. Leider nicht die gebratenen Speckscheiben, die allem Anschein nach sogar im Urlaub eine Sünde waren. Der Kaffee jedoch war dick, schwarz und süß. »Du hast sehr gut geschlafen,« sagte Sibyl, während Mum immer noch auf die unerwartet großzügige Morgengabe starrte. »Von wegen, meine Liebe,« erwiderte er, »ich habe kein Auge zugemacht, ehrlich nicht. Du hast die ganze Nacht geschnarcht, ich habe dich doch gehört.« Mums Auffassung von einem erfolgreichen Eheleben ließ ihn von weiteren Kommentaren absehen. »Mit Ausnahme von »Wirklich?« »Das tut mir aber leid.« Sibyl blätterte in einem kleinen Stapel pastellfarbener Briefumschläge, der am Rande ihres Frühstück-Tabletts lag. »Aha! Neuigkeiten reisen schnell,« sagte sie. »Die Herzogin von Souvenir hat uns zu einem Ball eingeladen. Sir Henry und Lady Welkenfleisch haben uns zu einem Ball eingeladen und Lord und Lady von Hängefinger haben uns zu einem – aha! – zu einem Ball eingeladen. Du weißt doch, dass ich nicht tanzen kann, Liebste. Ich wackele bloß hin und her und trete dir auf die Füße.« Diese Veranstaltungen sind ja auch in erster Linie für die jungen Leute gedacht. Die älteren Leute kommen wegen der therapeutischen Bäder in Hemm am Eck hierher. Das ist gar nicht weit. Außerdem sollen die Töchter mit passenden Gentlemen verheiratet werden und das bedeutet nun mal einen Ball nach dem anderen. Einen Walzer kriege ich hin, sagte Mumm. Da muss man nur zählen, aber diese Geschichten, bei denen man ständig von hier nach da hüpfen muss, die kann ich absolut nicht leiden. Herr Witwen schieben zum Beispiel oder den fröhlichen Gordon. Keine Sorge, Sam. Die meisten älteren Männer suchen sich irgendwo ein Plätzchen, wo sie in aller Ruhe rauchen oder schnupfen können. Die Mütter kümmern sich darum, die zur Auswahl stehenden Junggesellen für ihre Töchter ausfindig zu machen. Ich hoffe nur, dass meine Freundin Ariadne bald passende Männer für ihre Mädchen findet. Sie hat nämlich Sexlinge. Die junge Mavis ist ja sehr, sehr fromm, und es findet sich immer ein junger Geistlicher, der eine Frau und vor allem eine ordentliche Mitgift sucht. Und Emily ist zierlich, blond und eine hervorragende Köchin. Aber leider bildet sie sich ziemlich viel auf ihren enormen Busen ein. Mum starrte an die Decke. Ich sehe voraus, dass sie nicht lange nach einem Mann suchen muss. Da findet sich garantiert sehr schnell einer, prophezeite er. So was nennt man männliche Intuition. Dann hätten wir noch Fleur, sagte Lady Sibyl, ohne sich ködern zu lassen. Sie fertigt recht hübsche kleine Hauben an, soweit ich weiß. Und Amanda, glaube ich, anscheinend sehr an Kutten interessiert, aber es könnte auch sein, dass ich ihre Mutter da falsch verstanden habe. Sie überlegte einen Moment. Ach, und dann noch Jane, ein eher eigenwürdiges Mädchen, wenn man ihrer Mutter Glauben schenkt, ein Mädchen, das offensichtlich nicht weiß, was es mit sich anfangen soll. Mums Desinteresse an den Kindern anderer Leute war grenzenlos, aber zählen konnte er. Und die letzte? Ach, Hermine, das könnte schwierig werden. Sie hat bereits Schande über ihre Familie gebracht. Zumindest sieht es die Familie so. Inwiefern? Sie ist Holzfällerin. Mum überlegte einen Augenblick. Es ist ja eine altbekannte Wahrheit, dass ein Mann mit einem Haufen Holz dringend eine Frau braucht, die jederzeit mit einem großen, dicken Lady Sibyl unterbrach ihn streng. Samuel Mum, ich glaube, du bist drauf und dran, eine ungehörige Bemerkung vom Stapel zu lassen. Ich glaube, da warst du schon deutlich weiter als ich, sagte Mum grinsend. Wie fast immer, meine Liebe. Gib's zu. Da könntest du Recht haben, Liebster, erwiderte sie. Aber nur, weil ich dich davon abhalten will, es laut auszusprechen. schließlich bist du der Herzog von Ankh und wirst weithin als Lord Vitinaris rechte Hand angesehen. Da wäre wohl ein gewisses Maß an Schicklichkeit angebracht. Meinst du nicht auch? Für Junggesellen mag so etwas wie ein freundlicher Vorschlag klingen. Für einen erfahrenen Ehemann war es ein Befehl, der umso mächtiger wirkte, weil er so feinfühlig erteilt wurde. Als nun also Sir Samuel Mum und Kommandeur Mum und seine Gnaden der Herzog von Ankh, ganz zu schweigen von Tafelwart Mum, einer Persönlichkeit von Rang in der zwergischen Gesellschaft, nach dem Frühstück spazieren gingen, zeigten sie sich alle von ihrer besten Seite, ganz im Gegensatz zu anderen Leuten, wie sich noch herausstellen sollte. Als Mum auf dem Flur einem Zimmermädchen, das gerade beim Ausfegen war, begegnete, sah ihn die junge ihm den Rücken zu und blieb dann so stehen, die Augen starr auf die Wand gerichtet. Sie zitterte vor Angst. Und Mum hatte gelernt, dass sein Mann unter derlei Umständen auf gar keinen Fall eine Frage an das betreffende Frauenzimmer richten und ihm schon gar nicht eine hilfreiche Hand anbieten sollte, denn das konnte lautes unkontrolliertes Kreischen zur Folge haben. Vermutlich war sie einfach nur schüchtern, sagte er sich. Aber ihre Schüchternheit war anscheinend ansteckend. Auf seinem weiteren Weg durch das Haus traf er auf jede Menge Dienstmädchen, die Tabletts trugen oder Staub wischten oder fegten. Und jedes Mal, wenn er in ihre Nähe kam, drehten sie sich verschämt um und hielten den Blick starr auf die Wand gerichtet, als hinge ihr Leben davon ab. In Theater. Und als eine junge Frau mit einem Teetablett in der Hand bei seinem Anblick herumwirbelte wie eine Tänzerin auf einer Spieldose, sagte er Entschuldigung, Fräulein, aber bin ich wirklich so hässlich? Was ja nun wirklich netter war, als sie zu fragen, warum sie sich so unhöflich aufführte. Warum also ergriff sie in drei Götternamen sofort die Flucht und rannte mit schepperndem Geschirr den Flur entlang? Sofort übernahm der Kommandeur das Kommando über die multiplen Mumps. Der Herzog wäre zu Ehrfurchts gebietend und der Tafelwart wäre die noch schlechtere Wahl gewesen. Halt! Stehenbleiben! Sofort! Stell das Tablett auf den Boden und dreh dich ganz langsam um. Das Mädchen bremste seinen Lauf ab, rutschte tatsächlich ein Stück über den Boden und drehte sich dann, das Tablett immer noch fest in den Händen, in perfekter Anmut um. Dann blieb sie zitternd vor Angst so stehen. Mum ging zu ihr und fragte, wie heißt du, Fräulein? Höttges, euer Gnaden, antwortete sie und hielt dabei das Gesicht halb zur Seite gewandt, und es tut mir schrecklich leid, euer Gnaden. Das Geschirr auf dem Tablett klapperte immer noch. Ich kann bei dem Geklapper überhaupt nicht nachdenken, sagte Mum, stell die Sachen doch vorsichtig auf dem Boden ab, ja? Dir passiert doch nichts, und ich würde gerne sehen, mit wem ich mich unterhalte. Vielen Dank. Das Gesicht wandte sich ihm widerstrebend zu. Na, bitte, sagte er. Fräulein Höttges, was ist denn eigentlich los hier? Warum läufst du vor mir davon? Bitte, gnädiger Herr, sagte das Mädchen, und hielt auch schon auf die nächstbeste mit grünem Tuch bezogene Tür zu, durch die es verschwand. Erst kam auf, dass nicht weit hinter ihm ein anderes Dienstmädchen, dessen dunkle Uniform wie eine Tarnung wirkte, ebenfalls zitternd und mit dem Gesicht zur Wand dastand. Da sie mit Sicherheit Zeugin des soeben Vorgefallenen war, ging er vorsichtig auf sie zu und sagte, du musst überhaupt nichts sagen, einfach nur nicken oder den Kopf schütteln, wenn ich dir eine Frage stelle. Hast du mich verstanden? Das Mädchen nickte kaum wahrnehmbar. sehr gut, wir kommen also voran. Bekommst du Ärger, wenn du mit mir sprichst? Wieder ein mikroskopisches Nicken. Ist es wahrscheinlich, dass du Ärger bekommst, weil ich mit dir geredet habe? Das Mädchen zuckte die Achseln. Immerhin eine recht einfallsreiche Variante. Und das andere Mädchen? Das unsichtbare Mädchen streckte die linke Hand von sich, deren Daumen energisch nach unten zeigte. Vielen Dank, sagte Mum zu seiner unsichtbaren Informantin. Du hast mir sehr geholfen. Nachdenklich ging er wieder nach oben, vorbei an einem Spalier ihm zugekehrter Rücken und war froh, als er unterwegs Willikens in der Waschküche antraf. Der Diener drehte ihm, wie Mum erleichtert feststellte, nicht den Rücken zu. Willikens war ein hervorragender Butler und Leibdiener, wenn es die Situation verlangte. Allerdings war er in seiner langen Karriere auch ein begeisterter Straßenkämpfer gewesen, und als solcher wusste er sehr wohl, dass man niemandem den Rücken zuwandte, der eventuell eine Waffe bei sich hatte. Er legte gerade einen Stapel Hemden mit der gleichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit zusammen, die er sonst womöglich dafür aufgewandt hätte, einem besiegten Gegner das Ohr abzuschneiden. Dabei sah man jedes Mal, wenn die Manschetten seiner eigenen makellos sauberen Jacke ein Stück heraufrutschten, einen Teil der Tätowierungen auf seinen Armen. Glücklicherweise nicht genug, als dass man hätte entziffern können, was sie bedeuteten. Willikens fragte Mumm, was soll das mit den sich zur Wand drehenden Hausmädchen? Willikens lächelte. Das ist eine alte Sitte. Wie immer gibt es natürlich einen Grund dafür, auch wenn er sich verdammt dumm anhört. Nichts für Ungutkommandeur, aber so wie ich euch kenne, würde ich vorschlagen, dass ihr die Hausmädchen sich wegdrehen lasst, bis ihr es selbst herausgefunden habt. Außerdem sind ihre Ladyschaft und Klein Sam im Kinderzimmer. Kurz darauf betrat Mumm nach etlichen Irr- und Umwegen das, was auf eine etwas eingestaubte Art und Weise ein kleines Paradies war. Mumm hatte nie besonders viel Verwandtschaft gehabt. Nicht viele Menschen sind besonders scharf darauf, andere wissen zu lassen, dass einer ihrer entfernten Vorfahren ein Königsmörder war. Das alles war natürlich längst Geschichte, und der Herzog von Ankh staunte darüber, dass die Geschichtsbücher inzwischen das Gedenken an Steingesicht Mumm hochhielten, der als Stadtwachenkommandeur den üblen Tyrannen auf dem Thron hingerichtet und plötzlich eine Lanze für Freiheit und Gerechtigkeit gebrochen hatte. Sam hatte daraus gelernt, dass Geschichte immer das ist, was man daraus macht. Und Lord Vetinari war ein Mann, der, wie es der Zufall wollte, den Zugang und die Schlüssel zu einer ganzen Reihe von Überredungsapparaten besaß, die aus der Zeit des Königsmordes übrig geblieben waren und gut geölt in seinem Keller aufbewahrt wurden. Geschichte ist tatsächlich das, was man daraus macht. Und Lord Vetinari konnte daraus machen, was er wollte. So kam es, dass der fürchterliche Königsmörder auf wundersame Weise verschwunden war, nie existiert hatte. Da müssen Sie sich täuschen, von so jemandem habe ich noch nie gehört. Und von dem heldenhaften, leider tragisch missverstandenen Tyrannmörder, Steingesicht Mumm, ersetzt wurde. Dem berühmten Vorfahren des überaus respektierten Herzogs von Ankh, seiner Gnaden, Kommandeur Sir Samuel Mumm. Geschichte war eine herrliche Sache. Sie schäumte wie das Meer. Und Mumm wurde von der Flut mitgerissen. Mums Familie hatte immer von der Hand in den Mund gelebt. Sie hatte weder Erbstücke noch Familienjuwelen, noch kostbare, von einer längst verstorbenen Tante ausgeführte Ziersticktücher besessen, keine interessanten alten Urnen, die man auf Omas Dachboden fand und von denen man hoffte, dass sie der kluge junge Mann, der so gut über Antiquitäten Bescheid wusste, auf tausend Dollar oder so bezifferte, damit man vor Selbstgefälligkeit fast platzte. Es gab auch überhaupt kein Geld, immer nur eine gewisse Summe unbezahlter Schulden. Hier im Kinderzimmer jedoch stapelten sich fein säuberlich Generationen von Spielen und Spielsachen, von denen einige vom häufigen Gebrauch schon etwas mitgenommen waren, insbesondere das praktisch lebensgroße Schaukelpferd, das mit einem richtigen Ledersattel und einem Geschirr aus echtem Silber ausgestattet war, wie Mumm ungläubig feststellte, als er mit einem Finger darauf herumrieb. Es gab auch eine Burg, groß genug, dass sich ein Kind hineinstellen und sie verteidigen konnte, dazu eine Anzahl kindgerechter Belagerungswaffen, um sie zu erstürmen, höchstwahrscheinlich mit Hilfe der vielen, vielen Schachteln voller Zinnsoldaten, die alle mit den korrekten Regimentsfarben und bis ins kleinste Detail bemalt waren. Wenn es noch Mumm gegangen wäre, hätte er selbst auf allen Vieren mit ihnen gespielt. Es gab Spielzeugjachten und einen Teddybären, so riesig, dass Mumm ihn im ersten Moment erschrocken für echt hielt. Es gab Steinschleudern und Bumerangs und Segelflugzeuge. Und mittendrin stand klein Sam wie gelähmt und den Tränen nahe, weil er wusste, dass er, egal wie sehr er sich auch anstrengte, auf gar keinen Fall mit all diesen Sachen gleichzeitig spielen konnte. Das alles war sehr weit von Mumms eigener Kindheit entfernt, in der er mit dem Straßenabfall in der Gosse gespielt hatte. Während ihr kleiner Augapfel zaghaft in den Sattel des Pferdes stieg, das erschreckend große Zähne hatte, berichtete Mumm seiner Frau von den sich ungehörigerweise wegdrehenden Hausmädchen. Lady Sibyl zuckte bloß die Schultern und sagte, so machen sie das immer, Liebster. Sie sind es nicht anders gewöhnt. Wie kannst du so etwas sagen? Das ist furchtbar erniedrigend. Lady Sibyl hatte sich einen völlig ruhigen erniedrigt sind. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, Leuten zu dienen, die viel wichtiger sind als sie. Und auf dieser Liste stehst du ganz oben, Liebster. Aber ich halte mich überhaupt nicht für wichtiger als sie, fuhr Mummsi an. Ich glaube, ich weiß, was du damit sagen willst, und es gereicht dir wirklich zur Ehre, erwiderte Sibyl, aber das, was du tatsächlich gesagt hast, ist völliger Unsinn. Du bist Herzog, Kommandeur der Stadtwache und sie hielt inne, Tafelwart, ergänzte Mumm automatisch. Jawohl, Sam, die höchste Ehre, die der Zwergenkönig verleihen kann. Sibyls Augen funkelten. Tafelwart Mumm, derjenige, der die Schrift wegwischen darf, derjenige, der auslöschen darf, was eben noch gewesen ist. Das bist du, Sam. Und solltest du getötet werden, wären sämtliche Kanzleigerichte der Welt in Aufruhr, die, Sam, durch den Tod eines Hausmädchens bedauerlicherweise noch nicht einmal beunruhigt wären. Da er den Mund schon aufgemacht hatte, brachte sie ihn mit erhobener Hand zum Schweigen. Ich weiß, dass es dich beunruhigen würde, Sam, aber so wunderbar diese Mädchen auch sein mögen, bei ihrem Tod wären Würde nicht einmal Kenntnis davon nehmen, und das weißt du ganz genau, Sam. Solltest du hingegen ermordet werden, woran ich gar nicht denken möchte, und was ich mir doch jedes Mal ausmale, wenn du zum Dienst gehst, würde nicht nur Ankh Morpork, sondern die ganze Welt sofort davon erfahren. Kriege könnten ausbrechen, und vermutlich geriete sogar Vetinaris Stuhl ein wenig ins Wackeln. Du bist wichtiger als diese Dienstmädchen, du bist wichtiger als jeder andere Angehörige der Stadtwache. Ich glaube, du verwechselst Wichtigkeit mit Wert. Eilig gab sie seinem besorgten Gesicht einen Kuss. Egal, was du früher gewesen bist, Sam Mum, du hast dich daraus erhoben, und du hast es verdient, dich daraus zu erheben. Du weißt doch, dass der Rahmen immer nach oben steigt. Genau wie der Abschaum, erwiderte Mum automatisch, obwohl er seine Worte sofort bedauerte. Wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen, Sam Mum? Du magst einmal ein Rohdiamant gewesen sein, aber du hast dich selbst geschliffen, und wie du es auch drehst und wendest, lieber Ehemann, du bist kein Mann des Volkes mehr. Allerdings denke ich doch, dass du ein Mann für das Volk bist, und ich finde, dass es dem Volk damit wesentlich besser ergeht. Hörst du? Klein Sam schaute bewundernd zu seinem Vater auf und trieb das Schaukelpferd zu einem wilden Galopp an. Gegen Sohn und Ehefrau hatte Mum einfach keine Chance. Er sah so geknickt aus, dass Lady Sibyl sich als gute Gattin sofort zu einem kleinen Zuspruch genötigt sah. Letztendlich erwartest du von deinen Leuten doch auch, dass sie ihre Pflicht erfüllen, Sam. Ebenso erwartet die Haushälterin, dass die Mädchen ihre Pflichten erfüllen. Das ist doch etwas völlig anderes. Polizisten beobachten Leute, aber ich habe ihnen nie verboten, sich mit irgendjemandem die Zeit zu vertreiben. Schließlich könnte dieser irgendjemand über nützliche Informationen verfügen. Mum wusste, dass er damit eigentlich Recht hatte, aber dass jeder, der dabei gesehen wurde, wie er einem Polizisten auf den Straßen der Stadt mehr als die Uhrzeit verriet, schon bald lernen musste, aber die Analogie stimmt trotzdem, dachte er, oder hätte er gedacht, wenn ihm das Wort Analogie so einfach zur Hand gewesen wäre. Bloß weil man zum Personal von jemandem gehörte, musste man sich doch nicht gleich wie eine Aufziehpuppe aufführen. Soll ich dir den Grund für die sich wegdrehenden Hausmädchen verraten, Sam? fragte Sibyl, als klein Sam den riesigen Teddybär knuddelte, der das mit einem erschreckend tiefen Knurren quittierte. Es wurde zu Zeiten meines Großvaters auf Veranlassung meiner Großmutter eingeführt. In jenen Tagen haben wir hier an vielen Wochenenden ganze Scharen von Gästen unterhalten. Natürlich waren unter diesen Gästen auch einige junge Männer aus sehr guten Familien der Stadt, recht wohlerzogen und voller Schwung und Elan. Sibyl warf einen raschen Blick auf Klein Sam und stellte erleichtert fest, dass er damit beschäftigt war, kleine Soldaten zu langen Reihen aufzustellen. Die Hausmädchen hingegen sind, was in der Natur der Sache liegt, nicht so gut erzogen und ich schäme mich zu sagen, dass sie gegenüber einigen Besuchern, denen sie in jeder Hinsicht gehorchen zu müssen glaubten, womöglich ein wenig zu entgegenkommend waren. Sie errötete ein Weise immer noch nicht beachtete. Du hast doch verstanden, was ich damit sagen will, Sam. Jedenfalls verfügte meine Großmutter, die du garantiert verabscheut hättest, über den nötigen Anstand sofort zu veranlassen, dass alle Hausmädchen nicht mehr mit den männlichen Gästen reden und auch keinen Augenkontakt mehr mit ihnen haben durften. Bei Zuwiderhandlung wurden sie ohne weiteres entlassen. Das hört sich herzlos an, aber sie wollte ihnen damit nur helfen, denn auf diese Weise verließen die Hausmädchen gut Käse dick zur gegebenen Zeit mit guten Referenzen und konnten an ihrem Hochzeitstag ihr weißes Kleid ohne jede Scham tragen. Aber ich bin doch glücklich verheiratet, protestierte Mumm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Willikens den Zorn von Fräulein Reinlich auf sich ziehen möchte. Na schön, mein Lieber, ich werde diesbezüglich ein Wörtchen mit Frau Silber reden, aber wir sind hier auf dem Land, Sam, hier braucht alles etwas länger. Warum gehst du nicht mit Klein Sam runter zum Fluss? Nimm Willikens mit, der kennt sich gut hier aus. Klein Sam musste nicht groß unterhalten werden. Er verschaffte sich seine Unterhaltung selbst, und zwar unermüdlich und in großen Mengen. Durch seine Beobachtungen der Landschaft, die Geschichten, die ihn am vergangenen Abend in den Schlaf gewiegt hatten, oder auf Grundlage irgendwelcher flüchtiger Gedanken, die ihm gerade in den Sinn kamen. Außerdem redete er immer wieder von einem Herrn Pfeife, der in einem Haus in einem Baum wohnte, aber manchmal auch ein Drache war. Er hatte auch einen großen Stiefel und konnte Mittwoche nicht leiden, weil sie komisch rochen. Und er hatte einen Regenschirm. Das Landleben beunruhigte Klein Sam also nicht im Geringsten. Er rannte Mum und Willikens voraus, zeigte auf Bäume, Schafe, Blumen, Vögel, Libellen, seltsam geformte Wolken und einen menschlichen Schädel. Er war ziemlich beeindruckt von dem Fund und beeilte sich, ihn seinem Papa zu zeigen, der ihn verdutzt anstarrte, als hätte er einen Menschenschädel gesehen. Das Ding war eindeutig schon ziemlich lange ein Menschenschädel gewesen, und jemand schien sich gut um ihn gekümmert zu haben, denn er sah aus wie frisch poliert. Als Mum ihn in den Händen hin und her drehte und wie ein Kriminaltechniker nach Fremdeinwirkungen suchte, näherte sich plötzlich durch die Büsche ein Flip-Flop-Geräusch, begleitet von einem Liedchen, bei dem es darum ging, was eine ihnen unbekannte Person mit Leuten machen würde, die ihm seine Schädel stehlen wollten. Als sich die Büsche teilten, stellte die ihnen unbekannte Person sich als Mann von zweifelhaftem Alter und noch zweifelhafteren Zähnen heraus, der einen schmutzigen, braunen Umhang trug und einen so langen Bart, wie ihn Mum noch nie gesehen hatte, obwohl er schon des öfteren in der unsichtbaren Universität gewesen war. Dort glaubten die Zauberer nämlich, Weisheit komme darin zum Ausdruck, sich einen Bart wachsen zu lassen, der einem die Knie wärmte. Dieser Bart hier wehte wie ein Kometenschweif hinter seinem Besitzer her und holte ihn erst wieder ein, als dessen mit Sandalen bewährten Füße abrupt stehen blieben. Der Restschwung bewirkte jedoch, dass die Bartmassen sich nun auf dem Kopf des Mannes türmten. Womöglich führte der Bart die Weisheit mit, denn sein Besitzer war schlau genug, sofort zu erstarren, als er den Ausdruck in Mumps Augen sah. Schweigen machte sich breit. Zu hören war nur noch das leise Kichern, Klein Sam angesichts des gewaltigen Bartes entfuhr, der sich aus freien Stücken wie eine Schneeverwehung auf dem Mann niederließ. Willikens räusperte sich und sagte, ich glaube, das ist der Einsiedler, Kommandeur. Was hat denn ein Einsiedler hier zu suchen? Ich dachte, die leben irgendwo auf hohen Stangen in der Wüste. Mum sah den zerlumpten Mann finster an, der sofort spürte, dass hier eine Erklärung nötig war. Die lieferte er umgehend. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, mein Herr, auf den ich persönlich nie viel gegeben habe, wenn man allein an die Schwierigkeiten denkt, vor die einen, die körperliche Hygiene und der gleichen stellen würde. Ich meine, derlei mag ja in weit entfernten Landstrichen angehen, wo es jede Menge Sand und Sonnenschein gibt, aber für mich wäre das nichts. Nein, wirklich nicht. Die Erscheinung streckte eine schmuddelige Hand aus, die hauptsächlich aus Fingernägeln bestand, und plauderte voller Stolz weiter. Stumpf, euer Gnaden, obwohl ich manchmal eher das Gegenteil bin. Kleiner Scherz meinerseits. So, aha, entgegnete Mumm mit nach wie vor ausdruckslosem Blick. Nur ein Scherz, euer Gnaden, sagte Stumpf. Der Einzige, den ich kenne. Ich übe das vornehme Gewerbe der Einsiedelei hier schon seit nahezu sieben und fünfzig Jahren aus, praktiziere Frömmigkeit, Abstinenz, Enthaltsamkeit und die Suche nach der unverfälschten Weisheit, so wie schon mein Vater, mein Großvater und mein Urgroßvater vor mir. Was sie da in der Hand halten, ist übrigens mein Urgroßvater, setzte er fröhlich hinzu. Er glänzt wirklich prächtig, was? Mumm schaffte es, den Schädel nicht sofort fallen zu lassen. Ihr kleiner Junge ist wohl in meine Grotte spaziert, fuhr Stumpf fort. Ist ja nichts groß dabei, aber die hiesigen Dorfburschen sind manchmal ein bisschen sehr übermütig und ich musste Großvater erst vor zwei Wochen aus dem Baum holen. Es war Willikens, der sich als erster geistig in der Lage fühlte, eine Frage zu stellen. Sie bewahren den Schädel ihres Urgroßvaters in einer Höhle auf? Allerdings, meine Herren, und den meines Vaters auch. Es handelt sich um eine Familientradition, verstehen Sie? Den von meinem Großvater auch. Eine ununterbrochene Tradition der Einsiedelei seit fast dreihundert Jahren, die allen, die uns aufsuchen, fromme Gedanken beschert, zusammen mit dem Wissen, dass alle Wege zum Grab führen, sowie etliche andere düstere Betrachtungen. Leider finden heutzutage nicht mehr allzu viele zu uns, wie ich zugeben muss. Ich hoffe, dass mein Sohn, wenn er einmal alt genug ist, dereinst in meine Sandalen tritt. Seine Mutter behauptet, er entwickelt sich zu einem sehr ernsten jungen Mann, das meine Hoffnung nähert, dass er mir eines schönen Tages ebenfalls gewissenhaft den Schädel poliert. Erfreulicherweise ist auf dem Regal ganz hinten in der Grotte noch jede Menge Platz. Ihr Sohn? fragte Mumm. Haben Sie nicht sehr aufmerksam, euer Gnaden? Wir bekommen jedes Jahr eine Woche Urlaub. Schließlich kann man nicht von Schnecken und den Kräutern des Flussufers allein leben. Mumm deutete rücksichtsvoll an, dass sie noch einiges an Weg zurückzulegen hätten und überließ den Einsiedler seinen Pflichten. Der trug die Familien Reliquie in seine Grotte zurück, woher man sie sich befinden mochte. Als sie sich außerhalb der Hörweite befanden, warf Mumm fassungslos die Hände in die Luft. Warum? Jetzt mal ehrlich, warum? Ach, das ist nichts Außergewöhnliches. Nicht wenige der alteingesessenen Familien hielten sich früher auf ihrem Grund und Boden einen Einsiedler. Es galt als romantisch, eine Grotte mit einem Einsiedler zu haben. Er hat ein bisschen gemüffelt, sagte Mumm. Ich glaube, sie dürfen nicht baden. Außerdem solltet ihr wohl wissen, dass er pro Woche eine Vergütung in Höhe von zwei Pfund Kartoffeln, drei Schoppen Dünnbier oder Apfelwein bekommt, dazu drei Laibe Brot und ein Pfund Schweineschmalz und vermutlich alle Schnecken und Kräuter entlang des Flussufers, die er runterkriegt. Ich habe mir die Geschäftsbücher angesehen, keine schlechte Diät für einen dekorativen Gartenschmuck. Allerdings wirklich ganz ordentlich, wenn man etwas Obst und hin und wieder ein Abführmittel dazu packt, meinte Mumm. Dann sind Sibbles Vorfahren also immer hierher gekommen und haben sich mit dem Einsiedler unterhalten, wenn sie ein philosophisches Enigma zu knacken hatten. Willikens sah ihn verwirrt an. Gütiger Himmel, nein, Herr Kommandeur, ich kann mir nicht vorstellen, dass einem von Ihnen je so etwas eingefallen wäre. Mit philosophischen Enigmata hatten sie nichts am Hut. Sie waren Aristokraten, versteht ihr? Aristokraten scheren sich nicht um philosophische Enigmata, sie ignorieren sie einfach. Zur Philosophie gehört, in Betracht zu ziehen, dass man sich geirrt haben könnte. Ein wahrer Aristokrat hingegen weiß, dass er immer recht hat. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Es handelt sich viel eher um eine eingebaute absolute Gewissheit. Auch wenn diese Aristokraten manchmal so verrückt wie die Merzhasen sind, so sind sie in ihrer Verrücktheit doch immer absolut und felsenfest von sich überzeugt. Später grübelte Mumm darüber nach, wie es wohl kam, dass Willikins unter den gegebenen Umständen den richtigen Plural erkannte. Aber bitteschön, man musste sich nur lange genug in einem Haushalt mit vielen Büchern aufhalten, dann blieb das eine oder andere hängen, so wie bei Mumm selbst, wenn man es recht bedachte. Mumm sah ihn voller Verwunderung an. Woher weißt du das alles, Willikins? Ich habe sie beobachtet. In der guten alten Zeit, als im Sommer mit der Familie hierher kam. Wie ihr wisst, bin ich kein großer Gelehrter und Hand aufs Herz, ihr seid es auch nicht, aber jeder, der auf der Straße aufwächst, lernt sehr schnell, weil er sonst sehr schnell tot ist. Sie überquerten eine Zierbrücke, die einen Fluss, den Forellenbach, überspannte. Wahrscheinlich, so vermutete Mumm, ein Zufluss des trügerischen Alten, ein Name, Zwei Männer und ein kleiner Junge gingen über eine Brücke, die ganze Menschenmengen mitsamt Karren und Pferden hätte tragen können. Die Welt schien aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Durch diese absolute Gewissheit der eigenen Unfehlbarkeit, fuhr Willikens fort, sind sie zu ihrem vielen Geld und dem vielen Land gekommen. Manchmal haben sie beides dadurch natürlich auch wieder verloren. Einer von Lady Sibyls Großonkeln hat einmal eine Villa und zweitausend Morgen erstklassiges Ackerland eingebüßt, weil er mit absoluter Gewissheit daran geglaubt hat, dass eine Garderobenmarke drei Asse schlagen kann. Bei dem darauffolgenden Duell kam er ums Leben, aber wenigstens war er absolut tot. Das ist Snobismus und Snobismus kann ich überhaupt nicht leiden, erwiderte Mum. Willikens rieb sich nachdenklich die Nase. Nein, Herr Kommandeur, das ist kein Snobismus. Meiner Erfahrung nach findet man so etwas beim wahren Adel nicht, bei den wirklich von sich selbst überzeugten, meine ich. Die scheren sich nicht darum, was die Nachbarn denken oder dass sie in alten Kleidern herumlaufen. Sie ruhen in sich selbst, versteht ihr? Als Lady Sibyl noch jünger war, kam die Familie immer zum Schafe scheren hierher. Ihr Vater hat wie alle anderen angepackt, hat sich die Ärmel aufgekrempelt und so weiter. Und er hat dafür gesorgt, hinterher für alle Männer eine Runde Bier bereit stand, die er dann auch mit ihnen getrunken hat, einen Krug nach dem anderen. Natürlich war von Haus aus Brandy Trinker, deshalb warf ihn mit ihrer Sache absolut sicher, da gab es keinen Zweifel. Sie spazierten eine Weile eine Kastanienallee entlang, bis Mum missmutig sagte, willst du damit sagen, dass ich nicht weiß, wer ich bin? Urlikens richtete den Blick hinauf in die Bäume und antwortete nachdenklich, sieht aus, als würden wir in diesem Jahr jede Menge Rostkastanien kriegen, Herr Kommandeur, und ich würde vorschlagen, dass ihr den Jungen hierher bringt, wenn sie anfangen, herunterzufallen. Als Kind bin ich jahrelang der ungeschlagene Champion von Schlag meine tote Ratte bis ich dahinter gekommen bin, dass man das eigentlich mit Kastanien spielt, weil die nicht so leicht aufplatzen. Aber zurück zu eurer Frage, fuhr er fort. Ich glaube, dass Sam Mum immer dann am besten ist, wenn er darauf vertraut, dass er Sam Mum ist. Meine Güte, was sind die Dinger in diesem Jahr früh dran? An dieser Stelle war die Kastanienallee zu Ende. Vor ihnen lag ein Obstgarten mit lauter Apfelbäumen. Nicht gerade die allerbesten Äpfel im Vergleich, sagte Willikens, während er mit Mum und klein Sam hinüberging und sie dabei auf der mit weißem Puderstaub bedeckten Straße kleine Wölkchen aufwirbelten. Der Kommentar kam Mum eher belanglos vor, Willikens hingegen schien dem Apfelgarten allerhöchste Wichtigkeit beizumessen. Das will der Kleine bestimmt sehen, sagte Willikens begeistert. Ich selbst habe es gesehen, als ich noch ein Stiefeljunge war, hat meine Sicht auf die Welt völlig verändert. Der dritte Graf, der verrückte Herbert Käsedick, hatte einen Bruder namens Wohlthorpe, was ihm ganz recht geschah. Der war so etwas wie ein Gelehrter, und man hätte ihn bestimmt zur Universität geschickt, damit er ein Zauberer wird, hätte sein Bruder nicht überall verlauten lassen, dass er jeden seiner männlichen Geschwister, der Handes gehörte, mit dem Hackebeil enterben würde. Trotzdem verfolgte der junge Wohlthorpe seine naturkundlichen Studien weiter, so wie es einem Gentleman geziemt, und zwar indem er jeden verdächtig aussehenden Erdhügel aufbuddelte, den er in der Gegend finden konnte, und seine Eidechsenpresse mit so vielen Exemplaren füllte, wie er sammeln konnte, und so viele Blumenarten trocknete, wie sich vor ihrem Aussterben noch pfücken das an einem warmen Sommertag unter einem Apfelbaum einschlummerte und erst aufwachte, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Ein weniger bedeutender Mann hätte dem, wie es sein Biograph später ausdrückte, überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Wohlthorpe hingegen vermutete, da Äpfel und praktisch alles andere immer nach unten fielen, dass die Welt letztendlich einmal auf gefährliche Weise aus dem Gleichgewicht geraten würde. Es sei denn, das würde durch einen Gegeneffekt verhindert, den die Naturwissenschaft erst noch entdecken musste. Er verlor keine Zeit, zerrte einen der Diener in den Apfelgarten und befahl ihm unter Androhung seiner sofortigen Entlassung, sich unter den Baum zu legen, bis ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses wurde dadurch erhöht, dass ein zweiter Diener auf Geheiß von Wohlthorpe den Baum so lange schütteln sollte, bis der erforderliche Apfel herabplumpste. Das alles wollte Wohlthorpe aus angemessener Entfernung beobachten. Man kann sich seine Freude vorstellen, als der Apfel schließlich herunterfiel und sich gleichzeitig ein zweiter Apfel aus dem Baum erhob und mit großer Geschwindigkeit im Himmelsgewölbe verschwand, was die Hypothese bestätigte, dass alles, was aufsteigt, auch wieder herunterkommt, vorausgesetzt, dass alles, was untergeht, auch wieder heraufkommt, wodurch letztendlich das Gleichgewicht des Universums erhalten bleibt. Bedauerlicherweise funktioniert es nur mit Äpfeln und erstaunlicherweise nur mit Äpfeln von diesem Baum, Malus Equilibria. Soweit ich gehört habe, hat jemand herausgefunden, dass die Äpfel in der Krone dieses Baumes sich mit Gas füllen und nach oben wegfliegen, wenn der Baum erschüttert wird, und zwar deshalb, damit er seine Samen möglichst weit weg transportieren kann. Wie wundersam ist doch die Natur! Und schade nur, dass die Äpfel wie Hundehaufen schmecken, fügt der Willikens hinzu, als er sah, wie klein Sam ein Stück davon ausspuckte. Um die Wahrheit zu sagen, Herr Kommandeur, ich zwei Pennys bezahlen, schon gar nicht für die aus der Stadt. Aber einige von ihnen in diesen alten Landhäusern haben die Welt wirklich verbessert, wie zum Beispiel Runkelrübe Käsedick, der die Landwirtschaft revolutioniert hat. Ich glaube, von dem habe ich schon mal gehört, sagte Mumm. Hatte der nicht mit der Pflanzung von Wurzelgemüse zu tun, kommt sein Spitzname nicht von daher? Fast richtig, Herr Kommandeur, antwortete Willikens. Er hat die Sämaschine erfunden, was zu verlässlicheren Ernten und einer größeren Ersparnis an Saatgut führte. Leider sah er auch aus wie eine Runkelrübe. Menschen können manchmal sehr grausam sein. Er hatte auch noch einen Bruder, Gummikäsedick, der nicht nur die Gummistiefel erfand, sondern auch das gummierte Gewebe, sogar noch bevor die Zwerge darauf kamen. Er hat sich sehr für Gummi interessiert, habe ich gehört, aber es gibt ja alle möglichen Sorten von Menschen auf der Welt und letztendlich wäre es doch auch sehr seltsam, wenn wir alle gleich wären, schon gar, wenn wir alle so wie er wären, trockene Füße und trockene Schultern, genau das, was sich jeder Landarbeiter schon immer gewünscht hat. Ich habe selbst einmal einen Winter lang Kohl geschnitten, es war bitterkalt und der Regen kam so schnell herunter, dass die Tropfen Schlange stehen mussten, um auf den Boden zu treffen. Damals habe ich seinen Namen gepriesen, ganz im Ernst, selbst wenn es stimmt, was man sich von den jungen Frauen erzählt, die die Erfahrung angeblich sehr genossen haben, das »Schön und gut, Willikins«, sagte Mumm, aber das wiegt doch dieses ganze stupide, arrogante, diesmal unterbrach Willikins seinen Herrn. Und dann natürlich noch die Flugmaschine. Der verstorbene Bruder ihrer Ladyschaft hat viel Arbeit in das Projekt gesteckt, aber es ist nie so richtig Flügge geworden. Sein Ziel war gewesen, ohne Besen und Zauberspruch zu fliegen, aber bedauerlicherweise fiel er dem Ausbruch der Krotze zum Opfer, der arme Kerl. Im Kinderzimmer steht noch ein Modell davon, es wird von aufgezogenen Gummibändern durch die Luft getrieben. Vermutlich hat hier überall haufenweise Material herumgelegen, falls Gummi Käsedick nicht vorher noch alles aufgeräumt hat, sagte Mumm. Der Rundgang führte sie nun über mehrere Wiesen, auf denen etliche Tiere standen. Mumm nannte sie der Einfachheit halber Kühe. Dann ging es weiter um einige Felder mit hoch aufgeschossenem Mais. Sie steuerten geschickt um ein Ha-Ha herum, hielten sich in sicherer Entfernung von dem Ho-Ho und kümmerten sich überhaupt nicht um das He-He. Dann folgten sie dem Pfad einen sanften Hügel hinauf. Auf dem Hügel war ein Buchenbällchen gepflanzt worden, von dem aus man praktisch überall hin sehen konnte, mit Sicherheit bis zum Ende des Universums, nur dass man dazu wohl direkt nach oben schauen musste, damit einem die Buchen nicht im Weg standen. Man konnte sogar die große Rauchwolke ausmachen, die in der Ferne von der Stadt Ankh-Morpork aufstieg. »Wir stehen auf dem Galgenberg«, sagte Willikens, als Mumm wieder bei Atem war. »Wahrscheinlich möchtet ihr nicht viel weitergehen«, gab er zu bedenken, als sie sich der Kuppe näherten. »Es sei denn, ihr möchtet eurem Sohn erklären, was ein Galgen ist.« Mumm blickte den Diener fragend an. »Im Ernst? Wie gesagt, wir sind ja auf dem Galgenberg. Was glaubt ihr wohl, warum er so heißt? Der verrückte Herbert Kesedig hatte sich bedauerlicherweise getäuscht, als er mit einem seiner nicht minder betrunkenen Saufkumpane eine gewaltige Saufwette abschloss und behauptete, man könne den Rauch der Stadt von seinen Ländereien aus sehen. Anschließend musste er sich von einem Vermesser, der seine Hypothese überprüft hatte, sagen lassen, dass der Hügel dreißig Fuß zu niedrig sei. Nachdem er versucht hatte, den Vermesser zu bestechen und, nachdem ihm das nicht gelang, ihn deshalb hatte auspeitschen lassen, trommelte Blackjack, unverzüglich sämtliche Arbeiter aus seinem Besitz und etliche andere aus der Umgebung zusammen und ließ sie den Berg um die besagten dreißig Fuß erhöhen. Das überaus ehrgeizige Projekt verschlang natürlich ein Vermögen, aber wahrscheinlich sprangen für jede Familie im weiten Umkreis warme Wintersachen und neue Stiefel heraus. Das wiederum machte ihn sehr beliebt und seine Wette hat er natürlich auch gewonnen. Mum seufzte. Ich glaube, ich kenne die Antwort bereits, aber ich frage trotzdem. Auf wie viel belief sich die Wette? Zwei Gallonen Brandwein, antwortete Willikens triumphierend, und die hatte er in einem Zug ausgetrunken. Genau hier an dieser Stelle, unter dem lauten Jubel der versammelten Arbeiterschaft. Der Legende zufolge ist er anschließend unter noch größerem Jubel den ganzen Hügel hinunter gerollt. Selbst damals, als ich noch getrunken habe, hätte ich wohl keine zwei Gallonen Brandwein schlucken können, sagte Mum. Das sind zwölf Flaschen. Naja, gegen Ende ist wahrscheinlich etliches davon in seine Hose gelaufen, auf die eine oder andere Weise. Damals gab es viele wie ihn, aber trotzdem. Alles in die Hose, krähte klein Sam los und brach sofort in das eigenartig heisere Lachen eines Sechsjährigen aus, der glaubt, etwas Unanständiges gehört zu haben. Und allem Anschein nach hatten die Arbeiter, die dem alten Schluckspecht vor vielen Jahren zugejubelt hatten, das Gleiche gedacht. Einem Mann zujubeln, der einen ganzen Jahreslohn einfach so wegsoff? Wozu? Willikens musste Mums Gedanken gelesen haben. Hier auf dem Land geht es nun mal nicht so feinsinnig zu wie in der Stadt, Kommandeur. Hier hat man es gerne grob und deftig. Und der verrückte Jack war so grob und deftig, wie man es sich nur wünschen konnte. Deshalb mochten sie ihn, weil sie immer wussten, wo sie standen, selbst wenn er kurz vorm Umfallen war. Jede Wette, dass sie mit ihm überall in den Grafschaften angegeben haben. Ich kann es mir genau vorstellen. Unser alter Lord Sufkopp kann euren alten Lord Sufkopp halten, als ihr dem Gärtner die Hand geschüttelt habt. Aber damit habt ihr die Leute hier verwirrt. Sie wissen nicht, was sie von euch halten sollen. Seid ihr Herr oder Geschärr? Seid ihr ein feiner Pinkel oder einer von ihnen? Denn von deren Warte aus, Kommandeur, kann niemand beides sein. Das wäre gegen die Natur. Und lange rumrätseln will auf dem Land auch niemand. Großes Hosenrätsel, sagte Klein Sam und fiel vom Humor überwältigt ins Gras. Ich weiß selbst nicht, was ich von mir halten soll, erwiderte Mum, zog seinen Sohn wieder auf die Beine und folgte Willikens den Hang hinunter. Sibyl hingegen schon. Sie hat mich für Bälle, Tanzveranstaltungen und Festessen eingeteilt und nicht zu vergessen für ihre Soirees, schloss er mit dem Tonfall eines Mannes, der genetisch darauf programmiert ist, jedem Wort, das mit einem Betonungszeichen daherkam, mit Misstrauen zu begegnen. In der Stadt kann ich inzwischen mit solchen Dingen umgehen. Wenn ich merke, dass es allzu schrecklich wird, sorge ich dafür, dass ich mittendrin zu einem Notfall gerufen werde. Jedenfalls habe ich es immer so gemacht, bevor Sibyl Lunte gerochen Personal strikt angewiesen, ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis, keine Schinken Sandwiches zuzubereiten. Mum zuckte zusammen. Du hast doch deinen kleinen Kocher mitgebracht, oder? Leider weiß ihre Ladyschaft von unserem kleinen Kocher, Kommandeur. Sie hat der Küche verboten, mir Schinken zu geben, es sei denn, sie hätte es ausdrücklich befohlen. Also ehrlich, sie ist ja schlimmer als Veterinari. Wie kommt sie mir bloß immer auf die Schliche? Ich glaube nicht, dass sie ihnen auf die Schliche kommt, jedenfalls nicht mit Gewissheit. Sie kennt euch einfach zu gut. Vielleicht solltet ihr es als wohlwollendes Misstrauen ansehen. Aber wir kommen schon durch, Herr Kommandeur. Ich habe mir sagen lassen, dass es zu Mittag Hühnersalat gibt. Mag ich denn Hühnersalat? Aber ja. Ihre Ladyschaft hat mir versichert, dass ihr ihn sehr gerne esst. Mum gab sich geschlagen. Dann wird es wohl so sein. Zu Hause in der Teekuchenstraße nahmen Mum und Sibyl normalerweise immer nur eine gemeinsame Mahlzeit ein. Und zwar in der Küche, wo es inzwischen richtig gemütlich war. Sie saßen einander am Tisch gegenüber, der lang genug war, um Mums ansehnliche Sammlung von Soßenflaschen, Senftiegeln, Essiggurkengläsern und natürlich auch Chutneys aufzunehmen. Denn Mum teilte die weitverbreitete Überzeugung, dass kein Glas mit eingelegtem Gemüse wirklich leer ist, wenn man nur lange genug mit einem Löffel darin herumklappert. Auf gut Käse dick war alles anders. Zum einen gab es hier viel zu viel Essen. Dazu enthielt sich Mum allerdings eines Kommentars, denn er war nicht von gestern und auch nicht von vorgestern. Willikins bediente Mum und Lady Sibyl. Streng genommen gehörte es nicht zu seinen Aufgaben, solange sie sich nicht zu Hause aufhielten, aber streng genommen führten auch nicht viele Leibdiener einen Schlagring in ihrem gut geschnittenen Jackett mit sich. Na, was habt ihr beiden denn heute Vormittag unternommen? erkundigte sich Sibyl gut gelaunt, als die Teller geleert waren. Wir haben den Stinkeknochenmann gesehen, rief klein Sam begeistert. Er war ganz voller Bart, aber stinkig. Und wir haben den Stinkeapfelbaum gefunden, der riecht wie Kacker. Lady Sibyls gelassener Gesichtsausdruck blieb unverändert. Und dann seid ihr den Rumpelpumpelberg heruntergekommen, stimmt's? Und was war mit dem Ha-Ha, dem Huhu und dem He-He? Ja, aber da war überall Kuhkacker. Ich bin reingetreten. Klein Sam wartete auf die Reaktion eines Erwachsenen und seine Mutter sagte, aber du hast doch deine neuen Landstiefel, Sam. Die sind extra dafür gemacht, dass man mit ihnen in Kuhkacker tritt. Sam Mum bemerkte, wie das Gesicht seines Sohnes vor schier unglaublicher Freude erstrahlte, während seine Mutter weiterredete. Dein Großvater hat mir immer gesagt, wenn ich irgendwo einen großen Kuhfladen sehe, dann soll ich schön darin herumtrampeln, damit er gleichmäßig verteilt wird und das Gras überall gleichmäßig wächst. Als sie Mums Gesichtsausdruck sah, lächelte sie und sagte, das stimmt, Liebster, das Leben auf dem Lande hat sehr viel mit Mist und Dung und dergleichen zu tun. Solange er später, wenn wir wieder in der Stadt sind, nicht weiter auf allem herumtrampelt, was in der Gosse liegt, meinte Mum. Könnte gut sein, dass der Dreck zurücktritt. Er soll doch etwas über das Landleben erfahren. Er sollte wissen, wo die Lebensmittel herkommen und wie man sie herstellt. Das ist wichtig, Sam. Selbstverständlich, Liebes. Lady Sibyl warf ihrem Gatten einen Blick zu, wie nur Ehefrauen ihren Ehemännern zuwerfen können. Das war deine »Na schön, wenn du unbedingt meinst« Stimme, Sam. »Ja schon, aber ich sehe nicht so recht ein«, Sibyl unterbrach ihn. »Eines Tages wird Klein Sam das alles hier gehören und ich möchte, dass er ein Verständnis dafür entwickelt, so wie ich möchte, dass du dich hier entspannst und deinen Urlaub genießt. Ich nehme Klein Sam später mit zum Bauernhof, damit er sieht, wie die Kühe gemolken werden, und ein paar Eier können wir dann auch gleich einsammeln. Sie erhob sich, aber zuallererst gehe ich mit ihm in die Gruft, seine Vorfahren besuchen. Als sie den erschrockenen Gesichtsausdruck ihres Mannes sah, fügte sie rasch hinzu, »Ist schon gut, Sam, sie spazieren dort nicht herum. Im Gegenteil, sie liegen ganz still und ruhig in sehr kostspieligen Kisten. Du kannst uns ja begleiten.« Samuel Mumm war der Tod nicht fremd. Und umgekehrt verhielt es sich ebenso. Nur Selbstmorde machten ihn fertig. Die meisten Leute hängten sich auf. Man musste schon ziemlich lebensmüde sein, um in den Ankh zu springen. Nicht zuletzt deshalb, weil man mehrere Male abprallte, ehe man die Kruste durchbrach. Aber welche Methode sie auch gewählt hatten, sie mussten alle untersucht werden, falls es sich doch um einen versteckten Mord handelte. Schon mehr als einmal hatten Angehörige der Wache selbst verfasste Abschiedsbriefe vorgefunden, von denen sich nach genauerer Untersuchung herausstellte, dass sie in der falschen Handschrift verfasst waren. Und während Herr Truper, der derzeitige Henker der Stadt, seine Kandidaten so sanft und rasch in die Ewigkeit beförderte, dass sie es wahrscheinlich sehen müssen, was Amateure so alles zustande brachten. Die Familien Gruff der Käsedicks erinnerte ihn an das städtische Leichenschauhaus nach Feierabend. Sie war ziemlich überfüllt. Etliche Särge standen sogar auf der Schmalseite, als befänden sie sich in Wartestellung auf einem Regal der Leichenhalle. Und man konnte nur hoffen, dass sie nicht herunterrutschten. Mumm sah seiner Frau argwöhnisch dabei zu, wie sie ihren gemeinsamen Sohn von einer Gedenktafel zur anderen führte, ihm die Namen vorlas und ihm zu jedem Insassen etwas erzählte. Rings um sich spürte er den kalten, abgrundtiefen Abgrund der Zeit so deutlich, als würden die nackten Wände ihn ausatmen. Was wohl in Klein Sam vorging, wenn er die Namen all jener Großväter und Großmütter aus längst vergangenen Jahrhunderten hörte? Mumm hatte nicht einmal seinen Vater gekannt. Seine Mutter behauptete immer, der Mann sei von einem Karren überfahren worden, aber Mumm vermutete, dass es sich, wenn überhaupt, eher um einen Brauereiwagen gehandelt hatte, der ihn Jahr für Jahr immer ein Stückchen mehr überfahren hatte. Natürlich gab es noch das alte Steingesicht, den Königsmörder, der inzwischen rehabilitiert war und in der Stadt mit einer eigenen Statue geirrt wurde, eine Statue übrigens, die nie bekritzelt wurde, weil Mumm jedem klargemacht hatte, was mit dem Übeltäter passieren würde. Aber das alte Steingesicht war nur ein kleiner Punkt in der Zeit, eine Art wahre Legende. Zwischen ihm und Sam Mumm gab es keine Verbindung, nur einen schmerzhaften Abgrund. Trotzdem würde Klein Sam eines Tages Herzog sein. Und es lohnte sich durchaus diesen Gedanken ein wenig weiter zu spinnen. Er würde nicht aufwachsen und sich fragen, wer er war und woher er kam, denn er würde es wissen. Und der Einfluss seiner Mutter mochte den gewaltigen Hemmschuh Samuel Mumm zum Vater zu haben, durchaus ausgleichen. Klein Sam würde die Welt aus dem Stand aus den Angeln heben können. Dafür braucht man Selbstvertrauen. Und mit einem Haufen offensichtlich spinneter, aber interessanter Vorfahren konnte man die einfachen Leute auf der Straße beeindrucken. Mumm wusste das. Er kannte viele Straßen und er kannte viele Leute. Willikens hatte nicht die ganze Wahrheit gesagt. Nicht nur die Landbevölkerung, auch die Stadtbewohner standen auf auffällige Persönlichkeiten. Insbesondere solche mit finsterem Herzen und auch generell auf jeden, der interessant genug war, um der endlosen, verrückten Zirkusvorstellung des Straßenlebens von Ankh-Morpork etwas hinzuzufügen. Und auch wenn es ein gesellschaftlicher Fauxpas war, einen Trinker zum Vater zu haben, dann war doch ein Ur-Ur-Ur-Großvater, der so viel Brandwein in sich hineinschütten konnte, dass sein Urin mit Sicherheit brennbar gewesen wäre, und der Willikens zufolge anschließend nach Hause ging, um einen Steinbutt zu verputzen und noch eine gebratene Gans mit den dazugehörigen Weinen hinterher zu schieben und der dann bis zum Morgengrauen mit seinen Kumpels eine Runde Schweinskarree spielte, wobei er seine Verluste von vorher wieder zurückgewann, also für solche Geschichten ließen die Leute sich ebenso begeistern wie für Persönlichkeiten, die der Welt einen Arschtritt verpassten und ihr trotzig ins Gesicht schrien. Auf so einen Vorfahren konnte man mit Sicherheit stolz sein. Schweinskarree wurde um das Jahr des Wiesels von Hochwürden Josef Kausalität Robinson erfunden, dem Rektor von Alle Heiligen und Drei Sünder in der Kirchengemeinde Niederüberhang. Soweit es sich aus den Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen rekonstruieren lässt, muss es sich bei dem Spiel um eine wüste Mischung aus Mikado, Halma und Brandy gehandelt haben. Es existieren keine bekannten Regeln mehr, falls es überhaupt je welche gegeben hat. Ich glaube, ich glaube, ich gehe ein bisschen spazieren, sagte Mumm. Ich sehe mich draußen mal um, mache mich auf eigene Faust ein wenig mit dem Landleben vertraut. Willikins soll dich begleiten, Liebster, meinte Lady Sibyl, nur für alle Fälle. Was denn für Fälle, Liebes? Du weißt doch, dass ich Nacht für Nacht durch die Straßen der Stadt gehe. Ich glaube nicht, dass ich für einen kleinen Spaziergang auf dem Land einen Aufpasser brauche. Ich möchte mich in die neue Umgebung einfühlen, die Narzissen betrachten und sehen, ob sie mich mit Freude erfüllen oder was auch immer sie bewirken sollen. Vielleicht bekomme ich einen der seltenen Tauchsänger zu Gesicht und kann dabei zusehen, wie die Maulwürfe die Flucht ergreifen. Schon seit Wochen lese ich die Naturseiten in der Zeitung. Ich glaube, ich kann das schon alleine, Liebes. Der Kommandeur der Stadtwache hat keine Angst vor dem Anblick des Grauschneppers. Die Erfahrung hatte Lady Sibyl gelehrt, wann es klüger war, nicht mit ihm zu streiten. Deshalb gab sie sich mit einem »Dann bringe aber wenigstens niemanden gegen dich auf, hörst du Liebster zufrieden.« Nachdem er zehn Minuten gegangen war, hatte Mumm sich verirrt. Nicht im herkömmlichen, sondern eher im metaphorischen, spirituellen und peripathetischen Sinne. Die aus den Hecken aufsteigenden Düfte im Vergleich zum handfesten Gestank der Stadt irgendwie körperlos, und er hatte nicht die geringste Ahnung, was dort im dichten Gestrüpp umher raschelte. Er erkannte Fersen und Ochsen, weil er sich des Öfteren im Schlachthoffiertel aufhielt, aber die Viecher hier draußen waren anders. Sie waren keineswegs völlig perplex vor Angst, sondern musterten ihn aufmerksam, und als er an ihnen vorüberging, schien sie Genau, das war's. Diese Welt hier war völlig verkehrt herum. Er war Polizist, war schon immer Polizist gewesen, und würde auch als Polizist sterben. Man hörte nie auf, Polizist zu sein, jedenfalls nicht im Großen und Ganzen gesehen, und als Polizist bewegte er sich mehr oder weniger unsichtbar in der Stadt. Erkannt wurde er nur von den Leuten, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, Polizisten zu erkennen, davon abhing, die Polizisten früher auszumachen, als die Polizisten sie. Ansonsten verschmolz man meistens mit seiner Umgebung, bis der Schrei, das Klirren zerbrochenen Glases und das Geräusch verbrecherischer Schritte einen auf den Plan brachten. Hier jedoch schien ihn alles zu beobachten. Ständig huschte etwas eilig hinter eine Hecke, flog erschrocken auf oder raschelte einfach nur verdächtig im Unterholz. Er war der Fremde, der Eindringling, der hier nicht erwünscht war. Er bog um eine Ecke und da lag das Dorf vor ihm. Die Schornsteine hatte er schon aus einiger Entfernung erblickt, aber die Feldwege und Fußpfade kreuzten einander ebenso chaotisch wie die ausladenden Hecken und Bäume. Letztere bildeten zwar schattige Tunnels, was ihm durchaus willkommen war, führten seinen Orientierungssinn aber immer wieder an der Nase herum, überhaupt nicht mehr, wo er sich befand. Ihm war schrecklich heiß und hatte generell einfach keine Lust mehr, als er unvermutet auf einer langen, staubigen Landstraße mit strohgedeckten Karten zu beiden Seiten herauskam, wo in nicht allzu weiter ferne ein Gebäude mit dem Schild Schenke über der Tür lockte. Davor saßen drei alte Männer auf einer Bank und beäugten den näherkommenden Mum, wohl in ihre Kleidung sah aus wie angenagelt. Als Mum näher heran war, sagte einer etwas zu den beiden anderen und als er vorüber ging, erhoben sie sich, wobei sie die Zeigefinger an die Hutkrempen legten. Einer von ihnen sagte »Schönen Tag auch, Eugnaden«, einen Satz, den Mum nach kurzem Nachdenken übersetzt hatte. Außerdem hielten sie ihre leeren Krüge ein wenig schräg, was auf Anhieb klar verständlich darauf hinwies, dass es sich nun eben um leere Krüge und demzufolge um eine Anomalie handelte, die einer dringenden Korrektur bedurfte. Mum wusste sofort, was von ihm erwartet wurde. In ganz Ankh-Morpork gab es kein Gasthaus, vor dem nicht ein Gegenstück zu diesen drei alten Männern in der Sonne saß, stets bereit, mit Fremden über die guten alten Zeiten zu plaudern, Zeiten etwa, zu denen die leeren Krüge, die sie in Händen hielten, noch randvoll mit Bier gefüllt waren. Es war Brauch, dass man ihnen die Krüge mit billigem Bier auffüllte, wofür man einen schönen Dank auch der Herr erntete, und dazu meistens noch ein paar kleine Informationen, wer wen wo gesehen hatte, als er mit wem und wann dies zuflüsterte. Sofort ließen sie sich wieder auf die hölzerne Bank zurücksinken, als wollten sie möglichst unauffällig erscheinen, während sie sich immer noch an ihren leeren Krügen festhielten. Schließlich konnte man ja nie wissen. Das Schild über der Tür verkündete, dass man vor der Kneipe zum Goblenkopf stand. Dem Wirtshaus gegenüber lag eine große Brache, wie man so schön sagte, Brach. Darauf grasten einige Schafe und fast am anderen Ende lag ein Haufen übereinander gestapeltes Holz, das wie Weidengeflecht aussah, dessen Sinn und Zweck sich Mum jedoch nicht erschloss. Er war zwar mit dem Begriff Dorfanger vertraut, hatte aber noch nie einen gesehen. In Ankh-Morpork gab es nicht allzu viele Grünflächen. In der Gaststube roch es nach abgestandenem Bier. Der Dunst wirkte wie ein Bollwerk gegen die Versuchung, obwohl Mum schon seit Jahren trocken war und sich bei offiziellen Anlässen sogar hin und wieder einem Sherry stellen konnte, weil er dessen Geschmack ohnehin verabscheute. Der Der Geruch nach altem Bier hatte die gleiche Wirkung. Im Dämmer des erbärmlichen Lichts, das durch die winzigen Fenster hereinfiel, machte Mum einen nicht mehr ganz jungen Mann aus, der eifrig einen Bierkrug trocken rieb. Der Mann hob den Blick und nickte Mum kurz zu. Es war das elementare Nicken, das einem signalisierte, ich sehe dich, du siehst mich. Was als nächstes passiert, liegt an dir. Obwohl manche Wirte ihrem Nicken auch noch die zusätzliche Information mit auf den Weg zu geben verstehen, dass unter der Theke ein zweifuß langes Bleirohr bereit liegt, für den Fall, dass ihr Gegenüber irgendetwas Ungebührliches im Schilde führte. Schenken sie auch etwas ohne Alkohol aus, erkundigte sich Mum. Der Mann hängte den Krug sorgfältig an einen Haken über dem Tresen, sah Mum dann direkt an und sagte ohne Groll in der Stimme, dieses Etablissement, gnädiger Herr, nennt man eine Kneipe, die Leute werden garantiert sauer, wenn ich den Alkohol einfach weglasse. Er trommelte einen Augenblick mit den Fingern auf die Theke und setzte dann ein wenig verunsichert hinzu, meine Frau macht ein gutes Wurzelbier, falls das euren Geschmack findet. Aus welcher Wurzel denn? Rote Beete, also sowas wie rote Rüben, der Herr, putzt einen richtig durch und sorgt für klare Verhältnisse. Ich habe mich eigentlich seit jeher für ziemlich gut durchgeputzt gehalten, sagte Mum, aber geben Sie mir doch einen Schoppen davon. Ach nein, bitte nur einen halben Schoppen, danke. Nach einem neuerlichen Nicken verschwand der Mann kurzzeitig hinter dem roter Schaum herunterschwappte. Bitte sehr, sagte er und stellte es vorsichtig auf den Tresen. Wir füllen es nicht in Zinnkrüge, weil es irgendwas mit Metall anstellt. Das hier geht auf Kosten des Hauses, Sir. Ich heiße übrigens Jiminy und bin der Wirt vom Goblenkopf. Euren Namen kenne ich, wenn ich das bemerken darf. Meine Tochter arbeitet als Hausmädchen im Gutshaus und ich behandle einen Gast wie den anderen, denn ein Wirt ist der Freund eines jeden Gastes, der Geld in der Tasche hat. Und außerdem, falls ihm gerade danach ist, gelegentlich sogar der Freund derjenigen, die momentan total abgebrannt sind, womit ich nicht die drei Hanseln dort draußen vor der Tür meine. Als Wirt kennt man fast alle seine Gäste auch nach ein paar shoppen und hat deshalb keinen Grund mehr, sie unterschiedlich zu behandeln. Jiminy blinzelte Mum zu, der ihm die Hand entgegen hielt und sagte, dann schüttel ich mit Freuden die Hand eines wahren Menschenkenners. Mum kannte die lächerliche Litanei nur allzu gut. Jeder, der hinter einer Bar arbeitete, hielt sich für einen Denker von Weltformat. Und es war immer klug, ihn auch so zu behandeln. Nachdem sie sich die Hand gegeben hatten, sagte er, schmeckt sehr gut, der Saft, ziemlich würzig. Ja, meine Frau tut da Pfefferschoten rein und auch etwas Selleriesaben, damit man wenigstens den Eindruck hat, was ordentliches mit Schmackes zu trinken. Mum lehnte sich an den Tresen und fühlte sich auf unerklärliche Weise im Reinen mit sich und der Welt. Dann erblickte er zu seinem Schrecken dort oben im schummrigen Licht einen Goblin-Kopf. Ich bin hier im Urlaub, dachte er, und das ist wahrscheinlich vor sehr langer Zeit passiert, eine uralte Geschichte. Dabei belies er es. Jiminy beschäftigte sich mit den vielen kleinen Aufgaben, die man als Wirt hinter dem Tresen so zu erledigen hat, und blickte dabei nur hin und wieder zu seinem einzigen Gast darüber. Mum überlegte kurz, dann sagte er, würden Sie den drei Gentlemen da draußen bitte jedem einen Schoppen hinausbringen, Herr Jiminy, und gießen Sie jeweils einen Weinbrand hinein, damit die Burschen auch merken, dass sie etwas Anständiges trinken. Das wäre dann für den langen Tom, den kurzen Tom und für Tom Tom, erwiderte Jiminy und griff sich drei Bierkrüge. Anständige Burschen das, Drillinge sogar. Sie kommen ganz gut über die Runden, nur dass sie sich wohl zu dritt ein Gehirn teilen mussten, und das war obendrein kein besonders helles, aber man kann mit ihnen ganz wunderbar die Krähen verscheuchen. Und sie heißen alle drei Tom? Ganz recht. Es ist sozusagen ein Familienname, müsst ihr wissen. Ihr Vater hieß nämlich auch schon Tom. Vielleicht kommen sie dadurch wenigstens beim Namen nicht so schnell durcheinander, denn die drei lassen sich ziemlich leicht verwirren. Aber wenn man ihnen eine Arbeit gibt, die sie bewältigen können, dann erledigen sie sie gut und hören erst wieder auf, wenn man es ihnen sagt, auch wenn sie langsam älter werden. Hier auf dem Land gibt es nämlich keine Bettler. Hier gibt es immer kleine Arbeiten, die getan werden müssen. Mit eurer Erlaubnis gebe ich nicht ganz so viel Weinbrand hinein. Man darf die drei nicht zu sehr aus der Bahn werfen, wenn ihr wisst, was ich meine. Der Wirt stellte die Krüge auf ein Tablett und verschwand nach draußen in den hellen Sonnenschein. Mum bewegte sich in einer einzigen fließenden Bewegung hinter den Tresen und wieder zurück. Als einige Sekunden später drei Gesichter durch die offene Tür hereinspähten, lehnte er wieder lässig an der Theke. Vor leicht verstörten Minen reckten sich drei Daumen zum Gruß nach oben und wurden wieder außer Sicht weiter gezogen, wahrscheinlich aus Angst, dass Mum explodieren könnte oder Hörner aus einer Stirn wachsen würden. Jiminy kam mit dem leeren Tablett zurück und grinste Mum gut nicht von mir aufhalten. Ihr habt bestimmt noch viel zu tun. Ein Bulle, dachte Mum. Ich erkenne einen Polizeiknüppel doch auf zehn Meter gegen den Wind. Ist das hier nicht der Traum eines jeden Polizisten? Den Dienst auf der Straße hinter sich lassen und irgendwo eine kleine Kneipe aufmachen? Und weil du Polizist bist und dich das niemals loslässt, weißt du immer, was vor sich geht. Ich kenne dich und du weißt nicht, was ich mache. Und aus meiner Sicht ist das ein schöner Erfolg. Na warte, Herr Gemini, ich weiß, wo du wohnst. Jetzt hörte Mum schwere Schritte in der Ferne. Er sah die Männer aus dem Ort in ihren Arbeitssachen näher kommen. Das, was sie noch bei sich trugen, würden die meisten Leute als ländliches Arbeitsgerät bezeichnen. Mum hingegen sah sofort die Angriffswaffen darin. Die Gruppe blieb draußen vor der Tür stehen und jetzt hörte er Geflüster. Allem Anschein nach teilten ihnen die drei Toms die Neuigkeiten des Tages mit, die entweder mit Ungläubigkeit oder Gespött quittiert wurden. Dann kam man zu irgendeinem Schluss. Es klang nicht sehr wohlgesinnt. Schließlich kamen die Männer hereinmarschiert. Mums Polizeigehirn musterte sie unauffällig, aber genau. Muster eins war ein älterer Mann mit langem weißem Bart und ach du lieber Himmel einem Bauernkittel. Wurden die hier wirklich noch getragen? Ganz egal, wie er heißen mochte, die anderen nannten ihn wahrscheinlich Väterchen. Er legte zaghaft den Finger zum Gruß an die Stirn und nachdem das vollbracht war, hielt er direkt auf den Tresen Haken in der Hand. Keine schöne Waffe. Muster zwei trug eine Schaufel, die sich, wenn man damit umzugehen wusste, rasch in eine Axt oder eine Keule verwandeln ließ. Auch dieser Mann steckte in einem altmodischen Kittel, sah Mum nicht an, und sein Gruß war eher ein widerwilliges Winken gewesen. Muster drei, das eine Werkzeugkiste trug, eine schreckliche Waffe, wenn sie treffsicher geschwungen wurde, huschte eilig vorüber, ohne groß in Mums Richtung zu schauen. Dieses Exemplar sah jung und ziemlich schmächtig aus, aber mit so einem Kasten konnte auch so jemand ganz schön hinlangen. Der nächste war wieder ein älterer Mann in der Schürze eines Schmiedes, aber mit der falschen Statur, weshalb Mum ihn als Hufschmied einschätzte. Ja, so musste es sein, klein und drahtig. Der kam bestimmt leicht unter ein Pferd. Der Mann entbot Tablengruß per Finger an die Stirn und Mum konnte beim besten Willen keine verdächtigen Ausbuchtungen unter seiner Schürze ausmachen. Nein, Mum konnte nicht so schnell aus seiner Haut heraus. So ein Job steckte einfach in einem drin. Selbst wenn man keine Scherereien erwartete, erwartete man Scherereien. Plötzlich war der ganze Schankraum wie erstarrt. Die wenigen flüchtigen Unterhaltungen rings um Jiminy brachen ab, als der richtige Schmied eintrat. Scheiße noch mal! Bei Mum klingelten sämtliche Alarmglocken auf einmal, und das waren keine Bimmelglöckchen. Sie schepperten laut und vernehmlich. Nach einem kurzen, finsteren Blick in die Runde schlug der Mann einen Kurs auf den Tresen ein, der ihn unweigerlich an Sam Mum vorbei oder womöglich über ihn hinweg, wenn nicht gar durch ihn hindurchführen würde. Also zog Mum seinen Krug rechtzeitig in Sicherheit, womit die kaum verhüllte Absicht des Mannes, ihn zufällig umzustoßen, vereitelt war. Herr Jiminy, rief Mum laut, eine Runde bitte für diese Gentlemen, ja? Bei den anderen Neuankömmlingen rief das eine gewisse Heiterkeit hervor, doch der Schmied schlug mit einer Hand, groß wie eine Schaufel, so heftig auf den Tresen, dass die Gläser hüpften. Ich trinke mit keinem, der die Gesichter der armen Leute in den Dreck tritt. Mum hielt seinen Blick stand und sagte, tut mir leid, aber ich habe heute meinen Drecktreter nicht dabei. Es war töricht, denn die paar unterdrückten Lacher von denjenigen, die auf ein Freibier hofften, schürten das Feuer, das der Schmied leider nicht an seiner Arbeitsstelle zurückgelassen hatte, nur noch mehr und machten ihn richtig wütend. Wer sind sie, dass sie sich für was besseres halten als mich? Mum zuckte die Achseln und sagte, ich weiß nicht, ob Gemeinde zu sein, und du hältst dich für einen zähen Brocken, weil du stark bist, und weil sich das Metall, auf das du normalerweise eindrischt, nicht hinterrücks an dich ranschleicht und dir ins Gehänge tritt. Meine Güte, du weißt nicht mal, wie man richtig steht. Sogar Korporal Nops könnte dich umnieten und dir dann haste nicht gesehen in die Gabelung treten, ehe du überhaupt kapiert hättest, was mit dir geschieht. Wie jeder Mensch, der befürchtet, etwas Teures zu Bruch gehen könnte, kam Jiminy geschäftig herbei, packte den Schmied am Arm und sagte, komm schon, Jethro, wir wollen doch keinen Ärger hier, seine Gnaden genehmigt sich nur ein, so wie es jedem Mann zusteht. Damit schien er Erfolg zu haben, wenn auch nach wie vor Aggression in Jethro's Gesicht und in der Luft rings um ihn herum schwelte. Den Minen der anderen Männer nach zu urteilen, waren sie solche Auftritte durchaus gewöhnt. Nur ein schlechter Bulle konnte die Stimmung in einer Kneipe nicht lesen. Mumm hingegen hätte wahrscheinlich eine ganze historische Abhandlung darüber schreiben können, und zwar inklusive Fußnoten. Jede Gemeinde hat ihren Unruhestifter oder Irren oder selbsternannten Politiker. Normalerweise werden solche Gestalten toleriert, weil sie zur allgemeinen Belustigung beitragen. Die Leute sagen, so ist er nun mal, oder dergleichen. Die Luft reinigt sich selbst und das Leben geht weiter. Jethro hingegen, der nun in der hintersten Ecke der Kneipe saß und sein Bier in den Pranken hielt wie ein Löwe seine Gazelle, dieser Jethro war ein Mumps Lexikon der Risiken und Gefahren, Selbstverständlich musste die Welt ab und zu mal in die Luft gejagt werden, solange es nicht dort geschah, wo Mumm gerade etwas trank. Mumm stellte fest, dass sich die Kneipe weiter füllte, größtenteils mit anderen Söhnen der Ackerkrume, aber auch mit Leuten, die erwarten, als wahre Gentleman angesprochen zu werden, ob sie nun solche waren oder nicht. Sie trugen farbenfrohe Hüte und weiße Hosen und redeten ununterbrochen. Auch draußen herrschte Reges Treiben, auf der Dorfstraße drängten sich Pferde und Wagen. Irgendwo wurde gehämmert und jetzt bemannte beziehungsweise befraute Jiminy's Frau die Bar, während ihr Mann mit seinem Tablett hin und her rannte. Jethro blieb in seiner Ecke, als wartete er auf den richtigen Augenblick, schleuderte gelegentlich Blicke wie Dolche um sich, manche auch wie Fäuste und wenn Mum auch nur in seine ungefähre Richtung schaute, sogar einige, die deutlich nach Stiefeltritten aussahen. Mum beschloss, lieber aus dem schmutzigen Kneipenfenster nach draußen zu schauen. Bedauerlicherweise war die Kneipe das, was man landläufig malerisch nannte und deshalb mit diesen grässlichen Butzenscheiben ausgestattet, die zwar Licht hereinließen, aber nicht dafür gedacht waren, dass man hinaus schaute, denn sie krümmten das Licht so unberechenbar, dass es fast zersprang. In einer Scheibe zeigte sich etwas, das womöglich ein Schaf war, aber eher wie ein weißer Wal aussah, bis es sich bewegte und zu einem Pilz wurde. Ein Mann ohne Kopf ging vorbei, bis er in der nächsten Scheibe einen riesigen Augapfel bekam. Klein Sam wäre begeistert gewesen, aber sein Vater kam zu dem Schluss, dass er lieber auf eine mögliche Erblindung verzichtete und trat hinaus in den Sonnenschein. Ah, dachte er, ein Spielchen also. Ach ja, Mumm war nicht gerade scharf auf Spielchen, denn solche Spielchen zogen Menschenmengen an und Menschenmengen zogen Arbeit für Polizisten an. Aber hier war er ja kein Polizist, oder? Es war ein eigenartiges Gefühl. Also löste er sich von der Kneipentür und verwandelte sich in einen harmlosen Zuschauer. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt einer gewesen war. Er kam sich verletzlich vor. Mumm schlenderte zum nächstbesten Mann hinüber, der Pflöcke in den Boden hämmerte, und fragte ihn, was ist denn hier los? Als ihm auffiel, dass er den Polizisten Ton und nicht den des normalen Bürgers angeschlagen hatte, schob er rasch ein, wenn ich fragen darf, hinterher. Der Mann richtete sich auf. Er gehörte zu denen mit den bunten Hüten. Haben Sie noch nie ein Krocketspiel gesehen? Das Spiel der Spiele! Herr Mumm, der Zivilist, versuchte nach besten Kräften wie jemand auszusehen, der auf weitere diesbezügliche Informationen brannte. Dem enthusiastischen Grinsen seines Informanten nach zu urteilen, würde er jetzt gleich alles über Krocket-Regeln erfahren, ob er wollte oder nicht. Tja, dachte er, wenn man fragt. Auf den ersten Blick mag einem Krocket vielleicht wie jedes andere Ballspiel erscheinen, bei dem zwei Mannschaften gegeneinander antreten und versuchen, einen Ball per Hand oder Schläger oder mittels eines anderen Hilfsmittels in das Tor des Gegners zu buxieren. Krocket hingegen wurde während eines Kroquetspiels im theologischen Kolleg St. Onan in Ham am Eck erfunden, als der Novize Norbert Krummvogel, der heutige Bischof von Querm, seinen Holzschläger in beide Hände nahm und den Ball statt ihn sanft anzutippen. Danach gab Mum auf. Und das nicht nur, weil die Regeln des Spiels an sich völlig unverständlich waren, sondern auch, weil der extrem enthusiastische junge Mann seinem Enthusiasmus gestattete, jeglichem Bestreben, eine gewisse vernünftige Ordnung in die Erklärungen zu bringen, immer wieder ins Gehege zu kommen. Was darauf hinaus lief, dass die Informationsflut kontinuierlich von entschuldigenden Kommentaren unterbrochen wurde. Entschuldigung, ich hätte schon früher erklären sollen, dass ein zweites Hütchen höchstens einmal pro Wechsel erlaubt ist und es in einem normalen Spiel nur einen Rundling gibt, es sei denn, wir reden von Royal Crockett. Mum starb. Die Sonne fiel aus dem Himmel, Riesenechsen übernahmen die Herrschaft über die Welt, die Sterne explodierten und erloschen und alle Hoffnung schwand mit einem Gurgeln im Abfluss des Vergessens. Gase füllten das Firmament und entzündeten sich und siehe da, ein neuer Himmel tat sich auf, mitsamt einem sorgsamen Besitzer und einer neuen Scheibe und dort kroch fürwahr neues Leben aus dem Meer oder vielleicht auch nicht, weil es von den Göttern erschaffen wurde, das hing nun wirklich vom jeweiligen Betrachter ab und die Echsen verwandelten sich in weniger fiese Echsen oder vielleicht auch nicht und Echsen verwandelten sich in Vögel und Würmer verwandelten sich in Schmetterlinge und eine Apfelsorte verwandelte sich in Bananen und womöglich fiel ein Affe von einem Baum herunter und stellte fest, dass das Leben viel angenehmer war, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwo dranhängen musste und in nur einer Million Jahre entwickelten war auch Mumm wieder. Wie von Zauberhand wiedergeboren stand er auf dem Dorfanger und schaute in die lächelnde Miene eines Enthusiasten. Wirklich erstaunlich! Vielen Dank auch! brachte er hervor. Ich freue mich schon auf das Spiel. Dann flog ihm der Gedanke zu, dass ein strammer Spaziergang nach Hause jetzt unbedingt angebracht sei. Ein Gedanke, der jedoch von einer ihm leider bekannten Stimme sofort zunichte gemacht wurde. Diese rief laut hinter ihm, Sie? Ja, Sie meine ich, genau. Sind Sie nicht Mumm? Es war Lord Rust, normalerweise in Ankh-Morpork ansässig, ein wahrhaft unverwüstliches altes Schlachtross, ohne dessen einzigartiges Verständnis für Strategie und Taktik mehrere Kriege nicht auf so blutige Weise gewonnen worden wären. Nun saß er in einem Rollstuhl, einem neumodischen Modell, das von einem Mann geschoben wurde, dessen Leben, wenn man seine Lordschaft kannte, mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit unerträglich war. Aber Hass tendiert dazu, keine besonders lange Halbwertszeit zu haben, und in den letzten Jahren hatte Mumm den Mann nur mehr als harmlosen Idioten mit einem Titel angesehen. Vom Alter zur Hilflosigkeit verdammt, aber immer noch im Vollbesitz einer entnervenden Befehlsstimme, mit der man, im richtigen Winkel angesetzt, Bäume absägen konnte. Dennoch war Lord Rust kein richtiges Problem mehr. Bestimmt musste er nur noch wenige Jahre zurücklegen, ehe er in Frieden rosten konnte. Zudem brachte Mumm irgendwo in seinem knorrigen Herzen immer noch einen Hauch von Bewunderung für den zänkischen zänkischen schlechter auf, mit seiner unverwüstlichen Selbstüberschätzung unglaublich, wenn auch selbstmörderisch mutiger. Das wäre alles in bester Ordnung gewesen, wären dann nicht die Selbstmorde jener armen Irren, die ihm in die Schlacht folgten. Denn Rust galoppierte an der Spitze seiner Männer geradewegs in den Rachen des Todes und zuckte dabei nicht einmal mit der Wimper. Pfeile und Morgensterne verfehlten ihn, um unweigerlich die Männer hinter ihm zu treffen. Beobachter oder besser gesagt Leute, die sich das Schlachtgetümmel aus dem Schutz beruhigend großer Steine ansahen, hatten das bezeugt. Vielleicht gelang es ihm auch, die Pfeile, die für ihn bestimmt waren, einfach zu ignorieren. Nur das Alter ließ sich nicht mit einem schnöden Achselzucken abtun. Und der alte Mann sah, wenn auch kein Quäntchen weniger arrogant, so inzwischen doch recht eingefallen aus. Rust lächelte Mum an, was ganz ungewöhnlich war, und sagte, Sie sehe ich hier ja zum allerersten Mal, Mum. Kehrt Cybill wieder zu ihren Wurzeln zurück, was? Sie möchte, klein Sam ein bisschen Landerde an die Stiefel kriegt, Rust. Sehr gut, sehr gut, was? Das tut dem Jungen bestimmt gut und macht einen Mann aus ihm, was? Mum hatte noch nie verstanden, wo diese explosiven Was herkamen. Was brachte es, ohne jeden erkennbaren Grund, einfach was in die Welt hinaus zu blöken? Was hatte das eigentlich zu bedeuten? Warum was? Wie in die Unterhaltung eingerammte Zeltpflöcke standen diese vielen Wasse da, aber wozu waren sie zum Teufel noch mal gut? Was? Dann sind sie also nicht von Amtswegen hier unten, was? Mum verstand ratterte so rasend, dass Rust eigentlich die Zahnrädchen hätte rotieren hören müssen. Er analysierte die Stimmlage, das Aussehen des Mannes, diesen leisen, ach so leisen, aber dennoch wahrnehmbaren Anflug von Hoffnung, dass die Antwort Nein lauten würde, und dieser Anflug bescherte ihm den Gedanken, dass es vielleicht keine schlechte Idee sei, ein kleines Kätzchen zwischen die Tauben fallen zu lassen. Er lachte. Tja, Rust, Sibyl hat mir schon seit klein Sams Geburt damit in den Ohren Gelegen, einmal hierher zu fahren, und ich finde, dass man einen Befehl von der eigenen Ehefrau durchaus als von Amtswegen bezeichnen sollte. Wann? Mum sah, wie sich der Mann hinter dem gewaltigen Rollstuhl ein Grinsen verbiss, schon gar als Rust mit einem Verdutzten Was reagierte. Mum entschloss sich, kein Wo dagegen zu setzen und erwiderte stattdessen wie nebenbei, Ach, Sie kennen das ja selbst, Lord Rust, ein Polizist muss nur lange genug suchen, dann findet er auch ein Verbrechen. Lord Rusts Lächeln hielt sich noch, aber es war ein wenig erstarrt, als er sagte, Sie sollten auf den Rat Ihrer verehrten, gnädigen Frau hören, Mum. Ich glaube nicht, dass Sie hier unten etwas finden werden, für das sich ihr Einsatz lohnen würde. Und das Fehlen eines Was wirkte umso mehr wie ein nachdrückliches Ausrufezeichen. Mumm war schon immer der Meinung gewesen, dass man auch den einfältigen Teilen des Gehirns etwas zu tun geben musste, damit sie die anderen Teile nicht bei den wichtigeren Aufgaben behinderten. Also schaute er eine volle halbe Stunde seinem ersten Crockett-Spiel zu, ehe ihn ein innerer Alarm daran erinnerte, dass er rechtzeitig auf gut Käse dick zurück sein wollte, um klein Sam etwas vorzulesen, nach Möglichkeit etwas, bei dem nicht auf jeder Seite Kaka vorkam, und den Jungen dann vor dem Abendessen ins Bett zu bringen. Sein pünktliches Erscheinen verschaffte ihm ein wohlwollendes Nicken von Sibyl, die ihm sogleich ein neues Buch zum Vorlesen in die Hand drückte. Mumm warf einen Blick auf den Einband. Der Titel lautete »Eine Welt aus Kaka«. Sobald seine Frau außer Sichtweite war, blätterte er es rasch durch. Na schön, da musste man wohl akzeptieren, dass die Welt sich ein Stück weiter gedreht hatte und Märchen heutzutage nicht mehr von kleinen geflügelten Glitzerwesen erzählten. Während Mumm eine Seite nach der anderen umblätterte, dämmerte ihm, dass die Autorin dieses Buches ziemlich genau wusste, womit man Kinder wie klein Sam so sehr zum Lachen brachte, dass ihnen der Bauch wehtat. Bei der Stelle, wo alles fröhlich den Fluss hinabsegelte, hätte sogar er beinahe gelächelt. Dabei waren in die allgegenwärtige Fäkalsprache auch richtig interessante Sachen eingestreut, zum Beispiel über Jauchegruben, Toilettentieftaucher und Latrinenputzer. Ein Absatz darüber, wie man mit Hilfe von Hundekot das allerbeste Leder herstellte, sowie andere Dinge, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie einmal wissen müsste, die sich jedoch, einmal gehört, sofort im Gehirn einnisteten. Allem Anschein war die Autorin des Buches die gleiche, die auch Piesel verfasst hatte. Hätte Klein-Sam sich für das allerbeste Buch, das jemals geschrieben worden war, entscheiden müssen, seine Wahl wäre eindeutig auf Piesel gefallen. Womöglich war seine Begeisterung dafür noch dadurch verstärkt worden, dass ein nur selten auftretender Unfugkobold in Mumm ihn immer dazu verführte, sämtliche erforderliche Press- und Plätschergeräusche nachzuahmen. Später, beim Abendessen, fragte ihn Sibyl, was er am Nachmittag alles erlebt habe. Besonders interessiert hörte sie zu, als er erwähnte, eine Weile bei einem Krocketspiel zugeschaut zu haben. Ach, wird das immer noch gespielt? Das ist ja herrlich! Wie ist es gelaufen? Mumm legte Messer und Gabel auf den Tisch und richtete den Blick eine oder zwei nachdenkliche Sekunden zur Decke. Dann antwortete er, »Na ja, ich habe mich ja zwischendurch eine Weile mit Lord Rust unterhalten, und dann musste ich auch los wegen Klein-Sam, aber das Glück war wohl auf Seiten der Priester, denn ihr Stürmer schaffte es, durch einen gewitzten Einsatz des Picknickkorbes ein paar Bauern zu hügeln. Der Mann mit dem Hut hat mehrere Male Einspruch dagegen erhoben, weil er dabei seinen Schläger zerbrochen hat, und meiner Meinung nach war die Entscheidung des Hutmannes absolut korrekt, vor allem deshalb, weil die Bauern ein Falkenmanöver gespielt hatten. Er holte tief Luft. Als es wieder weiterging, hatten die Bauern immer noch nicht so richtig in ihr Spiel gefunden, bekamen dann aber eine kleine Atempause, als ein Schaf aufs Spielfeld spazierte, und die Priester, in der Annahme, dass das Spiel dadurch unterbrochen würde, zu früh nachließen und Higgins Junior eine großartige Handsäge unter dem angreifenden Wiederkäuer hindurchfeuerte, woraufhin an dieser Stelle unterbrach ihn Sibyl, weil ihr auffiel, dass das Essen langsam kalt wurde. »Sam, wie bist du denn so schnell zum Experten für das edle Cocketspiel geworden?« Mum nahm sein Besteck wieder auf und seufzte, »Bitte frag mich das nie wieder.« Dabei flüsterte eine leise Stimme in seinem Kopf, »Lord Rust wollte mir einreden, dass es hier für mich nichts zu tun gebe.« »Herrje, ich muss möglichst schnell herausfinden, worum es sich dabei handelt.« »Was?« Er räusperte sich. »Sibyl, hast du dir das Buch, das du mir zum Vorlesen für Klein Sam gegeben hast, eigentlich einmal angesehen?« »Aber ja, Liebster. Felicitas Käfer ist die bekannteste Kinderbuchautorin der Scheibe. Sie veröffentlicht schon seit vielen Jahren. Sie hat Melvin und die Eiterbeule geschrieben, außerdem Georg und der verzauberte Kopfkissenbezug, das kleine Entchen, das sich für einen Elefanten hielt. Hat sie auch ein Buch über einen Elefanten geschrieben, der sich für ein Entchen hielt? Aber nein, Sam, das wäre gar zu lächerlich. Aber sie hat Daphne und die Nasenpopler geschrieben. Und Gastons gewaltiges Problem hat ihr den Gladys H. Ferguson-Preis eingebracht, den hat sie übrigens schon fünfmal verliehen bekommen. Sie bringt die Kinder zum Lesen, das ist doch erfreulich. »Schon«, erwiderte Mumm, »aber sie lesen Bücher über Kacker und völlig verblödete kleine Entchen.« »Sei nicht so prüde, Sam. Das gehört doch auch zum Dasein dazu. Klein Sam ist jetzt ein Junge vom Land, und ich bin sehr stolz auf ihn. Und er mag Bücher. Mehr ist da nicht dabei. Fräulein Käfer finanziert auch Stipendien für das Internat für junge Damen in Querm. Sie muss inzwischen recht wohlhabend sein. Ich habe gehört, dass sie sich Haus Apfelbaum gekauft hat. Man kann es von hier aus fast sehen, es liegt direkt am Berghang. Und ich halte es für angebracht, dass wir sie zu uns einladen. Natürlich nur, falls es dir nichts ausmacht.« Natürlich gab Mumm zurück. Wobei sich sein Macht mir doch nichts aus, ganz auf die Art und Weise bezog, in der die Frage seiner Gattin formuliert war. Und auf die feinen Schwingungen, die ihm verrieten, dass Fräulein Käfers Besuch bereits eine unverrückbare Tatsache war. Mumm schlief in dieser Nacht deutlich besser. Was zum Teil daran lag, dass er spürte, dass irgendwo in dem Universum, das ihn hier umgab, ein Hinweis ungeduldig auf seine Entdeckung wartete. Seine Finger juckten bereits. Am Morgen ging er mit klein Sam wie versprochen zum Reiten. Mumm konnte zwar reiten, verabscheute es aber. Nichtsdestotrotz sollte jedermann einmal im Leben die Erfahrung gemacht haben, vom Rücken eines Ponys auf den Kopf zu fallen. Und wenn auch nur deshalb, um danach zu dem Schluss zu kommen, es nie wieder zu versuchen. Der Rest des Tages verlief nicht so gut. Mumm, dessen Gedanken sich mit allerlei Vermutungen füllten, wurde bildlich gesprochen, aber eigentlich doch schon fast im wörtlichen Sinne, von Sibyl zu einem Besuch bei ihrer Freundin Ariadne mitgeschleppt, der mit sechs Töchtern gesegneten Dame. Als er und Sibyl in den kitschigen Salon geführt wurden, waren aber nur fünf davon zu sehen. Er wurde als der überaus geschätzte und mutige Kommandeur Mumm hofiert. Er hasste diesen Schwachsinn, war jedoch, durch Sibyls gütigen, aber wachsamen Blick gewarnt, so klug seine Ansichten nicht kundzutun. Zumindest nicht mit diesen Worten. Also grinste er und ertrug alles, während die Frauen wie riesige Nachtfalter um ihn herum flatterten und er sich immer neuer Teekuchen und frisch gefüllter Teetassen erwehren musste. Letztere wären eigentlich höchst willkommen gewesen, hätten sie nicht so ausgesehen und geschmeckt wie das, in was sich Tee verwandelt, kurz nachdem man ihn getrunken hatte. Samuel Mumm trank sehr gerne Tee, aber seiner Meinung nach hatte ein Gesöff, bei dem man bereits den Boden sehen konnte, solange es noch in der Tasse war, diesen Namen nicht verdient. Schlimmer noch als das Zeug, das man ihm anbot, war die Unterhaltung, die sich hauptsächlich um Damenhauben drehte, ein Thema, bei dem seine Ignoranz geradezu bewundernswert, wenn nicht verehrungswürdig war. Außerdem scheuerte seine elende Kniebundhose, auf der Sibyl bestanden hatte. Ihrer Ansicht nach sah er darin nicht nur sehr elegant aus, sondern sogar wie ein richtiger Gutsbesitzer. Mumm kam zu dem Schluss, dass Gutsbesitzer in der Leistengegend irgendwie anders konstruiert sein mussten. Außer ihm und Lady Sibyl war noch ein junger Vicar aus Omnien anwesend, schlauerweise in eine üppigweilende schwarze Robe gekleidet, die ihm vermutlich keinerlei Probleme im Schritt bereitete. Mumm hatte keine Ahnung, weshalb der junge Mann sich dort aufhielt, aber wahrscheinlich brauchten die jungen Damen jemanden, den sie mit labrigem Tee, verdächtig aussehendem Gebäck und schwachsinnigem Geplapper abfüllen konnten, auch wenn jemand wie Mumm gerade nicht da war. Nachdem das Thema Hauben und anderer Kopfputz seinen Reiz verloren hatte, schienen nur noch die Themen Erbschaften und die Aussicht auf die bevorstehenden Festbälle übrig zu bleiben. So war es unvermeidlich, dass Mumm, in Anbetracht seiner nervösen Unruhe in weiblicher Gesellschaft, einer wachsenden Abneigung gegen urinfarbenen Tee und so seichte Unterhaltung, dass ich nicht einmal eine Mikrobe darin hätte ersäufen können, sagte, »Entschuldigung, meine Damen, aber womit genau, äh, ich meine, was tun Sie eigentlich den lieben langen Tag?« »Als Beruf, meine ich.« Die Frage rief fünf ungekünstelt, verständnislos dreinblickende Minen auf den Plan. Mumm konnte die Töchter nicht auseinanderhalten, bis auf Emily, die einem sofort im Gedächtnis und wahrscheinlich auch in so mancher Türöffnung hängen blieb, und die jetzt im Tonfall der leicht Ahnungslosen sagte, »Entschuldigt, Herr Kommandeur, aber ich glaube, wir haben nicht recht verstanden, was ihr soeben zu sagen gerutet.« »Ich meinte nur, also, womit verdienen Sie Ihr Geld? Sind Sie irgendwo angestellt? Wo kommen jeden Tag die Brötchen her? Welcher Arbeit gehen Sie nach?« Mumm empfing keinerlei Signale von Sibyl, weil er ihr Gesicht nicht sehen konnte, aber die Mutter der Mädchen starrte ihnen schadenfroher Erwartung an. »Na schön. Wenn er ohnehin eins aufs Dach kriegen würde, dann kam es darauf jetzt auch nicht mehr an.« »Ich meine damit, verehrte Damen«, sagte er, »womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Wo kommt das ganze Geld her? Mal abgesehen von einem erstaunlich umfassenden Wissen über schicke Hauben, verfügen Sie noch über weitere Begabungen? Können Sie vielleicht kochen? Nur mal so als Beispiel.« Eine andere Tochter, womöglich Mavis, aber das blieb eine Vermutung von Seitenmumps, räusperte sich und sagte, »Glücklicherweise, Herr Kommandeur, haben wir für derlei Angelegenheiten unsere Diener. Wir sind vornehme Damen, wisst ihr? Für uns wäre es völlig undenkbar, irgendwo ins Büro zu gehen oder sonst einen Beruf auszuüben. Was wäre das für ein Skandal? So etwas tun wir einfach nicht.« Mittlerweile schien ein Wettkampf darüber ausgebrochen zu sein, wer wen zuerst aus der Fassung brachte. Also legte Mumm nach. »Haben Sie denn nicht eine Schwester im Holzgeschäft?« Es war erstaunlich, dachte er, dass weder die Mutter der Mädchen noch Sibyl sich bis jetzt an der Unterhaltung beteiligt hatten. Stattdessen sah es so aus, als wollte die nächste Schwester, vielleicht Amanda, etwas sagen. Warum um alles in der Welt trugen sie alle nur diese lächerlichen, durchscheinenden Kleider? In solch hauchdünnen Fähnchen konnte man doch nicht allen Ernstes irgendeine ernsthafte Arbeit erledigen. Amanda, womöglich, sagte vorsichtig, »Unsere Schwester ist gewissermaßen das schwarze Schaf der Familie, euer Gnaden.« »Was? Weil sie arbeitet? Warum das denn?« Ein anderes Mädchen, mittlerweile war Mumm komplett durcheinander, was ihre möglichen Namen anging, antwortete, »Es ist so, Herr Kommandeur, dass sie jetzt nicht mehr darauf hoffen darf, sich zu verheiraten. Äh, jedenfalls nicht mit einem richtigen Gentleman.« Die Sache wurde immer verzwickter. »Dann verraten Sie mir doch bitte, meine Damen, was ein richtiger Gentleman ist.« Nachdem sie sich eine Zeit lang flüsternd beratschlagt hatten, opferte sich eine weitere namenlose Tochter. »Unter einem Gentleman verstehen wir einen Mann, der sich seine Hände nicht mit Arbeit schmutzig macht.« Im Allgemeinen gilt Adamantium als das Härteste aller Metalle. Aber selbst Adamantium hätte sich butterweich um Samuel Mumms Geduld gebogen, als er sagte, und sich dabei jede Silbe genüsslich auf der Zunge zergehen ließ, »Ach, so ein Faulenzer! Und wie wollen Sie sich einen solchen Gentleman angeln, bitte schön?« Jetzt schienen die Mädchen wirklich ein Stoßgebet gen Himmel zu schicken. Eine von ihnen sagte, »Wisst ihr, Herr Kommandeur, unser verehrter verstorbener Vater hat Pech auf dem Geldmarkt gehabt. Deshalb können wir bis zum Tod von Großtante Marigold, von der wir uns so einiges erwarten, für keine von uns auf eine große Mitgift hoffen.« Der Himmel hielt den Atem an, als Samuel Mumm das Konzept der Mitgift erklärt wurde, und während er, die Gedanken wie abgeschnürt, dasaß, bildete sich Eis an den Fensterscheiben. Schließlich räusperte er sich und sagte, »Meine Damen, die Lösung Ihres Problems besteht meiner Meinung nach darin, dass Sie sich von Ihren attraktiven Hinterteilen erheben, hinaus in die Welt ziehen und Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Eine Mitgift! Reden Sie allen Ernstes davon, dass ein Mann dafür bezahlt wird, dass er Sie heiratet? In welchem Jahrhundert leben Sie denn? Liegt es nur an mir, oder ist das wirklich das Allerblödeste, was man sich ausdenken kann? Er musterte die hübsche Emily und dachte, »Meine Güte, die Männer würden draußen auf dem Rasen Schlange stehen, um sich um dich zu prügeln, Schätzchen. Wieso hat dir das noch niemand gesagt? Eine vornehme Herkunft ist ja schön und gut, aber Bodenständigkeit hat auch ihre Vorteile. Geh hinaus in die Welt, damit die Welt dich sieht. Vielleicht findet sie sogar einen neuen Ausdruck in ihrem Wortschatz, so etwas wie »Wow!« Laut fuhr er jedoch fort, »Glauben Sie mir, dort draußen gibt es viele Aufgaben für eine junge Frau, die ihre fünf Sinne beisammen hat. In Lady Sibyls Gratishospital beispielsweise werden immer aufgeweckte Mädchen gesucht, die sich zu Krankenschwestern ausbilden lassen wollen. Gute Bezahlung, fesche Uniformen, und dazu besteht eine gute Möglichkeit, sich einen geschickten jungen Arzt zu angeln, der auf dem Weg nach oben ist, besonders dann, wenn man ihm ordentlich Dampf macht. Außerdem erlebt man als Krankenschwester natürlich eine erstaunliche Menge an höchst amüsanten und peinlichen Geschichten über Dinge, die sich die Leute... Aber das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Wie auch immer, man kann natürlich auch Oberschwester werden, sobald man das entsprechende Kampfgewicht erreicht hat. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, von großem Nutzen für die Gesellschaft im Allgemeinen, und sie schenkt einem am Ende eines langen Tages die Zufriedenheit, etwas Gutes auf dieser Welt getan zu haben. Mum blickte in die rosigen und weißen Gesichter, die über einen Sprung ins Unbekannte nachdachten, und redete weiter. Wenn sie allerdings bei den Hauben und Hütchen bleiben wollen. Sibyl und mir gehört auch ein recht ordentliches Anwesen im alten Flickschusterweg in der großen Stadt, das gerade leer steht. Früher ist das mal ein ziemlich heruntergekommenes Viertel gewesen, aber momentan ziehen viele aufwärtsmobile Trolle und Vampire dorthin. Man sollte die Nase über den schweren und den dunklen Dollar nicht rümpfen. Schon allein deshalb nicht, weil sie für das, was sie haben möchten, Höchstpreise bezahlen. Doch die Gegend hat sich inzwischen ziemlich verändert. Die Leute stellen sogar Tische und Stühle auf den Bürgersteig, und es wird nicht immer alles geklaut. Wir könnten ihnen das Haus drei Monate mietfrei überlassen, damit sie sich erst einmal eingewöhnen können, sehen, wie alles so läuft. Hinterher müssten sie sich dann allerdings mit dem Konzept Miete anfreunden, schon allein aus Selbstachtung. Glauben Sie mir, meine Damen, Selbstachtung! Verdienen sie sich auf alle Fälle, wenn sie ihr Leben nicht damit verbringen, darauf zu warten, dass eine reiche, alte Dame aus den Latschen kippt. Hat jemand Interesse? Mumm nahm es als positives Zeichen, dass die Mädchen angesichts der Vorstellung, etwas anderes als völlig nutzlose Verzierung zu sein, einander mit verhaltenem Argwohn anschauten. Also setzte er noch einen drauf. Und ganz egal, was Sie auch anpacken, hören Sie auf, diese dämlichen Liebesromane zu lesen. Zumindest ein Widerstandsnest regte sich noch gegen die sich anbahnende Revolution. Oder vielleicht eher ein Widerstandshandtäschchen. Eine der jungen Frauen stand neben dem Vicar, als gehörte sie ihm. Sie warf Mumm einen trotzigen Blick zu und sagte, »Haltet mich bitte nicht für vorlaut, Herr Kommandeur, aber ich würde lieber Jeremias heiraten und ihm in seiner Pfarrei helfen.« »Aber ja doch, wunderbar«, erwiderte Mumm. »Und Sie lieben ihn? Und er liebt Sie?« »Raus mit der Sprache, ihr zwei!« Beide nickten, rot vor Scham und mit einem Auge auf der Mutter des Mädchens, deren breites Grinsen andeutete, dass das eindeutig von Vorteil sei. »Na schön. Dann schlage ich vor, dass ihr beide reinen Tisch macht. Und Sie, junger Mann, sind gut beraten, sich einen besser bezahlten Job zu suchen. In dieser Hinsicht kann ich Ihnen nicht behilflich sein, aber heutzutage gibt es jede Menge Religionen, und an Ihrer Stelle würde ich irgendwo einen Bischof mit meinem gesunden Menschenverstand beeindrucken. Denn genau daran fehlt es den meisten Geistlichen in erster Linie. Und an den meisten anderen Dingen eigentlich auch. »Und nie vergessen, ganz oben ist immer noch Platz.« »Na ja, was die Religion angeht, vielleicht nicht ganz, ganz oben, oder?« Mumm überlegte kurz. »Aber vielleicht ist die allerbeste Idee die, meine Damen, sich erst ein bisschen genauer umzusehen, bis Sie einen Burschen finden, der das Zeug zu einem erfolgreichen Mann in sich hat, ob nun adlich oder nicht. Und wenn er passt, dann klemmen Sie sich hinter ihn, unterstützen ihn, falls nötig, richten ihn auf, wenn er am Boden liegt, und seien Sie ganz allgemein immer für ihn da, wenn er sie braucht. Und sorgen Sie dafür, dass er für Sie da ist, wenn Sie ihn brauchen. Wenn Sie sich dann beide nach Kräften anstrengen, müsste eigentlich etwas Vernünftiges dabei herauskommen. Einmal hat es jedenfalls schon funktioniert. »Habe ich recht, Sibyl?« Sibyl brach in lautes Lachen aus, und die überforderten Mädchen nickten pflichtbewusst, als hätten sie das alles tatsächlich verstanden. Mumm war jedenfalls schon zufrieden damit, von Lady Sibyl einen leichten Stups zu bekommen, der für ihn die Hoffnung in sich barg, dass er keinen allzu hohen Preis dafür zahlen musste, gegenüber diesen kostbaren Blüten kein Blatt vor den Mund genommen zu haben. Er sah sich um, als wollte er klar Schiff machen. »Tja, das wäre dann wohl soweit geklärt, oder?« »Herr Kommandeur, Entschuldigung?« Es dauerte eine Weile, bis Mumm sah, wo die Stimme hergekommen war. Diese Tochter hatte den ganzen Nachmittag noch kein einziges Wort von sich gegeben, sondern nur hin und wieder etwas in ein Notizbuch gekritzelt. Jetzt musterte sie ihn mit einem Blick, der ihm ein wenig heller als der ihrer Schwestern vorkam. »Kann ich Ihnen helfen, mein Fräulein, wenn Sie mir vielleicht zuerst Ihren Namen verraten würden?« »Jane, Herr Kommandeur, ich habe mich dazu entschlossen, Schriftstellerin zu werden. Habt Ihr, wenn ich fragen darf, auch dazu ein paar Ratschläge parat? Wäre das in Euren Augen eine ratsame Karriere für eine junge Frau?« »Jane«, dachte Mumm, »die Eigenwillige. Ja, sie war wirklich eigenwillig. Auf den ersten Blick wirkte sie ebenso sittsam wie die anderen Schwestern, aber als er sie genauer betrachtete, hatte er den Eindruck, als würde sie direkt durch ihn hindurchsehen, auch durch seine Gedanken. Mumm lehnte sich ein wenig abwehrend zurück und sagte, »Na ja, allzu schwer kann der Beruf ja nicht sein, nachdem alle Worte höchstwahrscheinlich längst erfunden sind. Da kann man also schon mal Zeit sparen, wenn man bedenkt, dass Sie sie nur noch in einer anderen Reihenfolge zusammenfügen müssen.« Mehr Fachkenntnis im Bereich der Schreibkunst hatte er nicht vorzuweisen, fügte aber dennoch hinzu, »was möchten Sie denn gerne schreiben, Jane?« Das Mädchen machte ein verschämtes Gesicht. »Momentan arbeite ich an etwas, das man als Roman über die Verwicklungen zwischenmenschlicher Beziehungen bezeichnen könnte, also die vielen Hoffnungen und Träume und Missverständnisse.« Sie hüstelte nervös, als wollte sie sich entschuldigen. Mumm schürzte die Lippen. »Aha, hört sich grundsätzlich nicht schlecht an, mein Fräulein, aber diesbezüglich kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Aber an Ihrer Stelle, und das sage ich jetzt einfach so aus dem Stehgreif, würde ich jede Menge Schlägereien und Verfolgungsjagden mit reinnehmen, und Leichen, die aus Schränken herausfallen, und vielleicht einen Krieg, sozusagen als Hintergrund.« Jane nickte beklommen. »Ein beachtenswerter Vorschlag, Herr Kommandeur, der durchaus für sich spricht, aber kämen dabei nicht womöglich die Beziehungen ein wenig zu kurz?« Mumm überlegte kurz, dann antwortete er, »da können Sie recht haben.« Und dann fiel ihm, wie aus dem Nichts oder vielleicht aus irgendeinem tiefen Loch, noch etwas ein, so wie es ihm schon oft passiert war, manchmal auch in Albträumen. Ich frage mich, ob schon mal ein Autor über die Beziehungen zwischen dem Jäger und seiner Beute nachgedacht hat, zwischen dem Polizisten und dem geheimnisvollen Mörder, dem Mann des Gesetzes, der manchmal wie ein Verbrecher denken muss, um seine Arbeit zu erledigen. Und vielleicht sehr unangenehm überrascht wird, wenn er erkennt, wie gut er darin ist. »Aber das ist nur seine Idee, verstehen Sie mich nicht falsch«, sagte er matt und fragte sich, wo zur Hölle das jetzt wieder hergekommen war. Vielleicht hatte es diese eigenwillige Jane aus ihm herausgeholt, und vielleicht konnte sie das Rätsel sogar aufklären. »Wem darf ich noch etwas Tee einschenken?«, erkundigte sich Ariadne strahlend. Als die Kutsche davonfuhr, war Lady Sibyl sehr still. Also beschloss Mumm, dass er ebenso gut leicht in den sauren Apfel beißen und die Angelegenheit hinter sich bringen könne. Sibyl sah nachdenklich aus, was immer ein beunruhigendes Zeichen war. »Sitze ich in der Klemme, Sibyl?« Seine Frau sah ihn ausdruckslos an. Dann sagte sie, »Du meinst, weil du diesem Strauß aus zarter Mädchenblüte geraten hast, damit aufzuhören, sich nach dem Leben zu sehnen, und sich stattdessen aufzumachen und des eigenen Glückes Schmied zu werden?« »Um Himmels Willen, nein! Du hast dich genauso benommen, wie ich es von dir erwartet hätte, Sam. So wie immer. Ich habe Ariadne schon vorher gesagt, dass du sie nicht im Stich lassen würdest. Ihr Einkommen ist sehr begrenzt, und wenn du die Mädchen nicht so energisch in den Senkel gestellt hättest, hätte sie ihre Töchter eines Tages womöglich noch mit der Schaufel aus dem Haus jagen müssen. Nein, Sam, ich frage mich nur, was in deinem Kopf so alles vorgeht. Mehr nicht. Ich weiß, dass manche Leute glauben, die Polizeiarbeit sei eine Arbeit wie jede andere, aber du nicht, stimmt's? Ich bin sehr stolz auf dich, Sam, und möchte es überhaupt nicht anders haben, aber manchmal mache ich mir wirklich Sorgen. Wie auch immer. Gut gemacht. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was die junge Jane schreiben wird. Am nächsten Tag ging Mum mit seinem Sohn angeln, was ein wenig dadurch behindert wurde, dass er überhaupt keine Ahnung vom Angeln hatte. Klein Sam schien es nichts auszumachen. Er hatte in den Weiten des Kinderzimmers ein Krabbennetz ausfindig gemacht und beschäftigte sich damit im flachen Wasser, jagte Flusskrebse und stand manchmal lange Zeit einfach reglos da und starrte auf dieses oder jenes. Nachdem er den Schock überwunden hatte, stellte Mum fest, dass klein Sam das mit viel Freude tat. Einmal machte der Junge seinen übervorsichtigen Vater sogar auf etwas im Fluss aufmerksam, wie Insekten im Wasser mit einem Mantel aus kleinen Kieselsteinen. Mum musste sie sich genauer ansehen und fand heraus, dass es absolut stimmte, was ihn sogar noch mehr erstaunte als seinen Sohn. Der hatte, wie er seinem Vater auf dem Rückweg erzählte, eigentlich sehen wollen, ob Fische Kacker machten. Eine Frage, die Sam Mum in seinem ganzen Leben noch nie beschäftigt hatte, für seinen Sohn jedoch von größter Wichtigkeit zu sein schien. Und zwar in einem solchen Maße, dass er regelrecht davon abgehalten werden musste, noch einmal zum Fluss zurückzulaufen, um nachzusehen, ob sie aus dem Wasser rauskamen, um es zu machen. Denn andernfalls, äh, igitt! Sibyl hatte klein Sam für den Nachmittag noch einen Ausflug auf den Bauernhof versprochen, womit Sam Mum wieder sich selbst überlassen blieb, beziehungsweise den Dingen, die ein Polizist auf den stillen Wegen und Landstraßen so vorfand. Mum war zwar mit den Wassern aller Gossen der Stadt gewaschen, was Landstraßen anging, jedoch eher unbeleckt. Die sprichwörtliche Bauernschleue ging ihm definitiv ab, und er konnte sich nur vage vorstellen, dass es dabei höchstwahrscheinlich um Dinge ging, wie Hermeline zu erdrosseln und zu wissen, ob das, was da gerade Mum machte, eine Kuh oder ein Bulle war, und zwar ohne sich bücken zu müssen, um es herauszufinden. Während er auf schmerzenden Füßen über die sanft bis zum Horizont dahinwogenden Morgen seines Besitzes spazierte und sich endlich wieder Pflastersteine unter den Sohlen wünschte, verspürte er auf einmal wieder dieses Kribbeln. Das Kribbeln, das einem Polizisten die kleinen Härchen am Nacken aufstellte und seinen geschärften Sinnen verriet, dass hier irgendetwas vor sich ging, was nicht sein sollte, und das laut schreiend darum bat, dass irgendwer sich sofort darum kümmerte. »Gab es hier noch einen anderen Polizisten? Einen echten Plattfuß der alten Schule, der in dieser Gegend sein Gnadenbrot fraß? »Bulle blieb nun mal Bulle. Das wurde man nie mehr los.« Mum lächelte. »Vielleicht war es höchste Zeit für ein geselliges Gläschen bei Herrn Jiminy.« Zu dieser Tageszeit traf man im Goblenkopf keine Gäste an, mit Ausnahme des stets präsenten Trios draußen auf der Bank. Mum nahm mit einem Glas von Herrn Jiminy's Wurzelbier an der Barplatz und beugte sich vertraulich zu dem Wirt hinüber. »Na, Herr Jiminy, was gibt's hier denn Interessantes für einen alten Polizisten?« Jiminy machte den Mund auf, aber Mum fuhr sogleich fort. »Knüppel aus Rosenholz. Stadtwache Pseudopolis? Ich weiß, dass ich mich nicht irre. Ist ja kein Verbrechen. Eher der Traum eines jeden Bullen. Und sie haben ihren treuen Knüppel mitgenommen, um hier einen kleinen Freund zu haben, auf den sie sich verlassen können. Wenn ein Gast keinen Alkohol verträgt und guten Ratschlägen gegenüber immun ist. Mum hatte einen Ellbogen auf den Tresen gelegt und malte mit dem Zeigefinger in einer kleinen Bierpfütze herum. Aber die Arbeit holt einen ein, stimmt's? Und sogar doppelt, wenn man eine Kneipe führt. Denn man hört so alles Mögliche. Sachen, gegen die man nichts mehr unternimmt, weil man kein Bulle mehr ist, nur dass man eben weiß, dass man immer noch einer ist. Und es muss ihnen in der Seele wehtun, zu wissen, dass hier in der Gegend einiges schiefläuft. Sogar ich habe das gemerkt. Ein Bulle merkt so was. Ich kann es förmlich riechen. Es steigt durch die Stiefel in mir auf. Lügen und Geheimnisse, Mr. Gemini. Lügen und Geheimnisse. Gemini wischte geschäftig mit seinem Tuch über die Bierpfütze und sagte wie geistesabwesend, »Hier auf dem Land ticken die Uhren anders, Kommandeur Mum. Die Leute denken immer, auf dem Land könne man sich verstecken. Das ist falsch. In der Stadt ist man ein Gesicht in der Menge. Auf dem Land starren einem die Leute nach, bis man außer Sichtweite ist. Sie glotzen einfach so zum Zeitvertreib. Wie er sagt, ich bin kein Bulle mehr. Ich habe weder die Befugnis, noch verspüre ich Lust dazu. Und jetzt habe ich, wenn es euch nichts ausmacht, noch anderes zu tun. Bald kommen noch mehr Gäste. Passt auf, wo ihr hintretet, euer Gnaden.« Mum ließ sie noch nicht vom Haken. »Interessant ist ja, dass sie diese Kneipe hier zwar gepachtet haben, dass ich aber immer noch ihr Vermieter bin. Tut mir echt leid, aber bevor wir hier herausgefahren sind, habe ich einen Blick auf die Landkarte geworfen und gesehen, dass sich tatsächlich eine Kneipe auf unserem Land befindet, und das macht mich zu ihrem Vermieter. Nicht sehr liberal von mir, ich weiß, aber ich frage mich, Herr Gemini, ob vielleicht nicht jeder in dieser beschaulichen Gegend so scharf darauf ist, den Kommandeur der Stadtwache zu Besuch zu haben.« Vor Mums innerem Auge tauchte das Bild des armen Lord Rust auf, wie er ihm unverblümt erzählt, dass es hier überhaupt nichts von Interesse gäbe. Gemini sah ihn mit erstarrter Miene an. Nur das Mum, der dieses Spielchen kannte, das winzige Zucken bemerkte, das, sofern man es richtig deuten konnte, besagte, »Ja, aber ich habe nichts gesagt, und niemand kann es beweisen. Nicht einmal du, mein Freund.« An dieser Stelle wurde ihre Unterhaltung je durch die Söhne der Ackerkrum unterbrochen, die einer nach dem anderen hereinkamen, um das Ende des Arbeitstages zu feiern. Diesmal waren ihre Blicke weniger misstrauisch, als sie Mum auf dem Weg zum Tresen zunickten, und so setzte er sich mit seinem Schoppen lecker gewürzten Wurzelbiers hin und genoss den Augenblick. Einen sehr kurzen Augenblick, an dessen Ende der Schmied in die Kneipe stolziert kam und sich direkt neben ihm aufbaute. »Sie sitzen auf meinem Platz!« Mum sah sich um. Er saß auf einer Bank, die sich in nichts von den anderen Bänken im Schankraum unterschied, akzeptierte aber gleichwohl die Möglichkeit, dass sie dennoch etwas Besonderes an sich haben mochte. Er hob sich und ging mit seinem Glas in der Hand zu einer freien Bank hinüber. Kaum hatte er sich hingesetzt, da hörte er den Schmied sagen, »Das ist auch mein Platz, verstanden?« Aha. Also war das Ganze wohl doch als Overtüre zu einem handfesten Streit zu werden. Mum war kein Anfänger, ganz und gar nicht, und in den Augen des Schmieds loderte der Blick eines Mannes, der unbedingt jemanden verprügeln wollte und allem Anschein nach davon ausging, dass Mum der ideale Kandidat dafür sei. Er spürte den sanften Druck seines Schlagrings in der Hosentasche. Mum war recht ökonomisch mit der Wahrheit umgegangen, als er seiner Frau versprochen hatte, er würde keine Waffen in den Urlaub mitnehmen. Schließlich war so ein Schlagring weniger eine Waffe als eine Rückversicherung, dass er am Leben blieb. Man hätte es als Verteidigungswerkzeug bezeichnen können, als eine Art Schild sozusagen, und zwar besonders für den Fall, dass man seine Verteidigung in Stellung bringen musste, noch ehe man angegriffen wurde. Er erhob sich. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, Jethro, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, Ihren Sitzplatz für den heutigen Abend jetzt auszuwählen. Vielen Dank auch, denn danach würde ich gerne in Frieden austrinken. Wer auch immer behauptet hat, eine sanfte Antwort lasse allen Zorn verrauchen, hat noch nie in einer Kneipe gearbeitet. Der Schmied schwelte ungefähr mit derselben Temperatur vor sich hin wie seine Esse. Für Sie bin ich nicht Jethro, noch lange nicht. Sie dürfen mich Herr Jefferson nennen, verstanden? Und Sie dürfen mich Samuel Mum nennen. Er sah zu, wie Jefferson sein Glas sehr bedächtig auf dem Tresen abstellte und dann auf ihn zuschritt. Ich weiß, wie ich Sie nennen darf, mein Herr. Mum spürte das glatte Messing der Ersatzknöchel, das vom jahrelangen Abrieb in seiner Hosentasche und natürlich auch vom Kontakt mit dem einen oder anderen Kinn glattpoliert war. Als er die Hand weiterhin durchschob, sprangen ihm die Ringe förmlich entgegen. Entschuldigt bitte, euer Gnaden, sagte Jiminy, schob ihn sanft beiseite und sagte zu dem Schmied, Was soll das denn, Jethro? Euer Gnaden, höhnte Jethro. So nenne ich sie jedenfalls nicht. Ich lecke Ihnen nicht die Stiefel, so wie alle anderen. Kommt einfach hierher, kommandiert uns herum und tut so, als würde ihm alles hier gehören. Und genau darum geht's, oder? Ihnen gehört das alles. Ein einzelner Mann und so viel Land, das ist nicht richtig. Sagen Sie mir, wie so etwas sein kann. Na los, erklären Sie's mir! Mumm zuckte die Achseln. Ich bin in dieser Hinsicht kein Experte, aber soweit ich weiß, haben die Vorfahren meiner Frau mit irgendjemandem darum gekämpft. Das Gesicht des Schmiedes blühte mit boshafter Freude auf. Er streifte seine Lederschürze ab und warf sie achtlos beiseite. Na wunderbar, kein Problem. Wenn das so geregelt wird, alles klar. Ich sag Ihnen was, ich kämpfe mit Ihnen darum, hier und jetzt. Und ich sag Ihnen auch, wie ich es mache. Nämlich mit einer Hand auf dem Rücken festgebunden, weil Sie ja ein bisschen kleiner sind als ich. Mumm hörte ein leises, hölzernes Geräusch hinter sich. Das Geräusch, das ein Wirt verursacht, wenn er unbemerkt einen zwei Fuß langen Knüppel aus Rosenholz aus dem gewohnten Versteck unter dem Tresen hervorzieht. Jethro musste es auch gehört haben, denn er rief »Und bloß keine faulen Tricks damit, Jim!« Du weißt, dass ich dir das Ding schneller aus den Händen gerissen habe, als du zuschlagen kannst. »Und diesmal stecke ich es dir dorthin, wo die Sonne nicht hinscheint.« Mumm ließ den Blick rasch über die anderen Gäste wandern, die bemerkenswerte Imitationen steinerner Statuen abgaben. »Hören Sie zu«, sagte er, »ich glaube nicht, dass Sie sich mit mir prügeln wollen.« »Oh, doch, genau das will ich. Sie haben es selbst gesagt. Irgendein Vorfahre hat das alles hier bekommen, weil er darum gekämpft hat. Wer sagt, dass man jetzt nicht mehr darum kämpfen darf?« »Burlig und stark im Arm, wenn's recht ist«, antwortete eine höfliche, aber eiskalte Stimme hinter dem massigen Mann. Zu Mumms Entsetzen gehörte sie Willikens. »Ich bin nicht grausam, mein Herr. Ich werde Ihnen nicht in den Unterleib schießen, aber ich sorge dafür, dass Ihnen hinterher schmerzhaft bewusst wird, wie sehr Sie Ihre Zehen bisher für selbstverständlich genommen haben. Nein, bitte machen Sie jetzt keine ruckartigen Bewegungen. Die Armbrüste von burlig und stark im Arm sind weit und breit für ihren empfindlichen Abzug bekannt.« Mumm fing wieder an zu atmen, als Jethro langsam die Hände hob. Irgendwo in seinem gewaltigen Zorn musste für einen Groschen Selbsterhaltungstrieb übrig geblieben sein. Trotzdem funkelte ihn der Schmied finster an und sagte, »Sie müssen sich also von einem bezahlten Mörder beschützen lassen.« »Genauer gesagt, mein Herr«, antwortete ihm Willikens ruhig, »stehe ich in einem Angestelltenverhältnis zu Kommandeur Mumm, und zwar als Leibdiener, und diese Armbrust benötige ich, weil seine Socken sich manchmal energisch zur Wehr setzen.« Er sah Mumm an. »Irgendwelche Anweisungen, Kommandeur?« Dann rief er mit lauter Stimme, »Keine Bewegung, guter Mann!« »Soweit ich weiß, braucht ein Schmied bei seiner Arbeit beide Hände.« Er wandte sich wieder Mumm zu. »Entschuldigt bitte den Einwurf, Kommandeur, aber ich kenne Leute seines Schlages nur zu gut.« »Willikens, ich glaube fast, du bist jemand seines Schlages.« »Ganz recht, vielen Dank auch. Ich würde mir selbst keine Handbreit über den Weg trauen. Ich weiß sofort, wann ich einen Schurken vor mir habe. Immerhin besitze ich einen Spiegel.« »Aber jetzt nimm das verdammte Ding runter, Willikens. Es könnte noch jemand zu Schaden kommen,« sagte Mumm mit seiner offiziellen Stimme. »Allerdings, genau das ist meine Absicht gewesen. Wenn euch etwas zugestoßen wäre, hätte ich ihrer Ladyschaft nicht mehr unter die Augen treten können.« Mums Blick wanderte von Willikens zu Jethro. Der Kerl war eine Eiterbeule, die aufgestochen werden musste. Aber man konnte es dem Burschen nicht übel nehmen. Schließlich hatte Mumm schon selbst des Öfteren mit ähnlichen Gedanken gespielt. »Willikens,« sagte er, »bitte nimm das elende Ding vorsichtig runter und hol dein Notizbuch heraus. Vielen Dank.« »Und jetzt schreibe bitte Folgendes auf.« »Ich, Samuel Mumm, ein wenig wider Willenherzog von Ankh, habe die Absicht, die Sache unter Gentleman, haha, auszutragen, und zwar mit meinem Freund Jethro.« »Nö, wie heißen Sie noch gleich mit vollem Namen, Jethro?« »Ach, hören Sie mal, ich wollte nicht...« »Ich habe Sie nach Ihrem verdammten Namen gefragt.« »Jimmini, wie heißt er mit Nachnamen?« »Jefferson,« antwortete der Wirt, der seinen Knüppel wie eine Schmusedecke im Arm hielt. »Aber hört mal, euer Gnaden, ihr wollt doch bestimmt nicht...« Mumm beachtete ihn überhaupt nicht und fuhr fort. »Wo war ich stehen geblieben?« »Ach ja, mit meinem Freund Jethro, Jefferson, in einem freundschaftlichen Kampf um den Besitz des Gutes und seiner Ländereien, was auch immer dazugehören mag. Und zwar soll das alles an denjenigen von uns fallen, der nicht zuerst Spielstopp ruft, und sollte ich selbst es sein, der eben jenes ausstößt, wird das keine Auswirkungen auf meinen Freund Jethro oder meinen Diener Willikens haben, der mich angefleht hat, mich diesem freundschaftlichen Faustkampf nicht auszusetzen. »Hast du das, Willikens? Ich gebe dir sogar eine »Gehe direkt aus dem Gefängniskarte«, die du ihrer Ladyschaft vorzeigen kannst, falls ich etwas abbekommen sollte. Und jetzt gib schon her, damit ich es unterschreibe.« Willikens reichte ihm widerwillig das Notizbuch. »Ich glaube nicht, dass sich ihre Ladyschaft davon beeindrucken lässt. Herzöge, zieh nun mal nicht umher, und...« Seine Stimme versagte im Angesicht von Mumms' Lächeln. »Du wolltest gerade sagen, dass Herzöge nicht umherziehen,«, »ich recht, Willikens? Und wenn du das gesagt hättest, hätte ich erwidert, dass das Wort »Herzog« genau das bedeutet, »umherziehen« und »kämpfen.« »Na, von mir aus«, sagte Willikens, »aber vielleicht solltet ihr ihn vorher warnen.« Willikens wurde von den Kneipengästen unterbrochen, die eilig nach draußen drängten und durch das ganze Dorf rannten. Jethro blieb allein und völlig verunsichert zurück. Mumm drehte sich halb zu ihm und halb zu Willikens um und sagte, »Es könnte gut sein, dass du jetzt siehst, wie ich mir eine Zigarre anzünde, Willikens, aber ich glaube, dass es sich ebenso gut herausstellen könnte, dass dir deine Augen in diesem Falle einen Streich gespielt haben. »Verstanden?« »Ja, und taub bin ich obendrein, Herr Kommandeur.« »Guter Mann, aber jetzt sollten wir nach draußen gehen. Dort steht weniger Glas im Weg, und die Sicht ist besser.« Jethro sah aus wie ein Mann, dem man den Boden unter den Füßen weggezogen hatte, der aber nicht wusste, wie man hinfiel. Mumm zündete seine Zigarre an und genoss einen Augenblick die verbotene Frucht. Dann hielt er dem Schmied die Packung hin, der sie jedoch wortlos abwies. »Sehr vernünftig«, sagte Mumm, »aber jetzt sollte ich sie wirklich darüber aufklären, dass ich mich mindestens einmal pro Woche, auch heutzutage noch, gegen Leute zur Wehr setzen muss, die versuchen, mich mit allem Möglichen umzubringen. Angefangen von Schwertern über Stühlen bis, in einem Falle, einem sehr großen Lachs. Wahrscheinlich wollen sie mich nicht alle unbedingt umbringen, aber sie wehren sich dagegen, dass ich sie festnehme. Wissen Sie«, seine Handbewegung umfasste die gesamte Landschaft rundum, »dieses ganze Zeug hier, das ist einfach so passiert, ob ich es wollte oder nicht. Von Hause aus bin ich nur ein einfacher Polizist.« »Klar«, sagte Jethro und sah ihn wütend an, »ein Bulle, der auf den Gesichtern der sich plagenden und schindenden Masse herumtrampelt.« Mumm war an derlei Kommentare gewöhnt und reagierte milde darauf. »In letzter Zeit kann ich gar nicht mehr so gut auf Ihnen herumtrampeln, weil ich Sie ja alle schon so schön in den Dreck getreten habe, wie man mir nachsagt. Na schön, das war nicht besonders witzig, ich geb's zu.« Mumm stellte fest, dass inzwischen einige Leute die Dorfstraße herunterkamen, darunter auch Frauen und Kinder. Es sah ganz danach aus, als hätten die Kneipengäste sämtliche Nachbarn aufgescheucht. »Wollen wir die Sache nach den Regeln des Marquis of Fantallier austragen?«, fragte er Jethro. »Kenn ich nicht«, antwortete der Schmied und winkte der näherkommenden Horde zu. »Die Boxregeln des Marquis von Fantallier«, sagte Mumm. »Wenn Sie von einem Marquis verfasst wurden, will ich nichts damit zu tun haben.« Mumm nickte. »Willikens«, »ich habe es vernommen, Kommandeur, und in meinem Notizbuch festgehalten.« Fantallier abgelehnt. »Dann schlage ich vor, Herr Jefferson«, sagte Mumm, »dass wir Herrn Jiminy darum bitten, das Prozedere offiziell einzuleiten.« »Ich will, dass Ihr Lakai in seinem Buch aufschreibt, dass meine Mutter nicht aus ihrem Häuschen raus muss, ganz egal, was passiert.« »Einverstanden«, sagte Mumm. »Willikens, bitte halte auch fest, dass Herrn Jeffersons alte Mutter nicht aus ihrem Häuschen geworfen wird, nicht mit Stöcken geschlagen wird, nicht an den Pranger kommt und auch sonst nicht misshandelt wird.« »Verstanden?« Willikens, dem es nicht ganz gelang, sich ein Lächeln zu verkneifen, leckte an seinem Bleistift und schrieb eifrig. Mumm verfasste weniger geräuschvoll eine geistige Notiz, die besagte, »die Unbeherrschtheit hat von dem Burschen abgelassen.« Jetzt fragt er sich, ob er tatsächlich dabei umkommen könnte. »Ich habe noch keinen Schlag gelandet, noch keinen einzigen, und schon bereitet er sich auf das Schlimmste vor. Dabei sollte man sich doch vielmehr auf das Allerbeste vorbereiten.« Die Menge schwoll von Sekunde zu Sekunde an. Mumm sah sogar ein paar Leute, die einen sehr alten Mann auf einer Matratze herbeitrugen, wobei der Alte sie vergnügt mit dem Spazierstock auf die Waden schlug und damit zu größerer Eile antrieb. Mütter, die weiter hinten standen, hielten ihre Kinder hoch, damit sie besser sehen konnten, und ohne dass sie es wussten, hatte fast jeder eine Waffe dabei. Es war wie bei einem Bauernaufstand, nur ohne den Aufstand und mit einer sehr höflichen Bauernklasse. Die Männer legten unterwürfig grüßend den Finger an die Stirn, wenn Mumm in ihre Richtung sah, die Frauen knicksten oder hüpften zumindest ein bisschen auf und ab, irritierenderweise aber nicht im Gleichtakt, sondern wie zitternde Orgelpedale. Jiminy kam bedächtig auf Mumm und den Schmied zu. Seinem leicht glänzenden Gesicht nachzuurteilen war ihm nicht recht wohl dabei. »Also, meine Herren, dann betrachte ich das hier als kleine Demonstration eines Faustkampfes, als heiteres Messen der Kräfte und der Tapferkeit, wie man es an jedem Sommerabend irgendwo erleben kann, und zwar in aller Freundschaft, ja?« Dann nahm sein Blick einen flehenden Ausdruck an. »Und wenn die Sache dann geklärt ist, wartet auf jeden ein kühler Schoppen an der Bar und bitte nichts kaputt machen.« Er zog ein über die Gebühr benutztes Taschentuch aus einer Westentasche und hielt es in die Luft. »Wenn das Tuch den Boden berührt, meine Herren,« sagte er und wich sehr schnell zurück. Das Stück Leinen schien sich eine Zeit lang der Schwerkraft widersetzen zu wollen, aber in dem Augenblick, als es endlich den Boden berührte, packte Mumm mit beiden Händen den Stiefel des Schmiedes, der ihm einen brutalen Tritt versetzen wollte, und sagte sehr leise zu dem sich windenden Mann, »Das war ein bisschen vorschnell, was? Und was hat es dir gebracht? Hörst du das höhnische Gekicher ringsum?« »Diesmal lasse ich dich noch mal davonkommen.« Mumm lockerte den Griff und stieß den Fuß von sich. Jethro taumelte nach hinten. Mumm empfand eine gewisse Genugtuung, als er sah, wie schnell der Mann die Beherrschung verlor. Der Schmied riss sich zusammen und wollte sich sofort wieder auf ihn stürzen, blieb aber abrupt stehen, womöglich, weil Mumm ihn angrinste. »Gut gemacht, mein Junge«, sagte Mumm, »damit hast du dir einen schrecklichen Schmerz im Du-weiß-schon-wo erspart.« Er ballte die Fäuste und zwinkerte seinem verwirrten Gegner über die erhobene linke Faust einladend zu. Der Mann stürzte sich mit fliegenden Fäusten auf ihn und fing sich einen Tritt gegen die Kniescheibe ein, der ihn zu Boden gehen ließ. Mumm half ihm sofort auf, was den Schmied im übertragenen Sinne gleich noch einmal zu Boden gehen ließ. »Wie konnten Sie nur glauben, dass ich boxen würde? So etwas nennen wir Profis Irreführung. Wollen Sie mich umklammern? Das wäre meine Taktik, wenn ich ein so großer, schwerer Kerl wäre. Aber dazu kriegen Sie nicht mal den Hauch einer Gelegenheit.« Mumm schüttelte bekümmert den Kopf. »Sie hätten doch den Marquis vom Fantallier wählen sollen. Ich glaube, das steht auf nicht wenigen Grabsteinen.« Er zog großzügig an seiner Zigarre, deren Asche noch nicht einmal abgefallen war. Wut entbrannt, warf sich Jethro wieder auf Mumm und fing sich einen seitlichen Hieb gegen den Kopf ein. Fast gleichzeitig bohrte sich ein Knie in seinen Bauch und presste alle Luft aus seinen Lungen. Beide Männer gingen zu Boden, wobei Mumm der Dirigent dieses Orchesters blieb. Er sorgte dafür, dass er oben lag, beugte sich hinab und zischte Jethro ins Ohr. »Jetzt wollen wir mal sehen, wie schlau du bist, einverstanden. Bist du jemand, der seine Wut im Zaum halten kann? Denn wenn nicht, plätte ich dir deine Nase dermaßen, dass du dein Taschentuch in Zukunft an einen Stock binden musst. Und denk bloß nicht, dass ich zu so etwas nicht fähig bin. Aber ich denke doch, dass ein Schmied weiß, wann es an der Zeit ist, das Metall abzukühlen, und gebe dir die Chance, zumindest behaupten zu können, den Herzog vor allen deinen Freunden zu Boden gerungen zu haben. Wir stehen auf, reichen uns die Hände, wie die Gentlemen, die wir beide nicht sind, die Menge jubelt und trollt sich in die Kneipe, um sich auf meine Kosten fröhlich einen hinter die Binde zu gießen. Sind wir diesbezüglich einer Meinung? Ein ersticktes Ja, war die Antwort. Mumm erhob sich, nahm die Hand des Schmieds in seine und hob sie hoch. Das sorgte für ein wenig Verwirrung. Aber als er dann sagte, Samuel Mumm lädt alle Anwesenden auf eine Runde in Herrn Jiminy's Etablissement ein, streiften die Zuschauer ihre Verwunderung mit einem Achselzucken ab und machten Platz für das Bier. Die Menge schob sich in die Kneipe und überließ Mumm und den Schmied ihrem Schicksal. Plus Willikens, der bemerkenswert zurückhaltend sein konnte, wenn er nur wollte. Als Schmied sollte man sich auch mit Temperaturschwankungen auskennen, sagte Mumm, als sich die Meute in Richtung Kneipe zerstreut hatte. Manchmal ist Kühler besser als überhitzt. Ich weiß überhaupt nichts über Sie, Jefferson, aber die Stadtwache braucht Leute, die schnell lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie es bald bis zum Feldwebel bringen würden. Einen Schmied könnten wir obendrein gebrauchen. Man staunt immer wieder, wie schnell so eine Rüstung Dellen bekommt, wenn man auf den Gesichtern der Armen herumtrampelt. Jethro starrte auf seine Stiefelspitzen. »Sie können mich bei einem Kampf besiegen, sei's drum, aber das heißt noch lange nicht, dass das auch richtig ist. Sie haben ja keine Ahnung.« Aus der Kneipe drang laute fröhliche Ausgelassenheit. Mumm fragte sich, wie sehr diese kleine Rauferei ausgeschmückt werden würde. Er wandte sich wieder dem Schmied zu, der sich noch nicht von der Stelle gerührt hatte. »Jetzt hör mir mal zu, du dummer Kerl. Auch ich bin nicht mit einem silbernen Löffel im Mund zur Welt gekommen. Die einzigen Löffel, die ich als Kind zu sehen bekommen habe, waren aus Holz. Und wenn auch noch ein bisschen was Essbares dran war, konnte man von Glück reden. Ich war ein Straßenkind, kapiert? Wenn mich jemand hier draußen ausgesetzt hätte, hätte ich es wohl für das Paradies gehalten, hier, wo einen aus jeder Hecke etwas Essbares anspringt. Ich bin Bulle geworden, weil ich dafür bezahlt wurde, und ich habe das Handwerk von anständigen Bullen gelernt. Aber glaub mir, ich wache jede Nacht auf und weiß, dass auch etwas ganz anderes aus mir hätte werden können. Zum Glück habe ich dann eine gute Frau gefunden. Und an deiner Stelle, mein Junge, würde ich hoffen, dass mir das auch passiert. Also habe ich mich rausgeputzt, und eines schönen Tages hat Lord Vetinari – von dem hast du doch schon mal gehört, oder nicht? Jedenfalls brauchte der einen Mann mit Durchsetzungsvermögen. Und der Titel öffnet einem nun mal Türen, weshalb es sie nicht selbst eintreten muss. Und weißt du was? Meine Stiefel haben in all den Jahren so viele Untaten und Verbrechen gesehen, dass sie mich inzwischen wohl von selbst dorthin führen. Und dann weiß ich sofort, dass irgendetwas einen kräftigen Tritt braucht. Und dir geht es genauso. Jetzt sag mir, worum es eigentlich geht. Jethro starrte auf die eigenen Stiefel und sagte nichts. Willikens räusperte sich. Ich frage mich, Herr Kommandeur, ob es nicht hilfreich wäre, wenn ich mich kurz mit dem jungen Mann unterhalten würde, sozusagen von einer weniger hohen Warte aus. Ihr könnt ja derweil die Aussicht auf die Schönheiten der Landschaft genießen. Mum nickte. Unbedingt, wenn du meinst, dass es der Sache dienlich ist. Also spazierte er davon und betrachtete mit nachhaltigem Interesse eine Geißblatthecke, während Willikens mit seinen glänzenden Leibdienerschuhen und seinem makellosen Jackett zu Jethro schlenderte, einen Arm um ihn legte und sagte, Was du da an deiner Kehle spürst, ist ein Stilett. Und damit meine ich nicht den Damenschuh. Nein, es handelt sich um den wahren Jakob, des Messers Schneide sozusagen. Du bist ein kleiner Trottel und ich bin nicht der Kommandeur. Deshalb schneide ich dir den Hals bis zum Knochen auf, wenn du auch nur eine Bewegung machst. Kapiert? An deiner Stelle würde ich jetzt nicht nicken. Aha, du lernst dazu. Sehr schön. Also, mein Junge, unser Kommandeur hier ist ein guter Freund des diamantenen Königs der Trolle und des niederen Königs der Zwerge, die nur ein einziges Wörtchen fallen lassen brauchen, damit dein mickriger Kadaver von einer Vielzahl überaus geschickter Äxte liebkost wird. Außerdem ist ein Vertrauter von Lady Margulotta von Überwald, die nur sehr wenigen ihr Vertrauen schenkt, und von Lord Vetinari von Ankh-Morpork, der überhaupt niemandem traut. Kapiert? Nicht nicken! Und du, mein kleiner Mann, besitzt die Unverfrorenheit, an seinem Wort zu zweifeln. Ich bin ein überaus verträglicher Zeitgenosse. Aber sowas macht mich echt sauer, das sage ich frei heraus. Verstanden? Ich habe dich gefragt, ob du mich verstanden hast. Ja, schon gut, jetzt kannst du nicken. Übrigens solltest du vorsichtig sein, wen du einen Lakaien nennst, junger Mann, klar? Es gibt Leute, die reagieren sehr empfindlich auf so etwas. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, mein Junge, ich kenne den Kommandeur. Ja, und du hast an deine alte Mutter gedacht und was ihr womöglich zustoßen könnte. Und ich denke mal, dass du nur deshalb nicht schon bald die Radieschen von unten betrachtest, weil er in seinem Innersten ein sehr sensibler Mensch ist. Willikens Messer verschwand so schnell, wie es aufgetaucht war. Mit der anderen Hand zog der Leibdiener eine kleine Bürste hervor, mit der er den Kragen des Schmieds geschickt sauberbürstete. Willikens, sagte Mumm aus der Ferne, hättest du jetzt nicht Lust auf einen kleinen Spaziergang? Während sein Diener ein Stück weiter unter einem Baum auf- und abging, sagte Mumm, entschuldigen Sie aber, jeder Mann hat seinen Stolz. Und vergessen Sie nie, dass auch Sie selbst es so halten sollten. Ich bin Bulle, Polizist, und irgendetwas hier ruft mich. Mir scheint, als gäbe es etwas, das Sie mir dringend sagen wollten. Und dabei geht es nicht darum, wer im Schloss und wer in der Gosse sitzt. Habe ich recht? Etwas Schlimmes ist passiert. Sie schwitzen es praktisch aus allen Poren. Also? Jethro beugte sich zu ihm und sagte, »Im Totenhain, oben auf dem Hügel, um Mitternacht. Ich warte nicht lange.« Dann drehte sich der Schmied um und ging davon, ohne noch einmal zurückzublicken. Mumm zündete sich eine neue Zigarre an und schlenderte zu dem Baum unter dem Willikensstand und allem Anschein nach nun seinerseits den Ausblick auf die Landschaft genoss. Als er Mumm erblickte, richtete er sich auf. »Wir sollten uns auf die Socken machen. Um acht Uhr gibt es Abendessen, und Ihre Ladyschaft möchte sicherlich, dass ihr dort elegant ausseht. Sie legt großen Wert auf euer elegantes Aussehen.« Mumm stöhnte. »Doch hoffentlich nicht die amtlichen Strumpfhosen.« »Zum Glück nicht. Die sind ja auf dem Land nicht nötig. Aber Ihre Ladyschaft hat mich nachdrücklich angewiesen, auch ja, den pflaumenfarbenen Smoking mitzunehmen, Herr Kommandeur.« »Sie findet, dass ich darin schneidig aussehe,« meinte Mumm missmutig. »Findest du, dass ich darin schneidig aussehe? Bin ich jemand, mit dem man den Begriff schneidig in Verbindung bringen würde?« Ganz in der Nähe fingen auf einem tiefhängenden Ast die Vögel an zu singen. »Ich sehe euch eher als sportlich, Kommandeur,« antwortete Willikens. Sie machten sich auf den Heimweg und zwar ein ganzes Stück in Stille, was allerdings nur bedeutete, dass beide Männer beharrlich schwiegen, während die Tierwelt ringsum zwitscherte, summte und kreischte. Schließlich sagte Mumm, »Ich würde verdammt noch mal gerne wissen, was das alles für Viecher sind.« Willikens legte den Kopf ein wenig zur Seite und sagte kurz darauf, »Die Parkinson-Grasmücke, der kedige Froschfresser und der gemeine Wankelmut.« »Kennst du dich damit aus? Aber ja. Ich bin ein häufiger Gast von Varietés, und dort tritt immer ein Vogel- oder Tierstimmimitator auf. Das bleibt dann gewissermaßen hängen. Ich kenne auch 73 Bauernhofgeräusche. Mein Favorit ist das, wenn dem Bauer der tiefe Schlamm, den er eigentlich vermeiden wollte, den Stiefel von einem Fuß gezogen hat, und jetzt kann er diesen stumpfsockigen Fuß nur noch in besagten Schlamm setzen. Wirklich überaus amüsant.« Sie waren an der langen Auffahrt von Gut Käse dick angekommen. Kies knirschte unter ihren Stiefeln. »Ich habe mich mit dem jungen Herrn Jefferson um Mitternacht im Hain auf dem Galgenberg verabredet,« sagte Mumm mit gedämpfter Stimme. »Er will mir etwas Wichtiges mitteilen. Jetzt hilf mir mal auf die Sprünge, Willikens. Was genau ist ein Hain?« »So ziemlich alles, zwischen ein paar Bäumen und einem kleinen Wald. Genau genommen nennt man das dort oben auf dem Galgenberg Buchenhang. Das wiederum bedeutet nichts anderes als ein kleiner Buchenwald auf einem Berg. Erinnert ihr euch noch an den verrückten Herbert Käse dick? Der Kerl, der ihn mit einem Riesenaufwand um dreißig Fuß aufstocken ließ, der hat die Buchen dort oben gepflanzt.« Mumm gefiel das Knirschen der Kieselsteinchen. Es übertönte ihre Unterhaltung. »Als ich mit dem Schmied geredet habe, war niemand in Hörweite. Andererseits befinden wir uns hier auf dem Lande. Stimmt's, Willikens?« »In der Hecke hinter euch war ein Mann, der Kaninchenfallen aufgestellt hat,« erwiderte Willikens. »Eine absolut normale Tätigkeit, obwohl er meiner Meinung nach ein bisschen zu lange damit beschäftigt war.« Sie knirschten eine Weile weiter, bis Mumm meinte, »sagt mir Willikens, wenn sich ein Mann mit einem anderen Mann um Mitternacht an einem Ort mit Namen Totenhain auf dem Galgenberg verabredet hat, wie würde der Mann da wohl am geschicktesten vorgehen, wenn seine Frau ihm verboten hat, Waffen in den Urlaub mitzunehmen?« Willikens nickte. »Also, von eurer eigenen Maxime ausgehend, dass alles eine Waffe sein kann, wenn man nur richtig damit umgeht, würde ich, besagte, man dazu raten, sich nach einem Mitstreiter umzusehen, der beispielsweise die Schlüssel zu einem Schrank besitzt, in dem sich eine Auswahl erstklassiger für den Nahkampf geradezu idealer Messer befindet. Ich persönlich würde auch noch ein Stück Käsedraht mitnehmen, schon allein deshalb, weil es bei einem Kampf auf Leben und Tod einzig und allein darauf ankommt, dass man dabei nicht selbst zu Tode kommt.« »Ich kann doch keinen Käsedraht mitnehmen, Mann, nicht als Kommandeur der Wache.« »Ganz recht, Herr Kommandeur. Deshalb darf ich vielleicht euren Schlagring vorschlagen, die stets willkommene Alternative des Gentleman. Ich weiß, dass ihr nie ohne ihn auf Reisen geht, denn böse Menschen gibt es überall, und ich weiß auch, dass ihr euch immer unter sie mischen werdet.« »Hör mal, Willikens, ich möchte dich da wirklich nicht mit reinziehen. Letztendlich ist es nur so eine Ahnung.« Willikens winkte ab. »Nicht für Geld und gute Worte würde ich mich davon abhalten lassen, denn das alles reizt mich nicht weniger als euch.« »Ich lege im Ankleidezimmer eine Auswahl guter Klingen für euch bereit und werde mich selbst eine halbe Stunde vor der verabredeten Zeit in das Wäldchen begeben, zusammen mit meiner treuen Armbrust und einer Auswahl meiner Lieblingsspielzeuge.« »Es ist fast Vollmond. Der Himmel ist klar, es wird überall Schatten geben, und im allerdunkelsten Schatten werde ich stehen.« Mumm sah ihn kurz an. Dann sagte er, »Dürfte ich diesen Vorschlag bitte ergänzen? Könntest du nicht eine volle Stunde vor der verabredeten Zeit im zweitdunkelsten Schatten stehen, um zu sehen, wer sich im dunkelsten zu verbergen versucht?« »Ah, ganz recht. Genau deshalb seid ihr der Kommandeur der Wache, Herr Kommandeur«, erwiderte Willikens, und zu Mumms Verwunderung klang die Stimme seines Dieners tatsächlich ein wenig Tränen erstickt. »Ihr hört immer noch auf die Stimme der Straße, Herr Kommandeur.« Mumm zuckte die Achseln. »Nur, dass es hier keine Straßen gibt, Willikens.« Willikens schüttelte den Kopf. »Einmal ein Straßenjunge, immer ein Straßenjunge. Wenn es darauf ankommt, kann uns keiner was vormachen, Herr Kommandeur. Mütter kommen und gehen, Väter kommen und gehen. Ach, wüssten wir nur, wer sie gewesen sind. Aber die Straße, tja, die Straße sorgt für uns. Wenn es darauf ankommt, erhält sie uns am Leben.« Willikens machte ein paar schnelle Schritte und betätigte die Klingel, sodass, als Mumm die Treppe heraufkam, der Diener die Tür bereits öffnete. »Euch bleibt gerade noch genug Zeit, um euch von Klein Sam etwas vorlesen zu lassen«, bemerkte Willikens, ehe die Treppe hinaufging. »Eine feine Sache, dieses Lesen. Ich wäre froh, ich hätte es als Kind gelernt.« »Ihre Ladyschaft dürfte in ihrem Ankleidezimmer sein. Die Gäste treffen in ungefähr einer halben Stunde ein. Ich muss los, Kommandeur. Dieser fetten Kröte von Butler noch rasch ein paar Manieren beibringen.« Mumm zuckte erschrocken zusammen. »Du darfst hier keine Butler erwürgen, Willikens. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so etwas in einem Buch über feines Benehmen gelesen habe.« Willikens starrte ihn mit gespielter Empörung an. »Ich hatte gar nicht ans Garotieren gedacht, gnädiger Herr«, sagte er und öffnete die Tür zu Mumms Ankleidezimmer. »Aber der Kerl ist ein Snob reinsten Wassers. Wie alle Butler. Ich wollte ihm nur kurz die grobe Richtung anzeigen.« »Andererseits ist er der Butler. Und das hier ist sein Haus«, meinte Mumm. »Nein, gnädiger Herr, es ist euer Haus. Und da ich euer persönlicher Leibdiener bin, stehe ich aufgrund der unwiderruflichen Gesetze der Gesindestube über jedem Einzelnen, dieser faulen Drecksäcke. Und ich werde denen schon zeigen, wie wir es in der richtigen Welt halten.« Er wurde von einem lauten Klopfen an der Tür unterbrochen, dicht gefolgt von einem entschlossenen Rütteln am Türknauf. Willikens öffnete die Tür, und Klein Sam kam mit dem lauten Ruf »Vorlesen« hereingestapft. Mumm hob seinen Sohn hoch und setzte ihn auf einen Stuhl. »Na, was hast du heute Nachmittag alles gemacht, mein Junge?« »Hast du gewusst«, antwortete Klein Sam, als teilte er die Ergebnisse hochwissenschaftlicher Untersuchungen mit, »dass Kühe echt große Kackaflatscher machen, aber Schafe nur kleine Kackers, so wie Pralinen?« Mumm versuchte Willikens, der vor unterdrücktem Lachen bebte, nicht direkt anzusehen. Es gelang ihm, ein ernstes Gesicht zu wahren. »Aber ja doch, Schafe sind ja auch kleiner«, sagte er. Klein Sam dachte darüber nach. »Kuhkacker ist matschig«, sagte er. »Das hat überhaupt nicht in »Wo ist meine Kuh« drin gestanden?« Klein Sams Stimme verriet eine gewisse Verärgerung darüber, dass ihm diese wichtige Information bislang vorenthalten worden war. »Fräulein Felicitas Käfer hätte es bestimmt nicht weggelassen«, Mumm seufzte. »Nein, ganz bestimmt nicht.« Willikens machte die Tür auf. »Dann verlasse ich die Herren fürs Erste. Ihr sehen uns später, Herr Kommandeur.« »Willikens«, sagte Mumm, solange der Mann die Hand noch am Türknauf hatte, »täusche ich mich, oder hältst du meinen Schlagring wirklich für weniger gut als deinen?« Willikens lächelte. »Ihr hattet ja noch nie etwas für die Modelle mit den Stacheln übrig.« Damit schloss er leise die Tür hinter sich. Klein Sam konnte inzwischen schon selbst lesen, was eine große Erleichterung war. Zum Glück bestanden die Werke von Fräulein Felicitas Käfer nicht ausschließlich aus aufregenden Verweisen auf Kacker in all ihren Erscheinungsformen. Sie veröffentlichte regelmäßig auch andere Kinderbücher, die sich großer Beliebtheit erfreuten, zumindest bei den Kindern. Das lag daran, dass sie sich sorgfältig über ihr Publikum informierte, und Klein Sam hatte sich immer wieder laut lachend für »Die Pieselmänner«, »Der Krieg mit den Rotze-Goblins« und »Gottfried und das Kackerland« begeistert. Ihre Bücher trafen bei Jungen eines bestimmten Alters genau ins Schwarze und brachten sozusagen die Kacke zum Dampfen. Momentan kicherte und gluckste Klein Sam sich durch die Seiten von »Der Junge, der nicht wusste, wie er sich die eigenen Krusten abpopeln sollte.« Ein absoluter Knaller für einen gerade mal Sechsjährigen. Sibyl wies darauf hin, dass die Bücher Klein Sams Vokabular erweiterten, und zwar nicht nur im Fäkalbereich. Tatsächlich war nicht von der Hand zu weisen, dass er, nach einiger Ermunterung, damit angefangen hatte, sogar Bücher zu lesen, in denen niemand auch nur den geringsten Stuhlgang hatte. Was, wenn man genauer darüber nachdachte, ein kleines Mysterium in sich darstellte. Nachdem Mumm seinem Sohn zehn Minuten voller Freude zugehört hatte, trug er ihn ins Bett und schaffte es gerade noch rechtzeitig, sich zu rasieren und in die gefürchtete Abendgarderobe zu werfen, ehe seine Gattin an die Tür klopfte. »Getrennte Ankleide und Badezimmer«, dachte Mumm, »wenn man das nötige Kleingeld hatte, gab es nichts Besseres, damit eine glückliche Ehe auch eine glückliche Ehe blieb.« Und damit eine glückliche Ehe auch glücklich blieb, erlaubte er Sibyl, hastig hereinzustürzen. Sie trug tatsächlich eine Turnüre unter dem Kleid und machte sich sofort daran, sein Hemd gerade zu ziehen, an seinem Kragen zu zupfen und ihn ganz allgemein gesellschaftsfähig zu machen. Sibyl hatte Mumm erklärt, dass man auf dem Land mit der Mode immer ein Jahrzehnt hinterherhenke, deshalb die Turnüre und für Sam ein paar Kniehosen, und zwar das altmodische Modell, mit Klappen vorne und hinten, und einem irgendwie unangenehmen Geruch. Dann sagte sie, »Ich habe vernommen, dass du dem Schmied eine kleine Lektion in unbewaffnetem Zweikampf erteilt hast, Liebster.« Die Pause hing wie eine seidene Schlinge in der Luft. »Irgendetwas stimmt hier nicht.« »Ich spüre es genau«, erwiderte Mumm. »Davon bin ich auch überzeugt«, meinte Sibyl. »Du auch?« »Jawohl, Sam, aber dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Unsere Gäste können jeden Augenblick eintreffen. Wenn du zwischen den Gängen darauf achten würdest, keinen von ihnen mit einem Schulterwurf aufs Parkett zu schicken, wäre ich dir sehr verbunden. Verglichen mit Sibyls üblichen Gepflogenheiten war das eine ausgewachsene Standpauke. Mumm tat das, was jeder besonnene Ehemann getan hätte, nämlich auf dynamische Weise überhaupt nichts. Plötzlich war das ganze Erdgeschoss voller Stimmen und vor dem Haus knirschten Kutschenräder über den Kies. Sibyl zog und zuchte ein letztes Mal alles zurecht, dann eilte sie nach unten, um die anmutige Gastgeberin zu geben. Trotz der Anspielungen seiner Frau konnte sich Mumm bei Tisch durchaus sehen lassen. Schließlich hatte er in Ankh-Morpork bereits zahllose offizielle Veranstaltungen überstanden. Der Trick bestand darin, die anderen Gäste reden zu lassen, ihnen hin und wieder zuzustimmen und derweil die Zeit zu nutzen, um über andere Dinge nachzudenken. Sibyl hatte ihm versichert, dass dieses Festessen eine der leichteren Übungen sein würde. Bei den Gästen handelte es sich in erster Linie um Angehörige einer bestimmten Klasse, die zwar auf dem Land wohnten, aber gewissermaßen nicht von dort stammten. Pensionierte Soldaten, ein Priester aus Omm, Fräulein Pingel, eine alte Jungfrau mit ihrer Gefährtin, einer streng aussehenden Dame mit kurzem Haar sowie einem Männerhemd und einer Taschenuhr, und, ja, auch Fräulein Felicitas Käfer. Mumm glaubte schon, in ein Fettnäpfchen getreten zu sein, als er sie mit den Worten »Ah, die Kackerdame« begrüßte. Aber sie hatte nur laut gelacht, ihm die Hand gegeben und dabei gesagt »Keine Bange, euer Gnaden, ich wasche sie immer sorgsam nach dem Schreiben.« Alle amüsierten sich köstlich. Fräulein Käfer war eine kleine Frau und gehörte zu den Leuten, die, selbst wenn sie absolut still standen, immer leicht zu vibrieren scheinen, als würde sie ihre aufgestaute Energie, sobald eine innere Fessel gelöst würde, sofort aus dem nächstbesten Fenster hinaus katapultieren. Fräulein Käfer stupste ihm den Zeigefinger in den Bauch. »Und Sie sind der berühmte Kommandeur Mumm. Sie wollen uns doch jetzt nicht alle festnehmen, oder?« Solche Bemerkungen musste man sich immer wieder anhören, wenn man Sibbel nicht daran hinderte, Einladungen zu immer neuen Festivitäten der feinen Gesellschaft anzunehmen oder auszugeben. Aber während Fräulein Käfer noch lachte, senkte sich ein eisiges Schweigen über die anderen Gäste. Sie alle starrten Fräulein Käfer finster an. Die wieder hielt ihren Blick nun aufmerksam auf Mumm gerichtet, und der kannte diesen Gesichtsausdruck. Es war der Gesichtsausdruck von jemandem, der eine Geschichte loswerden wollte. Momentan war jedoch gewiss nicht der richtige Zeitpunkt für so etwas. Deshalb legte Mumm seine Beobachtung unter »interessant« zu den Akten. Entgegen aller Besorgnisse von Seiten Mums brachte Gut Käsedick ein verdammt gutes Abendessen auf den Tisch. Und, was weitaus wichtiger war, die allgemeinen gesellschaftlichen Verkehrsregeln zwangen Sibbel, ein Menü zu genehmigen, das zu Hause nie und nimmer auf den Tisch gekommen wäre, selbst wenn Mumm wiederholt darum gebeten hätte. Sich als Richterin über den Geschmack des eigenen Mannes zu erheben, war eine Sache. Das Gleiche gegenüber seinem Gästen zu tun, kam nicht in Frage. Ihm am Tisch gegenüber wurde gerade ein pensionierter Militär von seiner Frau darüber belehrt, dass er, auch wenn er selbst vom Gegenteil überzeugt war, eingelegte Garnelen überhaupt nicht mochte. Vergeblich und mit recht schwachen Worten protestierte der Mann dagegen, was ihm die Erwiderung einbrachte, »Schon möglich, Carly, dass du eingelegte Garnelen magst, aber sie mögen dich auf gar keinen Fall.« Mumm fühlte mit dem Mann mit, der ziemlich verdutzt reinschaute und sich fragte, wie es so weit hatte kommen können, dass er sich sogar unter den niederen Krustentieren Feinde gemacht hatte. »Also, ähm, wie sieht's denn mit Hummer aus, Liebes? Mögen die mich?« In seiner Stimme schwang nicht mehr allzu viel Hoffnung mit. »Nein, mein Schatz, Hummer kommt überhaupt nicht mit dir zurecht. Hast du schon vergessen, was auf dem Whist-Abend bei den Bittersilchs letzte Woche passiert ist?« Der Mann blickte auf die völlig überladene Anrichte und versuchte es erneut. »Ob sich die Jakobsmuscheln vielleicht ein paar Minuten mit mir vertragen würden? Um Himmels Willen, Carly, natürlich nicht!« Ein letzter sehnsüchtiger Blick auf die Anrichte. »Dafür ist der grüne Salat vermutlich, mein Busenfreund. Stimmt's, Liebes?« »Aber ja doch, mein Guter!« »Das hab ich mir schon gedacht.« Der Mann blickte Mumm an, grinste bar jeder Hoffnung und sagte dann, »Mir ist zu Ohren gekommen, dass euer Gnaden Polizist sind. Stimmt das?« Erst jetzt sah Mumm ihn sich genauer an. Ein bärtiger, alter Krieger, der sein Gnadenbrot fraß. Höchstwahrscheinlich das Einzige, was seine Frau ihm ohne Widerworte gönnte. Er trug Brandnarben im Gesicht, und sein Zungenschlag klang nach Pseudopolis. Der Rest war einfach. »Und Sie dürften bei den leichten Drachonern gewesen sein.« Der Alte sah ihn erfreut an. »Sehr gut, junger Mann. Nicht viele erinnern sich noch an uns. Ja, ich bin der Letzte, der noch übrig ist. Oberst Karl August Friedensreich. Ein seltsamer Name für einen Militär. Oder vielleicht auch nicht, was weiß ich,« erhob witternd die Nase. »Wir sind nicht mehr als eine angekokelte Seite im Geschichtsbuch der Kriegsführung. Wahrscheinlich habt ihr meine Memoiren nicht gelesen. »Vierundzwanzig Jahre ohne Augenbrauen. Nicht? Da seid ihr nicht der Einzige, wie ich leider sagen muss. Damals bin ich auch eurer Gemahlin begegnet. Sie hat uns gesagt, es sei absolut unmöglich, Drachen zu züchten, die robust genug sind, um sie für die Kriegsführung einzusetzen. Inzwischen wissen wir, dass sie recht damit hatte. Damals haben wir es natürlich weiterhin versucht. So ist es nun mal beim Militär.« »Sie meinen, dass man einen grässlichen Fehlschlag auf den anderen häuft?« hackte Mumm nach. Der Oberst lachte. »Tja, manchmal funktioniert es sogar. Ich halte mir sogar heute noch ein paar Drachen. Könnte nicht ohne sie sein. Ein Tag ohne frische Brandwunde ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Obendrein spart man jede Menge Streichhölzer. Außerdem halten sie einem auch unerwünschte Besucher vom Leib.« Mumm reagierte wie ein Angler, der eine ganze Weile am Flussufer gedöst hatte und auf einmal bemerkte, dass die Fische stiegen. »Ach, von denen gibt es hier doch bestimmt nicht allzu viele.« »Glaubt ihr? Ihr habt ja keine Ahnung, junger Mann. Ich könnte euch ein paar Geschichten erzählen.« Er verstummte abrupt. Mumms Erfahrung aus mehreren Jahren Eheleben sagte ihm, dass sein Gegenüber soeben unter dem Tisch einen Tritt von seiner Frau erhalten hatte. Frau Friedensreich sah nicht sehr fröhlich aus, und den tiefen Furchen in ihrem Gesicht nachzuschließen, war sie auch noch nie fröhlich gewesen. Sie beugte sich an ihrem Gatten vorbei, der sich nun vom Kellner noch einen Brandy geben ließ, und sagte mit frostiger Stimme, »Reicht denn eure Befugnis als Polizist bis hierher aufs Land, euer Gnaden?« Wieder ein Kreis auf dem Wasser, dachte der Angler in Mumms Kopf. »Nein, gnädigste«, antwortete er, »mein Gebiet beschränkt sich auf Ankh-Morpork und seine unmittelbare Umgebung. Trotzdem schleppt man als Polizist seine Zuständigkeit immer mit sich herum, jedenfalls wenn man an einem Verbrechen dran ist, das im eigenen Zuständigkeitsbereich verübt wurde. Aber Ankh-Morpork ist natürlich weit weg von hier, und ich bezweifle, dass ich so weit rennen könnte. Damit erntete er allgemeines Gelächter am Tisch, und ein dünnlippiges Lächeln von Frau Oberst. Immer schön mit dem Fisch spielen, ihn locken, reizen. »Trotzdem«, fuhr Mumm fort, »stünde es jederzeit in meiner Gewalt, hier und jetzt jemanden unter Arrest zu stellen, falls ich Zeuge eines Verbrechens würde. Das wäre in etwa wie die Festnahme durch eine Zivilperson, nur deutlich professioneller. Und anschließend würde ich den Verdächtigen den örtlichen Polizeikräften oder einer anderen Behörde übergeben, die ich für geeignet hielte. Der Geistliche, den Mumm aus dem Augenwinkel registriert hatte, fand Interesse an ihrer Unterhaltung und beugte sich herüber. »Die ihr für geeignet hieltet, euer Gnaden?« Meine Gnade hätte nichts damit zu tun. Als vereidigtes Mitglied der Stadtwache von Ankh-Morpork wäre es meine Pflicht und Schuldigkeit, für die Sicherheit meines Verdächtigen zu sorgen. »Idealerweise würde ich mich nach einem Gemeindekotter umsehen. So was haben wir in der Stadt nicht mehr, aber ich weiß, dass es diese Arrestgebäude in den meisten ländlichen Gegenden noch gibt, auch wenn oft nur betrunkene und entlaufene Schweine dort eingesperrt werden.« Alle lachten. Und Fräulein Käfer sagte, »Wir haben sogar einen Dorfpolizisten, euer Gnaden, und er hält tatsächlich seine Schweine im Kotter unten an der alten Brücke.« Sie sah Mumm strahlend an, doch dessen Gesicht war wie versteinert. »Sperrt er dort auch Leute ein?«, fragte er. »Ist er denn im Besitz einer schriftlichen Vollmacht?« »Hat er überhaupt eine Dienstmarke?« »Na ja, ab und zu steckt er dort einen Betrunkenen rein, zum Ausnüchtern, und er sagt, dass es den Schweinen nichts ausmacht. Aber ich habe keine Ahnung, was eine Vollmacht ist.« Noch mehr Gelächter, das jedoch rasch wieder erstarb. Ja, von Mumms unerbittlichem Schweigen förmlich aufgesogen wurde. Dann sagte Mumm, »Ich würde ihn nicht als Polizisten bezeichnen. Bevor ich nicht festgestellt habe, dass er im Rahmen des offiziellen Gesetzesvollzugs arbeitet, würde ich ihn auf gar keinen Fall als Polizisten nach meinem Verständnis bezeichnen, sondern eher als einen Straßenkehrer, der sich ein wenig aufspielen will. »Womöglich ist er nicht ganz nutzlos, aber eindeutig kein Polizist.« »Nach eurem Verständnis, euer Gnaden?«, fragte der Kirchenmann. »Jawohl, nach meinem Verständnis, nach meiner Einschätzung, meiner Verantwortung, meiner Erfahrung. Und es ist mein Arsch, falls etwas schief geht.« »Aber euer Gnaden, ihr habt doch gerade selbst gesagt, dass ihr euch hier außerhalb eures Zuständigkeitsbereichs befindet,« gab Frau Oberst vorsichtig zu bedenken. Mumm spürte die Nervosität ihres Mannes, die garantiert nichts mit dem Essen zu tun hatte. Der Mann wünschte sich von ganzem Herzen, nicht hier zu sein. Es war schon seltsam, dass die Leute sich mit Polizisten immer über Verbrechen unterhalten wollten, ohne dabei zu merken, welche eigenartigen kleinen Signale ihre Ängste aussandten. Mumm wandte sich an die Frau des Hauptmanns. »Wie ich ebenfalls sagte, meine Dame, dehnt sich der Zuständigkeitsbereich eines Polizisten beliebig aus, sobald er auf ein offenkundiges Verbrechen stößt.« »Aber würde es Ihnen etwas ausmachen, das Thema zu wechseln? Nichts für ungut, meine verehrten Damen und Herren, aber ich habe im Lauf der Jahre festgestellt, dass Banker und Militärs und Kaufleute bei solchen Anlässen wie dem heutigen ihre Mahlzeiten in aller Muße zu sich nehmen können, wohingegen der arme Polizist immer von seiner Polizeiarbeit erzählen muss, die obendrein meistens ziemlich langweilig ist.« Er lächelte, um niemanden zu vergrätzen, und fuhr fort, »und besonders langweilig in dieser Gegend, könnte ich mir vorstellen. Nach allem, was ich gesehen habe, ist es hier so ruhig wie im Grabtreffer.« Der gute alte Oberst zuckte leicht zusammen, und der Priester starrte auf seinen Teller. Obwohl man Letzteres nicht allzu ernst nehmen durfte, dachte Mumm, weil man nur selten einen Kirchenmann traf, der nicht mit Messer und Gabel Funken schlagen konnte. Sibyls Gastgeberinnenstimme schrammte durch das Schweigen wie ein Eisbrecher. »Ich glaube, es ist Zeit für den Hauptgang«, sagte sie. »Ein herrliches Lamm erweckt keinerlei Unterhaltung über die Arbeit der Polizei.« »Ganz im Ernst, meine lieben Gäste, wenn Sie Sam erst einmal in Fahrt gebracht haben, zitiert er sämtliche Gesetze und Verordnungen von Ankh-Morpork inklusive der Dienstanweisungen seiner Truppe so lange rauf und runter, bis sie ihn mit Kissen bewerfen.« »Sehr gut«, dachte Mumm, »wenigstens kann ich jetzt in Ruhe essen.« Er entspannte sich im gleichen Maße wie die Unterhaltung ringsum, die allmählich wieder zum alltäglichen Klatsch und Tratsch über andere Leute aus der Gegend überging, zu Schwierigkeiten mit dem Personal, den Ernteaussichten und, ja, auch dem Ärger mit den Goblins. An der Stelle horchte Mumm auf. Goblins. Die Stadtwache hatte mindestens ein Mitglied jeder bekannten, zweibeinigen, vernunftbegabten Spezies in ihren Reihen. Plus einen Nobby-Nobs. Das war bereits Tradition. Wenn man es als Polizist schaffte, schaffte man es auch als ganze Spezies. Aber noch nie hatte jemand vorgeschlagen, dass Mumm einen Goblin einstellen sollte. Aus dem einfachen Grund, dass sie überall als stinkende, kannibalistische, bösartige und hinterlistige Saubande bekannt waren. Natürlich wußte jeder, dass Zwerge ziemlich verlogene Zeitgenossen waren, die einem behumsten, wo es nur ging, und Trolle nicht viel mehr als hirnlose Schläger, und die einzige in der Stadt wohnhafte Medusa würde einem nie gerade heraus ins Gesicht sehen, und einem Vampir durfte man nicht mal trauen, wenn er einen freundlich anlächelte, und Wehrwölfe waren unterm Strich nichts anderes als Vampire, die nicht fliegen konnten. Und dein Nachbar nebenan war ein echtes Ekel, der ständig seinen Müll auf dein Grundstück warf, und seine Frau war auch nicht viel besser. Andererseits machte doch gerade die Vielfalt die Würze aus. Dabei hatte man natürlich keinerlei Vorurteile. Immerhin hatte schon ein Ork an der Universität gearbeitet, aber der spielte sogar Fußball. Und jemandem, der vom Mittelkreis aus ins Tor traf, konnte man so gut wie alles nachsehen, und schließlich musste man die Leute so nehmen, wie sie waren. Aber diese elenden Goblins? Nein, vielen Dank auch. Wenn die in die Stadt kamen, wurden sie von den richtigen Leuten gleich wieder hinausgejagt, und meistens endeten sie ein Stück Fluss abwärts, wo sie für Leute wie Paul König in der Knochenmühle, als Lohgerber oder in der Alteisenbranche arbeiten. Ein schönes Stück außerhalb der Stadtmauern, und somit auch des Gesetzes. Und jetzt hielten sich welche im Umkreis von gut Käse dick auf, wie man am Verschwinden von Hühnern und Katzen und so weiter leicht feststellen konnte. Mumme erinnerte sich derweil daran, dass die Leute früher sogar behauptet hatten, Trolle würden Hühner stehlen. Dabei war so ein Huhn für einen Troll völlig uninteressant, als würden Menschen Wandputz essen. Aber davon schwieg er geflissentlich. Nein, niemand wusste ein gutes Wort über die Goblins zu sagen. Fräulein Käfer indes fand überhaupt keine Worte mehr. Ihr Blick war auf Mumms Gesicht fixiert. Wenn man sich darauf verstand, konnte man so eine Tafel lesen wie ein Buch und sich als Polizist ein klares Bild davon machen, was jeder Anwesende von den anderen dachte. Die Blicke verrieten alles. Das, was gesagt und das, was nicht gesagt wurde. Welche Leute Teil des erlauchten Kreises waren und welche nicht. Fräulein Käfer war eine Außenseiterin, toleriert zwar, aber nur, weil es so etwas wie gute Manieren gab. In den Kreis gebeten wurde sie nicht. Wie lautete der Spruch? Das ist keine von uns. Mumme bemerkte, dass er Fräulein Käfer ebenso anstarrte, wie sie ihn. Beide lächelten. Und er dachte, dass ein wissbegieriger Mann, dieser netten Dame, Autorin all der vielen Bücher, die seinem kleinen Sohn so gut gefielen, einen Besuch abstatten sollte. Und nicht allein aus dem Grund, weil sie so aussah wie jemand, der so viele Zeitgenossen zu verpfeifen hatte, dass es sich wie eine ganze Dudelsackkapelle anhören würde. Fräulein Käfer runzelte oft die Stirn, wenn das Gespräch sich um Goblins drehte, und ab und zu warfen ihr bestimmte Leute, insbesondere die Leute, die er insgeheim Frau Oberst nannte, einen Blick zu, der sonst sehr ungezogenen Kindern vorbehalten war. Mumm hielt seine Fassade der Aufmerksamkeit aufrecht, während er die Vorfälle des Tages noch einmal Revue passieren ließ, bis er von Frau Oberst gestört wurde. Im Übrigen, euer Gnaden, haben wir mit großer Freude vernommen, dass ihr Jefferson heute Nachmittag eine Tracht Prügel verabreicht habt. Dieser Mann ist unerträglich. Er bringt alle Leute gegen sich auf. Mir ist aufgefallen, dass er keine Angst hat, seine Ansichten zu äußern, erwiderte Mumm. Aber wir nehmen ja alle kein Blatt vor den Mund, oder? Aber ausgerechnet ihr, euer Gnaden, sagte der Geistliche und blickte mit ernster Miene auf, könnt doch nicht allen Ernstes glauben, dass der Jockel ebenso gut wie sein Meister ist. Das kommt ganz auf den Jockel an. Und auf den Meister. Und darauf, was sie unter gut verstehen, entgegnete Mumm. Ich bin vermutlich auch mal ein Jockel gewesen, aber was die Stadtwache von Ankh-Morpork angeht, so bin ich der Meister. Frau Oberst wollte gerade darauf antworten, als Lady Sibyl fröhlich sagte, wo wir gerade davon reden, Sim. Ich habe einen Brief von Frau Wagenknecht bekommen, die dich in den höchsten Tönen lobt. Erinnere mich daran, dass ich ihn dir zeige. Jedes Paar, der schon lange zusammen ist, hat seine geheimen Codes. Klassischerweise gibt es einen, den die Frau bei einer gediegenen Unterhaltung einsetzt, um ihren Mann zu warnen, dass er sich, aus Geistesabwesenheit oder weil er sich zu hastig angezogen hat, im Bereich südlich des Bauchnabels zu entblößen droht. Siehe Dr. Arnold Anscharf. Der Pastor kommt zum Abendessen und 127 andere Warnungen vor gesellschaftlichen Fettnäpfchen. Verlag der unsichtbaren Universität. Im Falle von Mumm und Lady Sibyl bedeutete die Erwähnung von Frau Wagenknecht in etwa, wenn du nicht sofort damit aufhörst, die Leute zu nerven, Sam Mumm, blüht dir später ein gerüttelt Maß an ehrlichem Unfrieden. Diesmal jedoch wollte Sam Mumm das letzte Wort behalten. Wenn ich es mir recht überlege, kenne ich ehrlich gesagt so einige Jockel, die es zu was gebracht haben, und eins kann ich Ihnen verraten. Sie geben oft bessere Meister ab, als es ihre ehemaligen Meister je gewesen sind. Letztendlich hat Ihnen dazu nicht mehr als eine faire Chance gefehlt. Erinnere mich bitte daran, dass ich dir den Brief zeige, Sam. Mumm gab nach. Und die Ankunft der Nachspeise in Form von Eiscreme kühlte die Gemüte ein wenig. Zumal ihre Lady Schaft dafür sorgte, dass die Gläser der Gäste nie leer wurden, was im Falle des Herrn Oberst beinahe permanentes Nachfüllen bedeutete. Mumm hätte sich gerne noch länger mit ihm unterhalten, aber auch er musste die Anweisungen seiner Gattin befolgen. Der Alte hatte eindeutig etwas Wichtiges auf dem Herzen, wenn ihn die Anwesenheit eines Polizisten dermaßen nervös machte, und diese Nervosität war offensichtlich ansteckend. Das Essen war keine besonders überkandidelte Veranstaltung. Sybil hatte die kleine Zusammenkunft rechtzeitig organisiert, bevor sie sich zu irgendetwas Aufwendigerem auswachsen konnte. Deshalb verabschiedeten sich einige Gäste auch schon sehr herzlich deutlich vor elf Uhr. Mumm lauschte aufmerksam, als der Oberst und seine Frau zu ihrer Kutsche gingen, beziehungsweise in seinem Falle eher wankten. Aber mehr als ein gezischtes »Du hast den ganzen Abend die Stalltür aufgehabt«, vermochte er nicht aufzuschnappen. Gefolgt von einem Geknurrten »Aber das Pferd hat den ganzen Abend über brav geschlafen, Liebste.« Nachdem sie der letzten Kutsche hinterhergewinkt hatten und die große Eingangstür ins Schloss fiel, sagte Sybil »Also, Sam, ich verstehe dich ja, aber das waren unsere Gäste. Ich weiß. Und es tut mir leid. Aber es kommt mir vor, als würden sie überhaupt nicht nachdenken. Ich wollte sie einfach nur ein bisschen aufrütteln.« Lady Sybil hielt eine Sherryflasche gegen das Licht und füllte ihr Glas auf. »Du bist doch nicht ernsthafter Ansicht, dass der Schmied ein Recht darauf hatte, mit dir um dieses Haus zu kämpfen.« In diesem Moment hätte Sam sehr gerne getrunken. »Nein, natürlich nicht. Sonst würde man ja nie ein Ende finden. Die Menschen gewinnen und verlieren schon seit Jahrtausenden am alten Roulette-Rad des Lebens. Das weiß ich ja alles. Aber du kennst auch meine Einstellung dazu. Wenn das Rad angehalten wird, sollte man wenigstens ein paar Gedanken an die armen Schlucker verschwenden, die gerade auf der Null sitzen.« Seine Frau nahm zärtlich seine Hand. »Aber wir haben doch das Krankenhaus gestiftet, Sam. Du weißt, was uns das kostet. Dr. Rasen bildet jeden aus, der eine Begabung für Medizin zeigt. Selbst wenn ihm, wie er es ausdrückt, der Arsch hinten aus der Hose raushängt. Er lässt sogar Mädchen ausbilden, zu Ärzten. Er hat sogar Igorinas angestellt. Wir verändern die Welt, Sam, Stück für Stück, indem wir den Leuten dabei helfen, sich selbst zu helfen. »Sieh dir nur mal die Wache an. Heute ist jedes Kind stolz, das sagen kann, sein Vater oder sogar seine Mutter ist bei der Wache. Die Leute brauchen Stolz.« Mumm drückte ihre Hand. »Danke, dass du so nett zu dem Jungen aus der Unbesonnenheitsstraße bist«, sagte er. Sie tat seine Bemerkung mit einem Lachen ab. »Ich habe lange gewartet, bis du aufgetaucht bist, Samuel Mumm, und ich habe nicht vor, dich wieder fallen zu lassen. Sam Mumm schien der richtige Augenblick für sein Anliegen gekommen. »Macht es dir etwas aus, wenn ich mit Willikens vor dem Schlafengehen noch einen kleinen Spaziergang zum Totenheim mache?« Lady Sibyl bedachte ihn mit dem Lächeln, dass Frauen für ihre Ehemänner und ihre kleinen Söhne reserviert haben. »Na, da kann ich wohl kaum Nein sagen. Und irgendetwas liegt ja in der Luft. Ich bin froh, dass Willikens dabei ist. Es ist sehr hübsch dort oben. Vielleicht hört ihr sogar eine Nachtigall.« Mumm gab ihr einen kleinen Kuss, ehe er nach oben ging, um sich umzuziehen. »Eigentlich hoffe ich eher auf einen Kanarienvogel, meine Liebe«, sagte er. »Wahrscheinlich hatten weder ein Herzog noch ein Kommandeur der Stadtwache je so etwas in ihrem Ankleidezimmer vorgefunden wie das, was jetzt auf Sam Mumms Bett lag. Den Ehrenplatz nahm eine Hippe ein, ein überaus nützliches landwirtschaftliches Arbeitsgerät. Er hatte schon im Laufe des Tages etliche davon gesehen und rief sich in Erinnerung, dass landwirtschaftliches Arbeitsgerät etwas anderes als keine Waffe bedeutete. Diese sensenartig geschwungenen Klingen waren durchaus auch bei Straßenbanden beliebt und fast so gefürchtet wie ein Troll mit Migräne. Daneben lag ein Schlagstock, Mums eigener Polizeiknüppel, den sein Diener in kluger Voraussicht mitgenommen hatte. Er war mit silbernen Intarsien versehen, weil es der offizielle Schlagstock des Kommandeurs der Wache und eigentlich natürlich überhaupt keine Waffe war, Gott bewahre. Der Käsedraht daneben ließ sich hingegen nur schwer rechtfertigen, denn Mumm wusste eindeutig, dass er kein Käsehändler war. Also blieb der Draht hier. Und die Hippe kam mit. Schließlich war es ja wohl eine Selbstverständlichkeit, dass man bei einem Spaziergang über sein eigenes Land die Gelegenheit wahrnahm, den einen oder anderen Zweig zurückzuschneiden. Was aber sollte er mit dem Haufen Bambus anfangen, der sich zu einem mehrfach gegliederten Brustharnisch auffächerte und dem höchst unkleidsamen Bambushelm? Auf dem Bett lag ein kleiner Zettel. Darauf stand in Willikins Handschrift »Des Wildhüters Freund, Herr Kommandeur« und auch »Der Eure«. Mumm gab ein leises Grunzen von sich und schlug mit dem Knüppel auf den Harnisch. Er gab wie etwas Lebendiges nach, und der Knüppel flog quer durchs Zimmer. »Tja, man lebt, um zu lernen«, dachte Mumm. »Oder vielleicht noch wichtiger, man lernt, um zu leben.« Dann ging er leise nach unten und schlich sich in die Nacht hinaus, die wie ein schwarz-weißes Schachbrett vor ihm lag. Er hatte vergessen, dass außerhalb der Stadt, wo der Rauch, die Dämpfe und die Dünste die Welt in tausend graue Schattierungen verwandelten, alles ganz einfach schwarz und weiß war. Und falls jemand das als Metapher sehen wollte, bitte sehr. Er kannte den Weg zum Hügel. Man konnte ihn auch nicht verfehlen. Der Mond beleuchtete den Pfad, als wollte er Sam die Sache leichter machen. Hier draußen verlief sich die Landwirtschaft allmählich. Felder und Äcker gingen in Stechginster und in Gras über, das von den Kaninchen so kurz geknabbert wurde, dass es an das grüne Tuch eines Snookertischs erinnerte. Wenn man dann noch bedachte, dass Kaninchen das Gras nicht nur fressen, hätte Mumm auf diesem Tuch mit sehr vielen, sehr kleinen Kugeln spielen müssen. Während er langsam höher stieg, stoben kleine Karnickel auseinander, und er machte sich schon Sorgen, dass er zu viel Lärm verursachte. Andererseits gehörte das Land schließlich ihm, weshalb das hier wirklich der reinste Spaziergang war. Also schritt er ein bisschen munterer aus und folgte dem offensichtlich einzigen Pfad, bis er im Mondenschein den Galgen erblickte. »Na ja«, dachte er, »es steht ja auch Totenhain auf der Landkarte, oder? Früher haben sie überall solche Sachen gemacht. Und dort hing auch noch der Metallkäfig, in dem die Leichen aufrecht gehalten wurden, damit die Krähen nicht niederknien mussten. Man konnte es auch als altmodische Polizeiarbeit bezeichnen, die dem einen oder anderen einen tüchtigen Schauer über den Rücken gejagt hatte. Ein Häufchen zerbröselnder Knochen am Fuße des Galgens zeugte davon, dass die altmodische Polizeiarbeit immer noch funktionierte. Mums, Nackenhaare spürten die kaum wahrnehmbare Bewegung einer Klinge. Einen Augenblick später erhob sich Willikens vom Boden und wischte sich pingelig den Schmutz von den Kleidern. »Sehr gut gemacht, Kommandeur«, sagte er ein wenig keuchend und außer Atem. »Wie ich sehe, kann ich euch nichts mehr beibringen.« Er hielt sich die Hand an die Nase und schnüffelte daran. »Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ich habe überall Blut auf meinen Sachen. Ihr habt mich doch nicht angestochen, oder? Mir schien, ihr habt euch einfach nur schnell herumgedreht und mir in die Eier getreten, was ihr, wie ich anmerken darf, höchst meisterhaft ausgeführt habt.« Mumm hob witternd die Nase. Man lernte, Blut zu riechen. Es roch wie Metall. Die meisten Leute behaupten zwar, Metall rieche nach nichts, aber das stimmt nicht. Es riecht wie Blut. »Bist du rechtzeitig hier oben gewesen?«, fragte er. »Selbstverständlich. Und ich habe keine Menschenseele gesehen.« Willikens kniete sich hin. »Überhaupt nichts. Auch das Blut hätte ich nicht gesehen, wenn ihr mich nicht in die Pfütze getreten hättet. Es ist hier überall.« Wenn ich jetzt nur Igor dabei hätte, dachte Mumm. In letzter Zeit überließ er die Spurensicherung den Experten. Andererseits eignete man sich im Laufe der Zeit selbst gewisse forensische Fähigkeiten an. Und hier roch es nicht nur nach Blut, sondern nach einem ganzen Blutbad und nach einem höchst unwahrscheinlichen Zufall. Auf dem Land sieht jeder alles. Jefferson wollte sich mit Mumm treffen, und jetzt fehlte es hier eindeutig an Jefferson. Aber keineswegs am Blut. Gleichzeitig war das unzweifelhafte Fehlen einer Leiche festzustellen. Mumms Verstand arbeitete systematisch. Natürlich konnte man, wenn ein Bürger einem Polizisten ein Geheimnis anvertrauen wollte, davon ausgehen, dass jemand nicht wollte, dass besagter Bürger besagtes Geheimnis ausplauderte. Und wenn besagter Bürger dann tot aufgefunden wurde, könnte man besagten Polizisten, den alle Welt dabei gesehen hatte, wie er sich kurz zuvor mit dem inzwischen toten Bürger geprügelt hatte, doch zumindest für ein kleines bisschen schuldig halten. Aber jeder, der es darauf abgesehen hatte, Mumm ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen, hätte die Leiche des Schmieds doch hier zurückgelassen, oder? »Hab was gefunden, Kommandeur«, sagte Willikens und stand wieder auf. »Was hast du?« »Was gefunden? Hab ja auf dem Boden herumgetastet. Aber da ist doch alles Blut verschmiert.« Das schien Willikens nicht zu stören. »Blut hat mir noch nie etwas ausgemacht, Kommandeur, vorausgesetzt, es war nicht meins.« Ein Kratzen war zu hören. Dann flammte ein Licht auf. Willikens hatte die Luke einer abgedunkelten Laterne hochgeschoben. Er reichte sie Mumm und hielt dann etwas Kleines in den Lichtschein. »Ein Ring. Sieht aus, als wäre er aus Stein.« »Was?« »Du meinst, es ist ein Stein mit einem Loch in der Mitte.« Er hörte Willikens seufzen. »Nein, er ist glatt poliert. Außerdem steckt eine Klaue darin. Sieht mir ganz nach Goblin aus.« Mumm dachte, »das viele Blut. Abgetrennte Klaue.« »Goblins sind nicht so groß. Jemand hat sich die Mühe gemacht und ist hier raufgestiefelt, um einen Goblin zu töten.« Wo ist der Rest? Theoretisch hätte das Mondlicht die Suche erleichtern müssen. Aber Mondlicht ist trügerisch und bildet Schatten, wo keine Schatten sein sollten. Außerdem frischte der Wind auf. Ob nun mit Laterne oder ohne, hier würde er nur wenig ausrichten. Die Vorhänge waren zugezogen. Im Goblin-Kopf brannten nur noch wenige Lichter. Offensichtlich gab es hier eine Sperrstunde. Ein guter Polizist sollte immer bereit sein, sie zu überprüfen. Mumm ging zur Rückseite der Kneipe und klopfte an das kleine Schiebefenster, das in die Hintertür eingelassen war. Kurz darauf schob Jiminy die Luke auf, und Mumm streckte die Hand in das Loch, ehe der Mann es wieder verschließen konnte. »Nein, bitte nicht, euer Gnaden. Der Richter reißt mir die Gedärme raus und macht sich Sockenhalter draus.« »Was bestimmt sehr kleidsam wäre,« sagte Mumm. »Aber so weit wird es nicht kommen, weil ich dir versichere, dass ungefähr ein Drittel deiner regulären Kundschaft sich zu dieser Stunde immer noch betäubenden alkoholischen Getränken hingibt und wahrscheinlich mindestens ein Richter sich unter ihnen befindet. Nein, die letzte Bemerkung nehme ich zurück. Richter trinken lieber zu Hause, wo es keine Sperrstunde gibt. Ich verrate kein Wort. Aber es wäre wohl ein sehr mieser Tag für den ganzen Berufsstand, an dem ein durstiger Bulle von einem ehemaligen Kollegen einen Schlummertrunk versagt bekäme. Er knallte ein paar Münzen auf die kleine Ablage auf der Innenseite des Fensterchens und fügte hinzu, »Dafür bekomme ich doch sicherlich einen doppelten Brandy für meinen Diener hier und für mich die Adresse von Herrn Jefferson, dem Schmied.« »Ihr wisst genau, dass ihr mich nicht so behandeln dürft,« Mumm sah Willikens an. »Darf ich nicht?« Der Leibdiener räusperte sich. »Wir befinden uns hier in der Welt des Lehnsrechts, Kommandeur. Euch gehört der Grund und Boden, auf dem diese Gastwirtschaft steht, aber die Rechte des Pächters sind ebenso gewichtig wie die euren. Wenn er seine Pacht bezahlt hat, dürft ihr das Anwesen ohne seine Erlaubnis nicht einmal betreten. »Woher weißt du das alles?« »Wie ihr wisst, Kommandeur, habe ich in der Vergangenheit eine oder zwei Auszeiten im Kittchen verbracht, und man kann über das Gefängnis sagen, was man will, aber dort stehen immer viele Bücher über Gesetze und die allgemeine Ordnung herum. Verbrecher sind immer ganz scharf darauf, das ganze juristische Kleingedruckte durchzulesen, nur für den Fall, dass es vielleicht doch nicht strafbar sein sollte, wenn man dem Mitglied einer rivalisierenden Bande Zementstiefel verpasst und ihn im Fluss versenkt. Und was man dort gelernt hat, vergisst man nie. Ich bin gerade dabei, ein geheimnisvolles Verschwinden aufzuklären. Der Schmied ist ziemlich scharf darauf gewesen, mich auf dem Hügel zu treffen, aber als ich dort ankam, war niemand da, nur lauter Blut überall. Jefferson wollte mir etwas sagen, und ich musste ich nicht darüber aufklären, wonach das für einen Bullen riecht. Obwohl ich mir da selbst nicht so ganz im Klaren drüber bin, dachte Mumm. »Jedenfalls nach etwas sehr Zweifelhaftem. So viel ist mal sicher.« Der Wirt zuckte die Achseln. »Das geht mich nichts an, gnädiger Herr!« Ehe der Mann sein Handgelenk wegziehen konnte, schlossen sich Mumms Finger darum, und er zog so fest daran, dass Jiminy's Gesicht ans Holz gepresst wurde. »Lass das gnädiger Herrgequatsche! Irgendetwas ist hier faul, und zwar oberfaul. Ich spüre es durch meine Stiefel, und glaub mir, ich hab die sensibelsten Stiefel, die man sich vorstellen kann. Der Betreiber einer Dorfkneipe weiß alles. Ich weiß das, und du weißt es auch. Wenn du nicht auf meiner Seite stehst, dann stehst du mir im Weg. Und weißt du was? Ich sehe es ganz deutlich in deinen Augen. Falls sich herausstellt, dass du, was den Schmied angeht, etwas Wichtiges gewusst hast, dann hast du dich als Mittäter strafbar gemacht, womöglich sogar als Anstifter. Und damit könntest du ganz böse in der Klemme stecken.« Jiminy wandte sich, aber Mumms Griff war wie aus Stahl. »Eure Marke zählt hier nichts, Herr Mumm, das wisst ihr genau!« Mumm hörte das leise Wimmern der Angst in der Stimme des Mannes. Aber alte Bullen waren zäh. Wer nicht zäh war, wurde kein alter Bulle. »Ich lasse sie gleich los, mein Herr«, sagte Mumm. Was im Bullenkot so viel wie »Erbärmliches Wimmern des Arschloch« hieß. »Du glaubst also, dass ich hier von rechts wegen kein Bein auf dem Boden habe. Das mag stimmen oder auch nicht, aber mein Diener hier ist kein Polizist und nicht daran gewöhnt, so sauber zu arbeiten, wie wir das bei der Polizei machen. Deshalb könnte es gut sein, dass du am Ende auch ein Bein weniger zum Draufstehen hast. Ich sage dir das als Freund. Wir beide kennen dieses Spielchen, stimmt's? Vermutlich hast du in der Kneipe gearbeitet, als der Goblin getötet wurde, oder?« »Ich weiß nichts davon, dass ein verdammter Goblin getötet wurde. Woher soll ich also wissen, wann es passiert ist und wann nicht? Ich würde Ihnen raten, mein Herr«, sagte Jiminy mit der gleichen kodierten Betonung wie zuvor, Mumm, »dass ihr die Angelegenheit am Morgen den Behörden meldet. Das wäre der junge Aufstrich. Der nennt sich hier Polizist. Ich bin hierher gekommen, um mich zur Ruhe zu setzen, Mumm. Und dazu gehört auch, am Leben zu bleiben. Ich stecke meine Nase nicht in Dinge, die mich nichts angehen. Ich weiß, dass ihr allerhand tun könnt. Und ich weiß auch, dass ihr es nicht tun werdet. Aber damit ihr nicht mit leeren Händen nach Hause geht. Jethro wohnt dort, wo alle Schmiede wohnen, nämlich mitten im Dorf, direkt am Anger. Er wohnt dort mit seiner alten Mutter. Die würde ich um diese nachtschlafende Zeit nicht stören. Und jetzt, die Herren, würde ich meine Kneipe gerne schließen. Ich will ja nicht gegen die Vorschriften verstoßen.« Die Luke schloss sich wieder, und man hörte, wie ein Riegel vorgeschoben wurde. Kurz darauf wurde zu dem altehrwürdigen Ruf »Habt ihr denn kein Zuhause?« die Vordertür aufgerissen, und die Straße füllte sich mit Männern, die versuchten, ihren Verstand in die gleiche Richtung in Bewegung zu setzen wie ihre Füße, oder umgekehrt. In der Dunkelheit hinter der Kneipe, wo es nach alten Fässern roch, sagte Willikens »Würdet ihr darauf wetten, dass unser Schmied heute Nacht brav in seinem Bettchen liegt, gnädiger Herr?« »Lieber nicht«, antwortete Mumm. »Aber die Sache stinkt gewaltig. Ich glaube, ich habe es mit einem Mord zu tun. Aber ich habe keine Leiche. Jedenfalls keine vollständige«, sagte er, als Willikens den Mund aufklappte. Er grunzte. »Um als Mord durchzugehen, Willikens, muss schon ein wichtiges Teil von einem fehlen, und zwar eins, ohne dass man nicht weiterleben kann. Der Kopf zum Beispiel. Na schön, vielleicht zählt auch das ganze Blut, aber das lässt sich im Dunkeln nur schwer einsammeln.« Sie setzten sich in Bewegung. »Eins kann man von den Toten sagen«, brummte Mumm, »sie bleiben tot, im Allgemeinen jedenfalls. Deshalb, es ist ein langer Tag gewesen, und wir haben noch einen langen Weg vor uns, und wir werden auch nicht gerade jünger, stimmt's?« »Was sich von außen nicht besonders bemerkbar macht, Herr Kommandeur«, erwiderte der loyale Willikens. Ein gähnender Lakai öffnete ihnen. Sobald er sich wieder verzogen hatte, holte Willikens die stinkende, abgetrennte Goblin-Klaue aus der Manteltasche und legte sie in der Eingangshalle auf den Tisch. »Ist nicht viel dran an einem Goblin, abgesehen vom Kopf. Seht ihr, der Ring steckt noch am Finger, sieht eindeutig nach Stein aus. Seht ihr die kleine blaue Perle? Ziemlich gute Handarbeit für einen Goblin. Tiere tragen keinen Schmuck«, brummte Mumm. »Weißt du, Willikens, ich habe schon mal gesagt, aber du würdest einen verdammt guten Bullen abgeben, mal ganz davon abgesehen, dass du auch einen verdammt guten Assassinen abgeben würdest.« Willikens grinste. »Das mit den Assassinen habe ich mir als junger Bursche mal überlegt, aber dummerweise gehörte ich nicht der richtigen Gesellschaftsschicht an, und ganz abgesehen davon haben sie dort Regeln.« Er half Mumm aus der Jacke und fuhr fort, »auf der Straße gibt es keine Regeln, Herr Kommandeur, bis auf die eine namens »Überleben«, und mein armer alter Vater würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn ich auch nur daran denken würde, Polizist zu werden.« »Ich dachte, du hättest deinen Vater nie gekannt.« »Allerdings, so ist es, aber man darf die Vererbung keinesfalls außer Acht lassen.« Willikens zog eine kleine Bürste hervor und bürstete ein Schmutzkrümelchen vom Mantel, ehe er ihn auf den Bügel hängte. »Manchmal spüre ich die Abwesenheit der Eltern recht schmerzhaft. Ich habe schon überlegt, am Fest der geringen Götter auf den Friedhof zu gehen und laut zu rufen, »Vater, ich will Polizist werden«, und dann zu sehen, welcher Grabstein wackelt.« Der Diener grinste immer noch. Mumm musste nicht zum ersten Mal daran denken, dass er einen ziemlich ungewöhnlichen Mann als Leibdiener hatte, erst recht, wenn man bedachte, dass sie beide auf die gleiche Herkunft zurückblickten. »An deiner Stelle, Willikens, und das meine ich wirklich ernst, würde ich lieber zum Kittchen gehen und den Satz in die Kalkgrube gleich neben dem Galgen rufen.« Willikens grinste noch breiter. »Vielen Dank, gnädiger Herr. Ich muss euch nicht eigens sagen, wie viel mir das bedeutet. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich möchte nur rasch meine Jacke in den Brennofen werfen, ehe ich mich für die Nacht zurückziehe.« Sibyl drehte sich um und gab ein tiefes, wohliges Geräusch von sich, als Mumm sich neben sie ins Bett legte. Es war ein langer Tag gewesen, und so versank er sofort in dem rosigen, halbwachen Dusel, der sogar noch schöner als der Schlaf selbst ist, und wachte fast alle Stunden pünktlich auf, als niemand unten auf der Straße mit der Glocke schepperte, um zu verkünden, dass alles in Ordnung sei. Dann wurde er wieder wach, als schwere Wagenräder über Steine rumpelten. Der Argwohn riss ihn aus dem Schlaf. Steine? Um das Gut herum lag doch überall bloß Kies. Er machte ein Fenster auf und schaute hinaus ins Mondlicht. Das Geräusch heilte aus den Bergen herüber. Die wenigen Gehirnzellen, die die Nachtschicht übernommen hatten, fragten sich, welche Art von Landwirtschaft in der Nacht betrieben wurde. Bauten sie dort Pilze an? Mussten die Rüben rechtzeitig vor dem Frost eingebracht werden? Handelte es sich um das, was allgemein Fruchtfolge genannt wurde? Derlei Gedanken schmolzen in Mumps Gehirn wie kleine Zuckerkristalle in einer Tasse Tee, sickerten und tropften von Zelle zu Synapse zu Neurotransmitter, bis sie in dem Rezeptor mit der Aufschrift »Argwohn« angelangt waren. Letzterer wäre auf dem medizinischen Schaubild eines Polizistengehirns ein ziemlich dicker Klumpen, größer sogar als der Klumpen mit der Aufschrift »Fähigkeit, lange Worte zu verstehen«. Mumm dachte, aha, Schmuggler. Schloss gut gelaunt und zuversichtlich das Fenster und legte sich wieder ins Bett. Das Essen auf gut Käse dick war reichhaltig und üppig und höchstwahrscheinlich so gut wie alles, was auf ich endete. Mumm war alt genug, um zu wissen, dass das leitende Personal die Reste essen durfte und dafür sorgte, dass es stets genügend Reste gab. Zufrieden nahm er sich eine große Portion von dem Schellfisch mit Reis und hartgekochten Eiern und verputzte alle vier Speckscheiben auf seinem Teller. Sibyl bedachte sein Tun mit einem leisen »Zit, zit, zit«. Aber Mumm wies sie darauf hin, dass er schließlich Urlaub habe, und im Urlaub machte man nicht das, was man sonst immer machte. Worauf Sibyl mit kriminaltechnischer Akkuratesse anmerkte, dass sich das wohl auch auf seine Polizeiarbeit beziehen sollte. Aber ein vorbereiteter Mumm konterte damit, dass er das selbstverständlich einsehen würde, weshalb er auch gleich anschließend mit klein Sam ins Dorf spazieren wolle, um seine Verdachtsmomente dem hiesigen Polizisten mitzuteilen. »Na, dann ist ja gut«, erwiderte Sibyl mit absichtlich ungläubigem Unterton und wies ihn an, auf alle Fälle Willikens mitzunehmen. Auch das war eine Seite an seiner Frau, die Mumm bis ins Mark verunsicherte. So wie Sibyl der Meinung war, dass Nobby Nobs zwar ein ungeschliffener Diamant, aber eine gute Wache sei, glaubte sie, Mumm sei in Begleitung eines Mannes sicherer, der sich nie unbewaffnet auf die Straße begab und einmal sogar eine Bierflasche mit den Zähnen eines anderen aufgemacht hatte. Das stimmte zwar, war in gewisser Hinsicht jedoch sehr befremdlich. Er hörte es klingeln, hörte, wie der Diener die Tür aufmachte, hörte eine gedämpfte Unterhaltung und dann Schritte auf dem Kiesweg, der zur Rückseite des Gutshauses führte. Reines Hintergrundrauschen, ebenso wie das Geräusch eines Dieners, der ins Zimmer kam und Sibyl etwas zuflüsterte. Er hörte, wie sie was sagte. Kurz darauf, na, dann bring ihn lieber gleich herein. Und dann nahm Mumm Haltung an, als sie ihn ansprach. Es ist der Polizist aus dem Dorf. Empfängst du ihn bitte im Arbeitszimmer? Polizisten putzen sich nie richtig die Schuhe ab. Besonderst du nicht, Sam. Mumm war noch nie im Arbeitszimmer gewesen. Dem Gut schienen die Zimmer nie auszugehen. Nachdem er sich von einem Dienstmädchen, das sich sofort zur Wand drehte, den Weg hatte zeigen lassen, traf er im Arbeitszimmer ein, kurz bevor der Dorfpolizist von einem Diener hereingeführt wurde. Der Diener machte ein Gesicht, als müsste er eine tote Ratte entsorgen. Der Gast schien jedenfalls der Dorfpolizist zu sein, obwohl er eher wie der Sohn des Dorfpolizisten aussah. Mumm schätzte ihn auf siebzehn Jahre, und er roch nach Schwein. Er blieb dort stehen, wo ihn der Diener abgestellt hatte, und starrte ins Leere. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?« Der junge Mann blinzelte verlegen. »Ähm, spreche ich mit Herrn Samuel Mumm?« »Und wer sind Sie?« Die Frage schien den jungen Mann völlig zu überrumpeln. Nach einer Weile tat er Mumm leid, und er sagte, »Hören Sie, mein Junge, die korrekte Vorgehensweise besagt, dass Sie sich erst vorstellen und mich anschließend fragen, ob ich sozusagen ich bin. Immerhin weiß ich ja noch nicht, wer Sie sind. Sie tragen keine mir bekannte Uniform. Sie haben mir weder Ausweis noch Dienstmarke gezeigt, und Sie tragen keinen Helm. Trotzdem gehe ich mal davon aus, schon allein deshalb, weil ich dieses Gespräch bis zum Mittagessen über die Bühne bringen will, dass Sie der Hauptwachtmeister dieser Gegend sind. Wie heißen Sie?« »Ähm, Aufstrich. Volker Aufstrich. Ähm, Hauptwachtmeister Aufstrich.« Mumm schämte sich ein bisschen. Dieser Junge führte sich als Polizist wirklich so auf, dass sogar Nobby Nops ihn ausgelacht hätte. Laut sagte er, »Also, Hauptwachtmeister Aufstrich, ich bin Sir Samuel Mumm, unter anderem. Und ich hatte heute ohnehin vor, mich mit Ihnen zu unterhalten.« »Ach, sehr schön, Herr Mumm, denn ich hatte soeben ohnehin vor, euch festzunehmen, und zwar, weil ihr unter Verdacht steht, den Tod von Jethro Jefferson, dem Schmied, verursacht zu haben.« Mums Gesichtsausdruck blieb unverändert. »Was soll ich jetzt tun?«, dachte er. »Überhaupt nichts«, dachte er. »Sie haben das Recht zu schweigen.« Das habe ich schon zu Hunderten von Verdächtigen gesagt, obwohl ich wusste, dass ihnen das auch nichts hilft. Aber eins weiß ich mit absoluter Sicherheit, nämlich, dass ich diesem Schmied außer einer kleinen erzieherischen Maßnahme nichts angetan habe, weshalb es mich schon sehr interessiert, wie dieser kleine Einfallspinsel auf die Idee kommt, mich zu verhaften.« Ein Polizist sollte immer offen für Neues sein. Und Mumm hatte von Lord Vetinari gelernt, nie auf eine Bemerkung oder eine Situation zu reagieren, bevor man sich nicht über seinen nächsten Schritt im Klaren war. Dieses Verhalten hatte den doppelten Vorteil, dass es einen erstens davor bewahrte, etwas Falsches zu tun oder zu sagen, und zweitens andere Leute extrem nervös machte. »Tut mir leid, gnädiger Herr, aber es hat eine ganze Stunde gedauert, bis die Schweine rausgejagt waren und der Kotter einigermaßen hergerichtet. Er riecht immer noch ein bisschen nach Scheuermittel und nach Schwein. Das auch, wenn man's allzu genau nimmt. Aber ich habe die Wände frisch übertüncht und einen Stuhl reingestellt, und ein Bett gibt's auch, auf das ihr euch legen könnt. Ach ja, und die Zeitschrift habe ich auch gefunden, falls es euch langweilig wird.« Er blickte Mumm hoffnungsvoll an. Mums Ausdruck war immer noch unverändert, nur ein wenig verkastet. Aber nachdem er den Jungen eine angemessene Zeit angestarrt hatte, sagte er, »Was für eine Zeitschrift?« »Wie bitte?« »Ich wusste nicht, dass es mehr als eine gibt. Wir haben sie schon immer. Es geht um Schweine bei der Zeitschrift. Sie ist schon ein bisschen zerfleddert, aber Schweine bleiben Schweine.« Mumm erhob sich. »Ich mache einen kleinen Spaziergang, Hauptwachtmeister. Wenn Sie wollen, können Sie mitgehen.« »Entschuldigung, gnädiger Herr, aber ich habe euch verhaftet.« »Nein, mein Junge, ganz bestimmt nicht,« erwiderte Mumm und ging in Richtung Haustür. »Aber ich habe euch laut und deutlich mitgeteilt, dass ihr verhaftet seid.« Es klang fast wie ein Jammern. Mumm machte die Tür auf und ging die Treppe hinunter. Volker trottete hinter ihm her. Zwei Gärtner, die sich sonst wohl umgedreht hätten, stützten sich bei dem Anblick in Erwartung einer kleinen kabarettistischen Einlage auf ihre Besen. »Können Sie mir irgendetwas vorweisen, aus dem ersichtlich ist, dass Sie tatsächlich Polizist sind?« rief Mumm nach hinten. »Ich habe den offiziellen Polizeiknüppel, gnädiger Herr. Ein Familienerbstück.« Sam Mumm blieb stehen und drehte sich um. »Also, mein Junge, wenn er offiziell ist, dann würde ich ihn mir sehr gerne einmal ansehen, wenn's recht ist. Na, geben Sie ihn schon her.« Volker tat wie geheißen. Es handelte sich um einen einfachen, überdimensionalen Totschläger, auf dem nicht sehr professionell das Wort Gesetz eingebrannt war, vermutlich mit einem Schürhaken. Allerdings lag er ganz gut in der Hand. Mumm schlug sich damit in die Handfläche und sagte, »Sie haben mir zu verstehen gegeben, dass Sie mich für einen potenziellen Mörder halten. Und jetzt haben Sie mir Ihre Waffe ausgehändigt. Halten Sie das nicht für ein bisschen unklug?« Mumm sah die Landschaft an sich vorüberziehen, als er über die Terrasse segelte und dann auf dem Rücken im Blumenbeet landete. Er starrte in den Himmel. Volkers eckiges Gesicht tauchte ein wenig zu groß in seinem Blickfeld auf. »Tut mir leid, Herr Kommandeur. Persönlich würde ich Euch um nichts auf der Welt wehtun wollen, aber ich wollte auch nicht, dass Ihr den falschen Eindruck von mir bekommt. Dieser Wurf lässt sich mit »Ein Mann hoch, runter, tut mir leid« übersetzen.« Mumm betrachtete im Zustand unerklärlichen Friedens gerade den Fleckenhimmel über ihm, als der Junge sagte, »Wisst Ihr, mein Großvater hat als junger Mann auf den großen Schiffen gearbeitet. Bis rüber nach Bangbangduck ist er gesegelt und auch sonst überall hin, wo die Leute so ganz anders sind. Als er zurückkam, hat er meine Oma mitgebracht, Ming Chang, und sie hat meinem Vater und mir diese Tricks beigebracht.« Er schniefte. Sie ist vor einigen Monaten gestorben, aber wenigstens hat sie meiner Mutter auch das Kochen beigebracht. Bangming Suckdog ist hier in der Gegend immer noch ein sehr beliebtes Essen, und natürlich ist es so nah am Meer nicht sehr schwer, die benötigten Zutaten zu bekommen. Bongkhenbangkeng wächst hier zwar nicht besonders gut, Packt, Chop, Chop, Mac, Dick hingegen schon. »Oh, die Farbe kehrt wieder in Ihr Gesicht zurück, gnädiger Herr, das freut mich sehr.« Mumm richtete sich auf. Ihm taten sämtliche Gelenke weh. »Mach das nicht noch einmal, klar?« »Ich gebe mir die größte Mühe, gnädiger Herr, aber Ihr steht nun mal unter Arrest.« »Ich habe Dir bereits gesagt, dass Du mich nicht ordnungsgemäß festgenommen hast, junger Mann.« Mumm kam wieder auf die Beine und schnaufte ein wenig. Um eine rechtmäßige Festnahme durchzuführen, muss der festnehmende Polizist die Verdachtsperson berühren und dabei laut und deutlich folgende Worte aussprechen. »Ich nehme Sie hiermit fest«, ungefähr so. Auf die Straftat, die man der Verdachtsperson zur Last legt, muss man zu diesem Zeitpunkt noch nicht näher eingehen. Währenddessen«, an dieser Stelle versetzte Mumm dem Jungen einen so heftigen Schlag gegen den Solaplexus, dass er sich krümmte, »zahlt es sich immer aus, auf der Hut zu sein. Und das sei Dir insbesondere dann geraten, mein Junge, wenn Du mich festnehmen willst, was Du, worauf ich zum wiederholten Male hinweise, immer noch nicht getan hast, was wirklich schade ist, denn andernfalls könntest Du mich jetzt schon allein wegen Widerstands gegen die Festnahme und tätlichen Angriffs auf einen Polizisten in Ausübung seiner Pflicht festnehmen. Was mich zu der Annahme verleitet, dass mich bis jetzt noch nichts davon überzeugt hat, dass Du wirklich Polizist bist.« Mumm setzte sich auf einen dafür geeigneten Stein und sah zu, wie Volker sich langsam wieder aufrichtete. »Ich bin Sam Mumm, junger Mann. Also versuchen Sie dieses Job Sally nicht noch einmal bei mir. Verstanden?« Als er jetzt wieder zu sprechen versuchte, klang Volkers Stimme wie ein verhaltenes Keuchen. »Und eines Tages wird einmal jemand zu Dir sagen, »Wissen Sie, wer ich bin, Wachtmeister?«, worauf Du antworten wirst, »Jawohl, weiß ich. Sie sind die Person, der ich in Verbindung mit dem vorbenannten Verbrechen ein paar Fragen stellen muss.« Oder mit einer ganz ähnlichen Formulierung, zu der keinesfalls Phrasen wie etwa »Jetzt bist du dran, Kumpel« oder »Jetzt hab ich dich am Wickeln und mach bloß keine Faxen gehören sollten.« Ignoriere alle Drohungen, aber vergesse keine. Das Gesetz ist unteilbar und unveränderlich. Es nimmt keine Rücksicht auf das Ansehen der Person. Und in diesem Augenblick bist Du auf sehr reale Weise dieses Gesetz. Und deshalb kennst auch Du keine Rücksicht.« Mumm lauschte mit offenem Mund, während Volker fortfuhr. »Wir bekommen hier die Times zwar nicht allzu oft zu lesen, aber als ich vor einem Jahr jede Menge Schweinemedizin gekauft habe, war die in der Times eingewickelt. Und dort habe ich Euren Namen gelesen, in einem Artikel, in dem Ihr davon gesprochen habt, was es bedeutet, Polizist zu sein.« »Eure Worte haben mich sehr stolz gemacht, Herr Kommandeur.« Mumm konnte sich an diese Rede noch erinnern. Er hatte sie anlässlich der Abschiedsparade für die frisch ausgebildeten Polizisten der Stadtwachenschule schreiben müssen. Stundenlang hatte er daran gesessen, wobei die Tatsache, dass für ihn jede Art von Literatur in jeder Hinsicht ein Buch mit sieben Siegeln war, überaus hinderlich gewesen war. Er hatte Sibyl den Entwurf gezeigt und sie gefragt, ob er sich ihrer Meinung nach Hilfe holen sollte. Aber sie hatte ihm nur den Kopf getätschelt und gesagt, »Nein, Liebster, das hört sich hinterher bloß wie etwas an, das jemand für einen anderen geschrieben hat, wohingegen zwischen diesen Zeilen der wahre Mumm wie ein strahlendes Leuchtfeuer hindurch schimmert.« Das hatte ihn damals sehr aufgemuntert, denn er war noch nie zuvor ein strahlendes Leuchtfeuer gewesen. Aber jetzt wurde er abrupt in die Wirklichkeit zurückgeholt, als seine Gedanken von einem sehr höflichen Hüsteln und der Stimme von Willikens unterbrochen wurde. »Entschuldigt bitte, Herr Kommandeur, aber ich halte den Zeitpunkt für gekommen, diesen jungen Herrn mit meinen Freunden burrlich und stark im Arm bekannt zu machen. Lady Sibyl würde es ganz und gar nicht gefallen, wenn ihr festgenommen würdet. Im Gegenteil. Ich glaube, sie wäre in diesem Falle ausgesprochen, »Verstimmt, gnädiger Herr.« Mumm fand seine Stimme wieder. »Du bist ein verdammter Narrmann. Runter mit dem verdammten Ding. Die Situation ist auch so schon angespannt genug. Sofort runter damit!« Willikens legte die glänzende Armbrust wortlos auf die Brüstung der Treppe, wie eine Mutter, die ihr kleines Kind zu Bett bringt. Ein leises »Plonk« war zu hören, und siebzehn Schritte entfernt wurde eine Geranie geköpft. Niemand merkte etwas davon, mit Ausnahme der Geranie, und einer schäbigen Gestalt, die leise »Zack« sagte, dabei aber den Blick eisern auf Mumm gerichtet hielt. Das in Schreck erstarrte Tableau auf der Treppe wurde von Lady Sibyl erlöst, die sich für eine so umfangreiche Frau sehr leise fortbewegen konnte. »Meine Herren, was geht hier vor sich?« »Dieser junge Mann, angeblich der Ortspolizist, hat vor, mich unter Mordverdacht in Gewahrsam zu nehmen, meine Liebe.« Ehemann und Ehefrau wechselten einen Blick, der die Bezeichnung »Telepathie« verdient hätte. Sibyl musterte Volker streng von oben bis unten. »Aha, Sie sind dann wohl der junge Aufstrich.« »Ich habe mit Bedauern vernommen, dass Ihre Großmutter verstorben ist, aber ich hoffe sehr, dass sich Ihre Mutter noch der allerbesten Gesundheit erfreut. Als Mädchen habe ich Sie oft besucht. Und Sie möchten jetzt meinen Mann festnehmen?« Ein glotzäugiger Volker bekam gerade noch ein unprofessionelles »Ja, Kneefrau« heraus. Sibyl seufzte und sagte gewichtig »Dann will ich nur hoffen, dass die Sache wenigstens ohne weitere Pflanzenopfer vor sich geht.« »Zumum« sagte sie »Bringt er dich ins Gefängnis?« Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Volker, der jetzt in die Mündung einer mit tausend Jahren Oberklassenbewusstsein geladenen Kanone starte. »Er braucht frische Sachen, Wachtmeister. Wenn Sie mir verraten, wo Sie ihn hinbringen, woran ich nicht im geringsten zweifle, bringe ich ihm höchst persönlich passende Kleidung vorbei. Muss ich die Streifen vorher aufnähen, oder geschieht das automatisch? Außerdem wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie ihn mir bis zur Teestunde wiederbringen würden. Da erwarten wir nämlich Besuch.« Lady Sibyl machte einen Schritt nach vorne und Volker einen nach hinten, um dem Zorn ihres bedrohlichen Busens zu entkommen. »Darf ich Ihnen viel Glück bei Ihrem Unterfangen wünschen, junger Mann?« sagte sie dann. »Sie werden es brauchen. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich habe noch etwas mit der Köchin zu besprechen.« Sie rauschte davon. Volker starrte ihr ungläubig nach. Dann ging die Tür, die sich gerade eben hinter ihr geschlossen hatte, noch einmal auf. Und Lady Sibyl rief, »Sind Sie immer noch Junggeselle, junger Mann?« Volker quetschte ein »Ja« heraus. »Dann sind Sie zum Tee eingeladen«, rief sie fröhlich. »Wir erwarten mehrere junge Damen im heiratsfähigen Alter, die ganz bestimmt begeistert davon sein werden, einen jungen Mann vorzufinden, der allzeit bereit ist, am Rande des Vulkans zu tanzen. Setz doch bitte deinen Helm auf, Sam, falls es zu irgendwelchen Polizeibrutalitäten kommen sollte. Willikens, du kommst mit mir. Ich muss mit dir reden.« Mum ließ das eintretende Schweigen gerinnen. Nachdem schon erstaunlich viel davon geronnen war, sagte Volker, »Eure Gattin ist eine sehr bemerkenswerte Frau, gnädiger Herr.« Mum nickte. »Sie haben ja keine Ahnung. Was haben Sie denn jetzt vor, Herr Hauptwachtmeister?« Der Junge zögerte. Genau diese Wirkung hatte Sibyl auf jeden. Allein durch ihre ruhige und besonnene Redeweise ließ sie einen daran glauben, die Welt hätte sich um hundertachtzig Grad gedreht und sei einem auf den Kopf gefallen. »Ja, also, gnädiger Herr, ich muss Sie wohl der Richterschaft vorführen.« Mum fiel das kleine Fragezeichen sofort auf. »Wer ist Ihr Vorgesetzter, Volker?« »Die soeben erwähnte Richterschaft.« Mum ging die Treppe hinunter und Volker eilte ihm nach. Mum wartete, bis der Junge richtig rannte. Dann blieb er stehen und Volker prallte gegen ihn. »Ihr Vorgesetzter ist das Gesetz, Hauptwachtmeister. Vergessen Sie das nie.« »Eine der Aufgaben des Gerichts besteht gerade darin, sicherzustellen, dass Sie es nicht vergessen.« »Haben Sie überhaupt einen Eid abgelegt?« Wie lautete er? »Wem gegenüber haben Sie ihn abgelegt?« »Ach, daran kann ich mich noch erinnern. Das war gegenüber der Richterschaft.« »Es war was?« »Sie haben geschworen, den Richtern zu gehorchen?« »Das ist überhaupt nicht zulässig.« Er hielt inne. »Vergiss nie, dass du auf dem Land immer beobachtet wirst,« dachte er, und wahrscheinlich auch belauscht. Volker sah ihn entsetzt an. Deshalb fuhr Mum fort. »Bring mich zu deinem Kotter, mein Junge, und sperr mich dort ein. Und wenn du schon dabei bist, solltest du dich gleich mit einsperren. Nichts überstürzen, keine Fragen, und mach nicht so viel Gedöns. Ausgenommen sind Sätze wie »Jetzt hab ich dich am Wickel, du Missgeburt« und anderer Unsinn in der Art. »Denn ich bin davon überzeugt, junger Mann, dass hier jemand in echten Schwierigkeiten steckt, und ich glaube, dass du derjenige bist. Wenn du auch nur einen Funken Verstand besitzt, hältst du jetzt die Klappe und bringst mich in deinen Kotter, klar?« Volker nickte mit weit aufgerissenen Augen. Es war ein angenehmer Spaziergang hinunter zum Kotter, der, wie sich herausstellte, an einem kleinen Kai gleich am Fluss stand. Ringsum lag all das halbprofessionelle Schifffahrtsgeraffel, das man an einem solchen Ort erwartete. Außerdem gab es eine Drehbrücke, vermutlich um die größeren Schiffe durchzulassen. Die Sonne schien, und auf eine träge Art und Weise ereignete sich überhaupt nichts. Dann standen sie vor dem schon so oft erwähnten Kotter. Er sah wie ein riesiger Pfefferstreuer aus Stein aus. Eine blühende Kletterpflanze rankte sich daran empor, und gleich neben der Tür war ein riesengroßes Schwein an einer Kette festgemacht. Als es die beiden Männer näherkommen sah, stellte es sich auf die Hinterbeine und fing leicht torkelnd an zu betteln. »Das ist Stampfer«, sagte Volker. Sein Vater war ein Schwarzkittel, seine Mutter sehr überrascht. »Seht ihr diese Hauer? Wenn ich damit drohe, Stampfer von der Leine zu lassen, gibt keiner mehr ein Widerwort. Stimmt's, Stampfer?« Er verschwand hinter dem Knasthäuschen und kam kurz darauf mit einem Eimer Schweinefutter zurück, in den sich Stampfer unter beängstigenden, aber doch eher zufrieden grunzenden Geräuschen am liebsten ganz hineingestürzt hätte. Mum starrte immer noch die gewaltigen Hauer an, als eine freundlich aussehende Frau in einer Kittelschürze aus dem strohgedeckten Häuschen kam, bei Mums Anblick sofort stehen blieb und einen kleinen Knicks machte. Dann richtete sie den Blick erwartungsvoll auf Volker. »Was hast du uns denn da für einen feinen Herrn mitgebracht, mein Sohn?« »Das ist Kommandeur Mum, Mutter. Du weißt schon, der Herzog.« Betretene Stille breitete sich aus, in der die Frau sich merklich wünschte, dass sie in besserem Aufzug, mit besserer Frisur und besseren Schuhen erschienen wäre, und dass sie vorher noch rasch den Abort, die Küche und die Spülküche geputzt, sowie den Garten in Ordnung gebracht, die Haustür gestrichen und die Innenseite des Dachs sauber gemacht hätte. Mum bewahrte sie davor, vor Scham im Boden zu versinken, indem er ihr die Hand entgegenstreckte und sagte, »Samuel Mum, werte Dame, freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen,« woraufhin sie voller Panik nach drinnen rannte. »Muttchen hat es immer sehr mit der Aristokratie,« vertraute ihm Volker an, während er die Tür zum Kotter mit einem großen, unpraktischen Schlüssel aufschloss. »Wieso das denn?«, erkundigte sich Mum verwundert. Im Kotter war es einigermaßen komfortabel. Zwar hatten die Schweine eine duftende Erinnerung zurückgelassen, aber für einen Jungen aus Ankh-Morpork zählte das beinahe als frische Luft. Volker setzte sich neben ihn auf eine säuberlich geschrubbte Bank. »Na ja, gnädiger Herr, als mein Großpapa noch jung war, hat ihm Lord Käsedick einen ganzen halben Dollar dafür gegeben, dass er ihm das Tor aufmachte, nur damit die Jagd passieren konnte. Meinem Vater zufolge hat mein Großvater gesagt, »Kein frömmlerischer Heuchler, der von den Menschenrechten faselt, hat mir je auch nur einen halben Heller geschenkt. Deshalb sage ich, ein Hoch auf Lord Käsedick, der mir einen ganzen halben Dollar geschenkt hat, als er voll wie eine Haubitze war, und als er wieder nüchtern war, hat er ihn nicht zurückverlangt. So was nenne ich einen wahren Gentleman.« Mumm zog sich innerlich alles zusammen, da er wusste, dass der angeblich so spendable alte Trunkenbold wahrscheinlich mehr Geld besessen hatte, als man sich vorstellen konnte. Und dieser schwer arbeitende Mann war erbärmlich dankbar für ein lächerliches Handgeld von dem alten Suffkopp. Tief in seiner Seele knurrte er einen schon lange toten Mann an. Der Teil von ihm, der schon seit Jahren mit Sibyl verheiratet war, flüsterte hingegen. Aber er hätte dem Mann überhaupt nichts geben müssen. Und damals war ein ganzer halber Dollar wahrscheinlich mehr Geld, als sich der alte Mann überhaupt vorstellen konnte. Einmal hatte ihn Sibyl bei einer ihrer nicht sehr häufigen Streitereien damit überrascht, dass sie ihm Folgendes entgegengeschleudert hatte. »Es ist nun mal so, Sam, dass meine Familie ihren Start ins Leben, ihre Grundausrüstung, wenn du so willst, durch Seeräuberei erlangt hat. Das müsste dir doch gefallen, Sam. Gute, ehrliche, körperliche Arbeit. Und jetzt sieh dir an, wozu das alles geführt hat. Das Problem mit dir, Sam Mumm, ist, dass du fest dazu entschlossen bist, dein eigener Klassenfeind zu sein.« »Stimmt was nicht, Herr Kommandeur?« fragte Volker. »Hier stimmt überhaupt nichts,« antwortete Mumm. »Zum einen, kein Polizist schwört einer staatlichen Institution Treue. Seine Treue gilt allein dem Gesetz. Ja, Politiker können das Gesetz ändern, und wenn der Polizist das nicht mag, kann er den Dienst quittieren. Aber solange er im Dienst ist, obliegt es ihm, in Übereinstimmung mit den bestehenden Gesetzen zu handeln.« Er lehnte den Rücken gegen die Steinmauer. »Man gelobt doch nicht, dass man irgendwelchen Richtern gehorcht.« »Ich würde gerne sehen, was du da unterschrieben hast.« Mumm hörte aufzureden, weil die kleine Metallplatte in der Tür zum Kotter aufgeschoben wurde. Dahinter war Volkers Mutter zu sehen, die einen sehr aufgeregten Eindruck machte. »Ich habe Beng-sack-dack gemacht, Volker, mit Rüben und Pommes, und für den Herzog wäre auch genug da, wenn er so gnädig ist, mit uns zu essen.« Mumm beugte sich vor und flüsterte. »Weiß sie, dass du mich festgenommen hast?« Volker erschauerte. »Nein, und bitte sag dir nichts davon, sonst lässt sie mich womöglich nie wieder ins Haus.« Mumm ging zur Tür und sagte in den Spalt. »Ich fühle mich von ihrer Gastfreundschaft sehr geehrt, Frau Aufstrich.« Von der anderen Seite kam ein nervöses Kichern, und Volkers Mutter stammelte. »Es tut mir nur leid, dass wir keine Silberteller haben, euer Hoheit.« Zu Hause aßen Mumm und Sibyl von strapazierfähigem Stein gut, billig, praktisch und leicht sauber zu halten. »Tut mir auch leid, Frau Aufstrich, dass Sie keine Silberteller haben,« sagte er laut. »Ich lasse Ihnen demnächst ein Service vorbeischicken.« Von der anderen Seite hörte man so etwas wie ein Scharren oder Schlurfen. Und im gleichen Moment sagte Volker, »Wie bitte? Seid ihr verrückt geworden, gnädiger Herr?« »Vielleicht wäre das ganz hilfreich,« dachte Mumm. »Wir haben hunderte von diesen verdammten Silbertellern oben auf Gut Käse dick, mein Junge. Die Dinger sind so nötig wie ein Kropf, denn das Essen wird ruckzuck kalt darauf. Und sie laufen schwarz an, kaum, dass man ihnen den Rücken zugekehrt hat. Es kommt mir auch so vor, als hätten wir viel zu viele Löffel. Mal sehen, was sich da machen lässt.« »Das geht nicht. Sie hat Angst, wenn sich etwas Wertvolles im Haus befindet.« »Wird hier in der Gegend denn viel gestohlen, Hauptwachtmeister?« erkundigte sich Mumm, wobei er das letzte Wort besonders betonte. Volker zog die Tür des Kotters auf, half seiner Mutter, die von der Aussicht, womöglich schon bald Silberteller zu besitzen, offensichtlich überwältigt worden war, vom Boden auf, klopfte ihr den Schmutz von der Schürze und sagte nach hinten gewandt, »Nein, gnädiger Herr, der Grund ist der, dass hier niemand etwas zum Stehlen besitzt. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass man sich Glück mit Geld nicht kaufen kann.« »Ja«, dachte Mumm, »das hat mir meine Mutter auch immer gesagt. Aber sie war doch sehr froh, als ich ihr mein erstes selbstverdientes Geld gab, denn damit konnten wir uns eine Mahlzeit mit Fleisch leisten, auch wenn wir nicht wussten, was für ein Fleisch es war. Das ist doch Glück, oder nicht?« »Verflixt noch mal.« »Dass man sich aber auch immer selbst belügt.« Nachdem eine errötende Frau Aufstrich davongeeilt war, um das Essen zu holen, sagte Mumm, »Unter uns gesagt, Hauptwachtmeister. Glaubst du wirklich, dass ich einen Mord begangen habe?« »Aber nein«, antwortete Volker sofort. »Das kam jetzt ziemlich schnell, junger Mann. Willst du damit sagen, dass du über Bulleninstinkt verfügst? Ich habe nämlich den Eindruck, dass du noch nicht lange Bulle bist und noch nicht viel zu tun gehabt hast. Ich bin zwar kein Experte, aber so viel ich weiß, lügen einen Schweine nicht besonders hartnäckig an.« Volker holte tief Luft. »Also, euer Gnaden,« sagte er ganz ruhig. »Mein Großvater war ein gerissener alter Fuchs. Der konnte in den Leuten wie in Büchern lesen. Er spazierte immer mit mir durch die Gegend und stellte mich anderen Leuten vor. Und wenn wir dann weitergingen, erzählte er mir ihre Geschichten, wie die von dem Mann, der in flagrante Delikto erwischt worden war, und zwar mit einem ganz gewöhnlichen Truthahn. Mum hörte mit offenem Mund zu, während das rosige, sauber geschrubbte Gesicht von dieser lieblichen, wohlriechenden Landschaft erzählte, als sei sie von Teufeln aus dem abscheulichsten Höllenschlund bevölkert. Volker entrollte ein Register von Übeltaten, die sich gewaschen hatten. Keine vorsätzlichen Morde, bloß Bosheit und Dummheit und sämtliche Verbrechen, die die menschliche Beschränktheit und Dusseligkeit hervorbringt. Natürlich gab es überall dort, wo es Menschen gab, auch Verbrechen. Nur kam einem diese Gewissheit hier in dieser langsamen Welt der weiten Räume und singenden Vögel irgendwie Fehl am Platze vor. Trotzdem hatte Mum es gleich bei seiner Ankunft gerochen. Und jetzt steckte er mittendrin. »Man kriegt so ein kribbeln«, sagte Volker. »Mein Vater hat mir das gesagt.« Er sagte immer »Hinsehen, zuhören und jeden Einzelnen im Auge behalten.« Es hat noch keinen guten Polizisten gegeben, der nicht einen Hauch von Bösewicht in sich gehabt hätte. Und genau dieser Hauch meldet sich dann. Er sagt »Dieser Mann hat etwas zu verbergen« oder »Dieser Mann benimmt sich viel zu großspurig, denn eigentlich ist er das reinste Nervenbündel. Dieses Gespür meldet sich todsicher.« Mum wollte nicht schockiert sein, also entschloss er sich zur Bewunderung, aber zu nicht allzu viel Bewunderung. »Damit haben dein Großvater und dein Vater bestimmt nicht falsch gelegen, Volker. Und ich sende also die richtigen Signale aus, oder?« »Aber nein, überhaupt nicht. Bei meinem Großvater und meinem Vater war das manchmal auch so. Die haben sich dann einfach gar nichts anmerken lassen, haben gar nicht mehr reagiert. Das macht die Leute total nervös.« Volker legte den Kopf ein wenig zur Seite und sagte »Einen Augenblick. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem.« Die Tür zum Kotter flog scheppernd auf, und schon sauste Hauptwachtmeister aufstrich um die Ecke zur Rückseite des kleinen niedrigen Gebäudes. Etwas kreischte und quiekte, dann hatte Mum, der immer noch friedlich drinnen saß, plötzlich Goblins auf seinem Schoß. Genau genommen war es nur ein Goblin. Aber ein Goblin so ganz aus der Nähe ist mehr als genug. Es fing schon mit dem Geruch an und hörte nicht damit auf, weil dieser Geruch nämlich die ganze Welt zu durchdringen schien. Trotzdem war es nicht der Gestank, obwohl diese Goblins sämtliche widerlichen Gerüche absonderten, die ein organisches Wesen hervorbringen konnte. Nein, denn jeder, der durch die Straßen von Ankh-Morpork ging, war mehr oder weniger immun gegenüber Gestank aller Art. Und momentan blühte, wenn das das richtige Wort dafür war, in der Stadt sogar ein neues Hobby auf. Gestank sammeln. So dass Diddle von Diddles Briefmarken und Nadelbörse das Schild über seinem Laden schon wieder erweitert hatte. Mum, war das alles ein Rätsel. Denn seiner Meinung nach konnte man unmöglich zwischen einem Hühnerfurz und einem Truthahnfurz unterscheiden. Aber es gab Leute, die es darin zu wahrer Meisterschaft gebracht hatten. Und er war froh, dass diese Leute sich diese Spielwiese für ihre verstörenden Neigungen gesucht hatten und nicht, nur so als Beispiel, Menschenschädel, die sie auf der Hauptstraße aufsammelten, in ihrer Spüle stapelten. Den ganz besonderen Geruch eines Goblin konnte man jedoch nicht in Flaschen abfüllen, oder was die Sammler damit anstellen mochten, weil es weniger ein Gestank als ein Gefühl war, nämlich das Gefühl, dass dein Zahnschmelz verdampfte und dass deine Rüstung, falls man eine Rüstung besaß, mit großer Geschwindigkeit zu rosten anfing. Mum versetzte dem Ding einen Faustschlag. Aber es klammerte sich mit Armen und Beinen fest und kreischte mit etwas, das man theoretisch als Stimme hätte bezeichnen können, sich aber eher wie ein Sack Walnüsse anhörte, auf den jemand mit beiden Füßen draufsprang. Andererseits griff es ihn auch nicht an, wenn man die biologischen Waffen einmal außer Acht ließ. Es klammerte sich nur mit den Beinen fest und wedelte jetzt mit den Armen, und Mum konnte Volker gerade noch davon abhalten, ihm mit seinem offiziellen Polizeiknüppel den Schädel einzuschlagen. Denn wenn man genauer zuhörte, stieß der Goblin Worte aus. Und die Worte lauteten, »Rächtisch! Rächtisch! Wir wollen bloß Rächtisch! Wollen, wollen Rächtisch! Ja, bloß Rächtisch!« Volker hingegen rief laut, »Stink je, du kleiner Teufel! Ich habe dir doch gesagt, was ich mache, wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du Schweinefutter klaust!« Dann sah er Mum hilfesuchend an. »Die können einem grässliche Krankheiten anhängen, Herr Kommandeur!« »Jetzt steck schon den verflixten Knüppel weg, junger Mann!« Mum richtete den Blick wieder auf den Goblin, der sich in seinem Griff wand. »Und du, kleiner Racker«, sagte Mum energisch, »hörst jetzt sofort mit dem Geplärre auf!« Es wurde still in dem kleinen Raum, bis auf die kaum hörbare Beschwörung. »Sie fressen ihre eigenen Babys«, von Volker, und »Los, Rächtisch!« aus dem Mund des Goblin, der seinen Namen Stinky völlig zurecht trug. Der Goblin beruhigte sich ein wenig, richtete eine Klaue auf Mumms linkes Handgelenk, sah ihm ins Gesicht und sagte, »Rächtisch!« Es war eine Tür, schaute zu dem finster dreinblickenden Hauptwachtmeister auf und wandte sich dann wieder Mumm zu. Sein Gesichtsausdruck bohrte sich regelrecht in Mumm hinein. Dann sagte der Goblin noch einmal langsam und bedächtig, »Rächtisch, Herr Polizist!« Mumm zog seine Schnupftabakdose hervor. Eins musste man dem braunen Zeug lassen. Der ganze Umstand, den es machte, bis man eine Prise davon nehmen konnte, verschaffte einem deutlich mehr Zeit zum Nachdenken, als wenn man sich einfach eine Zigarre anzündete. Außerdem erregte man damit die Aufmerksamkeit der Menschen. Er sagte, »Also, Herr Hauptwachtmeister, da hätten wir also jemanden, der Sie um Gerechtigkeit bittet. Wie wollen Sie jetzt vorgehen?« Volker sah ihn verunsichert an. Dann suchte er Zuflucht in einer Gewissheit. »Das ist ein stinkiger Goblin! Sieht man dergleichen oft hier in und um den Kotter?« fragte Mumm betont unaufgeregt. »Nur stinky«, antwortete Volker und funkelte den Goblin, der ihm eine wurmartige Zunge herausstreckte, finster an. »Der hängt ständig hier rum. Die anderen wissen, was passiert, wenn ich sie beim Klauen erwische.« Mumm betrachtete den Goblin und nahm erst jetzt ein ziemlich schlecht gerichtetes gebrochenes Bein wahr. Er drehte die Schnupftabakdose zwischen den Händen, ohne den jungen Mann dabei anzusehen. Aber als Polizist wundert man sich schon darüber, was passiert sein muss, damit ein so jämmerliches Wesen wie unser Freund hier dem Gesetz freiwillig in die Arme läuft und dabei riskiert, die Knochen zerschlagen zu kriegen. Und das nicht zum ersten Mal, oder? Es war ein Sprung ins Ungewisse. Aber er war, verflixt noch mal, schon so oft ins Ungewisse gesprungen, dass ihm das Ungewisse schon wie ein Trampolin vorkam. Sein Arm juckte. Er versuchte es zu ignorieren, aber einen Augenblick lang sah er eine tropfende Höhle vor sich und kannte nur noch einen Gedanken. Den Gedanken schrecklicher, unersättlicher Rache. Er blinzelte kurz. Und da zupfte ihn der Goblin wieder am Ärmel. Und Volker wurde wütend. »Ich bin das nicht gewesen. Ich hab nicht mal zugesehen. Aber du weißt, dass so etwas passiert.« Wieder erinnerte sich Mum an die Dunkelheit und den Rachedurst. Genauer gesagt an die Rache selbst. Eine gerissene und durstige Rache. Und der kleine Racker hatte ihn genau an diesem Arm berührt. Jetzt kam alles wieder, was ihm überhaupt nicht recht war. Denn obwohl jeder Bulle einen Teil Bösewicht in sich haben muss, sollte doch kein Polizist mit einem Stück Dämon als Tätowierung herumspazieren. Volkers Wut war inzwischen verraucht. Jetzt hatte er Angst. »Bischof Durchputz hat gesagt, sie sind dämonische und unverschämte Kreaturen, allein zur Verhöhnung der Menschheit geschaffen.« »Von Bischöfen verstehe ich nichts«, sagte Mum. »Aber irgendetwas geht hier vor sich. Und ich spüre das Kribbeln schon seit dem Tag, als ich hier ankam. Und das Kribbeln liegt über meinem Land. Hör mir zu, Hauptwachtmeister. Wenn du einen Verdächtigen festnimmst, solltest du dir die Mühe machen, ihn danach zu fragen, ob er die Tat begangen hat. Und falls derjenige Nein sagt, musst du ihn fragen, ob er seine Unschuld beweisen kann. Verstanden? Du musst ihn fragen. Kapiert? Und meine Antworten auf diese Fragen lauten, in dieser Reihenfolge, verdammt noch mal Nein und verdammt noch mal Ja.« Die kleine Krallenhand kratzte wieder an Mumms Hemd. »Rächtigkeit?« Mumm dachte. »Eigentlich bin ich bis jetzt recht sanft mit dem Burschen umgesprungen. Da ist was faul, Hauptwachtmeister Aufstrich. Und du weißt genau, dass da was faul ist. Und du bist ganz allein auf weiter Flur. Deshalb solltest du jemanden Dienst verpflichten, dem du vertrauen kannst. Mich zum Beispiel. In welchem Falle ich der Verdächtige wäre, der, nachdem er sich mittels eines Pfandes von einem Penny, an der Stelle überreichte Mumm dem verdutzten Volker eine teilweise korrodierte Kupferscheibe, selbst ausgelöst hat. Gebeten wurde, dich bei deinen Ermittlungen, so es denn welche gibt, zu unterstützen. Und das hat alles seine Ordnung und Richtigkeit, in absoluter Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Polizeiarbeit, die, mein Junge, von mir eigenhändig verfasst worden sind. Das kannst du mir ruhig glauben. Ich bin nicht das Gesetz. Kein Polizist ist das Gesetz. Ein Polizist ist ein ganz normaler Sterblicher. Aber wenn er morgens aufwacht, ist das Gesetz sein Wecker. Bis jetzt bin ich nett und freundlich zu dir gewesen. Aber hast du wirklich gedacht, dass ich die Nacht in einem Schweinestall verbringe? Es ist an der Zeit, ein richtiger Polizist zu werden, mein Junge. Und das heißt, dass man das Richtige tut und sich erst hinterher mit dem Papierkram befasst. So mache ich das auch immer. Mumm senkte den Blick auf den hartnäckigen kleinen Goblin. Na schön, Stinky, du gehst voran. Aber meine Mutter bringt euch gleich das Essen, Kommandeur. Volkers Stimme bekam schon wieder einen jammerigen Unterton und Mumm zögerte. Ein altes Mütterchen in Aufregung zu versetzen, brachte einen schließlich auch nicht weiter. Es war an der Zeit, den Herzog rauszulassen. Normalerweise kuschte Mumm vor niemandem, aber er kuschte vor Mütterchen Aufstrich, die ihr Tablett vor Aufregung beinahe fallen gelassen hätte. Es tut mir schrecklich leid, meine liebe Frau Aufstrich, aber ich muss Sie bitten, Ihr Man-Dog-Sack-Po noch eine Weile für uns warm zu halten, weil Ihr Sohn mich aufgrund des Ranges, den er seiner Uniform und seinen Eltern zu verdanken hat, darum gebeten hat, ihm bei einer Aufgabe von beträchtlicher Wichtigkeit zu helfen. Einer Aufgabe, mit der man nur einen so rechtschaffenen und unbescholtenen jungen Mann wie ihren Sohn betrauen kann. Während die Frau vor Glück und Stolz beinahe zerschmolz, zog Mumm den jungen Mann mit sich. »Das Gericht heißt Bang-Sack-Duck, Herr Kommandeur. Men-Dog-Sack-Po gibt es bei uns sonntags. Mit Karottenpüree.« Mumm drehte sich noch einmal um, schüttelte Frau Aufstrich herzlich die Hand und sagte, »Ich freue mich schon darauf, später davon zu kosten, meine liebe Frau Aufstrich. Vorerst müssen Sie mich leider entschuldigen, denn mit der Polizeiarbeit nimmt es Ihr Sohn nun mal sehr genau, wie Sie bestimmt selbst wissen.« Oberst Karl August Friedensreich hatte schon vor langer Zeit mit der Erfahrung des lebenslangen Strategen beschlossen, Letizia in allen Belangen ihren Willen zu lassen. Damit ersparte er sich jede Menge Ärger und hatte viel mehr Zeit übrig, in seinem Garten herumzukramen, sich um seine Drachen zu kümmern und hin und wieder zum Forellenfischen zu gehen, eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen. Er hatte eine halbe Meile Fluss gepachtet, stellte inzwischen aber mit Bedauern fest, dass es ihm immer schwerer fiel, schnell genug zu rennen. Deshalb verbrachte er mittlerweile viele Stunden in seiner Bibliothek, wo er am zweiten Band seiner Memoiren arbeitete, seiner Frau nicht zwischen den Füßen herumlief und sich ganz allgemein um nichts kümmern musste. Bis zu diesem Augenblick war er sehr zufrieden damit gewesen, dass sie das Amt der Vorsitzenden der Richterschaft innehatte, eine Aufgabe, die sie immer wieder stundenlang außer Haus rief. Friedensreich war noch nie jemand gewesen, der großartig in Begriffen wie gut und schlecht, schuldig und nicht schuldig dachte. Stattdessen hatte er gelernt, in Begriffen wie »Wir und die anderen« oder »Tod und nicht tot« zu denken. Deshalb hörte er der Gruppe, die rings um den langen Tisch am anderen Ende der Bibliothek saß und sich aufgeregt unterhielt, gar nicht richtig zu, bekam aber unweigerlich den einen oder anderen Gesprächsfetzen mit. Sie hatte dieses vermaledeite Dokument unterschrieben. Er hätte versuchen sollen, es ihr auszureden, wusste aber, wozu das geführt hätte. Kommandeur Mumm. Zugegeben, der Mann war einer von denen, die sich überall einmischten. Und vielleicht hatte er tatsächlich eine Schlägerei mit, wie hieß er noch gleich, dem Schmied jedenfalls gehabt, der für sich genommen auch kein schlechter Kerl war, natürlich ein ziemlicher Hitzkopf, das schon, aber schließlich hatte er ihm erst neulich einen verdammt guten Drachentreiber geschmiedet, und das zu einem absolut fairen Preis. Und Mumm, ein Mörder? Nein, ganz bestimmt nicht. Eines lernte man sehr schnell beim Militär. Mörder kamen nicht weit. Töten, wenn es der Dienst verlangte, war etwas ganz anderes. Letizia hatte auf diesen unsäglichen Anwalt gehört. Alle waren sich einig gewesen, dass es unterschrieben werden sollte, nur weil dieser elende Rust es so haben wollte. Friedensreich schlug die aktuelle Monatsausgabe von Spei und Feuer auf. Ab und zu redete jemand ganz leise, was eigentlich ziemlich beleidigend war, wenn man bedachte, dass sie hier in der Bibliothek eines Mannes saßen, den sie kontinuierlich ignorierten. Aber der Oberst protestierte nicht dagegen. Er hatte schon vor langer Zeit gelernt, nicht zu protestieren. Stattdessen richtete er den Blick fest auf die aufklappbare Werbebeilage für feuerfeste Brutkästen und hielt sie vor sich, als wollte er damit das Böse von sich fernhalten. Wie auch immer. Zu den Worten, die er dabei nicht aufschnappte, gehörten, ist doch klar, er hat sie nur wegen ihres Geldes geheiratet. Das war die Stimme seiner Frau. Und dann, ich habe gehört, dass sie schon verzweifelt nach einem Mann gesucht hat. Der eigentümlich schrille Ton dieser Stimme wies ihre Besitzerin als Fräulein Pingel aus, die, wie dem Oberst unwillkürlich in den Sinn kam, während er verbissen auf eine ganzseitige Anzeige für Asbestzwinger starrte, selbst überhaupt keine Eile an den Tag gelegt hatte, einen Ehegatten an Land zu ziehen. Der Oberst war schon von Hause aus ein Mensch, der der Maxime Leben und Leben lassen folgte. Und wenn ein Mädel nun mal durchaus mit einem anderen Mädel um die Häuser ziehen wollte, das Hemd und Krawatte trug, Pferde zuritt und ein Gesicht hatte wie eine Bulldogge, die gerade Essig von einer Distel leckte, dann war das voll und ganz ihre Angelegenheit. Man musste da ja nur mal an den alten Klopsi-Schulte denken. Der war zwar jeden Abend im Kleid ins Offizierscasino gekommen, und auch sein Rasierwasser war für einen Kerl ziemlich blumig gewesen, aber wenn der Ruf zu den Waffen ertönte, hatte er gekämpft wie ein wild gewordener Dämon. Ach ja, es ging schon komisch zu auf der Welt. Er suchte die Stelle auf der Seite, an der er stehen geblieben war, aber nun riss ihn die Stimme von Hochwürden Mauser wieder heraus. Mit diesen Priestern wusste er ohnehin nichts Rechtes anzufangen, verstand nicht, was die eigentlich von ihm wollten. Ich finde es sehr verdächtig, dass sich die Familie Käsedick hier nach so vielen Jahren wieder blicken lässt. Sie nicht auch? Ich habe von Mumm schon viel in der Zeitung gelesen. Nicht gerade einer von der Sorte, die einfach so Urlaub macht, finde ich. Gravit sagt, er ist in der Stadt überall als Veterinaris Terrier bekannt, sagte Letizia. Am anderen Ende des Raumes steckte ihr Mann den Kopf noch tiefer in seine Zeitschrift, um nicht laut loszukichern. Gravit? Wer nannte denn sein Kind Gravit? Niemand, der schon einmal Drachen oder Fische gezüchtet hatte, so viel war sicher. Es gab natürlich so etwas wie Wörterbücher, aber der alte Lord Rust war noch nie einer von der Sorte gewesen, die freiwillig ein Buch aufschlägt. Der Oberst versuchte sich in einen Artikel über die Behandlung von Zickzackkehle bei älteren Männchen zu vertiefen, während die Ehefrau seines Herzens fortfuhr. Jedenfalls wollen wir keinen Vetinari-Schnickschnack hier bei uns haben. Offensichtlich bereitet es seiner Lordschaft viel Freude, Mumm zu erlauben, den Reichen und Mächtigen in ihre Paläste zu pupsen. Offensichtlich ist Mumm keiner, der Rang und Würde respektiert. Ganz im Gegenteil. Und ganz im Gegenteil findet er nichts dabei, einen unbescholtenen Arbeiter hinterrücks zu überfallen. Schon komisch, dachte der Oberst. Zum ersten Mal nennt sie den Schmied etwas anderes als eine verdammte Nervensäge. Der Tratsch am anderen Tisch kam ihm abgedroschen und bemüht vor. Wie die Unterhaltungen unerfahrener Rekruten am Abend vor ihrer ersten Schlacht. Er dachte, die haben einen Haftbefehl gegen Kommandeur Mumm erlassen. Den Helden des Komtals. Hervorragender Einsatz. Vorbildlich ausgeführt. Frieden in unserer Zeit zwischen Bruder Troll und Bruder Zwerg und so weiter und so fort. Genau das Richtige. Ich habe in meinem Leben schon zu viel Gemetzel gesehen. Und jetzt wollte er ihn um seine Stellung und seinen Ruf bringen. Bloß, weil dieser schmierige Bursche mit dem Namen wie ein schwangerer Frosch euch dazu angestiftet hat. So viel ich weiß, ist er von Natur aus sehr gewalttätig, sagte. Wie hieß er gleich nochmal? Ein ziemlich übler Kunde, fand der Oberst. Hatte sich dort oben in der Nähe von Überhang eine große Villa gekauft. Einer von Brusts Spießgesellen. Schien nie irgendetwas zu arbeiten. Wie war nochmal der verflixte Name? Ach ja, Saumhügel. Kein Zeitgenosse, den man gerne hinter sich wusste. Und vor sich auch nicht. Aber sie hatten ihn trotzdem in ihren Kreis aufgenommen. Dabei war er ein einfacher Straßenbengel und obendrein ein Säufer, sagte Letizia. Was sagen Sie dazu? Der Oberst widmete der Zeitschrift seine volle Aufmerksamkeit, während seine unausgesprochenen Gedanken sagten, das hört sich in meinen Ohren ganz famos an, Liebste. Als ich dich geheiratet habe, bestand die Mitgift lediglich in der Aussicht auf eine halbe Beteiligung am Fisch- und Chipsladen deines Vaters, wenn ich mal aus dem Militärdienst entlassen würde. Und nicht einmal die habe ich bekommen. Jeder weiß, dass einer seiner Vorfahren einen König ermordet hat. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Mumm auch nur einen Moment zögern würde, einen Schmied umzubringen, sagte der sehr ehrenwerte Ambrosius. Der war dem Obersten irgendwie ein Rätsel. Hatte irgendwas mit Import-Export zu tun. War aus der Stadt hierher geschickt worden, damit er sich ruhig verhielt. Und das hatte wiederum irgendetwas mit einem Mädchen zu tun. Und der Oberst, der viel Zeit mit Nachdenken verbrachte, weil er nicht allzu viel sagen durfte, hatte sich bereits vor einiger Zeit gefragt, weshalb man in diesen aufgeschlossenen Zeiten eines Mädchens wegen aus der Stadt verbannt werden konnte. Sein Instinkt hatte ihn darauf gebracht, dass womöglich das Alter des Mädchens eine Rolle gespielt hatte. Nachdem er eine Weile über diesem Gedanken gebrütet hatte, hatte der Oberst seinem alten Kumpel Stubenarrest Robinson geschrieben, der immer das eine oder andere über dieses oder jenes wusste, und mittlerweile ein irgendwie politisch hohes Tier im Palast war. Er hatte, wie man so sagen könnte, eine Anfrage an einen Freund gestellt, den er einmal quer über seinen Sattelknauf gezogen und auf diese Weise in Sicherheit gebracht hatte, ehe ihn ein klatschianischer Krummsäbel erwischen konnte, und hatte als Antwort eine kleine Nachricht erhalten, die nicht mehr besagte als »Ja, stimmt, minderjährig«, wird mit großem Aufwand unter den Teppich gekehrt. Danach hatte der Oberst sich stets darum bemüht, dem Drecksack nie wieder die Hand schütteln zu müssen. Unbekümmert und ohne sich auch nur im Mindesten der Gedanken des Oberst bewusst zu sein, bemerkte der sehr ehrenwerte Ambrosius, der immer eine Nummer größer als seine Kleider zu sein schien, wobei besagte Kleider modisch gesehen stets besser zu einem zwanzig Jahre Jüngeren gepasst hätten, gerade voller Hohn, »Ehrlich gesagt bin ich fest davon überzeugt, dass wir der Welt damit einen Dienst erweisen. Es heißt, er bevorzuge Zwerge und allerlei anderes Gelichter. Von so jemandem kann man so ziemlich alles erwarten.« »Allerdings«, dachte der Oberst. Und Fräulein Pingel sagte, »Aber wir haben doch nichts Unrechtes getan, oder?« Der Oberst blätterte um und strich die Seite mit militärischer Exaktheit glatt. »Na ja«, dachte er, »Ihr alle duldet Schmugglerei, wenn sie von den richtigen Leuten betrieben wird, weil sie eure Freunde sind, und wenn nicht, werden sie empfindlich bestraft. Ihr wendet ein Recht für die Armen und ein anderes für die Reichen an, meine Gute, weil die Armen euch so schrecklich auf die Nerven gehen.« Mit einem Mal spürte er einen Blick auf sich ruhen. Ehrliche Telepathie ist etwas Grässliches. »Es tut schließlich niemandem weh,« sagte seine Frau. »Außerdem machen es alle.« Ihr Kopf drehte sich wieder in die andere Richtung, als ihr Ehemann die Seite umblätterte, die Augen auf die Schrift fixiert, während er so geräuschlos, wie es seinem Gehirn möglich war, dachte. Und dann war da natürlich noch dieser Vorfall vor ein paar Jahren. Das war nicht schön, überhaupt nicht. Es ist nicht schön, wenn kleine Babys, von welcher Spezies auch immer, ihren Müttern entrissen werden. Überhaupt nicht schön. Und ihr alle wisst es. Und es bereitet euch Sorgen. Und das ist gut so.« Einen Augenblick herrschte Stille im Raum. Dann fuhr Frau Oberst fort. »Wir werden überhaupt keine Probleme bekommen. Das hat mir der junge Lord Rust versprochen. Schließlich ist das Recht immer noch auf unserer Seite.« »Ich mache diesen elenden Schmied dafür verantwortlich,« sagte Fräulein Pingel. »Er ruft es den Leuten immer wieder in Erinnerung. Er und diese verflixte Bücherschreiberin.« Frau Oberst stutzte. »Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, Fräulein Pingel. Von Rechts wegen ist hier nichts Unrechtes geschehen.« Ihr Kopf schwenkte zu ihrem Mann herum. »Alles in Ordnung mit dir, Liebster,« erkundigte sie sich. Einen Moment lang sah es aus, als ginge es ihm nicht gut. Dann sagte der Oberst, »Aber ja, mein Schatz, bestens. Ich fühle mich pudelwohl, pudelwohl.« Aber seine Gedanken spannen sich fort. »Du hast dich mitschuldig gemacht. Mitschuldig an etwas, das darauf angelegt ist, die Karriere eines sehr braven Mannes zu ruinieren.« »Ich habe dich husten gehört.« Es klang wie eine Beschuldigung. »Ach, das war bestimmt nur ein bisschen Staub oder so, Schatz. Ich fühle mich pudelwohl.« Dann knallte er seine Zeitschrift auf den Tisch, erhob sich und sagte, »Als ich noch ein kleiner Unteroffizier war, mein Schatz, habe ich als erstes gelernt, dass man seine Position niemals durch hektisches Geballere preisgibt. Ich glaube, ich kenne solche Leute wie deinen Kommandeur, Mumm. Der junge Lord Rust mag mit seinem Geld und seinen Kontakten wohl in Sicherheit sein, aber was euch andere angeht, hege ich doch sehr meine Zweifel. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ihr nicht so vorschnell gewesen wärt. Das ist dann schon ein bisschen Schmugglerei. Jetzt habt ihr den Drachen am Schwanz gezogen und ihn wütend gemacht.« Als seine Frau wieder die Kontrolle über ihre Zunge erlangt hatte, sagte sie, »Wie kannst du es wagen, Karl August?« »Ach, das ging eigentlich ganz einfach, mein Schatz,« erwiderte der Oberst und lächelte zufrieden. »Ein bisschen Schmuggeln könnte man als Kavaliersdelikt durchgehen lassen, aber nicht, wenn man eigentlich für Recht und Gesetz sorgen sollte. Es wundert mich schon, dass das Keim von euch aufgefallen ist. Wenn ihr noch einen Rest von Verstand übrig habt, meine Damen und Herren, dann erklärt ihr seiner Gnaden diesen unglückseligen Goblin-Zwischenfall, und zwar auf der Stelle. Schließlich hat euer Kumpan Gravit das alles organisiert. Das einzige Problem besteht darin, dass ihr es ihm, soweit ich mich erinnere, erlaubt habt, ohne mit der Wimper zu zucken.« »Aber es war doch nicht illegal,« widersprach seine Frau frostig. Ihr Mann rührte sich nicht von der Stelle, wirkte aber auf unerklärliche Art und Weise plötzlich größer. »Ich glaube, da ist so einiges durcheinandergeraten. Ihr habt euch genau überlegt, ob das alles legal oder illegal ist. Ich bin bloß ein Soldat gewesen und auch nie ein besonders guter. Aber meiner Meinung nach habt ihr euch so viele Gedanken über legal oder illegal gemacht, dass ihr gar nicht auf den Gedanken gekommen seid, ob es denn richtig oder falsch ist. Und jetzt gehe ich, wenn ihr mich entschuldigt, hinunter in die Kneipe.« »Nein, Liebster,« erwiderte seine Frau automatisch, »du weißt doch, dass der Alkohol sich nicht mit dir verträgt.« Der Oberst lächelte von Kopf bis Fuß. »Heute Abend habe ich vor, alle meine Differenzen mit dem Alkohol aus der Welt zu schaffen und ihm meine Freundschaft anzubieten.« Die übrigen Mitglieder der Richterschaft blickten Frau Oberst verwundert an, die wiederum ihren Gatten finster anstarrte. »Darüber reden wir später noch, Karl August,« knurrte sie. Zu ihrer großen Verwunderung veränderte sich sein Lächeln kein bisschen. »Ganz recht, mein Schatz, von deiner Seite aus gewiss. Aber du wirst feststellen, dass ich dir nicht zuhöre. Guten Abend zusammen.« Die Tür fiel hinter ihm mit einem leisen Klicken ins Schloss. Eigentlich hätte sie zuknallen müssen. Aber manche Türen haben einfach kein Gespür für die Situation. Mit seinem schleppenden Humpelgang bewegte der Goblin sich erstaunlich schnell voran. Mumm staunte nicht schlecht, als er feststellte, wie schwer sich Volker mit dem kleinen Sprint zum Galgenberg tat. Die Richtung selbst verwundete ihn weniger. Er hörte den Jungen leise schnaufen. Vielleicht musste man doch nicht allzu schnell sein, um ein ausgebüxtes Schwein einzuholen. Um mit einem Troll mitzuhalten, der bis zu den Augäpfeln mit Schlick zugedröhnt ist, musste man hingegen sehr schnell sein und brauchte zudem jede Menge Kondition, um ihn zu überholen und ihm die Handschellen anzulegen, bevor er wieder so weit runter war, dass er einem den Kopf abzureißen versuchte. Die Polizeiarbeit auf dem Lande war offensichtlich etwas völlig anderes. »Auf dem Land wirst du immer von jemandem beobachtet«, dachte er, als sie weiter rannten. »In der Stadt wurde man zwar auch ständig von jemandem beobachtet, aber nur, weil derjenige hoffte, dass du vielleicht tot umfällst und er sich dann mit einer Brieftasche aus dem Staub machen könnte.« Die Leute beobachteten einen nie mit Interesse. Hier hingegen, dachte er, spürt man ständig viele Augen auf sich ruhen. Wobei es vielleicht auch nur die Augen von Eichhörnchen oder Dachsen waren, oder welche verfluchten Viechermumm hier in der Nacht ständig hörte, womöglich Gorillas. Er hatte keine Ahnung, was ihn erwartete, aber er hatte garantiert nicht damit gerechnet, dass die Hügelkuppe mit gelb bemalten Seilen abgesperrt war. Trotzdem schenkte er dem Ganzen nur einen kurzen Blick, denn weiter drüben saßen, die Rücken an einen der Bäume gelehnt, drei Goblins mit besorgten Minen. Einer von ihnen stand auf und brachte somit seine Augen ungefähr auf die Höhe von Mums Schritt, was Mum keineswegs als vorteilhafte Höhe für sich empfand. Der Goblin streckte eine faltige Hand aus und sagte »Mum, durchhalten«. Mums Blick wanderte von der Hand zu Volker. »Was bin ich mir auch nie ganz sicher«, antwortete Volker. »So was wie guten Tag, glaube ich, bloß eben auf Goblin.« »Mum«, fuhr der alte Goblin fort, »Leute sagen, du Polizist, du großer Polizist, wenn Polizist, dann Restischkeit.« »Aber es ist nicht Restischkeit.« Und wenn dunkel, innen dunkel. Dunkel bewegt sich. Dunkel muss kommen, Mum. Dunkel erhebt sich. Restischkeit.« Mum hatte keine Ahnung, welches Geschlecht sein gegenüber hatte, auch nicht, wie alt er sein mochte. Die Kleidung verriet nichts davon. Goblins zogen allem Anschein nach alles an, was sie sich irgendwie umbinden oder überstreifen konnten. Die beiden anderen beobachteten ihn unerschrocken. Sie trugen Steinexte aus Feuerstein. Übles Zeug, das nach mehreren Schlägen jedoch rasch an Schärfe verlor. Ein schwacher Trost, wenn man bereits stark am Hals blutete. Mum hatte gehört, dass sie verbissene Kämpfer waren. »Ach ja, und wie hieß es immer?« »Genau. Egal, was du tust, pass auf, dass sie dich nicht kratzen.« »Ihr wollt also Gerechtigkeit.« »Gerechtigkeit wofür?« Der Sprecher der Goblins starrte ihn an und sagte, »Komm mit, Polizist.« Die Worte kollerten aus ihm heraus wie ein Fluch oder zumindest eine Drohung. Schon drehte er sich um und schritt feierlich auf der anderen Seite des Hügels hinab. Die anderen drei Goblins, unter ihnen auch derjenige, der Mum unter dem Namen Stinky bekannt war, rührten sich nicht. »Es könnte eine Falle sein, euer Gnaden,« flüsterte Volker. Mum verdrehte die Augen und erwiderte spöttisch, »Was, im Ernst? Und ich dachte, es handelt sich um eine Einladung zu einer Zaubervorstellung mit dem erstaunlichen Bonko, sowie Doris und den Gebrüdern Klapprad auf dem Einrad plus Rex der Katze.« »Was hat dieses gelbe Band hier überall zu bedeuten, Herr Aufstrich?« »Polizeiabsperrung. Hat meine Mutter für mich gestrickt.« »Ach so. Wie ich sehe, hat sie es sogar geschafft, das Wort »Plizei« mehrfach einzuarbeiten.« »Ja, tut mir leid wegen der Rechtschreibung,« sagte Volker, dem es unter den vielen starren Blicken sichtlich mulmig wurde. Dann redete er weiter. »Da war überall Blut auf dem Boden, Kommandeur. Deshalb habe ich etwas davon in ein sauberes Marmeladenglas gekratzt. Nur für alle Fälle.« Mum schenkte dem keinerlei Beachtung, weil sich die zwei Goblinwachen entfaltet hatten und jetzt aufstanden. Stinky gab Mum ein Zeichen, dass er vor ihnen gehen sollte. Mum schüttelte den Kopf, verschränkte die Arme und wandte sich an Volker. »Ich will Ihnen sagen, was Sie gedacht haben, Herr Aufstrich. Sie haben aufgrund der Ihnen zugegangenen Informationen gehandelt, richtig? Sie haben gehört, dass der Schmied und ich uns gestern vor der Dorfkneipe einen kleinen Faustkampf geliefert haben. Und das stimmt auch so. Zweifellos hat man Ihnen auch erzählt, dass irgendwann später jemand eine Unterhaltung gehört hat, bei der der Schmied sich mit mir hier oben verabredet hat. Stimmt's? Sie müssen nicht antworten. Ich sehe es Ihrem Gesicht an. Das undurchdringliche Bullengesicht beherrschen Sie noch nicht so richtig.« »Ist Herr Jefferson denn verschwunden?« Volker gab auf. »Ja, Herr Mum.« Die Vehemenz, mit der Mum ihn jetzt anfuhr, hatte er nicht verdient. »Oder vielleicht doch.« »Du nennst mich nicht Herr Mum, mein Junge, das Recht dazu, hast du dir noch nicht erworben. Du nennst mich gnädiger Herr oder Herr Kommandeur, oder vielleicht sogar euer Gnaden, wenn du beschränkt genug dafür bist. Verstanden?« »Wenn ich gewollt hätte, hätte ich den Schmied gestern schon mit einem sehr seltsamen Gang nach Hause schicken können. Er ist ein großer, kräftiger Mann, aber kein Straßenheld. Ich habe lediglich dafür gesorgt, dass er ein bisschen Dampf ablässt und sich beruhigt, ohne sein Gesicht zu verlieren. Als ich hier heraufkam, und zwar mit einem Zeugen, war der Boden bereits voller Blut. Ich würde jede Wette eingehen, dass es sich um Goblinblut handelt. Und von dem Schmied war weit und breit nichts zu sehen. Du bist mit einer saudummen Anschuldigung in mein Haus gekommen, und sie ist immer noch eine verdammt saudumme Anschuldigung.« »Irgendwelche Fragen?« Volker betrachtete seine Schuhspitzen. »Nein, Herr Kommandeur, tut mir leid, Herr Kommandeur. Gut, freut mich. Du solltest die ganze Angelegenheit unter Erfahrung verbuchen, mein Junge, und kostenlos ist die Lektion obendrein. Na schön, aber jetzt möchten diese Goblins, dass wir ihnen folgen, und das würde ich auch gerne tun. Aber ich finde, dass du mich begleiten solltest. Einverstanden?« Mumm sah Stinky und die beiden Goblinwachen an. Einer winkte halbherzig mit seiner Axt und deutete damit an, dass sie sich allmählich auf den Weg machen sollten. Also setzten sie sich in Bewegung, und Mumm hörte, wie der sorgenvolle Volker versuchte, mutig zu sein, dabei aber die nackte Angst ausstrahlte. »Die tun uns schon nichts, mein Junge. Wenn sie das vorhätten, hätten sie es längst getan. Außerdem wollen sie etwas von mir.« Volker kam ein bisschen näher. »Aber was nur?« »Gerechtigkeit«, antwortete Mumm. »Und ich habe schon so eine Vermutung, worum es sich dabei handeln könnte.« Manchmal wurde Kommandeur Mumm gefragt, warum Feldwebel Kollen und Korporal Nobs sich unter den gegebenen Umständen immer noch in den Reihen der modernen Ankh-Morporker Stadtwache tummelten, angesichts der Tatsache, dass Nobby ab und zu auf den Kopf gestellt werden musste, damit die Kleinigkeiten, die eigentlich anderen Leuten gehörten, aus ihm herausfielen, und dass Fred Kollen inzwischen die Fähigkeit entwickelt hatte, seine Streife mit geschlossenen Augen zu absolvieren und am Ende der Runde schnarchend am Pseudopolisplatz ankam, manchmal sogar mit Graffiti auf seinem Brustharnisch. Gegenüber Lord Vetinari hatte Kommandeur Mumm drei Argumente ins Feld geführt. Zum einen verfügten die beiden über ein beneidenswertes Wissen hinsichtlich der Stadt und ihrer Bewohner, sowohl der offiziellen als auch der anderen, das sogar mit dem von Mumm konkurrieren konnte. Zum anderen galt nach wie vor das Urin-Argument. Es war besser, wenn sie drin waren und rauspisten, als umgekehrt. Auf diese Weise konnte man sie zumindest besser im Auge behalten. Und letztendlich hatten sie, Herrschaft noch mal, einfach Riesenglück. Viele Verbrechen waren aufgeklärt worden, weil irgendetwas auf sie gefallen war, sie umbringen wollte, einem von ihnen ein Bein gestellt hatte, in ihrem Mittagessen herumgedümpelt war oder einmal sogar versucht hatte, seine Eier in Nobbis Nase abzulegen. So kam es, dass am heutigen Tage Gott oder welche andere Macht sie sonst als ihr Spielzeug betrachtete, ihre Schritte zur Ecke Billigseite und Reimstraße lenkte, zum weithin duftenden Handelshaus von Confucius Grütze. Der vierte Grütze, der das Tabakhaus nebst Schmalzler Mühle führte, war der Meinung, dem Familiennamen fehle es ein wenig an Prestige. Deshalb wählte er den Vornamen Confucius, der dann tatsächlich recht prestigeträchtig werden sollte, nachdem sein Tabakunternehmen immer erfolgreicher wurde und nicht nur bei der feinen Gesellschaft großes Ansehen genoss. Nach ihm gab es immer mindestens einen Confucius in jeder Generation, wobei die Mädchen meistens Confusa genannt wurden. Feldwebel Kollen und Korporal Nops betraten das Gebäude nach Polizistenart durch die Hintertür und wurden von Herrn Grütze mit diesem glücklichen, aber ein wenig glasigen Lächeln begrüßt, mit dem der Handelsmann einen alten Bekannten begrüßt, von dem er weiß, dass er am Ende Waren zum Discountpreis von 100 Prozent haben will. »Guten Tag, Fred! Schön, Sie mal wieder zu sehen!«, sagte er und schaltete dabei das mystische dritte Auge ein, das alle Ladeninhaber entwickelt haben, besonders diejenigen, die Nobby-Nops ihren Laden betreten sehen. »Wir waren gerade in der Gegend auf Streife, Confucius. Da dachte ich, schau doch mal rein. Da kannst du deinen Tabak holen und gleich mal nachfragen, wie alles so läuft mit dem ganzen Kram wegen den Steuern und so weiter.« Der Feldwebel musste deutlich lauter reden, damit er bei dem Rumoren der Schnupftabakmühle und der Karren, die unablässig über den Boden der Fabrik rollten, überhaupt zu hören war. An langen Tischen standen Frauen, die Schnupftabak verpackten, und Nobby beugte sich ein Stück zur Seite, um besser sehen zu können, auch bei der Zigarettenproduktion ging es emsig zu. Feldwebel Colin sah sich um. Polizisten sahen sich immer um, weil sie davon ausgingen, dass es immer was zu sehen gab. Manchmal halten sie es natürlich für klüger, sofort wieder zu vergessen, dass sie überhaupt etwas gesehen haben, zumindest offiziell. Herr Grütze trug eine neue Krawattennadel, in der ein Diamant blitzte. Seine Schuhe waren ebenfalls eindeutig neu, maßgeschneidert, soweit Fred Colin das beurteilen konnte, und ein kaum wahrnehmbarer Geruch deutete darauf hin, dass er, mal sehen, ein, hm, ja, genau, Zedernduft pour Homme aus Quirm angelegt hatte, zu 15 AM-Dollar für ein winziges Flacon. »Na, wie laufen die Geschäfte?« fragte er. »Betrifft sie die neue Steuer überhaupt?« Herr Grützes Gesicht nahm rasch den Ausdruck des schwer arbeitenden, aber gnadenlos von den Mechanismen der Politik und des Schicksals drangsalierten Mannes an. Er schüttelte traurig den Kopf. »Wir kommen kaum über die Runden, Fred. Wenn wir am Monatsende nicht drauflegen müssen, können wir von Glück sagen.« »Ach, und einen neuen Goldzahn hat er auch,« dachte Feldwebel Colin. »Den hätte ich beinahe übersehen.« Laut sagte er. »Das hört man nicht gern, Konfusius, wirklich. Darf ich einen Umsatz durch den Erwerb meiner üblichen drei Unzen Kautabak um zwei Dollar ankurbeln?« Fred Colin zog seine Brieftasche hervor, aber Herr Grütze schnaubte nur empört und wedelte unwirsch mit der Hand. Dieses Ritual gab es schon so lange, wie es Kaufleute und Polizisten gab. Es war eines der Rituale, die die Welt am Laufen hielten. Dann schnitt Herr Grütze auf dem Marmortresen ein Stück Tabak von der Rolle ab, wickelte es rasch und geschickt ein, griff nach unten und zog eine große Zigarre hervor, die er dem Feldwebel überreichte. »Probieren Sie mal eine von denen, Fred. Ganz frisch eingetroffen. Nicht von hier. Die werden auf der Plantage für unsere werten Kunden gefertigt. Aber nein, die geht auf mich. Ich bestehe darauf,« fügte er hinzu, als Fred dankbar grunzte. »Ich freue mich immer, die Wache hier bei mir zu sehen. Das wissen Sie doch.« »Na, das ist ja recht glimpflich abgegangen,« dachte Herr Grütze, als er dem davonschlendernden Polizisten nachschaute. »Dieser merkwürdige Nops hat sich ja kaum umgesehen.« »Die müssen im Geld schwimmen,« sagte Nobby Nops, als sie weiter schlenderten. »Hast du das Schild Personal gesucht im Fenster gesehen? Außerdem hat er gerade eine neue Preisliste auf dem Tresen geschrieben. Er will seine Preise senken. Das Geschäft mit diesen Plantagenleuten muss wirklich gut laufen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.« Feldwebel Colin schnupperte an der dicken, fetten Zigarre, der dicksten, die er jemals gesehen hatte, und die so gut roch, dass sie wahrscheinlich illegal war. Er spürte das Kribbeln, das Gefühl, dass er in etwas hineingetreten war, das viel größer war als vermutet, das Gefühl, dass sich etwas Gewaltiges entfalten würde, wenn man bloß irgendwo an einem kleinen Faden zog. Er rollte die Zigarre zwischen den Fingern, so wie er es bei echten Kennern gesehen hatte. Dabei war Feldwebel Colin, was Tabakwaren anging, ein Allesfresser, dessen Grundkriterium der Preis war, und die Prozedur des Zigarre-Rauchens war ihm als einem Mann, der sich lieber eines guten Batzens Kautabak erfreute, ohnehin eher fremd. Was hatte er da noch bei diesen feinen Pinkeln gesehen? Ach ja, man musste die Dinger zwischen den Fingern hin- und herrollen und dabei ans Ohr halten. Er hatte keine Ahnung, wozu das gut sein sollte, machte es aber trotzdem. Und fluchte. Und ließ die Zigarre auf den Boden fallen. Der Weg vom Galgenberg führte hinter den Bäumen nach unten, meistens zwischen Ginsterbüschen und kleineren Felsbrocken hindurch, gelegentlich über einen Streifen unfruchtbaren Bodens, aus dem sämtliche Substanz ausgewaschen war. Es war ein unkultiviertes, karges Land, die Heimat dürrer Kaninchen, verzweifelter Mäuse ohne Hoffnung, vereinzelter, verschreckter Ratten und die Wohnstätte der Goblins. Dort zwischen den Büschen befand sich der Eingang zu einer Höhle. Ein Mensch musste sich tief bücken, wenn er sich in dieses übel riechende Loch zwängen wollte, und er würde dabei ein leichtes Ziel abgeben. Doch als Mumm jetzt davor in die Knie ging und sich hineinschob, wusste er, dass ihm nichts geschehen würde. Er wusste es einfach. Er hatte es schon draußen im Tageslicht vermutet, und weiter unten im Dunkeln wusste er es. Das Wissen wurde fast greifbar, als ihn die Flügel der Dunkelheit umhüllten und er die Geräusche der Höhle hörte, jeden einzelnen Laut. Mit einem Mal kannte er die Höhle, bis hinunter zu der Stelle, an der man Wasser finden konnte. Er kannte die Pilzgärten, die erbärmlich leeren Vorratskammern, die Küche. Natürlich waren das menschliche Begriffe. Goblins aßen normalerweise überall dort, wo es etwas zu essen gab, und schliefen dort, wo sie vom Schlaf übermannt wurden. Sie hatten keine richtige Vorstellung von einem Zimmer mit einem bestimmten Zweck. Das alles wusste er jetzt. Als hätte er es schon sein ganzes Leben gewusst. Dabei war er noch nie an einem Ort gewesen, den ein Goblin als sein Zuhause bezeichnet hätte. Aber jetzt befand er sich im Dunkeln, und Mumm und die Dunkelheit hatten eine Art Pakt geschlossen. Zumindest dachte das die Dunkelheit. Mumm dachte eher unprosaisch, verdammt, jetzt geht das schon wieder los. Jemand stupste ihn ins Kreuz, und er hörte Volker erschrocken keuchen. Mumm wandte sich an einen grinsenden Goblin und sagte, »Wenn du das noch einmal machst, Sonnenscheinchen, kriegst du eine gewaffelt, verstanden?« Genau das sagte er, und genau das hörte er sich sagen. Nur dass etwas, nicht direkt eine andere Stimme, sich an seinen Worten entlang ringelte wie eine Schlange um einen Baum, und beide Wachen ließen die Waffen fallen und flitzten zurück ins Tageslicht. Es geschah einfach so, ohne dass sie aufgeschrien oder etwas gerufen hätten. Als wollten sie sich ihre Luft fürs Rennen aufsparen. »Alle Wetter, Kommandeur Mumm! Das war ja die reinste Magie!« sagte Volker und bückte sich, um die fallen gelassenen Äxte aufzuheben. Mumm starrte in die kompakte Dunkelheit und sah, wie die Hände des Jungen über den Boden tasteten und die Waffen nur durch schieres Glück fanden. »Lass sie fallen!« »Ich sagte, fallen lassen, sofort!« »Aber wir sind unbewaffnet!« »Keine Widerrede, Junge!« Die Äxte plumpsten wieder auf den Boden. Mumm atmete auf. »So, wir machen jetzt gleich die Bekanntschaft dieses netten Obergoblins. Wir treten ohne Furcht vor ihn, weil wir Polizisten sind, verstanden? Polizisten dürfen überall hin, wenn sie im Namen des Gesetzes ermitteln.« Sie gingen weiter, und die Decke wurde höher, bis Mumm schließlich völlig aufrecht stehen konnte. Volker hingegen hatte Schwierigkeiten. Hinter Mumm ertönte ein Choral aus dumpfen Schlägen, eigenartigem Scharren und Worten, die nette alte Mütterchen nicht kennen und besser gar nicht erst zu Ohren bekommen sollten. Mumm musste stehen bleiben und warten, bis der Junge ihn eingeholt hatte, wobei er mit den Füßen gegen leicht zu umgehende Stolpersteine stieß und mit dem Kopf überall dort gegendonnerte, wo sich die Decke nur ein wenig senkte. »Jetzt komm schon, Hauptwachtmeister!« rief Mumm. »Ein Polizist muss über gutes Augenlicht verfügen. Vielleicht solltet ihr mir Karotten in euer Bang-Sang-Sack-Dog, oder wie das heißt, reintun.« »Es ist stockdunkel, Kommandeur! Ich kann die Hand nicht vor Augen sehen! Aua!« Volker war voll gegen Mumm geprallt. Von irgendwoher wurde es etwas heller, aber Volker dämmerte nichts. Mumm blickte sich in der verschlungenen Höhle um. Sie war wie von Tageslicht erleuchtet. Es gab weder Fackeln noch Kerzen, nur ein durchdringendes, angenehm helles Licht. Ein Licht, das er schon einmal gesehen hatte, vor vielen Jahren, in einer Höhle, einer großen Höhle weit weg von hier. Und er wusste, was es bedeutete. Er konnte im Dunkeln sehen. Womöglich besser als die Goblins. Die Dunkelheit war unglaublich hell geworden an jenem Tag, an dem Mumm unter der Erde gegen diese Kreaturen gekämpft hatte. Kreaturen, die aufrecht gehen und sprechen konnten und sich weit weg vom Licht angesiedelt und dort finstere Pläne geschmiedet hatten. Aber Mumm hatte gegen sie gekämpft, und er hatte gewonnen. Und aus diesem Grund war der Komtalvertrag aufgesetzt und unterzeichnet worden, und der älteste Krieg der Welt hatte ein Ende gefunden. Es war nicht unbedingt Frieden eingekehrt, aber doch wenigstens etwas, worin man mit einiger Hoffnung die Saat des Friedens einsehen konnte. Das war schön zu wissen. Denn aus der Dunkelheit hatte Mumm einen Gefährten gewonnen. Die Zwerge hatten einen Namen für diesen Gefährten. Die rufende Dunkelheit. Und sie hatten haufenweise Erklärungen, worum es sich dabei handelte. Einen Dämon, einen gefallenen Gott, einen Fluch, einen Segen, die fleischgewordene Rache, nur dass sie kein Fleisch an sich hatte, bis auf das Geborgte, ein in sich selbst ruhendes Gesetz. Ein Mörder, der manchmal auch ein Beschützer war, oder ganz einfach etwas, wofür niemand die richtigen Worte fand. Es konnte durch Felsgestein gehen, durch Wasser, Luft und Fleisch, und soweit Mumm wusste, auch durch die Zeit. Welche Grenzen konnte man einem aus Nichts geschaffenen Wesen schon auferlegen? Ja, er war ihm schon einmal begegnet. Und als sie sich getrennt hatten, hatte ihm die rufende Dunkelheit aus Spaß, Schabernack, Bosheit oder einfach nur zur Belohnung ihr Zeichen eingebrannt. Sie war durch ihn hindurchgegangen und hatte ihm diese kleine, leicht schimmernde Tätowierung hinterlassen. Mumm zog den Ärmel seines Hemdes hoch. Da war sie. Sie schien noch heller zu leuchten als sonst. Manchmal begegnete ihm dieses Ding in seinen Träumen, dann nickten sie einander respektvoll zu, und ein jeder ging seiner Wege. Zwischen diesen Begegnungen vergingen Monate, manchmal sogar Jahre, sodass er manchmal glaubte, sie sei ein für allemal weg. Aber das Zeichen war und blieb auf seinem Unterarm. Manchmal juckte es. Alles in allem war es ungefähr so, als hielte man einen Albtraum an einer langen Leine. Und jetzt sorgte dieser Albtraum dafür, dass er in pechschwarzer Dunkelheit sehen konnte. Aber Moment mal! Sie befanden sich hier doch in einem Goblinbau, nicht in einer Zwergenhöhle. Und dann kehrten seine eigenen Gedanken mit einem leichten Oberton wieder zu ihm zurück, wie bei einem Duett. Schon, aber Goblins stehlen doch alles, Kommandeur. Andererseits kam es ihm hier und jetzt eher vor, als hätten die Goblins sich davon gestohlen. Der Höhlenboden war mit Schutt, Abfall und allerlei anderen Dingen übersät, die wahrscheinlich nur Goblins für wichtig hielten. Also so gut wie allem, wenn man bedachte, dass sie sogar ihren eigenen Nasenschnodder gewissenhaft sammelten. Mum bemerkte, wie der alte Goblin ihn winkend aufforderte, ihm zu folgen, ehe auch er verschwand. Jetzt sah Mum eine Tür vor sich. So armselig, wie sie aussah, war sie wohl von Goblinhand angefertigt. Als Mum ihr einen leichten Stoß versetzte, ging prompt auch noch das letzte Scharnier, an dem sie noch hing, kaputt. »Was war das?« wollte Volker hinter ihm wissen. »Bitte, Herr Kommandeur, ich kann überhaupt nichts sehen.« Mum ging ein Stück zurück und tippte dem jungen Polizisten auf die Schulter. Der zuckte vor Schreck zusammen. »Ich bringe dich zurück zum Eingang, mein Junge, damit du wieder nach Hause gehen kannst. Einverstanden?« Er spürte, wie Volker erschauerte. »Nein, ich würde lieber bei euch bleiben, wenn es euch nichts ausmacht.« »Bitte.« »Aber du siehst doch nichts in der Dunkelheit.« »Stimmt, aber ich habe etwas Schnur in der Tasche. Mein Großvater hat gesagt, ein guter Polizist hat immer Schnur bei sich.« Seine Stimme zitterte. »Ja, Schnur ist nie falsch,« erwiderte Mum und zog sie dem Jungen vorsichtig aus der Tasche. Man staunt immer wieder, wie hilflos ein Tatverdächtiger sein kann, wenn er die Daumen zusammengebunden hat. »Bist du sicher, dass du nicht lieber oben an der frischen Luft wärst?« »Entschuldigung, Herr Kommandeur, aber wenn es euch nichts ausmacht, finde ich, dass der sicherste Platz immer noch direkt hinter euch ist.« »Kannst du wirklich nichts sehen?« »Überhaupt nichts. Ich komme mir vor wie blind.« Mums Einschätzung nach drehte der junge Mann allmählich durch. Vielleicht war es wirklich besser, ihn an sich festzubinden, als mitzuhören, wie er sich bei dem Versuch, wegzurennen, irgendwo den Schädel einrannte. »Du bist nicht blind, mein Junge. Wahrscheinlich liegt es an den vielen Nachtdiensten, die ich geschoben habe. Das jedenfalls sieht es ganz so aus, als könnte ich im Dunkeln doch besser sehen, als ich gedacht hätte.« Volker erschrak wieder bei Mums Berührung, aber gemeinsam gelang es ihnen, Hauptwachtmeister Aufstrich, mit ungefähr sechs Fuß borstiger Schnur, die nach Schweinroch, an Mumm festzubinden. Hinter der kaputten Tür fanden sie zwar keine Goblins vor, aber immerhin brannte dort ein unstetes Feuer unter einem Drehspieß mit einem glücklicherweise nicht näher erkennbaren Stück Fleisch. Es sah ganz so aus, als hätte ein Goblin seine Mahlzeit in allerhöchster Eile verlassen. In der Glut stand sogar eine Tasse, besser gesagt eine rostige Büchse, mit einer immer noch vor sich hin brodelnden Flüssigkeit. Mumm roch vorsichtig daran und staunte nicht schlecht, als er feststellte, dass es nach Zitronenmelisse roch. Irgendwie überforderte die Vorstellung wie ein Goblin-Schickimicki-Tee mit abgespreiztem kleinen Fingertrank zeitweise seine Nicht-Übereinstimmungsfunktionen. Andererseits musste Zitronenmelisse ja irgendwo wachsen, oder? Und Goblins bekamen vermutlich irgendwann auch mal Durst, oder? Also musste man sich über das hier wohl keine Sorgen machen. Falls er jetzt aber gleich noch einen Teller mit einem Sortiment köstlicher Kekse fand, würde er sich eindeutig hinsetzen und ein wenig ausruhen müssen. Er ging weiter. Das Licht wurde nicht dunkler. Die Goblins tauchten nirgendwo auf. Der Höhlenkomplex führte eindeutig leicht, aber stetig bergab. Und immer noch waren überall Hinweise auf Goblins zu sehen. Bloß keine Goblins selbst, was theoretisch eigentlich ein gutes Zeichen war, wenn man bedachte, dass man einen Goblin normalerweise erst dann bemerkte, wenn er auf dem eigenen Kopf landete und sich unverzüglich daran machte, diesen in eine Bowlingkugel zu verwandeln. Dann ganz plötzlich ein Farbklecks in dieser tristen, unterirdischen Landschaft aus Grau- und Brauntönen. Es sah aus wie ein Blumenstrauß. Oder eher das, was einmal ein Blumenstrauß gewesen war, ehe jemand ihn fallen gelassen hatte. Mumm war kein großer Blumenkenner, und wenn er in ehelich ratsamen Intervallen, welche für Sibbel kaufte, beschränkte er sich im Allgemeinen auf einen Strauß Rosen, oder auf das allem Anschein nach akzeptable Gegenstück, eine einzige Orchidee. Die Existenz anderer Blumen, die ihre gemeinsame Wohnung verschönerten, war ihm natürlich bewusst, aber mit Namen hatte er es noch nie so gehabt. Was hier auf dem Boden lag, waren weder Rosen noch Orchideen. Diese Blumen waren von Hecken und Wiesen gepflückt worden, und es waren sogar welche von den räudigen Pflanzen dabei, die in der kargen Landschaft über ihnen hier und dort ein entbehrungsreiches Dasein fristeten. Jemand hatte sie hierher getragen. Jemand hatte sie hier fallen lassen. Aus der offenen Hand, sodass sie sich jetzt wie ein Kometenschweif über den Weg zogen. Und dann war mehr als nur eine Person darüber hinweg getrampelt, aber wahrscheinlich nicht, weil sie besagten Blumenstrausträger verfolgten, sondern allem Anschein nach deshalb, weil sie auch dorthin wollten, wohin er oder sie gerannt war, und das sogar noch schneller als er oder sie. Es sah ganz nach einer Stampede aus. Leute, die voller Angst und Entsetzen davongerannt waren. Nur, wovor waren sie davongerannt? »Du, Kommandeur Mumm, du, die Majestät des Gesetzes, siehst du, wie ich dir helfe, Kommandeur?« Die Vertrautheit der Stimme ärgerte ihn. Sie klang zu sehr nach seiner eigenen. »Aber ich bin hier, weil sie wollten, dass ich herkomme,« erwiderte er der Höhle im Allgemeinen. »Ich wollte mit niemandem kämpfen.« Und in seinem Kopf erwiderte seine eigene Stimme. »Ach, mein kleines, zerlummtes, zusammengewürfeltes Volk, das niemandem traut und dem niemand traut. Pass auf, wo du hintrittst, Herr Polizist. Die Verachteten haben keinen Grund zu lieben. Ach, dieses seltsame und geheime Volk, geboren aus Abfall, hoffnungslos, ohne jeden Gott. Dir alles Gute, mein Bruder. Mein Bruder in Dunkelheit. Setze dich für sie ein, so gut du kannst, Herr Polizist.« Für einen Moment leuchtete das Siegel der rufenden Dunkelheit an Mumms Handgelenk auf. »Ich bin nicht dein Bruder,« rief Mumm. »Ich bin kein Mörder.« Die Worte halten im Höhlengewirr wieder. Aber Mumm hatte den Eindruck, als schlängelte sich darunter etwas hinfort. »Konnte etwas Körperloses sich schlängeln?« Mögen die Götter, die Zwerge und ihre unterirdischen Sagen verdammen. »Ähm, alles in Ordnung, Herr Kommandeur,« erkundigte sich Volker mit nervöser Stimme hinter ihm. »Ihr habt etwas gerufen.« »Ich habe nur geflucht, weil ich mir den Kopf an der Decke angestoßen habe,« log Mumm. Er musste sofort wieder Selbstgewissheit ausstrahlen, ehe Volker die Nerven verlor und versuchte, Hals über Kopf zum Ausgang durchzubrennen. »Du machst das sehr gut, Hauptwachtmeister.« »Aber diese Dunkelheit gefällt mir überhaupt nicht. Dunkelheit war noch nie mein Fall. Was meint ihr, ob sich wohl jemand dran stört, wenn ich kurz gegen die Wand pinkle?« »An deiner Stelle würde ich einfach machen, mein Junge. Ich glaube nicht, dass es hier hinterher noch schlimmer stinkt.« Mumm vernahm ein paar undeutliche Geräusche hinter sich, dann sagte Volker mit leiser, feuchter Stimme, »So, die Natur hat ihren Lauf genommen. Tut mir leid.« Mumm grinste vor sich hin. »Keine Sorge, mein Junge. Du bist mit Sicherheit nicht der erste Bulle, der seine Socken auswringen muss, und bestimmt auch nicht der letzte. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Troll festnehmen musste. Ein großer, kräftiger Bursche war's, ein ziemlich fieser Kerl obendrein. An jenem Tag waren meine Socken auch ein bisschen feucht, und ich schäme mich nicht, es zuzugeben. Sieh's als eine Art Taufe an.« »Immer fröhlich bleiben«, dachte er. »Mach einen Witz darüber. Lass ihn nicht erst darüber nachdenken, dass wir uns einem Tatort nähern, den er obendrein nicht sehen kann. Schon lustig, wenn man bedenkt, dass dieser Troll jetzt mein bester Feldwebel ist und ich ihm schon mehrfach mein Leben zu verdanken habe. Das beweist nur mal wieder, dass man nie wissen kann, obwohl wir das, was man nie wissen kann, wahrscheinlich nie erfahren werden.« Mumm bog um eine Ecke, und da waren sie, die Goblins. Er war froh, dass der junge Volker sie nicht sehen konnte. Genau genommen hätte Mumm sie lieber auch nicht sehen können. Es mussten Hunderte von ihnen sein, und viele trugen Waffen. Zwar nur sehr primitive Waffen, aber eine Axt aus Feuerstein, die dir auf den Schädel kracht, braucht nun wirklich keinen Hochschulabschluss. »Sind wir irgendwo angekommen, Kommandeur?« erkundigte sich Volker hinter ihm. »Ihr seid so abrupt stehen geblieben.« »Sie stehen einfach da«, dachte Mumm, als wären sie zum Appell angetreten. »Stehen schweigend da und warten, dass das Schweigen gebrochen wird.« »In dieser Höhle befinden sich ein paar Goblins, mein Junge. Sie sehen uns an.« Nach ein paar Sekunden des Schweigens erwiderte Volker, »Könnt ihr mir vielleicht verraten, wie viele genau ein paar Goblins sind?« Viele Dutzend eulenhafter Gesichter starrten Mumm ausdruckslos an. Sollte die Stille durch das Wörtchen »Angriff« zerrissen werden, würden von ihm und Volker nur noch blutige Schlieren auf dem Boden, der ohnehin schon ziemlich verschmiert übrig bleiben. Warum bin ich bloß hier reingegangen? Warum dachte ich, es sei richtig, hier reinzugehen? Andererseits ist der Junge schließlich Polizist, und seine Klamotten hat er ohnehin schon versaut. Mumm sagte, »Ich würde sagen, es sind ungefähr hundert, mein Junge. Alle schwer bewaffnet, soweit ich das erkennen kann, bis auf ein paar heruntergekommene ganz vorne. Das könnten die Anführer sein. Bärte, in denen man Kaninchen halten könnte, und so wie sie aussehen, tun sie das auch. Offenbar warten sie auf etwas.« Volker ließ sich mit seiner Antwort ein paar Sekunden Zeit. »Es war wirklich sehr lehrreich, mit euch zu arbeiten, Herr Kommandeur.« »Hör mal«, sagte Mumm, »falls ich plötzlich die Flucht ergreifen muss, bleib immer dicht bei mir, ja? Davonlaufen gehört auch zu den Fähigkeiten, auf die ein Polizist manchmal zurückgreifen muss.« Er wandte sich an die Menge der immer noch reglos dastehenden Goblins und sagte, »Ich bin Kommandeur Mumm von der Stadtwache Ankh-Morpork. Wie kann ich euch helfen?« »Breschtigkeit!« Der Schrei ließ irgendetwas von der Decke bröckeln. Er hallte in der Höhle wieder und kam irgendwo als Echo zurück, als eine Höhle nach der anderen ihn aufnahm, umdrehte und wieder zurückwarf. Dann wurden mehrere Fackeln angezündet und es wurde etwas heller. Mumm brauchte einen Moment, um sich dessen bewusst zu werden, weil das Licht, das er gesehen hatte, dieses merkwürdige, künstliche Licht, das wahrscheinlich in seinem Kopf leuchtete, heller gewesen war und sich nur schwer mit dem verqualmten Orange vermischte, das sich jetzt in der Höhle ausbreitete. »Sieht doch ganz so aus, Kommandeur, als freuten Sie sich, uns zu sehen, oder nicht?« Volkers Glaube und seine Hoffnung hätte man in Flaschen abfüllen und an die Verzweifelten anderswo verkaufen sollen. Mumm nickte bloß, weil sich die Reihen teilten und eine Art Pfad bildeten, an dessen Ende etwas lag, bei dem es sich zweifellos um einen Leichnam handelte. Es war eine gelinde Erleichterung, dass es sich um eine Goblinleiche handelte. Aber eine Leiche ist nie eine gute Nachricht, besonders dann nicht, wenn man sie in schmuddeligem, trüben Licht erblickte und schon gar nicht für die Leiche selbst. Trotzdem jubelte etwas in ihm und rief »Halleluja«, denn dort lag eine Leiche und er war ein Bulle und das hier war ein Verbrechen. Und ringsum standen jede Menge verdächtig aussehende Goblins. Und ja, hier hatte ein Verbrechen stattgefunden. Seine Welt. Ja, das hier war seine Welt. Im kriminaltechnischen Labor der Stadtwache von Ank Morpock brühte Igor, begleitet von fernem Grollen, seltsamen Lichtblitzen und dem Geruch von Elektrizität, Kaffee auf. Als er schließlich einen großen roten Hebel umlegte, ergoss sich eine schäumende, braune Flüssigkeit, gurgelnd in eine Kanne, aus der sofort zwei Becher gefüllt wurden. Einer trug die Aufschrift »Igor flicken dich, Fufammen«, den anderen zierte der Spruch »Zwerge tun's ein bisschen weiter unten«. Letzteren reichte Igor Feldwebel Grinsi Kleinpo, deren frühere Erfahrungen als Alchimistin der Grund war, dass sie manchmal Dienst im Labor schob. Die Gemütlichkeit des vormittäglichen Kaffeegenusses war in dem Augenblick dahin, als Nobby Nobs mit Feldwebel Colin im Schlepptau hereinkam. »Der Feldwebel hat einen kleinen Schock erlitten, Igor. Vielleicht kannst du ihm helfen?« Igor war sofort dazu bereit. »Hm, ich könnte ihm gleich noch einen verpassen.« Fred Colin ließ sich auf einen Stuhl sinken, der unter seinem Gewicht verdächtig knarrte. Der Stuhl war mit Gurten und Riemen ausgestattet. »Hör mal«, sagte Nobby, »ich erzähl dir keinen Scheiß. Du hast doch schon mal von der Werbekampagne gehört »Dieser Tabak zählt.« Unser Fred hat gerade eine Zigarre gehabt, die ihm was »er« zählt hat. »Ich habe sie hier in diese Plastiktüte gesteckt, ganz nach Vorschrift.« Grinsi nahm den Beutel entgegen und spähte hinein. »Da sind belegte Brote mit Ei drin. Ehrlich, Nobby, hat dir noch niemand erklärt, was forensisch bedeutet?« Da sie annahm, dass sie ohnehin nichts mehr versauen konnte, lehrte Grinsi die Brote auf den Tisch, wo sich auch eine mit Mayonnaise verschmierte Zigarre zu ihnen gesellte. Sie wischte die Mayonnaise vorsichtig ab und musterte die Zigarre aufmerksam. »Wie jetzt, Nobby? Ich rauche nicht und verstehe auch nicht viel von Zigarren. Aber diese hier kommt mir momentan ziemlich glücklich und zufrieden vor.« »Halt sie mal ans Ohr«, erwiderte Nobby hilfsbereit. Grinsi tat wie geheißen und sagte, »Ich höre bloß das Knistern des Tabaks, der vermutlich ordnungsgemäß gelagert und verarbeitet wurde.« Die Zwergin hielt die Zigarre ein Stück von ihrem Gesicht weg und musterte sie misstrauisch. Dann reichte sie sie wortlos an Igor weiter, der sie sich ebenfalls ans Ohr hielt, zumindest an das, das er momentan in Gebrauch hatte, denn das wusste man bei Igors nie so genau. Sie wechselten einen kurzen Blick, dann brach Igor das Schweigen. »Soweit ich weiß, gibt es so was wie Tabakkäfer.« »Ganz bestimmt«, meinte Grinsi. »Aber ich glaube nicht, dass sie kichern.« »Kichern? Für mich hat es sich eher angehört, als würde jemand weinen«, sagte Igor, betrachtete die pralle Zigarre mit zusammengekniffenen Augen und fügte hinzu, »wir sollten den Tisch abwaschen, ein Skalpell sauber machen und die beiden Zweierpinzetten plus zwei, nein, lieber gleich vier sterilisierte Operationsmasken und Handschuhe benutzen. Vielleicht befindet sich irgendein seltenes Insekt da drin.« »Ich habe mir diese Zigarre ans Ohr gehalten«, sagte Nobby. »Von was für einem Insekt redest du da?« »Da bin ich mir nicht sicher«, antwortete Igor. »Aber im Allgemeinen gibt es dort, wo Tabak angebaut wird, ganz besonders gefährliche. Beispielsweise weiß man, dass der Gelbgraskäfer aus Wie Wunderland durch die Ohren in den Schädel eindringt, dort Eier im Gehirn seines Opfers ablegt und das arme Opfer dann im Zustand heilloser Halluzinationen zurücklässt, bis er durch die Nasenlöcher wieder das Weite sucht. Der Tod ist unausweichlich. Mein Vetter Igor hat ein ganzes Terrarium voll mit diesen Viechern. Sie nagen jeden Schädel makellos sauber.« Igor machte eine kleine Pause. »Jedenfalls hat man es mir so erzählt. Bestätigen kann ich es persönlich nicht.« Er machte noch eine Pause, ehe er hinzusetzte, »natürlich nicht.« Nobby Nobs ging schnurstracks auf die Tür zu. Feldwebel Colin folgte seinem Freund nicht, was sehr ungewöhnlich war. Stattdessen sagte er, »Ich bleibe einfach hier und stecke mir die Finger in die Ohren, falls es dir nichts ausmacht.« Er streckte den Hals, um zu sehen, wie Igor die Zigarre vorsichtig aufdröselte und sagte, wie beiläufig, »Angeblich werden die Zigarren aus dem Ausland auf den Oberschenkeln junger Frauen gerollt. Ich persönlich finde das ja eklig.« Dann fiel etwas mit einem Klingeln und einem matten Gleißen, ein Gleißen ist sozusagen ein visuelles Klingeln, auf den Tisch. Grinzi beugte sich vorsichtig darüber. Es sah wie ein kleines, teures Glasfläschchen für besonders knifflige, alchemistische Experimente aus. Dabei schien sich, dachte sie später, etwas darin zu bewegen, obwohl der Behälter selbst absolut reglos da lag. Igor schaute ihr über die Schulter und sagte, »Oha!« Beide betrachteten die Fiole schweigend, bis das Schweigen kurz darauf von Feldwebel Colin gebrochen wurde. »Das funkelt ja richtig,« sagte er. »Ist es was wert?« Grinzi Kleinpo hob die Augenbrauen und sah Igor an, doch der zuckte die Achseln. »Unbezahlbar, würde ich sagen, falls man überhaupt einen Käufer mit genügend Geld und dem, wie soll ich mich ausdrücken, passenden Geschmack für die Verzierungen findet.« »Das ist ein Angu-Topf,« sagte Grinzi vorsichtig. »Ein zeremonielles Behältnis der Goblins, Feldwebel.« »Ein Hauch von Verstehen«, schob sich über Feldwebel Collins Gasriesen von Gesicht. »Sind das nicht die Dinger, in denen Sie Ihre ganze Pisse und Ihre Kacke aufheben,« fragte er und wich dabei ein Stück zurück. Igor räusperte sich, sah Grinzi an und antwortete eisig, »Nein, das sind andere Behälter, wenn ich mich nicht irre, und hier in der Ebene gibt es sowas ohnehin nicht mehr. Diejenigen, die sich in den Schutz der Hochgebirge zurückgezogen haben, stellen noch Töpfe her, und sie benutzen auch Angu-Bürsten und natürlich auch Angu-Masken.« Er blickte den Feldwebel erwartungsvoll, aber ohne echte Hoffnung an. Grinzi, die Fred schon länger kannte, sagte, »Soweit ich weiß, Feldwebel, halten die Goblins der Ebene diejenigen in den Bergen für ziemlich merkwürdig. Was diesen Topf hier angeht,« sie zögerte, »so fürchte ich, dass es sich um ein ganz besonderes Exemplar handelt.« »Tja, sieht ganz so aus, als hätten die kleinen Schmuddelbatzen da mal was echt Tolles hingekriegt,« sagte Fred gut gelaunt und schnappte sich zu Grinsis großem Entsetzen den winzigen Topf. »Und deshalb gehört er mir. Der ist viel zu wertvoll für einen stinkenden Goblin. Aber wieso gibt der Töne von sich?« Feldwebel Kleinpo sah Igors Gesichtsausdruck und schnappte sich, um Ärger in der kriminaltechnischen Abteilung zu vermeiden, den Arm des Feldwebels. Sie zerrte ihn nach draußen und knallte die Tür hinter sich zu. »Tut mir leid, Feldwebel, ich habe gesehen, dass Igor ein bisschen wütend geworden ist.« Feldwebel Colin strich sich mit aller Würde, derer er fähig war, die Uniform glatt und sagte, »Wenn es wertvoll ist, dann will ich es haben, vielen Dank auch. Schließlich ist es mir in gutem Glauben übergeben worden, oder etwa nicht?« »Selbstverständlich, Feldwebel, aber du verstehst doch bestimmt, dass es bereits einem Goblin gehört.« »Was?« Der Feldwebel lachte lautlos. »Was gehört denen denn schon groß? Aus einem Haufen Abfall?« Grinzi zögerte noch. So faul und großmaulig Fred Colin auch sein mochte, laut seiner Akte war er, entgegen allen Erwartungen, ein sehr nützlicher und brauchbarer Polizist. Sie musste also taktvoll vorgehen. »Feldwebel, darf ich dir zunächst versichern, dass ich deine Hilfe, seit du hier bei uns am Pseudopolisplatz arbeitest, immer sehr geschätzt habe? Ich werde nie vergessen, dass du mir sämtliche Orte gezeigt hast, an denen man als Wache stehen kann, ohne dem Wind und dem allerschlimmsten Regen ausgesetzt zu sein. Und auch die Liste der Schankwirtschaften, Tavernen und Kneipen, die einem durstigen Polizisten nach Dienstschluss stets großzügig gesinnt sind, habe ich auswendig gelernt. Und ich weiß auch noch, wie du mir gesagt hast, dass ein Bulle sich niemals schmieren lassen sollte und warum eine Mahlzeit keine Bestechung ist.« »Ich weiß deine Anerkennung zu schätzen,«, Feldwebel, »zumal mir bewusst ist, dass du aufgrund deiner Erziehung nicht viel von Frauen in der Wache hältst, besonders dann nicht, wenn sie von zwergischem Geschlecht sind. Mir ist ebenfalls bewusst, dass du im Laufe deiner langen Karriere deine Überzeugungen immer wieder neuen Umständen anpassen musstest. Deshalb bin ich stolz darauf, deine Kollegin zu sein, Feldwebel, Colin. Und ich hoffe sehr, dass du mir verzeihst, wenn ich dir sage, dass es Zeiten gibt, in denen du einfach die Klappe halten und ein paar neue Ideen in deinen elenden Dickschädel reinlassen solltest, anstatt immer und ewig die ollen Kamellen aufzuwärmen. Du hast ein kleines Schmuckstück an dich genommen. Und jetzt gehört es dir. Und wahrscheinlich mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich würde dir gerne mehr erzählen, aber ich weiß auch nicht mehr, als der durchschnittliche Zwerg auf der Straße über Goblins weiß. Und ich weiß auch nicht allzu viel über diese sehr speziellen Anguthöpfe. Angesichts der vielen Blumenmuster und der Minigröße glaube ich jedoch, dass es sich um einen von denen handelt, die Seele der Tränen genannt werden, Feldwebel. Und ich glaube, dass du dein Leben auf einen Schlag sehr interessant gemacht hast, weil... Darf ich dich bitten, ihn einen Augenblick hinzustellen? Ich verspreche auch feierlich, dass ich ihn dir nicht wegnehme. Die irgendwie schweineartigen Äuglein Collins musterten Grinzi misstrauisch. Aber er sagte, »Tja, wenn ich dir damit eine große Freude mache...« Er wollte den Topf auf das nächstbeste Fensterbrett stellen, und sie sah, wie er leicht die Hand schüttelte. »Scheint festzukleben.« »Dann stimmt es also«, dachte Grinzi. Laut sagte sie, »Tut mir leid, das zu hören, Feldwebel, aber du solltest wissen, dass sich in diesem Topf die lebendige Seele eines Goblinkindes befindet. Und die gehört jetzt dir. Herzlichen Glückwunsch!« Sie versuchte standhaft, den aufsteigenden Sarkasmus aus ihrer Stimme zu verbannen. In dieser Nacht träumte Feldwebel Colin, er sei in einer Höhle voller Ungeheuer, die in ihrer grässlichen Sprache auf ihn einplapperten. Er schrieb es dem Bier zu, aber es war schon komisch, dass er das kleine Glitzerding nicht loslassen konnte. Es wollte seinen Fingern einfach nicht gelingen, wie sehr er sich auch bemühte. Sam Mumms Mutter hatte es, der Himmel wusste wie, geschafft, den einen Cent pro Tag zusammenzukratzen, um ihren Sohn auf die Privatschule von Frau Windig zu schicken. Frau Windig war alles, was man sich von einer Dame erwartete. Sie war dick und sah aus wie aus lauter Mäusespeck gemacht, und sie hatte ein sehr ausgeprägtes Verständnis dafür, dass die Blasen kleiner Jungen fast so tückisch sind wie die alter Männer. Außerdem brachte sie einem, im Allgemeinen jedenfalls, die Grundlagen des Alphabets mit einem Minimum an Grausamkeit und einem Maximum an Mäusespeck bei. Frau Windig hielt Gänse, so wie jede Dame, die etwas auf sich hielt. In seinem späteren Leben fragte sich der ältere Mumm ab und zu, ob Frau Windig unter den endlosen Schichten aus Unterrücken wohl rot-weiß getüpfelte Unterhosen trug. Auf jeden Fall trug sie eine Morgenhaube, und ihr Lachen hörte sich an wie Regenwasser im Fallrohr. Im Unterricht schälte sie ausnahmslos Kartoffeln oder rupfte Gänse. Mumm hatte immer noch einen Platz in seinem Herzen für Frau Windig reserviert, die gelegentlich für einen Jungen, der sein Alphabet aufsagen konnte, vorwärts und rückwärts, sogar ein Bonbon in ihrer Tasche fand. Außerdem musste man jemandem, der einem beigebracht hatte, keine Angst zu haben, immer dankbar sein. In ihrer kleinen Wohnstube gab es ein Buch, das sie dem kleinen Sam Mumm einmal zum Lesen gegeben hatte. Er war bis auf Seite sieben gekommen, als er vor Schreck erstarrte. Auf der Seite war ein Goblin abgebildet. Der lustige Goblin, wenn man dem Text glauben wollte. Aber lachte dieser Goblin nun, oder schaute er eher finster drein? War er bloß hungrig, oder war er auf und dran, einem den Kopf abzubeißen? Klein Samuel Mumm hatte nicht so lange gewartet, bis er es herausgefunden hatte und den restlichen Vormittag lieber unter einem Stuhl verbracht. Heute entschuldigte er sein Verhalten damit, dass er sich noch genau daran erinnerte, dass es den anderen Kindern auch nicht anders ergangen war. Wenn es um die Unschuld der Kindheit ging, verstanden die Erwachsenen oft alles völlig falsch. Auf jeden Fall hatte sie ihn nach dem Unterricht auf ihr immer ein wenig feuchtes Knie gesetzt und ihn den Goblin richtig anschauen lassen. Er bestand aus lauter kleinen Punkten, winzigen Punkten, wenn man genau hinschaute. Wenn man lange genug hinschaute, verlor er all seine Macht und war überhaupt nicht mehr angsteinflößend. Soweit ich weiß, sind Goblins böse, nicht richtig fertig gewordene Sterbliche, hatte Frau Windig traurig gesagt. Halbfertige Leute, so habe ich es jedenfalls gehört. Was für ein Segen, dass wenigstens der hier einen Grund hat, lustig zu sein. Später dann hatte sie ihn, weil er so ein braver Junge war, zum Tafelwart gemacht. Damals hatte ihm zum ersten Mal in seinem Leben jemand etwas zugetraut. Die gute, alte Frau Windig, dachte Mumm, als er in der schummrigen Höhle von mehreren Reihen tief stehenden, ernsthaft dreinblickenden Goblins umgeben war. Wenn ich hier lebend rauskomme, lege ich ihnen eine ganze Tüte Pfefferminzbonbons aufs Grab. Er räusperte sich. Also, mein Junge, was wir hier vor uns haben, ist ein Goblin, der allem Anschein nach in eine handfeste Auseinandersetzung geraten ist. Er schaute zuerst den Leichnam und dann Volker an. Vielleicht erzählst du mir zuerst, was dir daran auffällt. Volker stand kurz davor, in unkontrolliertes Zittern zu verfallen. Also, äh, ich vermute mal, dass er tot ist. Und woraus leitest du das ab, bitte sehr? Ähm, sein Kopf ist nicht mehr mit dem restlichen Körper verbunden? Ganz recht. Das gilt im Allgemeinen als Anhaltspunkt dafür, dass der Leichnam tatsächlich tot ist. Übrigens kannst du die Schnur jetzt wieder loslassen. Ich will nicht sagen, dass ich nicht schon mal besseres Licht gesehen hätte, aber es dürfte ausreichen. Fällt dir noch etwas auf, Hauptwachtmeister? Mumm versuchte, ganz ruhig zu reden. Also, die Leiche ist ziemlich zerschnippelt. Mumm lächelte aufmunternd. Fällt dir auch dabei etwas auf, mein Junge? Volker tat sich sichtlich schwer damit, aber das erging Rekruten am Anfang oft so. Sie waren so sehr mit Hingucken beschäftigt, dass sie überhaupt nichts sahen. Du machst das sehr gut, Hauptwachtmeister. Was würdest du jetzt daraus ableiten? Ableiten? Warum sollte man jemandem so die Arme zerschneiden? Überleg mal. Volkers Lippen bewegten sich tatsächlich beim Denken. Dann grinste er. Er hat sich mit bloßen Händen verteidigt? Gut gemacht, mein Junge. Leute, die sich mit bloßen Händen verteidigen, tun das, weil sie weder einen Schild noch eine Waffe haben. Ich würde auch behaupten, dass sein Kopf abgetrennt wurde, als er auf dem Boden lag. Ich kann es nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber für mich sieht es eher wie ein vorsätzliches Gemetzel als ein übereiltes Aufschlitzen aus. Das alles ist eine Riesensauerei, aber man kann erkennen, dass der Bauch zwar aufgeschlitzt wurde, rings um die Wunde aber kaum Blut zu sehen ist. In diesem Moment war Mumm auf einmal selbst überrascht. Und aufgrund der Bauchwunde weiß ich etwas über ihn, das ich lieber nicht gewusst hätte, sagte er. Was denn, Herr Kommandeur? Dass er eine Sie ist. Und dass sie in einen Hinterhalt gelockt und vielleicht gefangen genommen wurde. Außerdem, dachte er, fehlt eine Klaue. Irgendwann verwandelt sich jede Leiche in ein Rätsel, das es zu enträtseln gilt, sagte sich Mumm, als er niederkniete. Aber meistens zu spät, und man hat auch nie genug Zeit. Laut sagte er, sieh dir die Wunden an diesem Bein an, mein Junge. Sieht aus, als wäre sie in eine Kaninchenfalle getreten. Vielleicht, weil sie vor jemandem weggerannt ist. Mumm stand so rasch wieder auf, dass die interessiert zuschauenden Goblins zurückwichen. Meine Güte, Junge, so etwas sollte man nicht tun, nicht einmal auf dem Land. Gibt es nicht so etwas wie einen Kodex? Man tötet die Männchen, aber nicht die Weibchen, so ist es doch, oder? Und das hier ist nicht einfach so im Eifer des Gefechts passiert. Da wollte jemand sehr viel Blut aus dieser Frau herausholen. Und jetzt sag du mir, warum? Mumm war sich nicht sicher, was Volker geantwortet hätte, wenn sie nicht von finster dreinblickenden Goblins umringt gewesen wären. Und das war auch gut so. Wir haben es mit einem Mord zu tun, dem schlimmsten Verbrechen überhaupt. Und weißt du auch, weshalb er verübt wurde? Ich würde so ziemlich alles wetten, dass es hier allein darum ging, dass Wachtmeister Aufstrich, der den ihm zugespielten Informationen entsprechend handelte, literweise Blut im Toten einfindet. Genau dort, wo Kommandeur Mumm sich, wie alle wussten, mit einem lästigen Schmied treffen wollte. Und nachdem beide Männer von hitzigem Gemüt sind, wird sich dort offensichtlich ein Gewaltverbrechen abgespielt haben. Stimmt's? Oder habe ich recht? Es wäre eine konsequente Schlussfolgerung, Herr Kommandeur. Das müsst ihr zugeben. Selbstverständlich. Aber jetzt ist es eine absolut hirnrissige Schlussfolgerung. Und das musst du zugeben. Jawohl, das stimmt. Und ich entschuldige mich dafür. Trotzdem würde ich den Tatort gerne nach einem Hinweis auf Herrn Jefferson absuchen. Volker machte ein halbbeschämtes, halbtrotziges Gesicht. Und warum, wenn ich fragen darf? Volker reckte das Kinn vor. Weil ich mich schon einmal wie ein ausgemachter Idiot aufgeführt habe. Und das möchte ich nicht wiederholen. Abgesehen davon könntet ihr auch falsch liegen. Diese arme Frau könnte ja auch an den Schmied geraten sein, wer weiß. Wenn ich mich unter den gegebenen Umständen nicht genauer umsehe, will später garantiert jemand wichtiges wissen, warum ich es nicht getan habe. Und dieser jemand dürftet ihr sein, Herr Kommandeur. Gute Antwort, junger Mann. Und ich muss zugeben, dass ich mich schon öfter wie ein ausgemachter Idiot verhalten habe, als mir lieb ist, weshalb ich dir das gut nachfühlen kann. Mumm richtete den Blick noch einmal auf den Leichnam. Mit einem Mal hielt er es für sehr wichtig, herauszufinden, was Willikens mit der Klaue samt Ring gemacht hatte, die sie in der Nacht zuvor gefunden hatten. Verlegen sagte er zu den versammelten Goblins, »Ich glaube, ich habe ein Schmuckstück gefunden, das dieser jungen Frau gehörte. Selbstverständlich gebe ich es euch zurück.« Der teilnahmslosen Horde war nicht einmal ein Zeichen der Anerkennung anzumerken. Mumm musste diesen Gedanken noch einmal überdenken. Horden fallen irgendwo ein und töten und rauben. Diese Truppe hier sah eher aus wie ein sehr bekümmertes Häuflein. Er ging auf einen grauhaarigen alten Goblin zu, der vielleicht vor tausend Jahren das letzte Mal an der Oberfläche gewesen sein mochte, und sagte, »Ich möchte mich hier gerne näher umsehen. Der Tod dieser Frau tut mir sehr leid. Ich werde ihre Mörder der Gerechtigkeit übergeben.« »Rechtigkeit«, wiederhalten die Silben durch die Höhle. Der alte Goblin trat vorsichtig vor und zupfte Mumm am Ärmel. »Die Dunkelheit ist dein Freund, Herr Polizist. Ich höre dich. Du hörst mich. In der Dunkelheit darfst du hingehen, wohin du hingehen willst, Herr Polizist. Bitte bring uns nicht um.« Mumm blickte an dem Goblin vorbei auf die Reihen hinter ihm, die meisten davon so mager wie Gartenrechen. Und dieser, nun ja, Häuptling vielleicht, der aussah, als wollte er vor ihm im Stehen zerbröseln, wollte nicht, dass Mumm ihm etwas antat? Er musste an die verstreuten Blumen denken. Den verwaisten Zitronenmelisse-Tee. Das stehen gelassene Essen. Hatten die Goblins sich etwa vor ihm verstecken wollen? Er nickte und sagte, »Ich greife nie jemanden an, der mich nicht angreift. Und so will ich es auch heute halten. Kannst du mir sagen, wie es dazu kam, dass diese Frau hier getötet wurde?« »Sie ist letzte Nacht in unsere Höhle geworfen worden, Herr Polizist. Sie ist rausgegangen, um nach den Kanickelpfeilen zu sehen. Hier runtergeworfen worden wie alte Knochen, Herr Polizist. Wie alte Knochen. Kein Blut in ihr drin. Wie alte Knochen.« »Wie heißt sie?« Der alte Goblin sah Mumm entsetzt an. Doch kurz darauf sagte er, »Ihr Name war der liebliche Kontrast zwischen den orangenen und gelben Blütenblättern des Ginsterstrauchs. Vielen Dank, Herr Polizist im Dunkeln.« »Ich glaube, dass ich mit den Ermittlungen dieses Verbrechens soeben erst anfange,« erwiderte Mumm ungewöhnlich verlegen. »Ich meinte, Herr Polizist, vielen Dank, dass du glaubst, dass Goblins Namen haben. Ich heiße, wie der Regen auf harten Boden prasselt. Sie war meine zweite Frau.« Mumm sah in das zerfurchte Gesicht, das nur eine Mutter schön finden und vielleicht sogar lieben konnte, und suchte darin nach einer Spur von Wut oder Trauer. Er fand nur einen Hauch von Sorge und hoffnungsloser Resignation angesichts der Tatsache, dass die Welt so war, wie sie nun mal war, und dass man nichts daran ändern konnte. Der Goblin war ein einziger Seufzer auf zwei Beinen. Er sah Mumm niedergeschlagen an und sagte, »Früher haben Sie hungrige Hunde in die Höhle geschickt, Herr Polizist. Das waren die guten alten Zeiten. Wir konnten uns immer richtig satt essen.« »Das Land hier ringsum gehört mir,« sagte Mumm, »und ich glaube, ich kann dafür sorgen, dass ihr hier nicht gestört werdet.« Etwas wie ein Kichern fand seinen Weg aus dem zerzausten Bart des alten Goblins. »Wir kennen das Gesetzgesetze, Herr Polizist. Das Gesetz ist das Land. Du sagst, das Land gehört mir. Aber du hast das Land nicht gemacht. Du hast deine Schafe nicht gemacht und deine Karnickel, von denen wir leben, nicht gemacht. Du hast auch die Kühe und die Pferde nicht gemacht. Trotzdem sagst du, das alles gehört mir. Das kann keine Wahrheit sein. Ich nehme meine Axt, meine Töpfe, und die gehören mir. Was ich anhabe, gehört mir. Ein wenig Liebe gehörte mir. Jetzt ist sie weg. Ich glaube, du bist ein guter Mann, Herr Polizist. Aber wir sehen, dass die Zeiten sich ändern. Vielleicht gab es vor hundert oder zweihundert Jahren etwas auf der Welt, was die Leute die Wildnis oder Niemandsland oder unbrauchbares Land nannten. Und die haben an solchen Orten gelebt. Wir sind unbrauchbare Leute. Es gab die Rasse der Trolle, der Zwerge und die der Menschen. Und es ist schade für die Rasse der Goblins, dass wir nicht so schnell rennen können. Jemand zupfte an Mums Hemd. Diesmal war es Volker. Wir sollten lieber gehen. Mum drehte sich zu ihm um. Warum? Entschuldigt vielmals, Herr Kommandeur, aber Ihre Ladyschaft hat gesagt, ihr sollt zum Tee wieder zurück sein. Wir stecken hier mitten in der Ermittlung zu einem Mordfall, Hauptwachtmeister. Ich will nicht unhöflich sein. Aber ich bin sicher, dass uns Herr Regen auf hartem Boden hier versteht. Wir müssen uns selbst umsehen, ob der fehlende Schmied hier irgendwo ist. Volker zappelte unruhig. Mir ist nur aufgefallen, dass Ihre Ladyschaft es sehr ernst meinte, als sie euch darum gebeten hat. Mum nickte dem alten Goblin zu. Wir finden heraus, wer deine Frau umgebracht hat, und ich werde den oder diejenigen der Gerechtigkeit übergeben. Er machte eine kurze Pause und wieder ertönte das bekannte »Restigkeit« in der ganzen Höhle wie im Chor. Aber zuerst muss ich aus polizeilichen Gründen den Rest dieser Lokalität hier inspizieren, falls du nichts dagegen hast. Der Goblin sah ihn putzmunter an. »Und wenn ich was dagegen habe, Herr Polizist?« Mum erwiderte seinen herausfordernden Blick. »Eine interessante Frage«, sagte er. »Falls du uns mit Gewalt drohen würdest, würde ich sofort gehen. Ja, auch wenn du mir verbieten würdest, die Höhle zu durchsuchen, würde ich gehen. Und schlimmer noch, ich würde nicht wieder herkommen. Deshalb bitte ich respektvoll darum, dass man mir zur Ausübung meiner Pflicht den Rest der Anlage hier zeigt.« War das ein Lächeln auf dem Gesicht des alten Goblins? »Selbstverständlich, Herr Polizist.« Die Menge hinter dem alten Goblin rückte beiseite und löste sich auf. Vermutlich entweder, um neue Töpfe zu machen oder um sie zu füllen. Regen auf hartem Boden, der, wie man annehmen musste, weil nichts Gegenteiliges geäußert worden war, entweder ein Häuptling war, so wie Mum es verstehen würde, oder einfach nur ein Goblin, der die Aufgabe übernommen hatte, sich mit dummen Menschen zu unterhalten, sagte, »Suchst du den Schmied? Er besucht uns manchmal. Hier unten gibt es Eisen, nicht viel, aber er kann es gut gebrauchen. Natürlich ist es nutzlos für Töpfe und wir tauschen es gegen Essen. Aber ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Du darfst dich nach ihm umsehen. Niemand hindert dich daran. Die Dunkelheit ist in dir. Ich würde es nicht wagen, mich dir an den Weg zu stellen, Herr Polizist. Viel haben wir hier nicht. Aber fühl dich wie zu Hause.« Mit diesen Worten winkte der alte Goblin einige jüngere Goblins heran, damit sie das, was von seiner Frau übrig war, aufhoben. Dann schlurfte er auf den Eingang einer anderen Höhle zu. »Habt ihr schon viele Leichen gesehen, Herr Kommandeur?« fragte Volker mit einer Stimme, die es fast schaffte, nicht zu zittern. »Allerdings, mein Junge, und bei einigen habe ich sogar mitgeholfen, sie in diesen Zustand zu versetzen.« »Ihr habt Leute umgebracht?« Mum richtete den Blick zur Decke, damit er Volker nicht ansehen musste. »Ich sehe es eher so, dass ich mich immer bemüht habe, es zu vermeiden,« antwortete er. »Im Großen und Ganzen ist mir das auch ganz gut gelungen, aber früher oder später läuft dir immer jemand über den Weg, der fest entschlossen ist, dir das Lebenslicht auszublasen, und dann bist du gezwungen, ihn fertig zu machen, weil er einfach zu dumm ist, um sich zu ergeben. Besser kriegt man es nicht hin, und ich habe noch nie eine gut aussehende Leiche gesehen.« Die Begräbnisgruppe war jetzt in einer anderen Höhle verschwunden. Die beiden Polizisten blieben allein zurück, spürten jedoch, dass ringsum andere Wesen ihren Geschäften nachgingen. Der alte Goblin hatte wie beiläufig erwähnt, dass es sich bei der Toten um seine Frau handelte. Er war dabei nicht mal laut geworden. Mum hätte nicht so ruhig dastehen können, wenn Sibbles Leiche vor ihm gelegen hätte, und auf gar keinen Fall wäre er irgendeinem Goblin gegenüber so höflich gewesen. Wie kann man nur so werden? Wie kann einen das Leben dermaßen niederknüppeln? Die Straße verließ einen nie, genau wie Willikens gesagt hatte. Mum erinnerte sich an die Scheuerfrauen. Die Unbesonnenheitsstraße wurde so oft gescheuert, dass man sich wundern musste, dass sie nicht schon ein Stück tiefer lag, als der Boden ringsum. Die Türschwelle wurde geschrubbt und dann geweißt. Die roten Fliesen auf dem Boden drinnen wurden gescheuert und dann mit Bleirot aufgefrischt. Und der schwarze Backofen wurde sogar noch schwärzer geschrubbt, indem sie ihn wie wild mit Reißblei abrieben. Die Frauen in jenen Tagen hatten Ellbogen, die sich wie Kolben bewegten. Und es ging allein ums Überleben. Und beim Überleben ging es nur um den Stolz. Man hatte nicht viel Kontrolle über das eigene Leben, aber man konnte es verflixt noch mal sauber halten und der Welt zeigen, dass man zwar arm, aber anständig war. Das war die große Angst. Die Angst, hinter den eigenen Anspruch zurückzufallen. Dass man am Ende nicht besser dastand als all jene, die in dem elenden Durcheinander des Stadtviertels namens Schatten aufwuchsen, kämpften und sich durchs Dasein gaunerten. Die Goblins hatten allem Anschein nach aufgegeben. Sie machten einfach im alten Trott weiter, während die Welt sie sanft, aber bestimmt verstoßen hatte. Sie ließen sich gehen, fanden sich mit ihrem Schicksal ab. Aber Mord blieb Mord, ganz egal in wessen Zuständigkeitsbereich. Mum knotete seine Gedanken unter dem Kinn zusammen, schnappte sich ein paar schwelende Fackeln und sagte, »Auf geht's, Hauptwachtmeister. Dann wollen wir das Verbrechen mal bekämpfen.« »Jawohl«, erwiderte Volker. »Darf ich euch noch was fragen?« »Klar doch«, antwortete Mum und ging schon auf einen Tunnel zu, dessen Boden sich deutlich nach unten neigte. »Was geht hier eigentlich vor, wenn ich fragen darf? Ich weiß, dass ein Mord geschehen ist und dass womöglich irgendein Schurke wollte, dass ich euch für den Täter halte. Aber wie kommt es, dass ihr dieses heidnische Kauderwelsch versteht? Ich habe gehört, dass ihr etwas zu ihnen gesagt habt. Und die müssen euch verstanden haben, denn sie haben euch geantwortet. Aber es hört sich alles an, als würde jemand Walnüsse zertreten. Und ich verstehe kein einziges vermaledeites Wort, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Keine verdammte Silbe. Ich möchte eine Antwort darauf, Herr Kommandeur, denn ich komme mir auch so dumm genug vor. Ich möchte nicht noch dümmer sein, als ich mich jetzt schon fühle.« In einem privaten Hinterstübchen seines Hirnkastens bastelte sich Mum eine Begründung zusammen. »Also, wenn du schon fragst, ich habe da einen tödlichen Dämon in mir, der sich meinen Verstand mit mir teilt und der mir aus Gründen, die nur er kennt, zu helfen scheint. Er sorgt dafür, dass ich in dieser Finsternis sehen kann, und er macht auch, dass ich mich mit den Goblins unterhalten kann. Er wird die rufende Dunkelheit genannt. Ich weiß auch nicht, welches Interesse er an den Goblins hat, aber die Zwerge glauben, dass er den Zorn auf die Unredlichen herniederbringt. Und bei einem Mord nehme ich jede Hilfe an, die ich kriegen kann.« Natürlich sprach er das nicht aus, denn er nahm mit Recht an, dass die meisten Leute sich, ehe er damit fertig war, aus dem Staub machen würden. Deshalb beschränkte er sich auf »Ich kann auf die Unterstützung einer höheren Macht zurückgreifen, Hauptwachtmeister, aber jetzt sehen wir uns diese Höhlen mal näher an.« Diese Antwort stellte Volker zwar nicht zufrieden, aber er schien immerhin kapiert zu haben, dass er nicht auf weitere Ausführungen hoffen durfte. Es war ein unheimlicher Weg. Der ganze Berg war von Höhlen durchzogen, die durch natürliche und gelegentlich auch, wie es aussah, künstliche Verbindungsgänge miteinander verbunden waren. Es war eine kleine Stadt. Es gab Müllgruben, primitive Käfige, die nichts mehr enthielten, und hier und dort ziemlich große Flächen voller Pilze, die zum Teil sehr, sehr langsam von Goblins, die den Polizisten kaum Beachtung schenkten, abgeerntet wurden. Einmal kamen sie an eine Öffnung vorüber, die, wie es sich anhörte, zu einer Kinderkrippe führte, falls kleine Goblins wirklich wie Vögelchen zwitscherten. Mumm brachte es nicht über sich, einen genaueren Blick hineinzuwerfen. Viel weiter unten kamen sie an ein sehr schmales Rinnsaal, das aus der Felswand tröpfelte. Die Goblins hatten mehr schlecht als recht eine Rinne in den Stollen gegraben, weshalb ihre weitere Reise vom Geräusch fließenden Wassers begleitet wurde. Überall waren Goblins zu sehen, und die Goblins stellten Töpfe her. Mumm war darauf vorbereitet gewesen, aber nur sehr schlecht. Er hatte eher so etwas wie die Werkstätten der Zwerge erwartet, die er in Überwald gesehen hatte, laut, quirlig und voller emsiger Geschäftigkeit. Aber das entsprach nicht dem Wesen der Goblins. Es sah ganz so aus, als benötigte ein Goblin, der mit einem Topf anfangen wollte, nicht mehr als einen Ort, an dem er sich hinkauern, in seinen Taschen herumkramen und so dann mit der Arbeit anfangen konnte. Und zwar so langsam, dass man kaum sagen konnte, ob da irgendetwas vor sich ging. Mehrmals glaubte Mumm, das Kratzen von Stein auf Stein zu hören, oder ein Scharren, oder eine Art Sägen. Aber jedes Mal, wenn er sich dem dort hockenden Goblin näherte, drehte der sich höflich zur Seite und beugte sich über seine Arbeit, wie ein Kind, das absolut nicht gestört werden wollte. Wie viel Rotz, dachte er, wie viele abgeschnittene Fingernägel, wie viel Ohrenschmalz konnte ein Goblin in einem Jahr ansammeln? War ein Jahrespott voll Schnodder in etwa so groß wie die grazile Schnupftabakdose einer Dame? Oder eher ein großer, überschwappender Eimer? Und warum eigentlich keine Zähne? Sogar die Menschen kümmerten sich um ihre ausgefallenen Zähne, und es gab sogar Leute, insbesondere Zauberer, die sehr darauf achteten, dass ihre Zehennägel nirgendwo herumlagen. Er lächelte leise vor sich hin. Vielleicht waren die Goblins überhaupt nicht so dumm, sondern einfach nur dümmer als Menschen, was, wenn man näher darüber nachdachte, sogar eine ziemlich beachtliche Leistung darstellte. Und dann, als sie gerade an einem Goblin im Schneidersitz vorüberschlichen, setzte der sich auf und hielt Licht in den Händen. Mumm hatte schon viele Edelsteine gesehen. Generationen von Ringen, Broschen, Halsketten und Tiaras hatten sich durch die Jahrhunderte hindurch in Lady Sibbles Schoß ergossen, obwohl das meiste davon heute in einem Tresor aufbewahrt wurde. Darüber amüsierte er sich immer wieder gern. Doch so sehr Sibbles Juwelen auch glitzern mochten, er hätte geschworen, dass keiner dieser wertvollen Steine so viel Licht ausstrahlte, wie der kleine Topf, den sein Schöpfer nun zur kritischen Begutachtung von sich streckte. Der Goblin drehte ihn hierhin und dorthin und musterte ihn wie jemand, der gerade von einem anderen namens Ehrlicher Horst ein Pferd kaufen wollte. Weiße und gelbe Lichtstrahlen blitzten auf, wenn der Gegenstand sich bewegte und erfüllten die triste Höhle mit etwas, das Mumm nur als Lichtechos bezeichnen konnte. Volker gaffte wie ein Kind auf seiner ersten richtigen Party. Der Goblin hingegen schien mit dem, was er da geschaffen hatte, überhaupt nicht einverstanden zu sein und warf es plötzlich achtlos nach hinten, wo es an der Wand zerschellte. »Warum hast du das getan?« rief Mumm so laut, dass der Goblin zusammenzuckte und ihn ansah, als erwartete er jeden Moment geschlagen zu werden. »Schlechter Topf«, stieß er hervor. »Schlechte Arbeit. Muss sich schämen. Macht viel schöneren, mit mehr Zeit. Gleich anfangen.« Er warf Mumm noch einen ängstlichen Blick zu, dann verschwand er eilig in der Dunkelheit der Höhle. »Er hat es kaputt gemacht. Er hat es echt kaputt gemacht.« Volker starrte Mumm ungläubig an. »Er hat es kurz angeschaut und dann an die Wand geworfen. Dabei war es so wunderschön. Das war kriminell. So etwas Wunderschönes darf man doch nicht einfach kaputt machen.« Mumm legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich denke schon, wenn man es selbst gemacht hat und glaubt, dass man es noch besser hinkriegt. Schließlich machen selbst die besten Handwerker gelegentlich Fehler.« »Glaubt ihr, dass das eben ein Fehler war?« Volker ging dorthin, wo die traurigen Überreste des ehemaligen Topfes auf dem Boden lagen und hob eine Handvoll der glitzernden Scherben auf. »Er hat das hier weggeworfen, ein Kommandeur.« Mumm wollte gerade etwas antworten. Da kam ein leises Geräusch aus Volkers Hand. »Staub«, ran ihm zwischen den Fingern hindurch, wie der Sand der Zeit. Volker grinste Mumm nervös an und sagte, »Na ja, vielleicht war es doch ein bisschen schlampig gemacht.« Mumm ging in die Knie und fuhr mit den Fingern durch das Staubhäufchen. Es war bloß Staub. Steinstaub, mit nicht mehr Farbe oder Glitzer darin als bei irgendeinem Steinchen am Straßenrand. Keine Spur mehr von dem funkelnden Regenbogen, den sie gerade eben bewundert hatten. Derweil versuchte auf der anderen Seite der Höhle, ein anderer Goblin möglichst unverdächtig auszusehen, während er vermutlich ebenfalls an einem Topf arbeitete. Mumm ging vorsichtig auf ihn zu, denn der Goblin hielt seinen Topf so vor sich, als wollte er sich damit verteidigen. Mumm legte lässig die Arme auf den Rücken, um zu zeigen, dass er nichts Böses im Schilde führte, und sagte mit der sanften Stimme, die er schon bei seiner Frau gehört hatte, »Meine Güte, das sieht aber nach einem sehr schönen Topf aus. Sagst du mir, wie man so einen Topf macht? Würdest du mir das verraten?« Der Töpfer senkte den Blick auf das Ding in seinen Händen oder das Ding in seinen Klauen, wenn man fies und vielleicht ein bisschen genauer sein wollte, und sagte, »Ich mache den Topf.« Er hob die noch nicht fertige Arbeit in die Höhe. Mit Steinen, die nicht Teil irgendeines Mauerwerks waren, kannte sich Mumm nicht besonders gut aus, aber dieser hier war hellgelb und glitzerte. »Ja, das weiß ich,« sagte er, »aber wie genau machst du diesen Topf?« Wieder suchte der Töpfer Erleuchtung vom Universum, schaute nach oben und unten und überall hin, wo Mumm nicht war. Schließlich ging ihm ein Licht auf. »Ich mache Topf!« Mumm nickte feierlich. »Vielen Dank, dass du uns das Geheimnis deines Erfolgs mitgeteilt hast,« sagte er und wandte sich wieder an Volker. »Komm, wir gehen weiter.« Es sah ganz so aus, als seien Goblinhöhlen oder Baue oder Lager oder Verstecke, je nachdem, welchen Effekt man mit der Beschreibung erzielen wollte, doch nicht solche Drecklöcher, wie man im Allgemeinen annahm. Diese Höhle war einfach nur ein Loch, voller stickiger Luft wegen der unzähligen kleinen Lagerfeuer, ohne die bei den Goblins offensichtlich nichts lief, mit den dazugehörigen kleinen Häufchen fauligen Anmachholzes und nicht zu vergessen ihren persönlichen Abfallhaufen. Im Vorübergehen wurden sie von alten und jungen Goblins aufmerksam beobachtet, als erwarteten diese ein demnächst beginnendes Unterhaltungsprogramm. Es gab auch jugendliche Goblins. Mumm musste zugeben, dass unter den der Sprache mächtigen Spezies auf der Scheibenwelt Goblinbabys die einzigen wirklich potthässlichen waren. Im Grunde genommen waren sie kleine Ausgaben ihrer Eltern, die selbst nun mal keine strahlenden Schönheiten darstellten, eigentlich nicht einmal leicht angeschmuddelte. Mumm sagte sich, dass sie schließlich nichts dafür konnten, dass irgendein inkompetenter Gott am Schluss noch jede Menge Einzelteile übrig gehabt hatte und auf den Gedanken gekommen war, die Welt brauche noch ein Wesen, das wie eine Kreuzung aus einem Wolf und einem Affen aussah, und dass dieser Gott seiner Erfindung dann auch noch eines der unsinnigsten religiösen Dogmen überhaupt verpasst hatte, selbst nach den Standards der allgemeinen göttlichen Idiotie betrachtet. Goblins sahen einfach aus wie üble Schurken, und ohne die Vermittlung der rufenden Dunkelheit hörten sie sich auch so an. Könnten Walnüsse schreien, wenn man sie knackt, würden die Leute sagen, also das hört sich doch an wie ein Goblin. Und damit nicht genug hatte der lachende Gott sich einen Spaß daraus gemacht und sie offensichtlich auch noch mit dem übelsten aller Geschenke bedacht, der Selbsterkenntnis. Die Goblins waren so unerschütterlich davon überzeugt, nicht mehr als Abfall auf zwei Beinen zu sein, dass sie, bildlich gesprochen, nicht einmal die Energie aufbrachten, vor der eigenen Haustür zu kehren. »Verdammt, jetzt bin ich auf etwas in irgendwas getreten«, sagte Volker. »Ihr scheint hier unten wirklich viel besser zu sehen als ich, Kommandeur.« »Das liegt am einfachen, gesunden Leben, mein Junge. Karotten und das ganze Zeug.« »Jefferson könnte hier irgendwo sein. Ich bin sicher, dass wir an manchen Höhlen vorbeigehen.« »Ich weiß, dass er nicht hier ist, mein Junge. Aber frag mich nicht, woher ich das weiß, sonst müsste ich dich anlügen. Ich spule nur die übliche Vorgehensweise ab, das hilft mir beim Denken. Ein alter Polizistentrick.« »Ganz recht. Verstehe. Erstmal überall reintreten.« Mum lächelte im Dunkeln. »Sehr schön, mein Junge. Eine ordentliche Portion Humor ist der beste Freund des Polizisten. Ich sage immer, ein Tag ohne Lachen ist ein vergeudeter Tag.« Er unterbrach sich, weil etwas gegen seinen Helm gescheppert war. »Wir sind da. Jeffersons Eisengrube. Ich habe gerade eine Öllampe gefunden. Die dort weiter oben habe ich wirklich nicht gesehen.« Er kramte in seiner Tasche und kurz darauf flammte ein Streichholz auf. »Na ja,« dachte Mum, »nicht gerade eine Vorzeigemine, aber bestimmt allemal besser als Zwergenpreise zu zahlen.« »Ich sehe nirgendwo einen Ausgang,« meldete sich Volker zu Wort. »Vermutlich zieht er das Erz durch den Haupteingang raus.« »Ich glaube nicht, dass die Goblins so dumm sind, dass sie in Höhlen mit nur einem Eingang wohnen. Wahrscheinlich gibt es einen, der nicht einmal von außen zu sehen ist. Siehst du, dort hat jemand etwas Schweres über die Steine gezogen.« Mum verstummte. »Es war noch ein Mensch hier in der Höhle.« »Vielen Dank auch, Dunkelheit,« dachte er. »Dann geht es wohl in Ordnung, wenn ich einfach frage, wer es ist.« »Also, ich glaube nicht, dass hier nur geschürft wird,« sagte Volker hinter Mum. »Seht euch das an.« Volker hielt einige Bücher in den Händen, allem Anschein nach Kinderbücher. Sie waren schmuddelig. Schließlich befanden sie sich in der Wohnstätte von Goblins, aber Mum blätterte die erste Seite des ersten Buches auf und wunderte sich nicht, einen unmöglich großen roten Apfel zu sehen, der von der Berührung vieler schmutziger Hände ein wenig verschmiert war. Da sagte eine Stimme, eine weibliche Stimme, aus der Dunkelheit, »Nicht alle Fragen werden beantwortet, Herr Kommandeur, aber zum Glück werden einige Antworten in Frage gestellt.« »Ich versuche, die Kinder der Goblins zu unterrichten.« »Da musste ich natürlich für die Jüngsten einen Apfel mit hierher bringen,« fügte die Frau im Dunkeln hinzu. Nicht viele wussten, was Äpfel sind, und schon gar nicht, wie man sie nennt. Verglichen damit, was diesen armen Teufeln zur Verfügung steht, ist die Sprache der Trolle unglaublich kompliziert. »Guten Tag auch, Herr Aufstrich. Na, verstecken Sie sich heute mal nicht in Ihrem kleinen Gefängnis vor der Wahrheit?« Mum hatte sich hastig umgedreht, als die Stimme erklungen war. Jetzt stand er mit offenem Mund da. »Sie? Sind Sie nicht die...« »Die Kackerdame, allerdings, Kommandeur Mum. Schon erstaunlich, woran sich die Leute erinnern.« »Hm, schon. Allerdings. Aber Sie müssen zugeben, dass sich sowas...« »Wie soll ich mich ausdrücken?« »In der Erinnerung...« »Fest tritt, Fräulein Felicitas Käfer.« »Sehr gut, Herr Kommandeur, wenn man bedenkt, dass wir uns erst einmal begegnet sind.« Erst jetzt fiel Mum auf, dass sie einen Goblin bei sich hatte, der Größe nach zu urteilen einen ganz Jungen, der sich vor allem dadurch von den anderen unterschied, dass er Mum unverwandt mit einem durchdringenden, interessierten Blick ansah. Das war für die Goblins, denen er bislang begegnet war, eher untypisch, von dem widerlichen Stinky einmal abgesehen. Mum entging nicht, dass Volker derweil jeden Augenkontakt mit dem Fräulein vermied. »Ich sehe Ihren Namen schließlich mindestens einmal am Tag,« sagte Mum lächelnd. »Wissen Sie, was mein Junge gestern, als ich ihn ins Bett gebracht habe, gesagt hat?« Er sagte, »Papa, weißt du, warum Kühe große, feuchte, schlabbrige Kacker machen, die Pferde aber schöne, weiche Knödel, die nach Gras riechen? Ist doch komisch, dass da zwei unterschiedliche Sorten von Kacker rauskommen, obwohl die Tiere ungefähr gleich groß sind und das gleiche Gras fressen, oder, Papa?« »Also, die Kackerfrau sagt, das liegt daran, dass die Kühe einen Wiederkäuer haben, der hilft ihnen dabei, alles noch mal zu keuern, aber die Pferde, die haben keinen Wiederkäuer, die keuern irgendwie nicht so viel, deshalb ist ihre Kacker noch eher so wie Gras und stinkt auch nicht so sehr.« Als Mum sah, dass die Frau grinste, fuhr er fort. »Ich glaube, morgen fragte seine Mutter, ob er einen Tag sein Essen ganz doll keuern darf und am anderen Tag nur ganz wenig, damit er hinterher überprüfen kann, ob es unterschiedlich riecht.« »Was halten Sie davon, mein Fräulein?« Fräulein Käfer lachte. Ihr Lachen klang sehr fröhlich. »Mein lieber Herr Kommandeur, ich würde sagen, dass Ihr Sohn Ihr analytisches Denken mit dem angeborenen Talent der Käsedix für Experimente kombiniert. Sie müssen sehr stolz auf ihn sein.« »Das hoffe ich jedenfalls.« »Darauf können Sie wetten.« Das Kind, das sich halb hinter Fräulein Käfer versteckte, lächelte auch. Es war das erste Mal, dass Mum einen Goblin lächeln sah. Aber ehe er etwas sagen konnte, richtete Fräulein Käfer einen missbilligenden Blick auf Volker und fuhr fort. »Ich wünschte nur, ich hätte Sie in besserer Gesellschaft angetroffen, Herr Kommandeur. Aber vielleicht können Sie mir wenigstens sagen, wo sich mein Freund Jethro aufhält.« Volker sah im sogar spärlichen Licht der Lampe richtig zornig aus. Aber wenn man in den Gesichtern von Leuten lesen konnte, und Mum war ein aufmerksamer Gesichterleser, erkannte man schnell, dass sein Zorn von Scham und Angst durchsetzt war. Dann fiel Mums Blick auf die kleine Bank, auf der etliche Werkzeuge und noch mehr Bücher mit bunten Einbänden lagen. Von der Straße hatte Mum gelernt, dass man nervöse Leute manchmal richtig nervös werden lassen musste. Deshalb nahm er sich in aller Ruhe ein Buch, als hätte der schreckliche Austausch an Blicken und Worten kurz zuvor überhaupt nicht stattgefunden, und sagte »Ach, das ist ja, wo ist meine Kuh?« »Klein Sam ist ganz verrückt danach.« »Bringen Sie das den Goblins auch bei, Fräulein Käfer?« Ohne den Blick von dem aufgewühlten Volker zu nehmen, sagte Fräulein Käfer »Ja, wozu es letztendlich auch gut sein mag. Es ist wirklich nicht einfach. Nebenbei bemerkt bin ich eigentlich Frau, Käfer. Mein Mann ist im Krieg gegen Klatsch gefallen. Ich habe mich wieder auf Fräulein besonnen, weil... weil es mir in der Schule mehr Autorität verleiht. Abgesehen davon hatte ich kaum Zeit, mich an das Frau zu gewöhnen.« »Tut mir leid. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so gedankenlos dahergeredet,« erwiderte Mumm. Fräulein Käfer schenkte ihm ein mattes Lächeln. »Keine Sorge. Manchmal kommt man mit gedankenlos einfach weiter.« Der kleine Goblin neben der Lehrerin fragte »Mit gedankenlos oder mit ohne gedankenlos? Wohin kommt man da?« »Tränen des Pilzes ist meine Musterschülerin. Du bist wirklich was Besonderes, stimmt's, Tränen des Pilzes?« »Besonders ist gut,« sagte das Goblin-Mädchen, als ließ es sich jedes Wort auf der Zunge zergehen. »Nett ist gut. Der Pilz ist gut. Tränen sind weich. Ich bin Tränen des Pilzes. So viel ist jetzt klar.« Es war eine seltsame kleine Rede. Das Mädchen sprach so, als zöge es die Worte aus einem Regal und stellte sie, nachdem es sie ausgesprochen hatte, sorgfältig wieder zurück. Es hörte sich alles sehr ernst an, zumal aus diesem sonderbar flachen, blassen Gesicht. In gewisser Hinsicht war Tränen des Pilzes in ihrem Kleidchen, das wie eine um den Körper gewickelte Schürze aussah, sogar ganz hübsch, wenn auch nicht gerade schön. Mum fragte sich, wie alt sie sein mochte. Dreizehn? Vielleicht vierzehn? Und er fragte sich, ob die Goblins wohl alle so klug aussehen würden, wenn sie sich etwas Vernünftiges anziehen und diese grässlichen Haare ein bisschen frisieren würden. Die langen Haare des Mädchens waren geflochten und ganz weiß. An diesem Ort sah sie erstaunlicherweise wie ein sehr zerbrechliches Stück Porzellan aus. Da er nicht wusste, was er sagen sollte, sagte er einfach, »Freut mich, dich kennenzulernen, Tränen des Pilzes.« Mum streckte ihr die Hand entgegen. Das Goblinmädchen sah zuerst die Hand und dann ihn an, dann richtete es den Blick auf Fräulein Käfer, die sagte, »Sie geben sich nicht die Hand, Herr Kommandeur. Für ein scheinbar so einfaches Völkchen sind sie erstaunlich kompliziert.« Sie überlegte kurz und fuhr fort. Es sieht ganz so aus, als hätte die Vorsehung sie gerade rechtzeitig hierher geführt, um den Mord an lieblicher Kontrast aufzuklären, die eine hervorragende Schülerin gewesen ist. Sobald ich davon erfahren habe, bin ich sofort herbeigeeilt, aber die Goblins sind daran gewöhnt, dass der Tod unvermittelt und unverdient zuschlägt. Ich begleite sie zum Eingang, dann muss ich meinen Unterricht fortsetzen.« Mum zog Volker am Ärmel mit, und gemeinsam folgten sie Fräulein Käfer, die ihre Schritte munter in Richtung Erdoberfläche und in Richtung der guten, frischen Luft lenkte. Er fragte sich, was aus der Leiche geworden war. Was machten die Goblins überhaupt mit ihren Toten? Begraben? Aufessen? Einfach auf den Abfall werfen? Oder lag er völlig falsch? Ohne groß darüber nachzudenken, fragte er, »Was bringen Sie Ihnen noch bei, Fräulein Käfer? Wie man ein besserer Bürger wird?« Die Ohrfeige traf ihn am Kinn, womöglich deshalb, weil Fräulein Käfer bei allem Zorn noch rechtzeitig bemerkte, dass er immer noch seinen Helm aufhatte. Trotzdem war es ein ziemlicher Hieb, und Mum sah aus dem Winkel seines tränenden Auges, wie Volker einen Schritt zurückwich. Wenigstens der Junge besaß noch ein wenig Menschenverstand. »Sie sind wirklich ein Narr der Götter, Kommandeur Mum. Nein, ich bringe Ihnen nicht bei, so zu tun, als seien Sie Menschen. Ich bringe Ihnen bei, Goblins zu sein, kluge Goblins. Wissen Sie, dass Sie nur fünf Bezeichnungen für Farben haben? Sogar Trolle kennen an die Sechzig. Und wenn Sie einen Farbenverkäufer fragen, noch viel mehr. Heißt das nun, dass Goblins dumm sind? Nein. Sie kennen unglaublich viele Worte für die Art und Weise, in der Farben changieren, sich verändern, den Übergang von einer Schattierung zur anderen, Worte, auf die noch nicht einmal dichter gekommen sind. Sie haben einzelne Worte für die aller kompliziertesten Gefühle. Ich kenne wohl so an die Zweihundert, aber es gibt sicherlich weitaus mehr. Was Sie für Grunzen und Knurren und Fauchen halten, enthält in Wirklichkeit sehr viel Information. Eine Fülle, die einem Eisberg gleicht, Herr Kommandeur. Das meiste davon befindet sich dort, wo man Sie weder sehen noch verstehen kann. Und ich unterrichte Tränen des Pilzes und einige Ihrer Freunde, damit Sie sich mit Leuten wie Ihnen, die glauben, Goblins seien dumm, unterhalten können. Und wissen Sie was? Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie werden abgeschlachtet. Selbstverständlich nennt man es nicht so. Aber am Ende werden Sie abgeschlachtet, weil Sie lästig und im Weg sind. Warum fragen Sie nicht Herrn Aufstrich, was mit den anderen Goblins vor drei Jahren passiert ist, Kommandeur Mumm? Damit machte Fräulein Käfer auf dem Absatz kehrt und verschwand im Höhlendunkel. Tränen des Pilzes hüpfte hinter ihr her. Mumm musste die letzten paar Meter hinaus ins herrliche Sonnenlicht allein zurücklegen. Als Samuel Mumm ins grelle Tageslicht hinaustrat, kam es ihm vor, als würde ihm jemand einen Eisendraht durch den Körper stoßen und dann mit einem Ruck wieder herausziehen. Er konnte gerade noch sein Gleichgewicht halten, und der Junge packte ihn am Arm. Volle Punktzahl, dachte Mumm, dafür, dass er entweder sofort gepeilt hat, was Sache ist, oder wenigstens dafür, dass er schlau genug war, nicht gleich davonzulaufen. Er setzte sich ins Gras, spürte die sanfte Brise, die durch die Ginsterbüsche strich, und atmete die saubere, frische Luft tief ein. Man konnte über die Goblins sagen, was man wollte. Ihre Höhle hatte eindeutig etwas an sich, bei dem man gerne sagte, an deiner Stelle würde ich noch einen Moment warten, ehe ich da reingehe.« »Ich möchte mit dir reden, Herr Hauptwachsmeister,« sagte er dann. »Von Bulle zu Bulle. Über die Vergangenheit und vielleicht auch über das, was noch auf uns zukommt.« »Und ich möchte euch dafür danken, Herr Kommandeur, dass Sie mich für einen Polizisten halten. Dein Vater ist doch vor drei Jahren hier Polizist gewesen.« Volker starrte geradeaus. »Stimmt. Was ist damals mit den Goblins passiert, Volker?« Volker räusperte sich. »Na ja, mein Vater hat gesagt, Mutter und ich sollen im Haus bleiben. Er hat gesagt, wir sollen nicht rausschauen. Aber das Hören konnte er uns nicht verbieten. Es wurde viel herumgebrüllt und was weiß ich nicht alles. Und mein altes Mütterchen hat sich furchtbar aufgeregt. Später habe ich gehört, dass eine ganze Ladung Goblins aus dem Berg rausgeholt worden ist. Aber Vater hat erst viel später darüber geredet. Ich glaube, das, was da passiert ist, hat ihn kaputt gemacht.« »Doch. Wirklich. Er hat gesagt, er hätte zugesehen, wie ein Haufen Männer, die meisten von ihnen Wildhüter und andere Grobiane, von der Höhle herunterkamen und Goblins hinter sich her schleiften. Ziemlich viele. Er hat gesagt, das Schlimmste war, dass die Goblins so hilflos waren, dass sie sich nicht wehrten. Als wüssten sie nicht, was sie tun sollten.« Mumm ließ sich von Volkers Gesichtsausdruck ein wenig erweichen. »Sprich weiter, mein Junge.« »Er hat mir gesagt, die Leute sind aus ihren Häusern gekommen und durcheinander gerannt. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen, und der Richter...« »Hm. Naja, der hat wohl gesagt, das hat alles seine Richtigkeit, weil die doch nichts weiter sind als Ungeziefer. Und dass man sie runter zu den Docks bringt, wo sie zur Abwechslung mal richtig arbeiten können und nicht immer nur andere Leute belästigen.« »Es ist alles in Ordnung gewesen,« hat Vater gesagt. »Man würde sie an einen sonnigen Ort bringen, weit weg von hier.« »Nur so aus Interesse, Volker. Woher hat er das wissen wollen?« »Mein Vater sagte, der Richter hat das ganz glaubhaft behauptet. Man würde sie nur irgendwo hinbringen, wo sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen können.« Er sagte, dass er ihnen damit sogar einen Gefallen erweist. Schließlich würde sie ja niemand umbringen. Mum ließ sich absichtlich keine Regung anmerken. Dann seufzte er, wenn es ohne ihre Einwilligung geschah. Dann war es eindeutig Sklaverei. Und wenn ein Sklave nicht für seinen Lebensunterhalt arbeitet, stirbt er. »Verstehst du das?« Volker starrte auf seine Stiefelspitzen. Wenn Blicke Schuhcreme auftragen könnten, wären seine Stiefel im Nu blank geputzt gewesen. Nachdem er mir das erzählt hatte, sagte mir mein Vater, dass ich jetzt der Polizist sei und mich um meine Mutter kümmern solle. Er hat mir seinen Knüppel und seine Marke gegeben. Dann fingen seine Finger an zu zittern, und ein paar Tage später war er tot. »Ich glaube, irgendetwas hat sich an ihn herangeschlichen, ist in seinen Kopf gekrochen oder so. Es hat ihn überwältigt.« »Hast du schon mal von Lord Vetinari gehört, Volker? Ich kann nicht behaupten, dass ich ihn allzu sehr mag, aber manchmal trifft er den Nagel auf den Kopf. In der Stadt hatten wir mal einen kleinen Aufruhr, wie es so schön heißt, und es stellte sich heraus, dass dabei ein Mann mit einem Hund eine gewisse Rolle spielte. Ein halbtoter Köter, wenn man den Zeugen glauben will. Der Mann wollte, dass er nicht so an der Leine zog. Und als der Hund knurrte, nahm eine Axt vom Verkaufsstand des Metzgers gleich nebenan, warf den Hund auf den Boden und hackte ihm die Hinterbeine ab. Einfach so. Wahrscheinlich würden die meisten Leute sagen, was für ein widerlicher Kerl, aber es war ja sein Hund oder dergleichen. Aber Lord Vetinari rief mich zu sich und sagte, »Jemanden, der einem Hund so etwas antut, sollte das Gesetz unbedingt im Auge behalten, sein Haus sofort durchsuchen.« Der Mann wurde eine Woche später gehängt. Nicht wegen des Hundes, obwohl ich auch in dem Fall keine Träne vergossen hätte, sondern wegen der Sachen, die wir in seinem Keller gefunden haben. »Mit Einzelheiten möchte ich dich lieber nicht belasten.« »Und schon wieder«, hatte dieser verflixte Vetinari recht gehabt. »Wo es kleine Verbrechen gibt, lassen Große nicht lange auf sich warten.« Mum blickte über die wogenden Felder, die sich unter ihnen erstreckten. Das waren seine Wiesen, seine Bäume, seine Äcker voller goldgelbem Getreide. Das alles, obwohl er noch nie im Leben ein einziges Samenkorn gesät hatte, mit Ausnahme von damals als Kind, als er Senf und Kresse auf einem Waschlappen ziehen wollte. Aber dann war da nichts draus geworden, weil ihm niemand gesagt hatte, dass er zuerst die Seife aus dem Waschlappen hätte rauswaschen sollen. Keine guten Voraussetzungen für einen Gutsherrn. Trotzdem. Es war sein Land, oder? Und er wusste genau, dass weder er noch Sibyl jemals zugestimmt hätten, dass ein Haufen abgerissen aussehender Goblins aus dem Saustall, den sie ihre Wohnung nannten, herausgezerrt und wer weiß, wohin gebracht wurden. »Davon hat uns niemand etwas gesagt.« Volker lehnte sich ein Stück zurück, um dem unerwarteten Zornesblitz zu entgehen. »Davon weiß ich nichts, Herr Kommandeur.« Mumm stand auf und reckte die Arme. »Ich habe genug gehört, mein Junge. Und ich habe jetzt auch genug davon. Jetzt ist es an der Zeit, die Sache an eine höhere Autorität weiterzuleiten. »Ich glaube, es dauert mindestens anderthalb Tage, bis ein Meldereiter in der Stadt ist, und da muss man auch Glück mit den Pferden haben.« Sam Mumm schritt bereits eilig den Hügel hinab. »Ich habe von Lady Sibyl geredet, mein Junge.« Als Mumm im Laufschritt und mit Volker im Kielwasser auf Gut Käse dick eintraf, hielt sich Sibyl gerade in einem Salon voller Teetassen und Damenbesuch auf. Sie sah ihn nur kurz an und sagte, unter diesen Umständen eine Spur zu strahlend, »Ach, ich glaube, du möchtest etwas mit mir besprechen.« Dann wandte sie sich lächelnd an die Damen. »Entschuldigen Sie mich bitte, aber ich muss mich kurz mit meinem Gemahl unterhalten.« Damit nahm sie Mumm am Arm und zog ihn nicht allzu sanft wieder in den Flur hinaus. Dort hielt sie ihm ohne Umschweife eine eheliche Gardinenpredigt über die Wichtigkeit der Pünktlichkeit. Roch flüchtig an ihm und wich angewidert zurück. »Du stinkst, Sam Mumm. Bist du in etwas Ländliches gefallen? Ich habe dich seit dem Frühstück kaum gesehen. Und warum hast du immer noch diesen jungen Polizisten im Schlepptau? Der hat doch bestimmt wichtigere Dinge zu tun. Wollte er dich nicht festnehmen? Will er immer noch zum Tee kommen? Ich hoffe doch, dass er sich vorher wäscht.« Sie richtete die Worte an Mumm, meinte damit aber Volker, der sich ein wenig im Hintergrund hielt und so aussah, als würde er jeden Moment die Flucht ergreifen. »Das war ein Missverständnis,« erwiderte Mumm eilig. »Und falls ich meine weiße Weste wiederfinde, ist garantiert kein einziger Fleck drauf. Dafür hat mich Volker Aufstrich großzügig und völlig aus freien Stücken mit vielen wertvollen Informationen versorgt.« Als die eheliche Unterhaltung dann so richtig Fahrt aufnahm und laut geflüsterte Satzfetzen wie »auf gar keinen Fall« und »Ich glaube, er sagt die Wahrheit« gewechselt wurden, war Volker nun wirklich drauf und dran, das Weite zu suchen. »Und Sie haben sich überhaupt nicht gewehrt?«, wollte Sibyl wissen. Der junge Polizist versuchte, ihrem Blick auszuweichen, aber Sibyl wusste ihn so zu lenken, dass er einen überall fand. »Nein, euer Ladyschaft«, brachte er mit Mühe hervor. Lady Sibyl sah ihren Ehemann an und zuckte die Achseln. »Wenn mich jemand irgendwo hinbringen wollte, wo ich nicht hin will«, sagte sie, »dann könnte der sich auf was gefasst machen. Und ich dachte immer, Goblins hätten Waffen. Angeblich sind sie ziemlich verbissene Kämpfer. Ich hätte eher gedacht, dass es einen Krieg gibt. Davon hätten wir bestimmt etwas gehört. So wie du es erzählst, macht es eher den Eindruck, als hätten sie Schlaf gewandelt. Vielleicht waren sie ja am Verhungern. Mir ist aufgefallen, dass es hier nicht mehr so viele Kaninchen gibt wie damals, als ich noch ein kleines Mädchen war. »Und warum haben sie einige von sich zurückgelassen?« »Es kommt mir alles ziemlich rätselhaft vor, Sam. Fast alle hier in der Gegend sind Freunde der Familie.« Sie bremste ihn sofort mit einer energisch erhobenen Hand aus. »Ich würde nicht im Traum daran denken, dass du bei deinen Pflichten versagst, Sam. Versteh das bitte nicht falsch, aber pass ja auf dich auf. Und sieh zu, dass du einen Schritt nach dem anderen tust. Und ich bitte dich, Sam. Du weißt, ich kenne dich. Falle nicht gleich überall mit der Tür ins Haus. Die Leute hier könnten es am Ende noch falsch verstehen.« Sam Mumm war sicher, dass er so einiges falsch verstand und sagte mit gerunzelter Stirn, »Ich weiß nicht, wie man mit der Tür ins Haus fällt, Sibyl. Klopft man vorher an? Nein, mein Lieber. Man walzt sie nieder und trampelt einfach rein.« Lady Sibyl schenkte ihm ein warnendes Lächeln und strich sich imaginären Staub von den Kleidern. »Ich glaube, wir müssen Sie jetzt nicht noch länger aufhalten, Herr Aufstrich«, sagte sie zu dem dankbaren Volker. »Richten Sie Ihrer Mutter doch einen lieben Gruß aus. Wenn Sie möchten, würde ich mich gerne einmal mit ihr treffen, solange ich hier bin, und mit ihr über die alten Zeiten plaudern. Bis dahin schlage ich vor, dass Sie sich durch die Küche verabschieden. Ganz egal, was mein Mann davon hält, dass ein Polizist den Dienstboteneingang benutzt. Und sagen Sie der Köchin, dass sie Ihnen mitgibt was, äh, eben alles, was Ihrer Mutter Freude bereitet.« Schon hatte sie sich wieder zu ihrem Mann umgedreht. »Warum begleitest du ihn nicht, Sam? Und wenn du schon draußen an der frischen Luft bist, könntest du gleich kleinen Sam suchen. Einverstanden? Ich glaube, er ist hinten im Hof mit Willikens.« Volker schwieg, als sie gemeinsam durch die langen Flure streiften. Aber Mum spürte, dass sich der Verstand des Jungen mit einem Problem herumschlug, dass ich mit den Worten »Lady Sibyl ist eine sehr nette und freundliche Frau«, »Stimmtskommandeur«, Ausdruck verschaffte. »Daran muss ich nicht erinnert werden«, erwiderte Mum. »Und ich möchte, dass du weißt, dass sie in deutlichem Widerspruch zu mir steht. Ich werde immer nervös, wenn ich an ein unaufgeklärtes Verbrechen denke. Ein unaufgeklärtes Verbrechen verstößt gegen die Natur. Ich muss immer wieder an das Goblin-Mädchen denken. Sie sah aus wie eine Statue. Und so, wie sie geredet hat, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Diese Goblins können einem ganz schön auf die Nerven gehen. Ja, die klauen einem die Schnürsenkel aus den Schuhen, wenn man nicht schnell genug weitergeht. Aber wenn man sie in ihrer Höhle sieht, wird einem erst bewusst, dass da Kinder sind und alte Goblin-Opas und alte Goblin-Mütter«, half ihm Mum mit leiser Stimme aus. Wieder verhedderte sich Frau Aufstrichs kleiner Junge im unvertrauten, schrecklichen Gestrüpp der Philosophie und stammelte schließlich »Naja, ich würde sagen, dass auch Kühe gute Mütter sind. Aber unterm Strich ist ein Kalb dann doch Schnitzel und Haxen auf Hufen, oder?« »Schon möglich. Aber was würdest du sagen, wenn das Kalb auf dich zukäme und sagte, »Guten Tag, ich heiße Tränen des Pilzes?« Wieder verzog sich Volkers Gesicht im ihm so neuartigen, ungewohnten Prozess des Nachdenkens. »Ich glaube, dann würde ich lieber den Salat nehmen, Kommandeur.« Mum lächelte. »Dann würdest du ganz schön in der Klemme stecken, mein Junge. Und eins kann ich dir verraten. Mir geht es genauso. Das heißt es nun mal, Bulle zu sein. Deshalb finde ich es besser, wenn sie wegrennen. Das macht alles viel einfacher. Sie rennen weg und ich renne hinterher. Ich weiß nicht, ob das irgendwie metaphysisch oder sowas ist, aber dort war eine Leiche. Du hast sie gesehen. Ich auch. Und Fräulein Käfer ebenfalls. Vergiss das nicht.« Klein Sam saß im Wirtschaftshof auf einem Heuballen und sah zu, wie die Pferde hereingeführt wurden. Er rannte seinem Vater entgegen, strahlte ihn an und sagte, »Papa, kennst du Hühner?« Mum nahm seinen Sohn auf den Arm und antwortete, »Ja, ich habe schon von Ihnen gehört, Sam.« Klein Sam wandte sich aus dem väterlichen Griff heraus, als wäre es höchst unpassend, für einen ernsthaften Forscher auf dem Gebiet der Skatologie hochgenommen und herumgewirbelt zu werden. Dann machte er ein ernstes Gesicht. »Weißt du was, Papa? Wenn ein Huhn Kacker macht, dann ist da immer was Weißes drauf, und das ist das Pipi. Manchmal sieht es aus wie der Zuckerguss auf einem Kaffeestückchen, Papa.« »Sieh mal einer an.« »Das wusste ich noch nicht,« erwiderte Mum. »Ich denke bestimmt daran, wenn ich mal wieder ein Kaffeestückchen esse.« »Und bei jedem anderen Kaffeestückchen hinterher auch,« dachte er. »Jetzt weißt du doch bestimmt alles über Kacker, Sam,« fragte er hoffnungsvoll und sah Willikens lächeln. Klein Sam, der immer noch einen Haufen Hühnerkot mit einem Vergrößerungsglas betrachtete, schüttelte den Kopf, ohne aufzublicken. »Nein, überhaupt nicht, Papa. Herr...« An der Stelle unterbrach sich Sam und sah Willikens hoffnungsvoll an. Willikens räusperte sich und sagte, »Herr Forelle, einer der Wildhüter war vor einer halben Stunde hier, und der Junge hat ihn natürlich gleich in ein Gespräch verwickelt, und das Ende vom Lied war, dass klein Sam, wie es aussieht, sich gerne eine Sammlung verschiedener wilder Tiere aus dem Wald zulegen würde.« »Wildhüter«, dachte Mumm. Er ließ sich alles durch den Kopf gehen und dachte darüber nach, wer die Goblins vor drei Jahren wohl zusammengetrieben haben mochte. Dann dachte er darüber nach, wie wichtig das wohl im Vergleich zu der Frage, wer hat es ihnen befohlen, war. »Ich glaube, allmählich weiß ich, woher der Hase langläuft. Die Leute machen, was ihnen gesagt wird, weil sie schon immer gemacht haben, was ihnen gesagt wird. »Wildhüter sind trotzdem ein verschlagenes Völkchen. Sie müssen nicht nur Menschen überlisten. Und nicht zu vergessen, wir befinden uns hier auf dem Lande, wo jeder jeden kennt und jeder alles sieht. Ich glaube nicht, dass Volker lügt. Deshalb muss es andere Leute geben, die wissen, was in jener Nacht vor drei Jahren geschehen ist. »Ich darf nicht mit der Tür ins Haus fallen«, hat Sibyl gesagt, womit sie sicherlich recht hat. »Ich muss wissen, wohin ich meine Schritte lenke. Was geschehen ist, ist vor drei Jahren geschehen. Ich kann mir also ein wenig Zeit für diesen Fall nehmen.« Laut sagte er, »wie weit soll ich das noch treiben?« »Allem Anschein nach hattet ihr einen ausgefüllten Tag«, sagte Willikens. »Heute Morgen seid ihr mit einem kleinen Schwachkopf, der sich für einen Polizisten hält, hinunter zum Dorfknast gegangen. Dann seid ihr in Begleitung des bereits erwähnten Schwachkopfes und eines Goblins zum Totenhain hinaufgestiegen, wo ihr euch eine ganze Zeit lang aufgehalten habt, bis ihr und besagter Schwachkopf wieder herauskamt. Und soeben seid ihr ohne den Schwachkopf wieder hier eingetroffen.« Willikens grinste Mumm an. »Hier in der Küche herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, und jenseits der grünen Tür gelten Klatsch und Tratsch als Währung. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich hier unten, trotz Herrn Silbers bösen Blicken, das Sagen habe. Ich kann hingehen, wohin ich will. Ich kann tun und lassen, was ich will, und von mir aus können sie daran ersticken. Vom einen oder anderen Fenster dieses Hauses ist der ganze Hügel zu sehen, und die Dienstmädchen sind sehr kooperativ. Anscheinend sind alle Mädels unheimlich scharf auf eine Stelle im Haus in der Teekuchenstraße. Die haben es auf die Lichter der Großstadt abgesehen. Sehr kooperativ. Außerdem habe ich im Arbeitszimmer ein ziemlich gutes Fernrohr gefunden. Von dort aus hat man eine bemerkenswerte Aussicht auf den Galgenberg. Ich konnte euch praktisch alles von den Lippen ablösen. Und klein Sam hat das Spiel »Wir suchen Papa« großen Spaß gemacht.« Bei diesen Worten verspürte Mumm einen Stich. Er fühlte sich schuldig. Eigentlich sollte das alles doch ein Familienurlaub sein. »Aber...« »Dort oben im Totenhain hat jemand ein Goblin-Mädchen umgebracht«, sagte er mit tonloser Stimme. »Man hat dafür gesorgt, dass überall jede Menge Blut war, damit unser eifriger junger Polizist etwas zum Tüfteln hatte. Er ist völlig ins Schwimmen geraten. Ich glaube, er hat noch nie in seinem Leben eine Leiche gesehen.« »Was? Noch nie?« Willikens sah echt erschrocken aus. »Vielleicht setze ich mich hier später einmal zur Ruhe. Allerdings befürchte ich, dass ich über kurz oder lang vor Langeweile sterbe.« Ein weiterer Gedanke schoss Mumm durch den Kopf. »Als du durch das Fernrohr geschaut hast, hast du noch jemanden dort auf dem Hügel gesehen?« Willikens schüttelte den Kopf. »Nein, nur euch.« Beide drehten sich um und sahen klein Sam dabei zu, wie er sorgfältig Hühnerkacker in sein Notizbuch malte. Und Willikens sagte leise, »Ihr habt da wirklich einen prima Jungen, ein sehr kluges Kerlchen. Nutzt die Zeit, die ihr hier mit ihm verbringen dürft, Herr Kommandeur.« Mumm schüttelte den Kopf. »Du hast, weiß Gott, recht, Willikens, aber sie war völlig zerschnitten. Und zwar von einer Metallklinge. Eindeutig Metall. Die Goblins verfügen nur über Steinwaffen. Das Mädchen ist regelrecht zerschnippelt worden, damit möglichst viel Blut fließt, sodass sogar der dümmste Bulle es nicht übersehen kann. Und sie war nach den Farben einer Blume benannt. Willikens stieß ein missbilligendes Geräusch aus. »Polizisten sollten nicht sentimental werden. Das ist schlecht fürs Urteilsvermögen. Habt ihr selbst gesagt. Ihr seid in eine widerwärtige Auseinandersetzung zwischen den Einheimischen geraten. Und jetzt glaubt ihr, ihr könntet die Dinge zum Besseren wenden, wenn ihr irgendjemandem eine ordentliche Tracht Prügel verpasst. Aber woher wollt ihr wissen, wann ihr aufhören sollt? Genau das habt ihr gesagt. Ihr habt gesagt, einem Burschen eine ordentliche Abreibung verpassen ist eine Sache. Aber sobald er Handschellen anhat, ist es nicht mehr rechtens. Zu Mumps Verwunderung klopfte ihm Willikens freundschaftlich auf die Schulter. Denn wenn einem Willikens unfreundschaftlich auf die Schulter klopfte, merkte man das sofort. »Ich rate euch, morgen einfach freizunehmen, Kommandeur. Unten am See ist ein Bootshaus. Und später könntet ihr mit dem Kleinen in den Wald gehen, wo man, nach allem, was ich gehört habe, überall knietief in allen Sorten von Kaka steht. Der Kleine wird im siebten Kaka-Himmel sein. Er hat mir auch erzählt, dass er den stinkigen Schädelmann noch mal sehen will. Ich sage euch, mit diesem Köpfchen dürfte der Kleine mal Erzkanzler der unsichtbaren Universität werden. Und zwar noch, ehe er sechzig ist.« Willikens musste Mumps Grimasse gesehen haben. Denn er fuhr so gleich fort, »Warum so erstaunt, Herr Kommandeur? Vielleicht will er ja sogar Alchemist werden. Wäre doch möglich, oder? Sagt jetzt nicht, ihr möchtet, dass er Polizist wird. Das wollt ihr doch nicht tatsächlich, oder doch?« Einem Zauberer versuchen die Leute wenigstens nicht, ins Eingemachte zu treten. Man muss es zwar mit grässlichen Kreaturen aus höllischen Dimensionen aufnehmen, aber die haben keine Messer. »Außerdem wird man dafür ausgebildet. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, Herr Kommandeur, denn der Kleine wächst wie Unkraut, und ihr solltet ihn auf der richtigen Spur durchs Leben führen. Aber wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss los, und die Dienerschaft noch ein bisschen trietzen.« Willikens machte ein paar Schritte, dann blieb er noch einmal stehen. »Nehmt die Dinge so, wie sie sind, Kommandeur. Auch wenn ihr euch eine Zeit lang freinehmt, werden die Schuldigen nicht weniger schuldig, die Toten nicht weniger tot, und ihre Ladyschaft wird immerhin nicht versuchen, euch mit einem Kleiderbügel zu enthaupten.« Lady Sibyls Teeempfang war gerade in Auflösung begriffen, als Mumm ins Haupthaus zurückkehrte. Er kratzte sich die Provinz von den Stiefeln und machte sich sofort auf den Weg zum herrschaftlichen Badezimmer des Anwesens. Natürlich gab es überall mehr als genug Bäder, höchstwahrscheinlich mehr als in jeder Straße der meisten Viertel der großen Stadt, wo eine Zinkbadewanne, ein Krug und eine Schale oder auch nichts von all dem für die gewünschten oder auch notwendigen Waschungen genügen mussten. Dieses spezielle Bad war jedoch nach einem Entwurf des verrückten Herbert Käsedick gebaut worden und erinnerte an das berühmte Badezimmer in der unsichtbaren Universität, obwohl letztere, hätte jenes ebenfalls der verrückte Herbert entworfen, wohl eher die obszöne Universität genannt worden wäre. Der verrückte Herbert pflegte nämlich eine gesunde oder vielleicht auch eher ungesunde Zuneigung zum weiblichen Geschlecht, was sich in seinem Badezimmer zeigte, und zwar überdeutlich. Natürlich waren die weißen Marmorschönheiten mit Urnen und jeder Menge Weintrauben aus Marmor verziert, dazu hier und da einer der beliebten Schleier, die glücklicherweise überall die richtigen Stellen umwehten, damit aus Kunst nicht unversehens Pornografie wurde. Außerdem war es aller Wahrscheinlichkeit nach das einzige Badezimmer, dessen Wasserhähne mit heiß, kalt und Brandy beschriftet waren. Dazu kamen die Fresken, die einen als leicht zu überredenden Mann dankbar daran denken ließen, dass es einen Hahn mit kaltem Wasser gab. Denn, um es ohne Umschweife zu benennen, diese Fresken verschleierten eher weniger als mehr. Und dabei waren die hübschen Frauen nur die Spitze des Eisbergs. Es gab auch marmorne Gentlemen, bei denen es sich ganz eindeutig und ohne jeden Zweifel um Gentlemen handelte, auch bei denen mit Ziegenhufen anstelle der Füße. Erstaunlich nur, dass das Wasser im Bad nicht von selbst zu kochen anfing. Mumm hatte Sibyl dazu befragt, und sie hatte gesagt, das Bad sei ein wichtiger Bestandteil von Gut Käsedick, der oft von ehrwürdigen Antiquitäten-Sammlern zur näheren Betrachtung aufgesucht würde. Daraufhin hatte Mumm erwidert, dass er sich das lebhaft vorstellen könne. Und Sibyl hatte erwidert, dass es keinerlei Grund für diesen Untertonen seiner Stimme gebe, denn sie selbst habe schon, seit sie zwölf war, gelegentlich dort ein Bad genommen und nichts dabei gefunden. Im Gegenteil, es habe sie, wie sie betonte, vor späteren Überraschungen bewahrt. Nun lag Mumm also in der luxuriösen Wanne und hatte den Eindruck, sämtliche Einzelteile seines Gehirns mühsam wieder zusammensetzen zu müssen. Er hörte kaum, wie die Tür zum Bad aufging, und Sibyl sagte, »Ich habe Klein Sam ins Bett gebracht. Er schläft tief und fest, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, wovon er träumt.« Dann trieb Mumm wieder in der warmen, dämpfigen Atmosphäre davon, hörte lediglich das leise Rascheln, mit dem dünner Stoff zu Boden fiel. Lady Sibyl glitt neben ihm in die Wanne. Der Wasserspiegel hob sich, und im Gleichklang mit den Gegebenheiten der Natur hoben sich auch Mums Lebensgeister. Als Mumm ein paar Stunden später beinahe in den Kissen des gewaltigen Bettes ertrank und kurz vor dem Einschlummern in einem warmen, rosigen Schimmer schwebte, war er sich sicher, dass ihm die eigene Stimme etwas zuflüsterte. Sie sagte, »Denke an das, was nicht zusammenpassen will. Überlege, warum die nette Dame aus der Oberschicht in eine Goblinhöhle hinabspaziert, als wäre es das Natürlichste auf der Welt.« Er erwiderte, »Ach, Sibyl läuft zu Hause auch oft in Schutzkleidung und einem feuerfesten Helm herum, weil sie Drachen mag. Vornehme Damen frönen nun mal gerne außergewöhnlichen Hobbys.« Er überlegte, was er zu sagen hatte, und antwortete sich, »Schon, aber Drachen sind immerhin sozusagen gesellschaftlich akzeptiert, Goblins hingegen eindeutig nicht. Niemand hat für Goblins ein gutes Wort übrig, außer voll ein Käfer. Warum gehst du morgen nicht mit klein Sam zu ihr? Schließlich hat sie ihn mit dieser ganzen Kackergeschichte bekannt gemacht. Außerdem ist sie Schriftstellerin und freut sich bestimmt über jede Störung. Ja, das ist eine gute Idee und lehrreich für klein Sam obendrein. Und sie hat mit polizeilicher Ermittlung überhaupt nichts zu tun. Zufrieden wartete er auf den Schlaf vor dem Hintergrund einer Sinfonie aus Heulen, Kreischen, geheimnisvollem fernen Scheppern, leisem Rascheln, vereinzelten Schreien, beunruhigenden Tickgeräuschen, unheimlichem Kratzen, dem grässlichen Flattern sehr nahe Flügel und dem übrigen unseligen Orchester der Nacht, das gemeinhin als »ländliche Stille« bekannt ist. Er hatte noch eine späte Partie Snooker mit Willikens gespielt, nur um in Übung zu bleiben, und fragte sich jetzt, mit halbem Ohr der haarsträubenden Kakophonie lauschend, ob die Aufklärung eines komplizierten Verbrechens sich mit einer Partie Snooker vergleichen ließ. Schließlich gab es jede Menge rote Kugeln, die einem im Weg standen, weshalb man sie wegräumen musste. Aber dein Ziel, dein eigentliches Ziel war und blieb die schwarze Kugel. Auch hier draußen auf dem Land gab es mächtige Leute, deshalb musste er sehr behutsam vorgehen. Bildlich gesprochen nahm Sam Mumm irgendwo in seinem Kopf seinen Kö auf. Er ließ sich in die Kissen zurücksinken, genoß das herrliche Gefühl, nach und nach von ihnen verschlungen zu werden, und sagte zu Sibyl, »Haben die Rusts hier irgendwo ein Anwesen?« Zu spät fiel ihm ein, dass er das vielleicht besser nicht gefragt hätte, weil sie es ihm womöglich schon alles haarklein erzählt hatte, und zwar bei einer der seltenen und recht ungewöhnlichen Gelegenheiten, bei denen ein verheirateter Mann nicht richtig zuhört, was seine Frau gerade sagt. In diesem Fall hatte er ihr soeben den Anlass für unerfreulichen Missmut in jenen köstlichen, vertrauten Momenten vor dem Schlaf geliefert. Aber sie murmelte nur schläfrig, »Ach, die haben doch schon vor über zehn Jahren den Niednagelhof gekauft.« Nachdem der Marquis von Fantallier seine Frau im Ananashaus mit einem Obstmesser ermordet hat, »Erinnerst du dich nicht mehr daran? Du hast doch wochenlang in der Stadt nach ihm gesucht. Zu guter Letzt glaubten alle, er habe sich nach Fierix abgesetzt und würde sich dort inkognito aufhalten, indem er sich nicht mehr Marquis von Fantallier nannte.« »Ach ja«, erwiderte Mumm, »ich weiß auch noch, dass viele seiner guten Freunde wegen der Ermittlung ziemlich empört waren. Sie meinten, er habe doch nur einen einzigen Mord begangen, und dass es schließlich die Schuld seiner Frau sei, weil sie gleich nach dem ersten kleinen Messerstich gestorben sei.« Lady Sibyl drehte sich um, was, da sie eine üppig mit Anziehungskraft ausgestattete Frau war, zur Folge hatte, dass das Kissen, das Sam am nächsten lag, sich wie ein Rädchen in einem Getriebe sanft in die gegenläufige Richtung drehte, woraufhin Sam Mumm plötzlich auf dem Gesicht lag. Er kämpfte sich wieder an die Oberfläche und sagte, »Und Rüst hat es gekauft? Normalerweise gibt der alte Knacker doch keinen müden Penny aus, wenn es nicht unbedingt sein muss.« »Nein, er doch nicht. Gravit hat es gekauft.« Mumm wurde etwas wacher. »Der Sohn? Der Verbrecher?« »Ich glaube, die richtige Bezeichnung lautet Entrepreneur, Sam. Und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne schlafen.« Sam Mumm wusste, dass er jetzt am besten überhaupt nichts mehr sagte und ließ sich wieder in die Tiefe sinken, wobei ihm Worte wie »Betrüger«, »Durchtriebener Händler«, »Einer, der mit einer soliden Brechstange zwischen richtig und falsch ansetzt« und »Mein und dein«, »Gauner«, »Financier« und »Unberührbar« durch den Kopf ging. Dann kämpfte Mumm die Schlaflosigkeit erfolgreich nieder, wechselte geschmeidig in eine Welt volle Albträume über, in der die Guten und die Bösen oft und ohne jede Vorwarnung die Hüte wechselten, und sah zu, dass er seine acht Stunden Schlaf bekam. Am kommenden Morgen spazierte Mumm Hand in Hand mit seinem Sohn nachdenklich zum Haus von Fräulein Käfer, ohne zu wissen, was ihn dort erwartete. Er besaß kaum Erfahrung mit der literarischen Welt, denn die prosaische Welt war ihm Welt genug. Gerüchteweise hatte er gehört, dass Schriftsteller den ganzen Tag in Morgenmänteln herumliefen und dabei Champagner tranken, was natürlich absolut der Wahrheit entspricht. Allerdings überdachte er seine Vorurteile noch einmal neu, als er sich seinem Ziel auf dem letzten vieler kleiner Landsträßchen näherte. Zum einen besaß Fräulein Käfers Landhäuschen einen Garten, der einem großen Bauernhof gut zu Gesicht gestanden hätte. Als er über den Zaun schaute, erblickte er reihenweise Gemüse- und Beerenobst, außerdem jede Menge Obstbäume und etwas, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Schweinestall handelte. Dort stand sogar ein echtes, sehr professionell gezimmertes Außenklo, mitsamt dem obligatorischen, ausgesägten Halbmond in der Holztür. Daneben lag das aufgeschichtete Holz in Reichweite, damit man den Rückweg nie mit leeren Händen gehen musste. All das machte einen vernünftigen und soliden Eindruck, ganz und gar nicht das, was man von jemandem erwartete, der den ganzen Tag Wörter hin und her schiebt. Einen Sekundenbruchteil, nachdem er angeklopft hatte, machte Fräulein Käfer die Tür auf. Sie wirkte überhaupt nicht überrascht. »Ich habe Sie erwartet, Euer Gnaden«, sagte sie, »oder sollte ich heute lieber Herr Polizist zu Ihnen sagen? Denn nach allem, was ich gehört habe, läuft es am Ende doch immer auf den Polizisten hinaus.« Dann wanderte ihr Blick nach unten. Und das dürfte Klein Sam sein. Sie sah wieder den Vater an und sagte, »manchmal bringen Sie keinen einzigen Ton heraus, ich kenne das.« »Ich habe jede Menge Kacker, weißt du?« sagte Klein Sam stolz. »Ich hebe sie in Marmeladengläsern auf. Und ich habe ein Labor auf dem Klosett. Hast du Elefantenkacker? Die macht«, er legte eine kleine dramaturgische Pause ein. »Dumm!« Einen kurzen Moment lang hatte Fräulein Käfer den leicht glasierten Ausdruck im Gesicht, den man oft bei Leuten sieht, die Klein Sams Bekanntschaft machten. »Sie müssen sehr stolz auf ihn sein«, sagte sie zu Sam. Der stolze Vater antwortete, »es ist nicht immer leicht, bei ihm auf dem Laufenden zu bleiben. So viel weiß ich schon.« Fräulein Käfer führte die beiden aus der Diele in ein Zimmer, in dem Chins eine gewichtige Rolle spielte, und zog Klein Sam mit zu einem großen Schreibtisch. Sie öffnete eine Schublade und gab dem Jungen etwas, das wie ein kleines Buch aussah. »Das sind die gebundenen Probeabzüge von »Spaß mit Ohrenschmalz«. Wenn du willst, schreibe ich dir eine Widmung hinein.« Klein Sam nahm das Buch wie einen heiligen Gegenstand entgegen, und sein Vater, der sich für einen Augenblick in seine Mutter verwandelte, sagte, »Wie, sagt man?«, worauf Klein Sam mit einem Strahlen über das ganze Gesicht und einem »Danke« antwortete, gefolgt von einem »Bitte nichts reinkritzeln!«, ich darf Bücher auch nicht vollkritzeln!« Während Klein Sam überglücklich die Seiten seines neuen Buches umblätterte, machte sein Vater die Bekanntschaft mit einem dick gepolsterten Sessel. Fräulein Käfer enteilte mit einem Lächeln in Richtung Küche, und Mum blieb nicht vielmehr übrig, als sich in einem Zimmer voller Bücherregale umzusehen, zwischen denen noch mehr dick gepolsterte Möbel standen, eine ausgewachsene Konzertharfe und eine Wanduhr in Gestalt einer Eule, deren Augen sich hypnotisch im Rhythmus des Tickens hin- und hertreten. Vermutlich so lange, bis man entweder Selbstmord beging oder sich einen der Schürhaken vom Kamin schnappte und auf das verdammte Ding eindrosch, bis seine Federn heraussprangen. Mum hing diesem Gedanken eine Weile nach, bis er merkte, dass er beobachtet wurde. Er sah sich um und blickte in das erschrockene Gesicht und auf den vorstehenden Unterkiefer des Goblins namens »Tränen des Pilzes«. Er schaute instinktiv zu Klein Sam hinüber, und mit einem Mal war die größte Rosine im Kuchen seiner Befürchtung die, »Wie wird der Junge reagieren?« »Wie viele Bücher hat er gelesen?« Hoffentlich hatte man ihm keine dieser hässlichen Geschichten über Goblins erzählt, oder zu viele jener unschuldigen, farbenprächtigen Märchen, in denen es vor Schreckgestalten, die sich auf einen stürzen wollen, nur so wimmelt. Alles unnötige Ängste, die ihm eines schönen Tages Probleme bereiten würden. Aber Klein Sam marschierte nur quer durchs Zimmer, blieb vor dem Mädchen stehen und sagte, »Ich weiß viel über Kaka. Kaka ist sehr interessant.« Tränen des Pilzes sah sich panisch nach Fräulein Käfer um, während Klein Sam völlig ungezwungen zu einer kleinen Ausführung über Schafkaka ansetzte. Daraufhin sagte das Mädchen, mit Worten, die wie kleine Backsteine gegeneinander schlugen, »Wozu ist Kaka gut?« Klein Sam runzelte missmutig die Stirn, als wollte jemand sein Lebenswerk infrage stellen. Dann sah er sie strahlend an und sagte, »Ohne Kaka würdest du platzen. Peng!« Er stand da, strahlte übers ganze Gesicht, denn damit hatte er den Sinn des Lebens restlos ergründet. Und Tränen des Pilzes lachte. Es war eher ein stakkatohaftes Lachen, das Mum an das Lachen gewisser Frauen nach dem Genuss gewisser Mengen Gin erinnerte. Aber es war ein Lachen, unverfälscht, ursprünglich und unaffektiert. Und Klein Sam sonnte sich darin und kicherte ebenso wie Sam Mum, dem der Schweiß im Nacken schon wieder abkühlte. Dann sagte Klein Sam, »Du hast schöne große Hände. Ich nicht. Wie heißt du?« Auf die abgehackte Art und Weise, an die sich Mum langsam gewöhnte, antwortete das Goblinmädchen, »Ich heiße Tränen des Pilzes.« Sofort schlang Klein Sam die Arme so weit um sie herum, wie sie reichten, und rief, »Pilze können nicht weinen!« Den Blick, den das Goblinmädchen Mum zuwarf, hatte er schon auf vielen Gesichtern gesehen, die sich einer von Klein Sams Umarmungen ausgesetzt sahen. Eine Mischung aus Überraschung und etwas, das Mum nur mit absoluter Ratlosigkeit bezeichnen konnte. In diesem Augenblick kam Fräulein Käfer ins Zimmer zurück und reichte Tränen des Pilzes einen Teller. »Sei doch so lieb und bediene unsere Gäste, mein Schatz!« Tränen des Pilzes nahm den Teller entgegen und hielt ihn zögerlich in Mumsrichtung, wobei sie etwas sagte, das sich anhörte, als rollte ein halbes Dutzend Kokosnüsse die Treppe hinunter. Trotzdem gelang es ihr, die Silben für »Sie« und »Essen« und »Ich mache« dazwischen unterzubringen. In ihrem Gesichtsausdruck lag etwas Flehendes, als wollte sie unbedingt, dass er sie verstand. Mum sah sie eine Weile an, dann dachte er, »Hm, ich könnte sie verstehen, oder? Es wäre einen Versuch wert.« Also schloss er die Augen, ein recht dubioses Unterfang, wenn man sich von Angesicht zu noch längerem Angesicht mit einem solchen Unterkiefer befindet. Die Augen fest geschlossen und eine Hand darüber gelegt, um auch den letzten Rest Licht auszuschließen, sagte er, »Würdest du das noch einmal sagen, junge, junges Fräulein?« Und in der Dunkelheit seines Schädels vernahm er ziemlich deutlich, »Ich habe heute Kekse gebacken, Herr Polizist. Ich habe mir auch die Hände gewaschen«, fügte sie aufgeregt hinzu. »Sie sind sauber und schmackhaft. Das habe ich gesagt, und so stimmt es auch exakt.« »Von einem Goblin gebacken«, dachte Mum, als er die Augen wieder aufmachte und einen knubbligen, aber appetitlich aussehenden Keks von dem Teller vor ihm nahm. Dann schloss er die Augen wieder und fragte, »Warum weint der Pilz?« Im Dunkeln hörte er, wie das Goblin-Mädchen erschrocken die Luft anhielt. Dann sagte sie, »Er weint, damit noch viele andere Pilze entstehen. So viel ist sicher.« Mum hörte das leise Klirren von Geschirr hinter sich, aber als er die Hände von den Augen nahm, sagte Fräulein Käfer, »Nein, bleiben Sie lieber im Dunkeln, Herr Kommandeur. Dann stimmt es also, was die Zwerge von Ihnen behaupten?« »Keine Ahnung. Was behaupten die Zwerge denn von mir, Fräulein Käfer?« Mum schlug die Augen auf. Fräulein Käfer setzte sich auf einen Sesselfass direkt gegenüber, während Tränen des Pilzes auf weitere Keksaufträge wartete, und zwar mit der unverrückbaren Entschlossenheit desjenigen, der wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit wartete, wenn man ihm nichts anderes zu tun gab. Sie sah Mum inständig an. Dann wanderte ihr Blick zu Klein Sam, der Tränen des Pilzes höchst interessiert betrachtete, wobei allerdings, wenn man Klein Sam kannte, sein größtes Interesse wohl eher dem Teller mit den Keksen galt. Also sagte er, »Na schön, mein Junge, du darfst die junge Dame um einen Keks bitten, aber vergiss dabei deine Manieren nicht.« »Sie sagen, die Dunkelheit wohne in Ihnen, Herr Kommandeur. Aber Sie hielten sie in einem Käfig gefangen.« »Ein Geschenk aus dem Kurmtal, sagen Sie.« Mum blinzelte ins Licht. »Ein zwergischer Aberglaube in einer Goblinhöhle? Wissen Sie denn viel über Zwerge?« »Ziemlich viel,« antwortete Fräulein Käfer. »Aber über Goblins weiß ich noch mehr. Und die glauben an die rufende Dunkelheit, genau wie die Zwerge. Schließlich handelt es sich bei den einen wie den anderen um Höhlenbewohner, und die rufende Dunkelheit existiert. »Es spielt sich nicht alles in Ihrem Kopf ab, Herr Kommandeur. Ganz egal, was Sie da hören. Ich höre es manchmal auch. Meine Güte, wer, wenn nicht Sie müssten einen Aberglauben erkennen, wo Sie doch davon besessen sind? Nein, es ist das Gegenteil von Aberglauben. Es existiert wirklich, selbst wenn man nicht daran glaubt. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Sie war eine Goblin.« Mum betrachtete die hübsche, braunhaarige Frau vor sich genauer und sagte höflich, »Nein.« »Sie haben recht. Aber vielleicht sehen Sie mir den theatralischen Effekt und die kleine Irritation nach. In Wahrheit ist meine Mutter im Alter von drei Jahren von Goblins in Überwald gefunden und aufgezogen worden. Als sie ungefähr elf Jahre alt war, ich sage absichtlich ungefähr, weil sie sich selbst nie ganz sicher war, wie viel Zeit dort vergangen war, dachte und handelte sie wie ein Goblin und nahm auch ihre Sprache an, die wahnsinnig schwer zu lernen ist, wenn man nicht damit aufwächst. Sie aß mit ihnen, hatte einen ihr zugewiesenen Abschnitt auf der Pilzfarm und war wegen der Art und Weise, wie sie sich um die Rattenfarm kümmerte, sehr angesehen. »Sie hat mir einmal gesagt, dass bis zu dem Zeitpunkt, als sie meinen Vater kennenlernte, die Jahre in der Goblinhöhle ihre schönsten Erinnerungen waren.« Fräulein Käfer rührte ihren Kaffee um. Sie hat mir auch von ihren schlimmsten Erinnerungen erzählt, von denjenigen, die sie in ihren Albträumen heimsuchten und die, wenn ich das sagen darf, auch in meinen herumspucken. Von dem einen Tag, als einige Menschen aus der Gegend erfahren hatten, dass ein goldhaariges, rosawangiges Menschenmädchen sich bei den bösen, hinterhältigen Scheusalen, die, wie jedermann weiß, kleine Kinder fressen, unter der Erde herumtreibt. Sie hat geschrien und wild um sich geschlagen, als sie sie dort wegholten, auch weil die Leute, die sie bisher für ihre Familie gehalten hatte, rings um sie herum niedergemetzelt wurden. Fräulein Käfer machte eine Pause. Mumm schielte etwas ängstlich zu Klein Salmon über, der sich aber dankenswerterweise wieder dem Buch »Spaß mit Ohrenschmalz« widmete und ringsumher überhaupt nichts mitbekam. »Ihr Kaffee wird kalter, Kommandeur. Ihr haltet ihn bloß in der Hand und seht mich an.« Mumm nahm einen großen Schluck von dem noch sehr heißen Kaffee, was ihm in diesem Moment durchaus zu Pass kam. »Stimmt das?« fragte er. »Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.« Tränen des Pilzes musterte ihn aufmerksam. Sollte ihn plötzlich der dringliche Wunsch nach einem Keks befallen, wäre sie bereit. Die Kekse schmeckten übrigens wirklich ziemlich gut, weshalb er, um seine Verwirrung zu kaschieren, sich bei ihr bedankte und sich noch einen nahm. »Da sagt man am besten überhaupt nichts«, meinte Fräulein Käfer. »Alle niedergemetzelt, ohne jeden Grund.« »So was kommt vor. Wo doch jeder weiß, wie wertlos dieses Volk ist.« »Eins will ich Ihnen sagen, Herr Kommandeur. Es stimmt leider, dass einige der grässlichsten Dinge auf der Welt von Menschen getan werden, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie damit nur das Beste tun. Und besonders dann, wenn es im Namen irgendeines Gottes geschieht. Jedenfalls brauchte es viel Rechtfertigung und noch mehr Zeit, um ein kleines Mädchen davon zu überzeugen, dass sie keiner dieser widerwärtigen Goblins mehr war, sondern zu den Menschen gehörte. Diese Menschen waren überhaupt nicht widerwärtig, denn sie waren davon überzeugt, dass das Mädchen eines Tages verstehen würde, dass die schrecklichen Sachen, die sie ihm antaten, nur zu seinem Besten waren. Der Eimer mit dem kalten Wasser und die Schläge jedes Mal, wenn sie in der Goblinsprache redete oder Gedanken verloren ein Goblinlied sang. Zum Glück war sie, auch wenn sie es damals noch nicht wusste, sehr stark und klug. Und sie lernte rasch. Sie lernte, ein braves Mädchen zu sein, lernte, dass man ordentliche Kleider anzog und mit Messer und Gabel aß, und dass man sich hinkniete und sich mit einem Gebet für all das, was man bekam, bedankte. Auch für die Schläge. Sie lernte, kein Goblin mehr zu sein, und zwar so erfolgreich, dass man ihr erlaubte, im Garten zu arbeiten. Wo sie prompt über die Mauer sprang und davonlief. Sie haben sie nie gebrochen, und sie hat mir erzählt, dass immer ein bisschen Goblin in ihr zurückgeblieben ist. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Meine Mutter sagt, er sei ein anständiger, arbeitssamer Mann gewesen, auch fürsorglich und verständnisvoll, vermute ich. Fräulein Käfer erhob sich und strich sich übers Kleid, als wollte sie die Krümel der Vergangenheit wegwischen. Wie sie so in dem einfachen Zimmer mit der Harfe stand, sagte sie, »Ich weiß nicht, wer diese Menschen waren, die die Goblins umgebracht und meine Mutter geschlagen haben. Aber wenn ich es je herausfinde, schlachte ich sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ab. Denn gute Menschen haben kein Recht darauf, sich so niederträchtig aufzuführen. Gut ist das, was man tut, nicht das, wofür man betet.« »Und so ging es weiter«, sagte sie. »Mein Vater war Juwelier, und er fand schon bald heraus, dass meine Mutter in dieser Hinsicht absolut begabt war. Denn ihre Vergangenheit bei den Goblins hatte ihr ein untrügliches Gespür für Steine eingebracht. Das hat ihn sicherlich dafür entschädigt, mit einer Frau verheiratet zu sein, die, wenn sie sehr wütend war, auf Goblin fluchte. Und glauben Sie mir, ein richtiger Goblin-Fluch kann bis zu einer Viertelstunde dauern. Sie hatte es nicht so mit Büchern, wie man sich denken kann, aber mein Vater schon. Und eines Tages dachte ich mir, wie schwer kann das mit dem Schreiben denn sein? Schließlich sind die meisten Wörter ja bloß »und«, »der«, »die«, »das« und »ich« und »es« und so weiter, obwohl man eigentlich aus viel mehr Wörtern auswählen kann, also ist einem von daher schon sehr viel Arbeit abgenommen worden. Das war vor siebenundfünfzig Büchern. Und es sieht ganz so aus, als hätte es geklappt. Fräulein Käfer setzte sich wieder in ihren Sessel und beugte sich vor. Die Sprache der Goblins ist derartig kompliziert. Das können Sie sich nicht vorstellen, Herr Kommandeur. Die Bedeutung eines jeden Wortes hängt von den Worten davor und danach ab. Vom Sprecher, vom Hörer, der Jahreszeit, dem Wetter und, ach, von so vielen anderen Dingen. Sie haben sogar etwas, das dem, was wir unter Dichtkunst verstehen, gleichkommt. Sie benutzen und kontrollieren das Feuer. Und vor ungefähr drei Jahren sind alle hier in dieser Gegend zusammengetrieben und weggeschafft worden, weil sie irgendwie gestört haben. Sind Sie nicht eigentlich deshalb hier? Mumm holte tief Luft. Eigentlich bin ich hierhergekommen, Fräulein Käfer, um mir den Besitz der Familie meiner Frau anzusehen. Und damit mein Junge etwas über das Landleben erfährt. Dabei bin ich bis jetzt beinahe verhaftet worden, weil ich angeblich einen Schmied umgebracht habe, und ich habe die brutal zugerichtete Leiche einer Goblinfrau gesehen. Darüber hinaus habe ich keine Ahnung, wo dieser Schmied geblieben ist, und es wäre mir sehr liebvoll, ein Käfer, wenn mich endlich einmal jemand aufklären würde. Vorzugsweise Sie. Ja, ich habe das arme Ding auch gesehen. Und es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht sagen kann, wo Jethro ist. Mumm betrachtete sie aufmerksam und dachte, wahrscheinlich sagt sie die Wahrheit. Er hält sich doch nicht irgendwo in der Mine versteckt, oder? Nein, dort habe ich nachgesehen. Ich habe ihn überall gesucht. Keine Nachricht. Nichts. Seine Eltern wissen auch nichts. Er ist eine Art Freigeist. Aber er würde nie einfach weggehen, ohne mir Bescheid zu sagen. Sie senkte ein wenig verlegen den Blick. Ihr Schweigen verriet viel. Mumm unterbrach die Stille. Solange ich lebe, wird der Mord an dem armen Mädchen auf dem Hügel nicht ungesühnt bleiben. Ich nehme die Sache sozusagen persönlich. Ich glaube, dass mir jemand eine Falle gestellt hat. Und etwas Dreck bleibt immer hängen. Er unterbrach sich. Sagen Sie mir doch, diese Töpfe, die die Goblins anfertigen, tragen Sie sie ständig mit sich herum? Ja, schon, aber natürlich immer nur denjenigen, den Sie gerade füllen, antwortete Fräulein Käfer mit einem Hauch von Verdruss. Ist das denn wichtig? Tja, man könnte sagen, dass Polizisten in der Goblinsprache denken. Alles hängt mit allem zusammen. Übrigens, wie viele Leute wissen von ihrem Tunnel in den Hügel? Wie kommen Sie darauf, dass ich einen Tunnel in den Hügel habe? Dieses Haus hier liegt praktisch am Fuße des Hügels. Würde ich hier wohnen, hätte ich mir schon längst einen anständigen Weinkeller ausgehoben. Das ist der eine Grund. Der andere ist, dass Ihre Augen aufgeblitzt haben, als ich Ihnen die Frage stellte. Soll ich die Frage noch einmal stellen? Die Frau wollte etwas sagen, doch Mumm hob den Zeigefinger. Ich bin noch nicht fertig. Nicht ganz so einfach ist die Tatsache, dass Sie gestern in der Höhle aufgetaucht sind, ohne dass jemand gesehen hätte, dass Sie den Hügel hinaufgegangen sind. Alle erzählen mir, dass es hier auf dem Land überall Augen gibt, die einen beobachten. Und glücklicherweise stand mir gestern ein Paar zur Verfügung, das sich für mich umgesehen hat. Nein, bitte vergeuden Sie nicht meine Zeit. Sie haben, soweit ich weiß, kein Verbrechen begangen. Und Sie wissen doch, dass es kein Verbrechen ist, wenn man freundlich zu Goblins ist. Er dachte kurz nach, dann fügte er hinzu, auch wenn der eine oder andere hier vielleicht anderer Meinung ist. Für mich ist es jedenfalls kein Verbrechen, und ich bin nicht blöd, Fräulein Käfer. Ich habe den Goblin-Kopf dort unten in der Kneipe gesehen. Er sah aus, als würde er dort schon seit Jahren hängen. So, und jetzt würde ich gerne noch einmal in die Höhle hinaufgehen, ohne dass mich jemand dabei sieht, falls es Ihnen nichts ausmacht. Ich muss dringend noch ein paar Fragen loswerden. Möchten Sie die Goblins verhören? Nein. Allein das Wort legt die Vermutung nahe, dass ich Sie einschüchtern will. Ich möchte nur ein paar Informationen einholen, ehe ich mit der Ermittlung des Mordes an dem Mädchen anfangen kann. Wenn Sie mir dabei nicht helfen wollen, dann ist das, so leid es mir tut, Ihre eigene Entscheidung. Am darauf folgenden Tag kam Feldwebel Colin nicht zur Arbeit. Frau Colin schickte einen Jungen mit einer Nachricht zur Wache, sobald sie selbst von der Arbeit zurückkam. Die Collins hatten eine lange und glückliche Ehe durchgestanden, indem sie darauf achteten, dass sie so wenig miteinander zu tun hatten wie möglich. Dabei kam es sehr gelegen, dass er die Nachtschicht arbeitete, wenn sie tagsüber arbeiten musste, und umgekehrt. Sie hatten sich in gegenseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, und zwar mit der Begründung, dass alles andere ihre Liebesbeziehung ruiniert hätte. Als sie nach Hause kam, hatte Fred Colin nicht viel Romantisches an sich. Nachdem sie den Boden geputzt, das Geschirr gespült, Staub gewischt und einige Zeit damit verbracht hatte, die Dreckbatzen, die sich auf der Türmatte verfangen hatten, herauszupopeln, machte sie sich selbst eilig auf den Weg zum Pseudopolisplatz. Nach einem kurzen Besuch bei ihrer Freundin Mildred, die ein ziemlich hübsches Ensemble aus Krug und Waschschüssel zu verkaufen hatte. Als sie schließlich am Wachhaus ankam, erklärte sie, dass es Fred schrecklich mies gehe, dass er schwitze wie ein Schweinebraten und unablässig kariertes Zeug plappere. Feldwebel Kleinpo wurde losgeschickt, um sich die Sache einmal anzusehen. Als sie zurückkehrte, stieg sie mit ernster Miene die Stufen zum Mumps Büro empor, das zur Zeit von Hauptmann Karotte besetzt war. Inzwischen sah man nicht nur sofort daran, dass er es besetzte, dass er auf dem Stuhl hinter dem Schreibtisch saß, was allein schon ein mehr als deutlicher Hinweis gewesen wäre, sondern auch daran, dass der ganze Papierkram erledigt und säuberlich auf einem Stapel lag. Letzteres beeindruckte Inspektor A. E. Pessimal jedes Mal tief. Pessimal war ein kleiner Mann, der das Herz eines Löwen und die Körperkraft eines kleinen Kätzchens besaß. Dazu ein Gesicht, ein Gemüt und ein allgemeines Auftreten, das sogar abgebrühte Buchhalter kopfschüttelnd sagen ließ, schau dir den mal an, sieht der nicht wie ein typischer Buchhalter aus? Das alles störte das Löwenherz von A. E. Pessimal herzlich wenig. Er war die Geheimwaffe der Stagwache. In der ganzen Stadt gab es keinen Buchhalter, der sich über einen Besuch von A. E. Pessimal gefreut hätte, es sei denn, er hätte ein reines Gewissen. Aber das konnte man üblicherweise reinen Gewissens ausschließen, da Herrn und Frau Pessimals tüchtiger Junge einen Fehler durch das gesamte Hauptbuch bis hinunter in den Keller verfolgte, dorthin, wo die richtigen Bücher versteckt waren. Dabei verlangte Inspektor A. E. Pessimal für sein Genie nicht mehr als seinen korrekt berechneten Lohn und die Möglichkeit, ab und zu mit einem richtigen Polizisten auf Streife gehen, den Knüppel kreisen lassen und Trolle finster anblicken zu dürfen. Karotte lehnte sich zurück. »Na, wie geht's unserem Fred?« grinn sie. »Also, ich kann da nicht viel sehen. Ähm...« »Das war ein dickes, fettes M.« grinn sie. Das Problem bestand darin, dass Hauptmann Karotte ein freundliches, ehrliches und offenes Gesicht hatte, das einen dazu verleitete, ihm sofort alles gestehen zu wollen. Es war auch nicht sehr zuträglich, dass Feldwebel Kleinpo insgeheim ein wenig für den Hauptmann schwärmte, obwohl er gänzlich in festen Händen war. Aber er war ebenfalls ein Zwerg, zumindest streng genommen, und für seine Träume konnte man schließlich nichts. »Na ja...« fing sie widerwillig an. Karotte beugte sich vor. »Ja,« grinn sie. Sie gab auf. »Also, Hauptmann, es ist Angu. Sie kommen doch vom Kuperkopf. Sind Sie dort oben vielen Goblins begegnet?« »Nein, aber ich weiß, dass Angu ihre Religion ist, falls man es so nennen kann.« Grinzi Kleinpo schüttelte den Kopf, versuchte nicht daran zu denken, welche Rolle ein angemessen hoher Stuhl bei einer Beziehung spielen mochte, und rief sich in Erinnerung, dass Feldwebel Goldhammer vom Wachhaus drüben in den tollen Schwestern jedes Mal ihren Blick suchte, wenn sie ihn bei einer Begegnung auf Patrouille heimlich ansah. Der wäre wahrscheinlich sogar ein richtig guter Fang, wenn sie nur den Mut aufbringen würde, ihn zu fragen, ob er denn wirklich männlichen Geschlechts war. Streng genommen blieb das Geschlecht eines jeden Zwerges so lange ein Geheimnis zwischen ihm oder eben auch ihr und seiner oder eben ihrer Mutter, bis die beiden beschlossen, es einem Dritten mitzuteilen. Man konnte es jedoch auch herausfinden, indem man Zwerge sehr genau beobachtete und diejenigen ausmachte, die Sherry oder lieber einen leichten Weißwein tranken. Leider funktionierte das bei Zwergenpolizisten nicht immer, weil sie wie alle Polizisten alles tranken, solange es nur stark genug war, um sie vergessen zu lassen, womit sie sich den ganzen Tag herumplagen mussten. Angu, sagte sie, ist keine Religion, sondern ein Aberglaube. Die Goblins glauben nicht an Tuck, das sind Wilde, Aasfresser, aber... Sie zögerte wieder. Den Sagen der Zwerge zufolge ist das Universum von Tuck ins Dasein geschrieben worden. Tuck ist derjenige, der auch alle Sagen geschrieben hat. Alles Schriftliche ist den Zwergen heilig. Mir hat mal jemand was erzählt, das ist unglaublich. Manchmal, wenn eine große Hungersnot herrscht, fressen die ihre Neugeborenen. Zumindest frisst die Mutter ihr Kind auf, ihr neugeborenes Kind. Kann man so was glauben? Karottes Unterkiefer klappte herunter. Dann sagte eine leise Stimme, Allerdings, fällt Webel, wenn ich mich kurz einmischen dürfte. A. E. Pessimal, sah die beiden trotzig an und versuchte sich ein bisschen aufrechter hinzustellen. Es ist doch ganz logisch, verstehen Sie? Kein Essen. Aber die Mutter kann überleben, indem sie das Kind verspeist, wieder in sich aufnimmt. Das Kind müsste, wenn es sonst keine andere Nahrung mehr gibt, ohnehin sterben. Tatsächlich ist das Kind tot, sobald sich die Frage ernsthaft stellt. Die Mutter hingegen könnte durch ihr Handeln lange genug überleben, bis wieder mehr Nahrung zur Verfügung steht und zu gegebener Zeit ein anderes Kind zur Welt bringen. Sie wissen schon, dass Sie da eine sehr buchhalterische Sicht der Dinge zum Besten geben, sagte Grinzi. A. E. Pessimal blieb ruhig. Vielen Dank, fällt Webel Kleinpo, ich nehme es als Kompliment, denn die Logik ist makellos. So etwas nennt man die schreckliche Logik der Notwendigkeit. Ich bin sehr versiert, was die Logistik in lebensbedrohlichen Situationen angeht. Der Stuhl knarrte, als sich Hauptmann Karotte nach vorne beugte. Nichts für ungut, Inspektor Pessimal, aber dürfte ich fragen, welchen lebensbedrohlichen Situationen Sie bei der Ausübung der doppelten Buchführung ausgesetzt sind? A. E. Pessimal seufzte. Wenn das Ende des fiskalischen Jahres naht, Herr Hauptmann, kann es schon mal ziemlich brisant werden. Aber ich weiß, was Sie meinen, und kann Ihnen nur versichern, dass ich alle derzeit verfügbaren Memoiren, jeden Leitfaden, jedes Logbuch und jede Flaschenpost, damit meine ich natürlich Mitteilungen, die in einer Flasche eingeschlossen und auf die Reise geschickt wurden, gelesen habe. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass Sie sich sehr über die schrecklichen Entscheidungen wundern würden, die Gruppen von Leuten fällen mussten, damit einige von Ihnen, wenn auch nicht alle, am Leben bleiben konnten. Da haben wir klassischerweise die schiffbrüchigen Seeleute, die in einem offenen Boot und ohne Aussicht auf Hilfe weit draußen auf dem Ozean treiben. Im Allgemeinen verläuft es so, dass einer des anderen Beine ist, obwohl früher oder später der Nachschub an Beinen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, versiegt. Dann stellt sich die Frage, wer sterben soll, damit die anderen am Leben bleiben. Eine grauenhafte Rechnung, Hauptmann. Erst an dieser Stelle wurde A.E. Pessimal ein wenig rot. Tut mir leid. Ich weiß, dass ich ein kleiner, schwacher Mann bin, aber ich habe mir eine große Bibliothek zugelegt. Ich träume von gefährlichen Orten. Vielleicht sollten Sie mal in den Schatten spazieren gehen, Inspektor, sagte Karotte. Dann müssten Sie nicht mehr träumen. Weiter, Grinzi. Grinzi Kleinpo zuckte die Achseln. Aber sein eigenes Kind aufessen, das kommt mir doch nicht richtig vor. Oder? Na ja, Feldwebel, erwiderte A.E. Pessimal. Ich habe von derlei Dingen gelesen, und wenn man die Konsequenzen bedenkt, nämlich den Tod sowohl der Mutter als auch des Kindes oder aber das womögliche Überleben der Mutter, muss die Schlussfolgerung lauten, dass ihre Entscheidung die richtige ist. In seinem Buch »Ein Festessen für die Würmer« erwähnt Oberst F.J. Schinkenspeck dergleichen hinsichtlich der Goblins. Und es ist nicht abzustreiten, zumindest der Weltanschauung der Goblins zufolge, dass ein verspeistes Kind, das ja eindeutig aus der Mutter hervorgegangen ist, lediglich dorthin zurückgekehrt, wo es hergekommen ist und von wo es hoffentlich eines künftigen Tages wieder neu geboren wird, sofern die Umstände etwas günstiger stehen. Und deshalb ist letztendlich niemandem dabei geschadet worden. Jetzt könnten Sie einwenden, diese Ansicht halte einer genauen Überprüfung nicht stand. Aber wenn man sich erst einmal mit dieser schrecklichen Algebra auseinandersetzen muss, sieht die Welt mit einem Schlag ganz anders aus. Stille breitete sich aus. Alle Anwesenden dachten intensiv darüber nach. »Du weißt ja, wie es bei so einer Straßenschlägerei zugeht,« Grinzi, sagte Karotte schließlich. »Manchmal, wenn es hart auf hart kommt und man genau weiß, entweder du oder der andere, dann fängt man auch an zu rechnen.« »Fred scheint nicht mehr zu wissen, wo er ist,« sagte Grinzi. »Er hatte kein Fieber und in seinem Schlafzimmer ist es nicht auffällig warm, aber er tut so, als wäre es schrecklich heiß. Und er will diesen verflixten kleinen Topf einfach nicht loslassen. Sobald jemand auch nur in seine Nähe kommt, fängt er an zu schreien. Er hat sogar mich angeschrien. Und noch was. Seine Stimme hat sich verändert. Er hört sich an, als würde er mit Steinen gurgeln. Ich habe mich kurz mit Ponder Stibbens von der Universität darüber unterhalten, aber auch dort gibt es offenbar niemanden, der sich besonders gut mit Goblins auskennt.« Hauptmann Karotte hob die Augenbrauen. »Bist du sicher?« »Ich weiß genau, dass sie dort sogar einen Professor für Staub, Fasern und Kleinstpartikel haben. Und du willst mir weismachen, dass es keinen Experten für eine ganze Spezies sprechender Humanoiden gibt?« »So ungefähr, Chef. Das Einzige, was wir über sie in Erfahrung bringen konnten, ist, dass sie eine verdammte Landplage sind. Aber das weißt du ja schon.« »Niemand weiß etwas über Goblins?« »Keine irgendwie brauchbaren Informationen?« A. E. Pessimal salutierte tatsächlich. »Paul König, der weiß was, Hauptmann. Flussabwärts wohnen sogar ein paar von denen. Aber sie kommen nicht oft in die Stadt. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass Lord Vetinari so gnädig war, mich anzufordern. Ich wurde abgestellt, um Herrn Königs Geschäftsbücher durchzugehen, weil alle anderen Steuerbeamten zu viel Angst hatten, einen Fuß auf sein Gelände zu setzen. Ich hingegen hatte keine Angst, sagte A. E. Pessimal stolz. »Denn ich genieße den Schutz meiner Dienstmarke und der Unantastbarkeit des Gesetzes. Paul König mag einen Steuereintreiber aus dem Gebäude werfen, aber er ist nicht schlau genug, um so etwas mit einem von Kommandeur Mumms Truppe zu versuchen. Ganz bestimmt nicht. Mit dem stolzen Strahlen in A. E. Pessimals Gesicht hätte man die ganze Stadt erleuchten können.« Der kleine Mann versuchte trotzig eine Brust aufzublasen, die hoffnungslos eingefallen war. Sie schwoll jedoch in der Tat ein wenig an, als Karotte sagte, »Gut gemacht, Inspektor. Sie sind wirklich ein ganz schlimmer Finger mit einem rauchenden Abakus. Ich glaube, ich sehe morgen früh als erstes Mal bei meinem alten Freund Paul vorbei.« »Gut gemacht«. »Gut gemacht, Inspektor.« Vielen Dank.